Der Meister und Margarita Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Michael Bulgakov Aus dem Russischen von Thomas Reschke Hörspielbearbeitung und Regie Petra Mayenburg Erstes Kapitel Sprechen sie nie mit Unbekannten An einem ungewöhnlich heißen Frühlingstag Erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Moskauer Patriarchenteichpulvar zwei Männer Der eine, etwa 40 Jahre alt, trug einen mausgrauen Sommeranzug War von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, wohlgenährt und hatte eine Glatze Seinen gediegenen Hut, der wie ein Brötchen aussah, hielt er in der Hand Und das glattrasierte Gesicht war mit einer überdimensionalen schwarzen Hornbrille geschmückt Der andere, ein breitschultriger junger Mann mit wirbeligem rötlichem Haar Hatte die gewürfelte Sportmütze in den Nacken geschoben Und trug ein kariertes Hemd, zerknautschte weiße Hosen und schwarze Turnschuhe Der erste war niemand anderer als Michael Alexandrovich Berlioz Chefredakteur einer dickleibigen Literaturzeitschrift Und Vorsitzender einer der größten Moskauer Literatenassoziationen Abgekürzt Masolit Sein junger Begleiter war der Lyriker Ivan Nikolajewitsch Panirev Pseudonym Bers Domni Es ist nun an der Zeit, die erste Merkwürdigkeit dieses entsetzlichen Maiabends zu erwähnen In der ganzen Allee, die parallel zur kleinen Bronnerjastraße lief, war keine Menschenseele zu sehen In einer Stunde, in der wohl keiner mehr die drückende Luft atmen mochte Und die Sonne, nachdem sie Moskau durchgeglüht hatte Im trockenen Dunst irgendwo hinterm Sador, wo ihr Ring wegsackte Kam niemand unter die Linden, saß niemand auf den Bänken Und die Allee war menschenleer Nachdem die beiden Schriftsteller den Schatten der grünknospenden Linden erreicht hatten Stürzten sie sich als erstes auf ein bunt gestrichenes Bütchen Mit der Aufschrift Bier und diverse Mineralwasser Nazan, bitte Haben wir nicht Haben Sie Bier? Bier kommt erst noch Und was haben Sie da? Aprikosenlimonade Aber die ist warm Na los, geben Sie her Geben Sie her Bitte Die Aprikosenlimonade warf reichlichen gelben Schaum Und in der Luft verbreitete sich Friseurladengeruch Als die beiden Schriftsteller ausgetrunken hatten, bekamen sie den Schluck auf Sie zahlten und setzten sich auf eine Bank, das Gesicht dem Teich, den Rücken der kleinen Bronneria-Straße zugekehrt In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit Sie betraf jedoch nur Berlioz Er hörte plötzlich auf zu schlucken Sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment Dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt Dass er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre Wie mütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte Er erblasste und wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühend heiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockey-Mütze und er trug ein fipsiges, luftiges, kariertes Jäckchen Er war über zwei Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager Und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies Berlioz' Leben war bislang so verlaufen, dass er ab sonderlicher Erscheinungen nicht gewohnt war Er wurde noch käsiger Bestürzt riss er die Augen weit auf Was ist das? Oder wer? Das kann doch nicht wahr sein Doch, oh weh, es stimmte Und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, dass er die Augen zukniff Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei Das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen Den Deibel auch Weißt du, Ivan, ich hätte doch eben beinahe den Hitzschlag gekriegt Was? Was das war? Sogar eine Art Halluzination habe ich gehabt Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe Und seine Hände flatterten Allmählich aber beruhigte er sich Wederte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu Und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus Die Sache war die, dass der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals Ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte Bis Domne hatte das Poem verfertigt, und das in sehr kurzer Zeit Doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteuren keiner Weise zufrieden Der Lyriker hatte die Hauptperson, Jesus also, in sehr schwarzen Farben gemalt Doch nichtsdestoweniger musste nach Meinung des Redakteurs das Poem völlig neu geschrieben werden Jetzt hielt er dem Poeten eine Art Vorlesung über Jesus, um ihm seinen Grundfehler zu verdeutlichen Schwer zu sagen, was Bis Domne in die Irre geführt hatte Die Gestaltungskraft seines Talents oder seine völlige Unkenntnis des Stoffs, über den er schrieb Jedenfalls war Jesus bei ihm sehr lebendig geraten, wenn auch alles andere als sympathisch Berlioz wollte nun dem Lyriker beweisen, dass es gar nicht darum ging, ob Jesus schlecht oder gut gewesen sei Sondern darum, dass er als Persönlichkeit nie existiert hatte Und dass alle Erzählungen über ihn schlicht Erfindungen, gewöhnliche Mythen seien Und die Hinrichtung Jesu in den berühmten Analen vom Tacitus, was ist damit? Eine Fälschung, sag ich dir, nichts weiter als eine Fälschung Der Lyriker, dem all das neu war, hörte Berlioz aufmerksam zu und blickte ihn dabei mit seinen flinken grünen Augen an Nur ab und zu, wenn ihn der Schluck aufbeutelte, schmähte er flüsternd die Aprikosenlimonade Weißt du, Ivan, es gibt keine einzige östliche Religion, in der nicht eine unbefleckte Jungfrau einen Gott zur Welt gebracht hätte Die Christen haben sich gar nichts Neues ausgedacht, sondern ihren Jesus, der in Wirklichkeit nie gelebt hat, genauso geschaffen In dieser Richtung musst du den Hauptstoß führen Berlioz' Stimme schallte durch die leere Allee Und je weiter er in das Gestrüpp eindrang, in das nur ein vorzüglich gebildeter Mensch eindringen kann, ohne sich den Hals zu brechen Desto mehr Reizvolles und Nützliches erfuhr der Lyriker über den ägyptischen Osiris, gnädigen Gott und Sohn Himmels und der Erden Und über den phönizischen Gott Tammus und über Marduk und sogar über den weniger bekannten, drohenden Gott Huizilupochtli, den die alten Azteken in Mexiko einstmals sehr verehrt hätten Da erschien in der Allee auf einmal ein Mann In der Folgezeit, als es offengestanden längst zu spät war, legten verschiedene Behörden Berichte mit einer Beschreibung dieses Mannes vor Ein Vergleich der Berichte bringt Erstaunliches zutage So heißt es in dem einen Bericht Der Mann sei klein, habe Goldzähne und Lahme auf dem rechten Fuß Ein anderer Bericht besagt, der Mann sei riesengroß, habe Platinkronen und Lahme auf dem linken Fuß Ein dritter Teil klakonisch mit, der Mann habe keine besonderen Kennzeichen Allerdings taugen die Berichte samt und sonders nichts Der Beschriebene lahmte überhaupt nicht und war weder klein noch riesig, sondern einfach groß Was seine Zähne betrifft, so trug er links Platinkronen und rechts Goldkronen Bekleidet war er mit einem teuren grauen Anzug und dazu passenden ausländischen Schuhen Die graue Baskenmütze hatte er flott aufs Ohr geschoben Und unterm Arm trug er einen Stock mit schwarzem Knauf in Form eines Pudelkopfes Dem Aussehen nach war er etwas über vierzig Der Mund war leicht schief, das Gesicht glatt rasiert, brünett Das rechte Auge war schwarz, das linke aber grün Die braun waren schwarz, doch saß die eine etwas höher als die andere Kurzum ein Ausländer Als er an der Bank vorbeiging, auf der der Redakteur und der Lyriker saßen Warf er ihnen einen Seitenblick zu, blieb dann zwei Schritte weiter plötzlich stehen Und setzte sich auf die Nachbarbank Ein Deutscher Eher ein Engländer, dass er nicht schwitzt mit den Handschuhen Der Ausländer ließ den Blick über die hohen Häuser gleiten, die den Teich quadratisch säumten Und es war zu erkennen, dass er diese Gegend zum ersten Mal sah Und dass sie ihn interessierte Sein Blick verweilte auf den oberen Etagen Deren Fenster blendend hell die für immer aus Berlioz Augen entschwindende Sonne reflektierten Dann glitt er tiefer, dahin, wo die Fenster schon abendlich dunkelten Der Mann lächelte nachsichtig, kniff die Augen ein, legte die Hände auf den Stockknauf und das Kinn auf die Hände Du, Ivan, hast zum Beispiel die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, sehr schön und satirisch dargestellt Aber das Pikante ist doch, dass vor Jesus schon eine ganze Reihe von Gottes Söhnen geboren wurden Etwa der phönizische Adonis, der phrygische Attis oder der persische Mitra Doch nicht einer von ihnen wurde geboren Und nicht einer von ihnen hat gelebt Auch Jesus nicht Und du hättest statt seiner Geburt oder meinetwegen statt der Anbetung der Könige Lieber die dummen Gerüchte über diese Anbetung darstellen sollen In deinem Poem kommt ja heraus, dass er tatsächlich geboren wurde Bis Domni machte einen Versuch, den peinigenden Schluck auf, loszuwerden Er hielt den Atem an, was jedoch noch qualvolleres und lauteres Hicken zur Folge hatte In diesem Moment unterbrach Berlioz seine Ausführungen Denn der Ausländer hatte sich plötzlich erhoben und trat auf die beiden Schriftsteller zu Sie sahen ihn verwundert an Entschuldigen Sie bitte, wenn ich, ohne Sie zu kennen, mir die Freiheit nehme Aber der Gegenstand Ihres wissenschaftlichen Gesprächs ist so interessant, dass... Darf ich mich setzen? Bitte Wenn ich mich nicht verhört habe, geruten Sie zu sagen, dass Jesus überhaupt nicht auf der Welt war? Ja, ganz recht Genau das habe ich gesagt Ach, wie interessant Was zum Donnerwetter will er eigentlich? Dachte Bis Domni und runzelte die Stirn Jetzt wandte sich der Fremde an ihn Und Sie, waren Sie derselben Meinung wie Ihr Gesprächspartner? Voll und völlig Frappierend Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch nicht an Gott glauben? Ich spüre Ihnen, dass ich es niemandem sagen werde Ganz recht, wir glauben nicht an Gott Aber darüber kann man ganz frei sprechen Sind Sie Atheisten? Ja, wir sind Atheisten Oh, wie entzückend In unserem Land verblüfft Atheismus niemanden Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat politisches Bewusstsein Und glaubt schon lange nicht mehr an die Märchen über Gott Da leistete sich der Ausländer folgendes Ding Er stand auf, drückte dem verdutzten Redakteur die Hand und sprach dazu die Worte Gestatten Sie mir, Ihnen von ganzem Herzen zu danken Wofür danken Sie ihm denn? Für die sehr wichtige Information, die mir als Fremdem ungemein interessant ist Der kauzige Ausländer hob bedeutsam den Finger Die wichtige Information schien ihn wirklich stark beeindruckt zu haben Denn er ließ den Blick erschrocken über die Häuser gleiten Als fürchte er, in jedem Fenster einen Atheisten zu entdecken Nein, er ist kein Engländer, dachte Berlioz Und bis Domni dachte, ich möchte bloß wissen, wo der sein Russisch her hat Aber gestatten Sie mir eine Frage Wie steht es denn nun mit den Beweisen für die Existenz Gottes Von denen es bekanntlich fünf gibt? Ach, herrje Diese Beweise sind allesamt nichts wert Und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt Sie werden doch zugeben, dass es im Bereich der Vernunft Einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann Bravo! Sie wiederholen da genau den Gedanken des rastlosen alten Immanuel zu diesem Problem Eines jedoch ist kurios Er hat alle fünf Gottesbeweise restlos zerschlagen Hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte Einen eigenen sechsten Gottesbeweis aufgestellt Kants Gottesbeweis ist ebenfalls nicht zwingend Nicht umsonst, sagte Schiller Kants Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen Und Strauss hat sich über den Beweis nur amüsiert Für solche Beweise müsste man den Kant drei Jahre nach Salofsky verbanden Doch der Vorschlag, Kant nach Salofsky zu schicken Hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt Und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte Genau, genau, da gehört er hin Ich hab ihm damals beim Frühstück gesagt Ich kann mir nicht helfen Aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor Es mag ja gescheit sein, ist aber völlig unverständlich Man wird sich über sie lustig machen Berlioz quollen die Augen aus dem Kopf Beim Frühstück, Kant Was faselt er da, dachte er Aber, fuhr der Fremdling fort, ohne sich durch Berlioz Verblüffung beirren zu lassen Und wandte sich dem Lyriker zu Aber ihn nach Salofsky zu verbannen ist ganz unmöglich aus dem einfachen Grunde Weil er schon etwas über hundert Jahre in einer Gegend Weil die bedeutend weiter entfernt ist als Salofsky Und aus der man ihn, ich versichere, es ihnen unmöglich zurückholen kann Schade Finde ich auch Aber jetzt beschäftigt mich eine Frage Wenn es keinen Gott gibt Wer lenkt dann eigentlich das menschliche Leben und überhaupt den ganzen Ablauf auf der Erde? Der Mensch selber Entschuldigung, um das alles zu lenken, bedarf es schließlich eines genauen Planes für einen halbwegs angemessenen Zeitraum Gestatten Sie zu fragen Wie soll ein Mensch das alles lenken, wenn er nicht nur der Möglichkeit ermangelt, einen Plan selbst für eine so lächerliche Frist von, sagen wir, tausend Jahren aufzustellen Sondern auch nicht einmal sicher sein kann, was ihm selber der morgige Tag bringt Wirklich, stellen Sie sich vor Sie, zum Beispiel, fangen nun an, sich und andere zu lenken und Anordnungen zu treffen Sie kommen sozusagen auf den Geschmack und plötzlich kriegen Sie Ein Lungensarkom Hier ließ der Unbekannte ein seltsames Kichern hören Als bereite ihm der Gedanke an das Lungensarkom Vergnügen und wiederholte, wie ein Kater blinzelnd, das klangvolle Wort Ja Ein Lungensarkom Und schon ist es aus mit ihrer Lenkerei Kein fremdes Schicksal interessiert sie mehr, nur noch ihr eigenes Ihre Angehörigen fangen an, sie zu belügen Da wittern sie Unrat, laufen zu gelehrten Ärzten, dann zu Kurpfuschern und vielleicht auch zu Wahrsagerinnen Wie das Erste und Zweite, so ist auch das Dritte völlig sinnlos, das wissen Sie selber Das ganze Ende tragisch, der Mann, der noch vor kurzem etwas zu lenken wähnte Liegt plötzlich starr und steif in einer Holzkiste und seine Umgebung wohlwissend Dass nichts Vernünftiges mehr von ihm zu erwarten ist, verbrennt ihn im Ofen Manchmal kommt es noch schlimmer Jemand hat sich gerade erst vorgenommen, nach Kislovodsk zu fahren Eine lächerliche Sache, sollte man denken Aber auch das bringt er nicht zu Wege, denn plötzlich rutscht er aus und gerät unter die Straßenbahn Sie werden doch nicht behaupten, er selbst habe das so gefügt Ist es nicht richtiger anzunehmen, dass ein anderer ihn so gelenkt hat? Berlioz hatte der hässlichen Erzählung vom Sarkom und von der Straßenbahn sehr aufmerksam gelauscht Und sorgenvolle Gedanken begannen ihn zu peinigen Er ist kein Ausländer, dachte er Er ist ein sehr sonderbares Subjekt Aber wer ist er eigentlich? Plötzlich sagte der Unbekannte zu Besdomne, dem die Zigaretten ausgegangen waren Ich sehe, Sie möchten rauchen, welche Sorte? Wieso? Haben Sie mehrere bei sich? Welche rauchen Sie denn am liebsten? Und denn? Die Lieblingsmarke Sofort holte der Unbekannte ein Zigarettenetui aus der Tasche und bot es Besdomne an Bitte, Lieblingsmarke Der Redakteur und der Lyriker waren nicht so sehr davon beeindruckt, dass das Etui ausgerechnet die Lieblingsmarke enthielt, wie von dem Etui selbst Es war sehr groß und aus hochkarätigem Gold Und als der Unbekannte den Deckel aufklappte, sprühte ein brillanten Dreieck blaues und weißes Feuer Den beiden Schriftstellern gingen unterschiedliche Gedanken durch den Kopf Berlioz? Doch, er ist ein Ausländer Besdomne? Zum Teufel mit wem, oder? Der Lyriker und der Etui-Besitzer steckten sich Zigaretten an Der Nichtraucher Berlioz hat er abgelehnt Man müsste ihm so antworten, überlegte Berlioz Ja, der Mensch ist sterblich, das bestreitet ja auch niemand Aber die Sache ist die, dass... Allein er kam nicht dazu, diese Worte auszusprechen, denn der Ausländer fing zu reden an Tja, der Mensch ist sterblich Aber das wäre nicht so schlimm Schlimm ist, dass er bisweilen sehr plötzlich stirbt Da liegt der Hase im Pfeffer Nie kann er sagen, was er noch am selben Abend tun wird Na, das ist ja nun übertrieben Den heutigen Abend kann ich mehr oder weniger genau voraussehen Natürlich, wenn mir in der kleinen Brunner ja ein Ziegelstein auf den Kopf fällt Von Nichts und Wider Nichts fällt keinem ein Ziegelstein auf den Kopf Insbesondere Ihnen nicht, das kann ich Ihnen versichern Sie werden eines anderen Todes sterben Vielleicht wissen Sie sogar, welchen Todes Wie können Sie es mir sagen? Gern Eins, zwei, Narko im zweiten Haus Der Mond ist untergegangen Sechs Unglückabend sieben Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt Mit weit aufgerissenen Augen Mit irrem und bösem Blick Glotzte Besdomny den dreisten Ausländer an Und Berlioz fragte mit schiefem Grinsen Wer wird denn das tun? Feinde? Interventen? Nein, eine russische Frau Eine Komsomolzin Das ist aber, entschuldigen Sie, ziemlich unwahrscheinlich Ich bitte auch um Entschuldigung Aber es ist so, ja Ich möchte Sie gerade herausfragen, wenn es kein Geheimnis ist Was haben Sie heute Abend vor? Es ist kein Geheimnis Ich gehe jetzt nach Hause in die Sardorferjahr Und um zehn Uhr abends findet in der Masolid eine Sitzung stand In der ich präsidieren werde Nein, das kann nicht sein Warum nicht? Weil Anuschka Sonnenblumenöl gekauft hat Und nicht nur gekauft, sondern auch bereits verschüttet Darum wird die Sitzung nicht stattfinden Nach diesen Worten trat unter den Linden Begreiflicherweise Schweigen ein Berlioz starrte den Ausländer, der solchen Unsinn von sich gab an Entschuldigen Sie, was hat das mit Sonnenblumenöl zu tun? Und wer ist diese Anuschka? Folgendes hat das mit Sonnenblumenöl zu tun Waren Sie Bürger schon einmal in einer Klinik für Geisteskranke? Aber Ivan! War ich, war ich Mehr als einmal Wo war ich nicht schon überall? Nur schade, dass ich nie Zeit fand, den Professor zu fragen, was Schizophrenie ist Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Ivan Nikolajos Der Ausländer war keineswegs beleidigt, sondern lachte höchst vergnügt Doch seine Augen, die er auf den Lyriker heftete, lachten nicht mit Woher wissen Sie denn, wie ich heiße? Ich bitte Sie, Ivan Nikolajewitsch, wer kennt Sie nicht Der Ausländer zog die gestrige Nummer der Literaturzeitung aus der Tasche Und Bezdomne erblickte gleich auf der ersten Seite sein Bild und darunter einige seiner Gedichte Doch dieser Beweis für seinen Ruhm und seine Popularität, der ihn noch gestern erfreut hätte, ließ ihn jetzt kalt Verzeihung, könnten Sie einen Moment warten? Ich möchte meinem Kollegen nur ein paar Worte sagen Oh, mit Vergnügen! Es ist so schön hier unter den Linden und ich habe Zeit! Der Lyriker zog Berlioz zur Seite und raunte Hör mal, Misha Hör mal, Misha Der ist kein Tourist, sondern ein Spion Ein russischer Immigrant, der zu uns eingeschleust wurde Frag ihn doch gleich einmal nach seinen Papieren, sonst entkommt er noch Meinst du? Glaub mir, der spielt nur den Dummen, um aus uns was rauszulocken Du hörst doch, wie guter Russe spricht Los, wir müssen ihn festhalten, sonst haut er ab! Der Lyriker zog Berlioz an der Hand zur Bank zurück Der Unbekannte stand jetzt vor der Bank und hatte ein dunkelgrau gebundenes Büchlein, einen festen Umschlag aus gutem Papier und eine Visitenkarte in der Hand Verzeihen Sie, dass ich im Eifer unseres Disputs vergessen habe, mich Ihnen vorzustellen Hier ist meine Karte, mein Pass und die Einladung zu einer Konsultation nach Moskau zu kommen Der Unbekannte sprach gewichtig und blickte die beiden Schriftsteller durchdringend an Die wurden verlegen Zum Teufel hat alles gehört, dachte Berlioz und deutete mit weltmännischer Geste an, dass die Vorlage der Papiere überflüssig sei Während der Ausländer sie dem Redakteur unter die Nase hielt, hatte der Lyriker auf der mit fremdländischen Schriftzeichen Bedruckten Visitenkarte das Wort Professor und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens ein V ausgespäht Sehr angenehm Der Ausländer schob die Dokumente in die Tasche zurück Die Beziehungen waren somit wiederhergestellt und alle drei nahmen auf der Bank Platz Sie sind als Konsultant zu uns eingeladen worden, Professor? Ja, als Konsultant Sind Sie Deutscher? Ich? Ja, ich bin wohl Deutscher Sie sprechen prima Russisch Oh, ich bin überhaupt ein Polyglotte und beherrsche sehr viele Sprachen Was sehen Sie von Beruf? Ich bin Spezialist für schwarze Magie In der hiesigen Staatsbibliothek sind echte Handschriften des Schwarzkünstlers Gébert Doriac aus dem 10. Jahrhundert entdeckt worden Die soll ich entziffern, ich bin der einzige Spezialist auf der Welt Ah, Sie sind Historiker? Ja, ich treibe Geschichte Heute Abend wird an den Patriarchenteichen eine sehr interessante Geschichte passieren Wieder waren der Redakteur und der Lyriker äußerst befremdet Der Professor aber winkte beide zu sich heran und als sie sich zu ihm beugten, flüsterte er Ich sage Ihnen, Jesus hat existiert Sehen Sie, Professor, wir achten Ihre großen Kenntnisse, aber in dieser Frage stehen wir auf einem anderen Standpunkt Es bedarf keines Standpunkts, er hat schlicht existiert und basta Aber das muss doch irgendwie bewiesen werden Es bedarf keines Beweises, das ist alles ganz einfach Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang Erschienen eines Frühmorgens, am 14. des Frühlingsmonats Nisan Im überdachten Säulengei zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen Der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten Und dass auch dem Schweiß- und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Aromen beigemengt war Zweites Kapitel Pontius Pilatus Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang Mit schlurfendem Kavalleristengang Erschienen eines frühen Morgens, am 14. des Frühlingsmonats Nisan Im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen Der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten Und dass auch dem Schweiß- und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Aromen beigemengt war Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerseleim gekommene erste Kohorte Der zwölften Blitzlegion einquartiert war, zugleich der Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang Und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, dass die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten War auch etwas von dem fettigen Rosenduft Oh, ihr Götter, wofür straft ihr mich? Ja, kein Zweifel, da ist sie wieder Die unbesiegliche, furchtbare Krankheit, die Hernikranie, bei der nur eine Hälfte des Kopfes schmerzt Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit Ohne jemanden anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte die Hand zur Seite Er erbietig legte ihm der Sekretär ein Stück Pergament in die Hand Der Prokurator überflog es flüchtig Wobei er eine schmerzliche Grimasse nicht unterdrücken konnte Dann reichte er es dem Sekretär zurück Der Untersuchungsgefangene aus Galiläa Habt ihr die Akte an den Tetrarchen geschickt? Ja, Prokurator Und? Er hat sich geweigert, sich zu dem Fall zu äußern Und hat das vom Synedrion verhängte Todesurteil hergeschickt, damit sie es bestätigen Man führe mir den Beschuldigten vor Alsbald brachten zwei Legionäre einen Mann von vielleicht 27 Jahren von der Gartenterrasse her zum Balkon in der Mitte des Säulengangs Und stellten ihn vor den Sessel des Prokurators Der Mann war bekleidet mit einem uralten, verschlissenen, blauen Chiton Seinen Kopf bedeckte ein weißer Verband mit einem Riemen um die Stirn Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt Unterm linken Auge saß ein großer blauer Fleck Und der Mundwinkel war eingerissen und blutverkrustet Mit unruhiger Neugier blickte der Gefangene den Prokurator an Der saß reglos wie aus Stein Nur seine Lippen bewegten sich ein wenig, indes er sprach Das kam, weil er Angst hatte, den in höllischem Schmerz lodernden Kopf auch nur zu neigen Du also hast das Volk aufgewiegelt, den Tempel von Jaschaleim zu zerstören Guter Mensch, glaub mir Du redest mich mit guter Mensch an? Du erst In Jaschaleim flüstert man sich zu Ich sah ein grausames Ungeheuer und das ist vollkommen richtig Zenturio, Rattenschlechter zu mir Jedermann dünkte es, dass der Säulengang sich verdunkelte Als der Zenturio Marcus von der ersten Zenturie, genannt Rattenschlechter, vor dem Prokurator Aufstellung nahm Rattenschlechter überragte auch den größten Soldaten der Legion noch um Haupteslänge Und hatte so breite Schultern, dass er die noch niedrig stehende Sonne verdeckte Dieser Verbrecher nennt mich guter Mensch Führen Sie ihn für einen Moment hinweg und erklären Sie ihm, wie man mit mir zu reden hat Aber schlagen Sie ihn nicht zum Krüppel Alle außer dem reglosen Prokurator blickten Markus Rattenschlechter nach Als er dem Gefangenen mit einem Wink bedeutete, ihm zu folgen Überhaupt blickte man ihm stets nach, wo immer er sich zeigte Seines Riesenwuchses wegen Und wer ihn zum ersten Mal sah, tat es auch deshalb, weil sein Gesicht verunstaltet war Einst hatte eine Germanenkeule ihm die Nase zertrümmert Die schweren Stiefel des Markus krachten über das Mosaikpflaster Der Gefesselte ging lautlos hinter ihm her Im Säunengang trat völliges Schweigen ein Und es war zu hören, wie die Tauben auf der Gartenterrasse gurten Und das Wasser im Springbrunnen sein melodisches, versonnenes Lied sang Der Prokurator wäre am liebsten aufgestanden und hätte die Schläfe unter den Wasserstrahl gehalten Allein er wusste, das würde ihm nicht helfen Markus Rattenschlechter führte den Gefangenen aus dem Säulengang in den Garten Nahm dem Legionär, der zu Füßen einer Bronzestatue stand, die Peitsche aus der Hand Und schlug sie, ohne sonderlich auszuholen, dem Arrestanten um die Schultern Seine Bewegung war leicht und lässig Aber der Gefesselte stürzte sofort zu Boden, als habe man ihm die Beine weggehauen Schnappte nach Luft Jegliche Farbe wich ihm aus dem Gesicht Und seine Augen blickten irr Nur mit der linken Hand, leicht wie einen leeren Sack Hub Markus den Gestürzten hoch Stellte ihn auf die Füße und sagte mit schlechter Aussprache des Aramäischen Der römische Prokurator ist mit Hegemone anzureden Keine anderen Wörter sagen Stillstehen Hast du mich verstanden, oder soll ich dich schlagen? Ich habe dich verstanden Schlag mich nicht Gleich darauf stand er wieder vor dem Prokurator Name? Mein Name? Meiner ist mir bekannt Stell dich nicht dümmer als du bist, denn dein Jeschua Hast du einen Beinamen? Ja, Annozri Woher bist du gebürtig? Aus der Stadt Gamala Von wem stammst du ab? Das weiß ich nicht genau Ich kann mich meiner Eltern nicht erinnern Man hat mir gesagt, mein Vater sei ein Syrer gewesen Wo bist du zu Hause? Ich habe kein Zuhause Ich ziehe von Stadt zu Stadt Das hättest du auch mit einem Wort sagen können Du bist ein Landstreicher Hast du Verwandte? Ich habe niemanden Ich bin allein auf der Welt Kannst du lesen und schreiben? Ja Beherrschst du noch eine Sprache außer der aramäischen Ja Die griechische Eines der geschwollenen Lieder hob sich Ein vom Schmerz verschleierter Blick heftete sich auf den Gefangenen Das andere Auge blieb geschlossen Pilatus sagte auf Griechisch Also, du hattest die Absicht, den Tempel zu zerstören und hast das Volk dazu aufgewiegelt? Nie im Leben Nie im Leben, Hegemon Habe ich die Absicht gehabt, den Tempel zu zerstören Und ich habe auch niemanden zu solch sinnlosem Tun angestiftet Viele Menschen strömen zum Pessachfest in diese Stadt Unter ihnen sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Mörder Es sind aber auch Lügner unter ihnen Du zum Beispiel bist ein Lügner Da steht es deutlich geschrieben Er hat das Volk aufgewiegelt, den Tempel zu zerstören So bezeugen es die Menschen Diese guten Menschen Hegemon Haben nichts begriffen Und bringen alles durcheinander, was ich gesagt habe Ich fange an zu befürchten Dass diese Verwirrung noch sehr lange werden wird Alles rührt daher Dass er falsch aufschreibt, was ich sage Ich wiederhole dir Aber zum letzten Mal Hör auf, dich dumm zu stellen, Verbrecher Es steht nicht viel über dich geschrieben Aber das reicht hin, dich zu hängen Nein, nein, Hegemon Da läuft einer unablässig Mit dem Ziegenpergament hinter mir her und schreibt Ich habe einmal hineingeschaut Und war entsetzt Nichts von all dem, was dort geschrieben steht, habe ich je gesagt Angefläht habe ich ihn Verbrenne dein Pergament, ich bitte dich Er aber hat es mir aus der Hand gerissen Und ist davon gelaufen Wer ist der Matten? Levi Matthäus, er war Zolleinnehmer Und ich bin ihm zum ersten Mal auf der Straße nach Bethanien begegnet Da, wo die Ecke eines Feigengartens hervortritt Und wir kamen ins Gespräch Zuerst behandelte er mich feindselig und beleidigte mich gar Das heißt, er wähnte mich zu beleidigen Indem er mich Hund nannte Ich finde nichts hässliches an diesem Tier Um darüber beleidigt zu sein Allein nachdem er mich angehört hatte, wurde er freundlicher Und zum Schluss warf er das Geld auf die Straße und sagte Er wolle mit mir ziehen Das Geld sei ihm fortan verhasst Seither ist er mein Begleiter Der Sekretär hatte aufgehört zu schreiben Und schickte heimlich einen verwundeten Blick Aber nicht auf den Gefangenen, sondern auf den Prokurator Pilatus grinste über eine Wange Entblößte dabei sein gelbes Gebiss Und sagte dann, sich mit dem ganzen Rumpf dem Sekretär zuwendend O du Stadtjaschaleim, was bekommt man in dir nicht alles zu hören Haben Sie gehört? Ein Zöllner wirft Geld auf die Straße Der Sekretär, der keine Antwort wusste Hielt es für angebracht, das Lächeln des Pilatus zu erwidern Mit noch immer gefletschten Zähnen sah der Prokurator den Gefangenen an Dann blickte er zur Sonne Die unaufhaltsamen über den Pferdestandbildern Der fernen Rennbahn rechts drunten Aufstieg Und plötzlich dachte er in würgender Qual Es ist das Einfachste, wäre diesen sonderbaren Verbrecher Aus dem Säulengang zu jagen Und nur die beiden Worte zu sprechen Hängt ihn Er könnte auch die Eskorte davonjagen Sich aus dem Säulengang in den Palast begeben Das Gemach verdunkeln lassen Sich niederlegen, kaltes Wasser verlangen Mit kläglicher Stimme den Hund Banga rufen Und bei ihm sich über die Hernikranie beklagen Und lockend durchzuckte der Gedanke an Gift Den kranken Kopf des Prokurators Mit trüben Augen blickte er den Gefangenen an Und schwieg einige Zeit Qualvoll überlegte er Warum der Mann mit dem von Schlägen verunstalteten Gesicht In der erbarmungslosen morgendlichen Jerseleimer Sonnenglut vor ihm stand Und was für überflüssige Fragen er ihm noch stellen sollte Levi Matthäus Ja, Levi Matthäus Aber etwas über den Tempel Musst du doch der Menge auf dem Bazar gesagt haben Ich, Hegemon Habe gesagt, der Tempel des alten Glaubens werde einstürzen Und ein neuer Tempel der Wahrheit werde am Por wachsen Ich habe mich so ausgedrückt, damit es verständlicher sei Warum hast du auf dem Bazar das Volk verwirrt, Landstreicher Indem du ihm von der Wahrheit sprachst Von der du gar keine Vorstellung hast Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist vor allem, dass dich der Kopf schmerzt Und er schmerzt so heftig, dass du kleinmütig an den Tod denkst Du hast nicht nur kaum noch die Kraft, mit mir zu sprechen Sondern es fällt dir sogar schwer, mich anzusehen Ich bin jetzt, ohne es zu wollen, dein Peiniger Und das betrübt mich Du kannst kaum noch einen Gedanken fassen Und träumst nur davon, dass dein Hund kommt Offenbar das einzige Wesen, an dem du hängst Aber deine Qualen werden gleich beendet sein Dein Kopfweh wird vergehen Der Sekretär stockte mitten im Wort und glotzte den Gefangenen mit weit aufgerissenen Augen an Pilatus hob den Märtyrerblick zum Gefangenen und sah Da, dass die Sonne schon ziemlich hoch über der Rennbahn stand Ein Strahl in den Säulengang drang und auf die ausgetretenen Sandalen Jeschuas zugroch Der der Sonne auswich Da erhob sich der Prokurator von seinem Sessel Präste den Kopf in die Hände Und sein glatt rasiertes gelbliches Gesicht spiegelte verstört halt Er bezwang sie jedoch mit Willenskraft und setzte sich wieder Der Arrestant fuhr indes zu sprechen fort Doch der Sekretär notierte nichts mehr Er regte den Hals wie eine Gans und lauschte Damit ihm ja nur kein Wort entgehe Siehst du, es ist schon vorbei Das freut mich sehr Ich würde dir raten, Hegemon Für kurze Zeit den Palast zu verlassen Und in der Umgebung spazieren zu gehen Wenigstens in den Gärten auf dem Ölberg Das Gewitter kommt später erst gegen Abend Ein Spaziergang täte dir gut Und ich würde dich mit Vergnügen begleiten Mir sind neue Gedanken gekommen Die dich, so glaube ich, interessieren könnten Und ich würde sie dir gern mitteilen Zumal du den Eindruck eines sehr gescheiten Menschen machst Der Sekretär wurde totenbleich Und ließ die Pergamentrolle fallen Da ertönte die Stimme des Prokurators Dann nehme ihm die Fesseln ab Danke Gestehe Du bist ein großer Arzt Nein, Prokurator Ich bin kein Arzt Kannst du vielleicht auch latein? Ja Woher weißt du, dass ich meinen Hund rufen wollte? Das ist ganz einfach Du führtest die Hand durch die Luft Als wolltest du ihn streicheln Und deine Lippen Du bist also Arzt? Nein Nein, glaube mir, ich bin kein Arzt Nun gut, wenn du das geheim halten willst So tue es, es hat mit deinem Fall nichts zu tun Du behauptest also, du hättest niemanden angestiftet Den Tempel niederzubrennen oder auf andere Art zu zerstören? Ich, Hegemon, habe niemanden zu solchem Tun aufgewiegelt Ich wiederhole es Sehe ich wohl wie ein Schwachsinniger aus? Oh nein, wie ein Schwachsinniger siehst du nicht aus So schwöre, dass es nicht stimmt Wobei soll ich schwören? Meinetwegen bei deinem Leben Bei ihm zu schwören ist höchste Zeit Denn wisse, es hängt an einem Haar Du glaubst ja nicht, dass du es daran aufgehängt hättest, Segemon Falls doch so, ist es sehr Ich kann jedenfalls dieses Haar zerschneiden Auch darin irrst du Du wirst zugeben, dass es doch wohl nur der zerschneiden kann, der es aufgehängt hat Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, doch ist sie trefflich aufgehängt Aber sage mir beiläufig Ist es richtig, dass du, wie es hier in dieser Pagamentrolle steht Durch das Susatur in Yershalaim eingezogen bist Auf einem Esel reitend, begleitet vom Pöbel, der dich schreiend begrüßte Aber ich habe ja gar keinen Esel-Hegemon Wohl bin ich durch Susatur in Yershalaim eingezogen, jedoch zu Fuß Und in meiner Begleitung war nur Levi Matthäus Und niemand hat mich schreiend begrüßt Denn mich hat ja in Yershalaim kein Mensch gekannt Sind dir folgende Namen bekannt? Dismas, Gestas und Waravan? Diese guten Menschen kenne ich nicht Ist das wahr? Es ist wahr Sage mir doch, warum du immer wieder von guten Menschen sprichst Nennst du jeden so? Jeden Böse Menschen gibt es nicht auf der Welt Das höre ich zum ersten Mal Aber vielleicht weiß ich zu wenig vom Leben In welchem griechischen Buch hast du das gelesen? In keinem Ich bin von selbst drauf gekommen Und das predigst du? Ja Nehmen wir zum Beispiel den Centurium Marcus, genannt Rattenschlechter Ist der auch ein guter Mensch? Ja, freilich ist er unglücklich Seit gute Menschen ihn verunstaltet haben Ist er grausam und hartherzig geworden Es wäre aufschlussreich zu erfahren, wer ihn so entstellt hat Gern teil ich es dir mit Denn ich war dabei Gute Menschen hatten sich auf ihn gestürzt Wie die Hunde auf den Bären Germanen waren es Und sie klammerten sich an seinen Hals Seine Arme, seine Beine Seine Fußtruppen waren in einen Hinterhalt geraten Und wäre nicht von der Flanke her Die Reiterturm hatte zugestoßen Die übrigens ich befehligte So hättest du Philosoph nicht mit ihm sprechen können Es war in der Schlacht von Edestaviso Im Tal der Jungfrauen Wenn ich mehr mit ihm sprechen könnte So würde er sich total ändern Dessen bin ich gewiss Ich nehme an, es würde dem Legaten wenig Freude bereiten Wenn es der einfiel, er mit den Offizieren oder Soldaten seiner Legion zu sprechen Übrigens wird es glücklicherweise nicht dazu kommen Und der Erste, der dafür sorgen wird, bin ich In diesem Moment flitzte eine Schwalbe in den Säulengang herein Beschrieb unter der goldenen Decke einen Kreis Schoss herab Wobei sie mit spitzen Flügel das Gesicht einer Bronzestatue In einer Nische fast streifte Und verschwand dann hinter einem Säulenkapitel Vielleicht wollte sie dort ihr Nest ankleben Während sie flog Fügte sich in dem nunmehr hellen und leichten Kopf des Prokurators Eine Formulierung Sie lautete etwa so Der Hegemon habe den Fall des wandernden Philosophen Jeschuh Genannt Hanosri geprüft Und keinen verbrecherischen Tatbestand gefunden In Sonderheit sei nicht der geringste Zusammenhang Zwischen den Taten des Jeschuh Und den jüngsten Unruhen in Yershalayim zu finden Der wandernde Philosoph habe sich als gemütskrank erwiesen Und infolgedessen könne der Prokurator Die vom kleinen Senedrion verhängte Todesstrafe Gegen Hanosri nicht bestätigen Da jedoch die verrückten utopischen Reden Des Hanosri in Yershalayim zu Aufruhr führen könnten Entferne ihn der Prokurator aus Yershalayim Und verurteile ihn zur Haft in Kosarea Stratus am Mittelmeer Das heißt in seiner Residenz Dies musste er nun dem Sekretär diktieren Liegt noch was gegen ihn vor? Leider ja Der Sekretär überreichte Pilatus sein Pergament Nachdem er das Pergament gelesen hatte Verfärbte sich Pontius Pilatus Ob ihm dunkles Blut ins Gesicht und zum Hals strömte Oder ob etwas anderes geschah Jedenfalls verlor seine Haut die gelbe Farbe und wurde braun Und die Augen schienen ihm aus dem Kopf zu treten Wahrscheinlich war das Blut schuld Das ihm zu den Schläfen floss und dort zu pochen begann Jedenfalls geschah etwas mit seinem Sehvermögen So deuchte ihn, dass der Kopf des Häftlings davon glitte Und ein anderer an seine Stelle trete Auf diesem kahlen Kopf saß ein goldener Reif mit wenigen Zacken Auf der Stirn zerfraß ein rundes Geschwür die Haut Es war mit Salbe bestrichen Der Mund zahnlos und eingesunken Mit herabhängender launischer Unterlippe Dem Prokurator war, als seien die rosa Säulen des Balkons Und die fernen Dächer von Jerschalei im Unterhalb des Gartens verschwunden Und als sei alles ringsum im dichten Grün der Gärten von Capri versunken Auch mit seinem Gehör hatte sich etwas Merkwürdiges begeben In der Ferne schienen leise und drohend Trompeten zu schmettern Und ganz deutlich vernahm er die neselnde Stimme Die hochmütig und langgezogen sprach Das Gesetz über Majestätsbeleidigung Hören, Herr Norsri Hast du schon einmal etwas über den großen Kaiser gesagt? Antworte Hast du? Oder Hast du nicht? Leicht und angenehm ist es, die Wahrheit zu sagen Ich will nicht wissen, ob es dir angenehm oder unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen Du musst sie ohnehin sagen Wenn du sie aber sagst, so wäge jedes Wort Es sei denn, du willst nicht nur einen unvermeidlichen, sondern auch qualvollen Tod Kurze, zusammenhanglose und ungewöhnliche Gedanken jagten sich im Kopf des Hegemons Zuerst Er ist verloren Dann Wir sind verloren Auch ein ganz absurder Gedanke war dabei Der Gedanke an Unsterblichkeit Der jedoch unerträgliche Schwermut weckte Er erlaubte sich die Hand zu heben Als wolle er sich vor den Sonnenstrahlern beschirmen Und hinter der Hand, wie hinter einem Schild, dem Arrestanten einen bedeutungsvollen Blick zuzuwerfen Also, antworte Kennst du einen gewissen Judas aus Kiriat? Und was, wenn überhaupt, hast du zu ihm über den Kaiser gesagt? Das war so Vorgestern Abend lernte ich beim Tempel einen jungen Menschen kennen Der sich Judas aus der Stadt Kiriat nannte Er lud mich in sein Haus in der Unterstadt ein Und bewirtete mich Ein guter Mensch? Ein sehr guter und wissbegieriger Mensch Er bekundete größtes Interesse für meine Gedanken Und nahm mich sehr herzlich auf Er zündete die Öllämpchen an? Ja Und er bat mich, ihm meine Ansichten über die Staatsmacht mitzuteilen Und was hast du zu ihm gesagt? Oder wirst du mir antworten, du habest es vergessen? Ich habe ihm unter anderem gesagt Dass von jeder Staatsmacht den Menschen Gewalt geschehe Und dass eine Zeit kommen werde In der kein Kaiser noch sonst jemand die Macht hat Der Mensch wird eingehen in das Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit Wo es keiner Macht mehr bedarf Weiter Weiter war nichts In diesem Moment stürmten Leute herein Bannen mich und führten mich ins Gefängnis Der Sekretär strichelte die Wörter aufs Pergament Bemüht, kein Wort zu verlieren Der Hegemon blickte hasserfüllt auf ihn und die Eskorte Und seine Stimme schwoll an Auf der Welt gab es noch nie eine größere Und für die Menschen bessere Macht Und es wird auch nie eine geben als die Macht des Kaisers Tiberius Nicht an dir, du hirnloser Verbrecher Ist es über sie zu rechten Weg mit der Eskorte aus dem Säulengang Lasst mich alle mit dem Verbrecher allein Auch du, Sekretär Hier geht es um eine Staatssache Die Eskorte hob die Lanzen Ich sehe, es ist Leid daraus entstanden Dass ich mit diesem Jüngling aus Kiriat gesprochen habe Mir schwant Hegemon Dass ihm ein Unglück widerfahren wird Und er dauert mich sehr Ich glaube, es gibt jemanden auf der Welt Der dich mehr dauern müsste Als Judas aus Kiriat Und dem weit Schlimmeres widerfahren wird als ihm Du meinst also Markus Rattenschlechter Der kalte und überzeugte Henker So dann die Menschen, die dich Wie ich an deinem entstellten Gesicht sehe Deiner Predigten wegen misshandelt haben Desgleichen die Verbrecher Dismas und Gestas Die mit ihren Spießgesellen vier Soldaten getötet haben Und endlich dieser schmutzige Verräter Judas Sie alle sind gute Menschen? Ja Und das Reich der Wahrheit wird kommen? Es wird kommen, Hegemon Niemals! So hatte Pilatus vor vielen Jahren Im Tal der Jungfrauen seinen Reitern zugeschrien Schlagt sie, schlagt sie Der Riese Rattenschlechter ist in Gefahr Noch lauter erhob er die Stimme und schrie so Dass man es im Garten hören konnte Du Verbrecher! Du Verbrecher! Du Verbrecher! Jeschua Hannosri Glaubst du an irgendwelche Götter? Es gibt nur einen Gott An ihn glaube ich So bete zu ihm Bete fleißig Übrigens, es wird nicht helfen Hast du ein Weib? Nein Ich bin allein Verhasst ist mir die Stadt Wärst du vor deine Begegnung mit Judas aus Kiriat Erstochen worden So wäre das wahrlich besser Lasse mich frei, Hegemon Ich sehe, dass man mich töten will Ein Krampf verzerrte das Gesicht des Pilatus Er bewegte die Schultern als fröre ihn Und rieb die Hände, als wolle er sie waschen Der Hegemon begriff nicht, was mit ihm vorging Schwermütig wandte er Jeschua Die entzündeten, rot geäderten Augäpfel zu Vermeinst du Unseliger Ein römischer Prokurator wird einen Menschen freilassen Der gesagt hat, was du gesagt hast? Oh ja, Götter Oder glaubst du, ich möchte deine Stelle einnehmen? Ich teile deine Gedanken nicht Höre Wenn du von diesem Moment an noch ein einziges Wort zu anderem sagst So nimm dich vor mir in Acht Ich wiederhole Nimm dich vor mir in Acht Hegemon Schweig Eskorte, der Sekretär, zu mir Nachdem der Sekretär und die Eskorte auf ihre Plätze zurückgekehrt waren Erklärte Pilatus Er bestätige das Todesurteil Dass die Versammlung des kleinen Synedrions wieder den Verbrecher Jeschua Hanosri verhängt habe Und der Sekretär hielt Pilatus Worte fest Gleich darauf ließ der Hegemon Markus Rattenschlechter rufen Rattenschlechter, du übergibst den Verbrecher dem Kommandanten des Geheimdienstes Ich ordne hiermit an Dass Jeschua Hanosri getrennt von den übrigen Verurteilten gehalten wird Und dass den Mannschaften des Geheimdienstes bei schwerer Strafe verboten ist, mit Jeschua zu sprechen und Fragen von ihm zu beantworten Ja, Hegemon Eskorte, Marsch Der kommandierende Legat der Legion zu mir Hegemon Wo befindet sich die Sebaster-Kohorte? Die Sebaster sperren den Platz vor der Rennbahn ab Wo dem Volk das Urteil gegen die Verbrecher verkündet werden soll, Hegemon Stellt zwei Zenturien aus der römischen Kohorte bereit Die eine steht unter dem Befehl von Markus Rattenschlechter Sie eskortiert die Verbrecher, die Wagen mit dem Hinrichtungsgerät und die Henker zur Richtstätte Und sperrt sie nach oben ab Die zweite Zenturie soll jetzt gleich zur Richtstätte marschieren Und sofort mit der unteren Absperrung beginnen Zur Sicherung des Berges setze außerdem noch zusätzlich ein Kavallerie-Regiment Eine syrische A-La in Marsch Du, Sekretär, bitte den Präsidenten des Synedrions in den Palast Außerdem zwei seiner Mitglieder und den Kommandanten der Tempelwache von Jeschua Leim Doch richte es so ein, dass ich vor der Beratung mit dem Präsidenten allein sprechen kann Und jetzt lass mich Es war still im Garten Als aber der Prokurator aus dem Säulengang heraustrat Auf die vom Sonnenlicht übergossene obere Gartenterrasse Mit ihren Palmen auf ungefügen Elefantenbeinen Auf die Terrasse, von der aus sich die ganze ihm verhasste Stadt Jeschua Leim seinen Blicken darbot Mit ihren Hängebrücken, ihren Burgen und vor allem dem unbeschreibbaren Marmorblock Mit den goldenen Drachenschuppen des Daches, dem Tempel von Jeschua Leim Da vernahm sein scharfes Gehör von weit unten, wo eine Mauer die unteren Terrassen des Palastgartens vom Stadtplatz trennte Ein tiefes Grollen Über dem sich von Zeit zu Zeit dünne Laute aufschwangen, die wie Stöhnen oder wie Schreie klangen Der Prokurator wusste, dass dort auf dem Platz schon eine gewaltige Menge von Jeschua Leimer Einwohnern versammelt war Erregt über die jüngsten Unruhen Dass sie ungeduldig der Urteilsverkündung harrte und Wasserverkäufer ihre Ware ausschrien Die Sonne, die seit Tagen mit ungewöhnlicher Wut auf Jeschua Leim herniederbrannte hatte noch nicht ihren höchsten Punkt erreicht Als sie auf der oberen Terrasse des Gartens bei den beiden weißen Marmorlöwen, die die Treppe bewachten, zusammentrafen Der Prokurator Pontius Pilatus Und der amtsführende Präsident des Synedrions Der hohe Priester von Judäa Josef Kaifers Lasst uns im schattigen Säulengang reden, Kaifers Und nicht hier in der erbarmungslosen Sonnenglut Entschuldige, Hegemon Doch das ist mir als hohe Priester am Vorabend des Festes verwehrt Nun gut, wie du willst Ich habe den Fall des Jeschua Han-Nosri untersucht und das Todesurteil bestätigt Somit ist die Todesstrafe, die noch heute vollstreckt werden soll, über drei Verbrecher verhängt Dismas, Gestas und Varavan Und außerdem über diesen Jeschua Han-Nosri Die beiden Ersten, die sich unterfangen hatten, das Volk wieder den Kaiser aufzuwiegeln Sind von der römischen Macht im Kampf festgenommen worden Und unterstehen somit dem Prokurator Also kann über sie hier nicht gesprochen werden Die beiden anderen aber Varavan und Jeschua Han-Nosri sind von der Jaschalaimer Behörde gefasst und vom Synedrion verurteilt worden Nach Gesetz und Sitte muss nun einer dieser beiden Verbrecher zu Ehren des bevorstehenden Pessachfestes freigelassen werden Welcher von beiden wird es sein? Varavan oder Jeschua Han-Nosri? Das Synedrion bittet, Varavan freizulassen Ich gestehe, dass diese Antwort mich erstaunt Ich fürchte, dass es ein Missverständnis Wie dir bekannt ist, Kaiphas Will die römische Macht keineswegs die Rechte der hiesigen geistlichen Macht antasten Aber in diesem Falle liegt doch wohl ein Irrtum vor An dessen Behebung die römische Macht selbstverständlich interessiert ist Sind doch die Verbrechen Varavans und Han-Nosris an Schwere gar nicht vergleichbar Wird der Letztere, ein offenkundig verrückter, aufwiegelnder dummer Reden in Jeschalaim und an anderen Plätzen geziehen So ist der Erstere bedeutend Schwere belastet Nicht genug, dass er offen zur Meuterei aufgerufen hat Er hat auch bei seiner Festnahme einen Wächter getötet Varavan ist also unvergleichlich gefährlicher als Han-Nosri Und so bitte ich dich, Kaiphas Als Prokurator dieser Provinzen Den Beschluss zu überprüfen Und denjenigen der beiden Verurteilten freizulassen, der weniger gefährlich ist Und das ist doch wohl ohne Zweifel Han-Nosri Stimmst du mir zu? Das Senedrion hat den Fall sorgfältig geprüft Tegemon, es wird Varavan freilassen Wie? Trotz des Einspruchs von mir, in dessen Person die römische Macht spricht? Hohe Priester, wiederhole das ein drittes Mal Ich teile zum dritten Mal mit, dass wir Varavan freilassen werden Gut Es sei so Alles war zu Ende Es gab nichts mehr zu besprechen Han-Nosri verschwand für immer Niemand mehr war da, des Prokurators böse Schmerzen zu lindern Gegen die es kein Mittel gab, denn den Tod Die unbegreifliche Schwermut, die ihn schon auf dem Balkon heimgesucht hatte, durchdrang ihn ganz Er versuchte eine Erklärung dafür zu finden Und es wurde eine seltsame Erklärung Verschwommen dünkte es ihn Er habe mit dem Verurteilten nicht zu Ende gesprochen Ihn vielleicht auch nicht zu Ende angehört Pilatus verscheuchte den Gedanken, er verflog Und die Schwermut blieb unerklärlich Denn der blitzartig aufgetauchte und alsbald wieder erloschene andere Gedanke Unsterblichkeit Die Unsterblichkeit ist gekommen Konnte sie schließlich nicht erklären Wessen Unsterblichkeit war gekommen? Das begriff der Prokurator nicht Doch der Gedanke an diese rätselhafte Unsterblichkeit ließ ihn trotz der Sonnenglut frösteln Er blickte sich um Umfasste mit einem Blick die ihm sichtbare Welt Und wunderte sich über die eingetretene Veränderung Der rosenschwere Strauch war verschwunden Und verschwunden waren auch die Zypressen, die die obere Gartenterrasse säumten Und der Granatapfelbaum Und die weiße Statue im Grün Und das Grün selbst Stattdessen trieb dort purpurrotter Schlamm Und in dem Schlamm wogten Wasserpflanzen Und bewegten sich irgendwo hin Und mit ihnen bewegte sich Pilatus In sich trug er würgend und sengend Den furchtbarsten Zorn, den es gibt Den Zorn der Ohnmacht Mit kaltfeuchter Hand riss er die Schnalle am Kragen seines Umhangs auf Und sie fiel in den Sand Eng ist mir, eng ist mir Es ist schwül Wir werden ein Gewitter bekommen Ja, schlimm ist der Monat Nein, es rührt nicht daher Du hohe Priester, wer sollte uns hier hören Gleiche ich etwa dem gottesnerrischen jungen Landstreicher, der heute hingerichtet wird? Bin ich ein Knabe, Kaifers? Ich weiß, was ich sage und wo ich es sage So wisse denn, hohe Priester Dass du fortan keine Ruhe mehr haben wirst Du nicht und auch dein Volk nicht Das sage ich dir Ich, Pontius Pilatus, Ritter der goldenen Lanze Ich weiß es wohl Das Volk von Judäa weiß Dass du es mit grimmem Hass verfolgst Und ihm noch viele Qualen zufügen wirst Aber verderben kannst du es nicht Gott wird es behüten Er wird uns hören Und auch der allmächtige Kaiser wird uns hören Und uns schützen Vor dem Verderber Pilatus Oh nein, gar zu oft hast du dich beim Kaiser über mich beklagt, Kaifers Doch jetzt ist meine Stunde gekommen Jetzt geht von mir eine Botschaft ab Aber nicht an den Gouverneur von Antiochia Und nicht nach Rom, sondern gleich nach Capri An den Imperator Die Botschaft, dass ihr notorischer Meuterer In Yershalaim der Todesstrafe entzieht Nicht Wasser aus dem Salomonsteich Wird dann fließen in Yershalaim Wie ich es vorhatte, zu eurem Nutzen Nein, nicht Wasser Vergiss nicht, dass ich euretwegen Die Schilde mit dem kaiserlichen Emblem Von der Wand nehmen Truppen verlegen und selber herkommen musste Um hier bei euch nach dem Rechten zu sehen Merke dir mein Wort, hoher Priester Du wirst hier in Yershalaim nicht nur eine Kohorte erblicken Nein, die ganze Donnerlegion wird vor die Stadtmauer rücken Arabische Reiterei wird kommen Bitteres Weinen und Wehklagen wirst du hören Dann wirst du an den geretteten Warawan denken Und bereuen, dass du den Philosophen mit seiner friedlichen Predigt in den Tod geschickt hast Glaubst du, Prokurator selbst, an das, was du sagst? Nein Du glaubst nicht daran Nicht Frieden Nein, nicht Frieden Hat uns der Volksverführer nach Yershalaim gebracht Und du, Ritter Weißt das ganz genau Du wolltest ja Yershalaim nur deshalb freilassen Damit er das Volk aufwiegele Den Glauben schmähe Und das Volk unter die römischen Schwerter führe Ich aber Der hohe Priester von Judäa Werde zeitlebens den Glauben und das Volk schützen Hörst du, Pilatus Höre genau hin, Prokurator Das Gesicht des hohen Priesters war fleckig Die dunklen Augen brannten Drohend streckte er die Hand gegen den Himmel In der nun eingetretenen Stille Hörte der Prokurator wieder das Meeresrauschen Gegen die Mauern des Herodespalastes anbranden Es stieg von unten zu den Füßen Und bis zum Gesicht des Prokurators hinan Hinter ihm aber, wo die Seitenflügel des Palastes lagen Erschollen alarmierende Hornsignale Das schwere Trappeln hunderte von Füßen Und eisernes Geklirr Pilatus wusste, dass die römischen Fußtruppen Seinem Befehl gemäß bereits ausrückten Und der für Meuterer und Verbrecher So schrecklichen Todesparade zustrebten Hörst du, Prokurator Du wirst mir doch nicht sagen wollen All das da habe der elende Verbrecher Warawan auf die Beine bringen können Mit dem Handrücken wischte der Prokurator Den kalten Schweiß von der Stirn Er blickte zu Boden Dann blinzelte er in den Himmel Sah die glühende Kugel fast über seinem Haupte stehen Und den Schatten des Kaifers geduckt Neben dem Löwenschweif liegen Es geht auf Mittag Wir haben uns festgeplaudert Er bat den hohen Priester Auf einer Bank im Schatten eines Magnolienbaums Zu warten Bis er die übrigen Personen Zur letzten kurzen Beratung hergebeten Und noch eine weitere Mit der Hinrichtung zusammenhängende Anordnung Getroffen habe Kaifers verneigte sich höflich Wobei er die Hand zum Herzen führte Und blieb im Garten Indes Pilatus zum Bankon im Säulengang zurückkehrte Dem wartenden Sekretär gebot er Den Legaten der Legion Den Tribunen der Kohorte Die beiden Mitglieder des Synedrions Und schließlich dem Kommandanten der Tempelwache Die auf der unteren Terrasse In einem runden Springbrunnenpavillon warteten In den Garten zu bitten Während der Sekretär Die Teilnehmer der Beratung zusammenrief Hatte der Prokurator In seinem durch Dunkelvorhänge Vor der Sonne geschützten Zimmer Eine Zusammenkunft mit einem Mann Dessen Gesicht zur Hälfte Von einer Kapuze verdeckt war Wiewohl die Sonnenstrahlen Ihn hier nicht stören konnten Die Begegnung war kurz Der Prokurator raunte dem Mann Ein paar Worte zu Worauf sich dieser entfernte Durch den Säulengang Gelangte Pilatus wieder in den Garten Hier erklärte er In Gegenwart der herbestellten Trocken und feierlich Er bestätige das Todesurteil Gegen Jeschua Hanosri Und befragte die Mitglieder Des Synedrions offiziell Welchen der Verbrecher Er am Leben lassen solle Nachdem ihm Warawan genannt worden war Sagte er Sehr gut Befall dem Sekretär Dies zu protokollieren Und fügte in der Hand Die Schnalle pressend Die der Sekretär vom Sand Aufgehoben hatte Feierlich hinzu Es ist Zeit Sogleich stiegen alle Anwesenden Die breite Marmortreppe hinunter Eingerahmt von Rosen spalieren Die ein betäubendes Arom verströmten Stiegen immer tiefer hinab Auf das Tor in der Palastmauer zu Das auf den weiten Glatt gepflasterten Platz führte An dessen Ende Die Säulen und Statuen Der Jaschaleimer Wettkampfarena Empor wagten Kaum hatte die Gruppe Vom Garten her Den Platz betreten Und das ihn beherrschende Geräumige Steinpodest Erstiegen Da blickte Pilatus Mit verkniffenen Augen Um sich Und übersah die Situation Der freie Raum Den er soeben durchschritten Das heißt der Raum Zwischen der Palastmauer Und dem Podest War leer Doch dafür konnte Pilatus Den Platz vor sich nicht sehen Denn die Menge Hatte ihn verschlungen Sie würde auch das Podest Und den freien Raum Überflutet haben Wäre sie nicht linkerhand Von einer dreifachen Reihe Sebaster Soldaten Und rechts von einer Ebenseuchen Reihe Soldaten Einer ituräischen Hilfsgehorte Daran gehindert worden Pilatus erstieg also das Podest Presste noch immer Die überflüssige Schnalle In der Faust Und kniff die Augen zu Das tat er nicht Weil die Sonne Ihn geblendet hätte Nein Er wollte die Gruppe Der Verurteilten Nicht sehen Die wie er wohl wusste Jetzt hinter ihm Aufs Podest geführt wurde Kaum war der weiße Purpur gefütterte Umhang Hochtroben auf dem Fels Am Ufer des Menschenmeeres Erschienen Da schlug dem Blicklosen Pilatus Eine Lautwelle in die Ohren Sie begann zaghaft Irgendwo hinten bei der Rennbahn Schwoll dann donnergleich Hielt sich ein paar Augenblicke Und flaute wieder ab Sie haben mich gesehen Dachte der Prokurator Die Welle erreichte den Tiefpunkt nicht Und wuchs unerwartet wieder an Schwankte Wurde lauter als beim ersten Mal Und auf dem Kamm der zweiten Welle Brodelten wie Gischt auf einer Meereswoge Pfiffe Und vereinzelte das Dröhnen Übergellende Frauenschreie Man hat die Gefangenen Aufs Podest geführt Dachte Pilatus Und die Schreie kommen von Frauen Die von der vorwärtswogenden Menge Eingequetscht wurden Er wartete einige Zeit Wohl wissend, dass keine Macht der Erde Jetzt die Menge zum Schweigen gebracht hätte Ehe sie alles, was sich in ihr Angesammelt herausgestöhnt hatte Und von selber verstummte Als dieser Moment gekommen war Hub der Prokurator den rechten Arm Und der letzte Lärm verebte Da atmete Pilatus so viel heiße Luft wie möglich ein Riss den Kopf hoch und stieß ihn der Sonne entgegen Unter seinen Liedern loderte grünes Feuer Und versenkte ihm das Gehirn Und er schrie, dass seine Stimme weit über die Tausende von Köpfen hinweg schallte Im Namen des Kaisers und Imperators Die vier Verbrecher, die in Jeschaleim wegen Mordesding festgemacht wurden Sind wegen Aufwiegelei und wegen Beleidigung von Gesetz und Glauben Zur schmählichen Hinrichtung durch Hängen am Kreuz verurteilt Die Hinrichtung wird ohne Aufschub auf der Richtstätte vollzogen Die Namen der Verbrecher sind Dismas, Gestas, Warabon und Hanosri Da stehen sie vor euch Gerichtet aber werden nur drei von ihnen Denn nach Gesetz und Sitte schenkt der großmütige Kaiser und Imperator Zu Ehren des Pessachfestes Einem der Verurteilten Ausgewählt vom kleinen Synedrion Und bestätigt von der römischen Macht Sein verachtungswürdiges Leben Pilatus wies mit der Hand nach rechts Er sah die Verurteilten nicht, wusste aber, dass sie standen, wo sie zu stehen hatten Das übliche Gemurmel einer großen Menschenmenge verstummte Nach seinen Worten plötzlich Tiefe Stille trat ein Es drang nunmehr kein Seufzer, kein Rascheln an seine Ohren Und einen Moment lang dünkte es ihn gar, dass alles ringsum verschwunden wäre Die ihm verhasste Stadt wäre gestorben Und nur er allein stünde da Versenkt von den senkrechten Sonnenstrahlen Das Gesicht dem Himmel zugewandt Ein Weilchen noch zog er die Stille in die Länge Dann schrie er Der Name dessen, der jetzt vor aller Augen freigelassen wird, ist Er machte noch eine Pause Zögerte den Namen zu nennen Und überlegte, ob er alles gesagt hatte Denn er wusste, die tote Stadt würde Kaum hatte er den Namen des Glücklichen genannt Zu neuem Leben erwachen Und alle weiteren Worte überschreien Varabhan! Da dünkte ihn, dass die Sonne über ihm dröhnend bärste Und ihm Feuer in die Ohren göße In diesem Feuer tobten Brüllen, Kreischen, Stöhnen, Lachen und Pfeifen Pilatus drehte sich um Und ging über das Podest zurück zu den Stufen Nichts anderes beachtend, als das bunte Schachbrettmuster zu seinen Füßen Um nicht fehlzutreten Er wusste, dass jetzt hinter seinem Rücken ein Hagel von Datteln und Bronzemünzen aufs Podest niederprasselte Und dass in der brüllenden Menge die Menschen einander quetschten und auf die Schultern stiegen Um mit eigenen Augen das Wunder zu schauen, wie ein Mensch den Fängen des Todes entrissen wurde Wie die Legionäre ihm die Fesseln lösten und ihm dabei ungewollt brennenden Schmerz an dem beim Verhör verrenkten Handgelenken zufügten Wie er ächzend das Gesicht verzerrte und doch ein sinnloses, irres Lächeln zeigte Pilatus war gewiss, dass die Eskorte schon die drei Verbrecher mit gebundenen Händen zur Seitentreppe führte Um sie auf die Straße nach Westen aus der Stadt hinaus zum Schädelberg zu bringen Erst nachdem er das Podest verlassen hatte und sich hinter ihm befand, öffnete er die Augen Denn er wusste sich nunmehr in Sicherheit Er würde die Verurteilten nicht mehr sehen In das Stöhnen der verstummenden Menge mischten sich deutlich unterscheidbar die gellenden Schreie der Ausrufer Die teils in aramäischer, teils in griechischer Sprache wiederholten Was der Prokurator vom Podest herab verkündet hatte Pontius Pilatus schritt weiter Auf das Tor des Palastgartens zu Und hinter ihm schritten der Legat, der Sekretär und die Eskorte Es war gegen 10 Uhr morgens Drittes Kapitel Der siebte Beweis Der Lyriker fuhr sich mit der Hand übers Gesicht wie einer, der soeben erwacht ist Und sah, dass an den Patriarchenteichen schon Abend war Das Wasser im Teich erschien schwarz Ein leichtes Boot glitt darüber hin Man hörte Ruder plätschern und eine Frau im Boot lachen In den Alleen saßen jetzt Leute auf den Bänken Aber nur auf drei Seiten des Gefierds, nicht auf der Seite, wo unsere Gesprächspartner sich aufhielten Der Himmel über Moskau war verfahlt und man sah ganz deutlich hoch oben den Vollmond Doch noch nicht golden, sondern weiß Das Atmen fiel bedeutend leichter und die Stimmen unter den Linden klangen abendlich weich Ich habe gar nicht bemerkt, dass eine ganze Erzählung daher geschwatzt hat Dachte bis Domni verdutzt Jetzt ist ja schon Abend Vielleicht hat er auch gar nichts erzählt Und ich bin bloß eingenickt und hab das Ganze geträumt Der Professor musste es aber wohl doch erzählt haben Oder der Lyriker hätte annehmen müssen, Berlioz habe dasselbe geträumt Denn dieser blickte den Ausländer aufmerksam an Ihre Erzählung ist ungewöhnlich interessant, Professor Obwohl sie ganz und gar nicht mit dem Evangelium übereinstimmt Ich bitte Sie, Sie müssten doch am besten wissen, dass nichts, aber auch gar nichts von dem, was im Evangelium steht, tatsächlich passiert ist Und wenn wir anfangen wollen, das Evangelium als historische Quelle zu betrachten Stimmt, aber ich fürchte, niemand ist imstande zu bestätigen, dass das, was Sie uns erzählt haben Sich tatsächlich zugetragen hat Oh doch, das kann einer bestätigen Kommen Sie nur näher heran Die Sache ist die, dass ich bei all dem persönlich dabei war Ich war bei Pontius Pilatus auf dem Balkon Und ich war im Garten, als er mit Kaifers sprach Und ich war auch auf dem Podest Aber heimlich Sozusagen inkognito Darum bitte ich Sie, nichts davon verlauten zu lassen Und es streng geheim zu halten Psst Wie... Wie lange sind Sie schon in Moskau? Ich... Bin gerade erst in Moskau eingetroffen Erst jetzt verfielen die Freunde darauf, ihm richtig in die Augen zu sehen Und überzeugten sich, dass sein grünes, linkes Auge irrsinnig blickte Und das schwarze Rechte leer und tot war Nun ist alles erklärt Dachte Berlioz bestürzt Der Deutsche war schon verrückt, als er ankam Oder er ist hier an den Patriarchenteichen übergeschnappt Schöne Geschichte Ja, nun war wirklich alles erklärt Das höchst merkwürdige Frühstück beim seligen Philosophen Kant Das dämliche Gerede vom Sonnenblumenöl und von Anushka Die Prophezeiung, dass Berlioz der Kopf vom Rumpf getrennt werde Und alles Übrige Der Professor war wahnsinnig Berlioz erwog sofort, was zu tun sei Er lehnte sich zurück und zwinkerte bis Domni hinterm Rücken des Professors Chu Ja, ja Alles durchaus möglich Sogar sehr wohl möglich Das mit Pontius Pilatus und dem Balkon und alles Sind Sie allein gekommen oder Mit Ihrer Gattin Allein, allein, ich bin immer allein Wo haben Sie denn Ihre Sachen, Professor? Im Metropol? Wo sind Sie abgestiegen? Ich? Nirgends Wie? Aber wo wollen Sie wohnen? In Ihrer Wohnung Ich? Sehr erfreut Aber wissen Sie, bei mir würden Sie es unbequem haben Und im Metropol sind herrliche Zimmer Es ist ein erstklassiges Hotel Und der Teufel, den gibt's wohl auch nicht Wie sehen Sie das, Ivan Nikolajewitsch bis Domni? Nein Widersprich ihm nicht, Ivan Er ist offensichtlich verrückt Wie soll es einen Teufel geben? Das ist eine Strafe mit Ihnen Hören Sie auf, verrückt zu spielen Das ist ja hochinteressant Was ist denn das hier bei euch? Alles, was man antippt, gibt es gar nicht So Sie meinen also, es gibt ihn nicht? Ruhig, ganz ruhig, Professor Bleiben Sie noch ein Momentchen mit dem Genossen des Domni hier sitzen Ich lauf bloß mal eben zur Ecke telefonieren Dann bringen wir Sie, wohin Sie wollen Sie kennen ja die Stadt nicht Telefonieren wollen Sie, warum nicht? Tun Sie das Aber ich beschwöre Sie zum Abschied Glauben Sie wenigstens, dass der Teufel existiert Mehr verlange ich ja gar nicht Ich sage Ihnen, es gibt dafür einen siebten Beweis Und der ist zwingend Und er wird Ihnen sogleich präsentiert werden Gut, gut Berlius zwinkerte dem verdrossenen Poeten zu Den die Aussicht, den Geist des gestörten Deutschen bewachen zu müssen Keineswegs beglückte Dann eilte er zum Ausgang der Patriarchenteiche An der kleinen Bronnaierstraße Ecke Jermolajewski-Gasse Er musste zur nächsten Telefonzelle laufen Das Ausländerbüro anrufen Und melden an den Patriarchenteichen Sitze ein zugereister ausländischer Konsultant In offenkundig anormaler Verfassung Es seien Maßnahmen zu ergreifen Sonst könne es zu einem Schlamassel kommen Michael Aleksandrovich Soll ich Ihrem Onkel in Kiew Gleich ein Telegramm schicken lassen? Berlius zuckte zusammen und fuhr herum Doch er beruhigte sich mit dem Gedanken Sein Vor- und Vaters Name Könnten dem Professor auch aus der Zeitung bekannt sein Aber woher zum Teufel Wusste der Verrückte von seinem Kiewer Onkel? Von dem stand nun ganz bestimmt nichts in der Zeitung Am Ende hatte das Domni recht Dann mussten doch die Papiere gefälscht sein Ach, war das ein merkwürdiger Kerl Ich muss anrufen, sofort anrufen Sollen sich die vom Ausländerbüro mit dem Fremden rumärgern Berlius lief weiter Direkt am Ausgang zur Bornaja erhob sich von einer Bank Haargenau der Mann, der sich vorhin im Sonnenschein Aus der fetten Gluthitze geformt hatte Nur war er jetzt kein Luftgebilde, sondern aus Fleisch und Blut Und Berlius sah in der beginnenden Dämmerung ganz deutlich Den Schnurrbart, der an Hahnenfedern erinnerte Die winzigen Augen, die spöttisch und betrunken blickten Und die karierten Hosen so hochgezogen, dass die schmutzigen weißen Socken zum Vorschein kamen Berlius prallte zurück Doch er tröstete sich mit dem Gedanken Dass dies ein dummer Zufall sei Und er jetzt noch keine Zeit habe, darüber nachzudenken Sie suchen den Ausgang mit dem Dreckholzbürger? Hier lang bitte Geradeaus, dann kommen Sie genau hin Wie wär's, wollen Sie nicht für den guten Rat Und einen Viertelliter spendieren Damit ein ehemaliger Kantor sich die Stimme ölen kann Der Kerl riss dandyhaft die Jockey-Mütze vom Kopf Berlius hörte nicht auf den Schnurrer- und Talmi-Kantor Er lief zum Drehkreuz und fasste es mit der Hand Nachdem er es weitergedreht hatte, wollte er eben die Schienen betreten Als ihm rotes und weißes Licht ins Gesicht spritzte Im Glaskästchen war die Schrift Achtung, Straßenbahn aufgeleuchtet Da brauste sie auch schon heran, die Straßenbahn Die auf der neuen Linie von der Jermolajewski-Gasse In die Bronnaja einbog Gleich hinter der Kurve, wo es geradeaus weiterging Flammte in ihr plötzlich das elektrische Licht auf Und aufheulend legte sie Tempo zu Der vorsichtige Berlius wollte, obwohl er sicher stand Hinters Drehkreuz zurückkehren Legte die Hand auf einen der Holme und trat einen Schritt rückwärts In diesem Moment glitt seine Hand ab und ließ los Sein Fuß rutschte unaufhaltsam über das glitzige Pflaster, das sich schräg zu den Schienen hinabsenkte Das andere Bein flog in die Höhe und Berlius stürzte auf den Gleiskörper Er wollte sich irgendwo festhalten, landete auf dem Rücken und prallte mit dem Hinterkopf nicht sehr heftig gegen das Pflaster Noch einmal sah er hoch droben, ob rechts oder links, konnte er nicht mehr erkennen Den güldenen Mond Es gelang ihm, sich auf die Seite zu drehen Mit einer wütenden Bewegung zog er die Beine an den Bauch Und er blickte nun das mit unaufhaltsamer Kraft auf ihn zu rasende, entsetzensbleiche Gesicht der Wagenführerin und ihrer roter Armbinde Berlius schrie nicht auf, doch ringsum gelte die ganze Straße in hysterischem Frauengekreisch Die Wagenführerin zog die Schnellbremse, der Wagen kippte mit der Nase nach vorn und wippte danach ein wenig in die Höhe Klirrend und scheppernd flogen die Scheiben aus den Fenstern Da schrie es verzweifelt in Berlius' Gehirn Das Ende etwa Noch einmal, zum letzten Mal, blinkte der Mond auf Aber er zerfiel schon ins Scherben Und dann wurde es dunkel Die Straßenbahn überrollte Berlius Und unterm Gitter des Patriarchenteich-Boulevards hervor Sprang ein dunkler, runder Gegenstand die gepflasterte Böschung hinauf Rollte wieder herab und hüpfte über den Fahrdamm Das war der abgetrennte Kopf von Berlius' Viertes Kapitel Die Verfolgung Das hysterische Frauengekreisch war verstummt Die Milizpfeifen hatten aufgehört zu Trillern Zwei Sanitätswagen fuhren davon Der eine transportierte den enthaupteten Körper Nebst abgetrenntem Kopf ins Leichenschauhaus Der andere brachte die von Glassplittern verletzte Hübsche Wagenführerin fort Hausmeister mit weißen Schürzen räumten die Scherben weg Und schütteten die Blutlache mit Sand zu Bis Domney aber saß noch immer so da Wie er auf die Bank gesunken war Er hatte es nicht fertig gebracht Bis zum Drehkreuz zu laufen Ein paar Mal versuchte er aufzustehen Aber die Beine gehorchten ihm nicht Eine Art Lähmung hatte ihn befallen Er war zwar auf das Drehkreuz zugestürzt Als er den ersten Schrei Gellen hörte Und sah den Kopf hüpfend über den Fahrdamm kullern Das hatte ihn dermaßen verstört Dass er auf die Bank gesunken Sich die Hand blutig biß Den verrückten Deutschen hatte er natürlich vergessen Er grübelte nur über das eine Wie es möglich war Dass er eben noch mit Berlioz gesprochen hatte Und eine Minute später Der Kopf Aufgeregte Menschen rannten an dem Lyriker vorbei Durch die Allee Und schrien etwas Aber Ivan Nikolajewitsch nahm ihre Worte nicht auf Nun trafen jedoch vor ihm zwei Frauen aufeinander Und die eine von ihnen Spitznasig und barhäuptig Schrie der anderen zu Anushka! Unsere Anushka! Die aus der Sadova, ja Die hat ihn auf dem Gewissen Sie hat im Laden Sonnenblumenöl geholt Und die Flasche am Drehkreuz zerschlagen Den ganzen Rock hat sie sich versaut Und geschimpft hat sie Der arme Kerl muss ausgerutscht sein Und ist auf die Schienen gefallen Anushka Anushka? Moment mal, Moment Sonnenblumenöl Pontius Pilatus Der verrückte Professor Hat er nicht Richtig, richtig Er hat ja gesagt Die Sitzung wird nicht stattfinden Weil Anushka Schon das Öl verschüttet hat Er hat ja direkt gesagt Eine Frau werde bei Jos den Kopf vom Rumpf trennen Ja Ja, 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 ja Eine Frau Hat er den Wagen gefahren Was in aller Welt hat das zu bedeuten? Hat er etwa den Tod von Belios genau vorher gewusst? Dann Dann war der also gar nicht verrückt? Ja, das ist alles Blödsinn Oder hat er etwa das alles selber ausgeheckt? Aber wie denn? Mit gewaltiger Willensanstrengung erhob sich Der Ruhestand saß da, wo Belios noch vor kurzem gesessen hatte Er hatte sich jetzt einen sichtlich überflüssigen Zwicker auf die Nase geklemmt, in dem das eine Glas fehlte und das andere einen Sprung hatte Dadurch sah der karierte Bürger noch ekliger aus als vorhin, wo er Belios den Weg zu den Schienen wies Bis Domni wurde kalt ums Herz, als er sich dem Professor näherte, ihm ins Gesicht blickte und sich überzeugte, dass dieses Gesicht keinerlei Anzeichen von Wahnsinn zeigte, noch je gezeigt hatte Gestehen Sie, wer sind Sie eigentlich? Nix verstehen Nix russisch sprechen Der Herr verstehen doch nicht Hä? Wer hat Sie denn gefragt? Ich rede mit dem Professor Hey, Professor, tun Sie doch nicht so, Sie haben doch eben noch sehr schön russisch gesprochen Hä? Sie sind kein Deutscher und kein Professor Sie sind ein Mörder und Spion Hä? Ihre Papiere Da hilft Ihnen auch kein Achselzucken Bürger, was belästigen Sie den ausländischen Touristen? Sie sehen doch, dass er Sie gar nicht versteht Dafür wird man Sie strengstens bestrafen Na, lassen Sie ihn doch gehen Helfen Sie mir, den Verbrecher festzunehmen Sie sind dazu verpflichtet Ein Verbrecher? Wo? Ein ausländischer Verbrecher? Der da? Ja Wenn er ein Verbrecher ist, muss man als erstes Hilfe schreien Sonst entwischt er Los, nimm mir beide zusammen Zugleich Gut Hilfe! Oh, du steckst wohl mit dem unter einer Decke Willst dich über mich lustig machen, was? Lass mich vorbei Oder hampelst du mir mit Absicht vor den Beinen rum? Zu dich übergebe ich auch der Miliz Wesdomny machte einen Versuch, den Halunken am Ärmel zu packen Doch er griff ins Nichts Der Kantor war wie vom Erdboden verschwunden Er stieß einen Schrei aus, blickte in die Ferne Und gewahrte den verhassten Professor Der war schon am Ausgang zur Patriarchiengasse Und er war nicht allein Der mehr als zweifelhafte Kantor hatte sich ihm angeschlossen Aber das war noch nicht alles Als Dritter im Bunde war da plötzlich ein Kater aufgetaucht Riesengroß wie ein Eber Rußschwarz Rabenschwarz Mit verwegenem Kavalleristenschnurrbart Die drei bogen in die Patriarchiengasse ein Der Kater auf den Hinterbeinen Bisdomny stürmte den Bösewichtern hinterher Und merkte sofort, dass es sehr schwer sein würde Sie einzuholen Zwei junge Dinger wichen vor ihm zur Seite Und er hörte das Wort besoffen Das Dreigespann hatte ihm nur die Gasse durchquert Und war bereits in der Spiridonowka So sehr bis Domny auch den Schritt beschleunigte Der Abstand zwischen ihm und den Verfolgten Wurde keineswegs kleiner Noch war der Lyriker nicht recht zu sich gekommen Da lag auch schon die stille Spiridonowka hinter ihm Und er befand sich am Nikitskige Tor Wo sich seine Lage bedeutend verschlechterte Denn hier gab es Gedränge Er rempelte Passanten an Wurde beschimpft Obendrein wendete das Gaunertrio Einen beliebten Banditentrick an Und trennte sich Der Kantor sprang mit großer Geschicklichkeit Auf einen fahrenden Autobus Der zum Arbatplatz sauste Und entkam Nachdem Besdomny so den einen verloren hatte Konzentrierte er sich auf den seltsamen Kater Dieser erstieg das Trittbrett eines Triebwagens Der Linie A an der Haltestelle Schob frech eine aufquietschende Frau weg Hielt sich an der Griffstange fest Und versuchte sogar Der Schaffnerin durch das wegen der drückenden Hitze Offenstehende Fenster Zehn Kopepen zuzustecken Das Verhalten des Katers Verdatterte Besdomny so sehr Dass er starr neben einem Lebensmittelgeschäft An der Ecke stehen blieb Wo er abermals Doch weit mehr noch verdattert wurde Durch das Verhalten der Schaffnerin So wie diese nämlich den einsteigenden Kater entdeckte Zeterte sie geradezu wutzitternd Kater dürfen nicht mitfahren Sie haben keinen Zutritt Husch! Steig ab! Sonst rufe ich die Miliz Weder die Schaffnerin noch die Fahrgäste Waren vom Wesentlichen befremdet Dass ein Kater die Straßenbahn bestieg War ja halb so schlimm Aber dass er selbst bezahlen wollte Der Kater indes war nicht nur zahlungsfähig Sondern auch diszipliniert Beim ersten Schweiderschaffnerin Stellte er den Angriff ein Stieg vom Trittbrett Hockte sich an der Haltestelle hin Und strich mit dem Zehn-Kopeken-Stück Den Schnurrbart Kaum aber hatte die Schaffnerin die Leine gezogen Und die Straßenbahn sich in Bewegung gesetzt Da tat der Kater das, was jeder tut Der aus der Straßenbahn gejagt wird Und doch mitfahren muss Er ließ die beiden Anhänger an sich vorbeirollen Sprang hinten auf Krallte sich mit der Pfote an einem Schlauch fest Der aus der Rückwand kam Und fuhr den Zehner sparend davon Bis Domne dessen Aufmerksamkeit Und von dem garstigen Kater gefesselt war Hätte beinahe den wichtigsten der drei Den Professor aus den Augen verloren Zum Glück war er noch nicht entwischt Der Lyriker erblickte die graue Baskenmütze Mitten im Gewühl am Anfang der großen Nikitsgeier Oder Herzenstraße Im Nu war er dort Aber ohne Erfolg Denn obwohl er losrannte Kam er dem Professor keinen Zentimeter näher Trotz seiner Verärgerung Staunte bis Domne Über die unnatürliche Schnelligkeit Mit der die Verfolgung vonstatten ging Seit dem Nikitsgeier-Tor Waren noch keine 20 Sekunden vergangen Da blendeten ihn schon Die Lichter des Abortplatzes Noch ein paar Sekunden Und er befand sich in einer dunklen Gasse Mit schiefen Gehsteigen Wo er hinknallte und sich das Knie aufschlug Wieder eine hell beleuchtete Magistrale Die Krapodkin-Straße Dann eine Gasse, die Astazenka Und noch eine Gasse Erbärmlich, hässlich und sperrig beleuchtet Hier verlor Ivan Gesdomny endgültig den Mann Den er unbedingt einholen wollte Der Professor war verschwunden Ivans Verwirrung hielt jedoch nicht lange vor Denn er bildete sich plötzlich ein Er würde den Professor ganz sicher Im Haus Nummer 13 In der Wohnung 47 finden Ivan stürmte in den Torweg Sauste die Treppe zum ersten Stock hinauf Fand dort die Wohnung Und läutete Sturm Er brauchte nicht lange zu warten Ein kleines Mädchen von vielleicht fünf Jahren Öffnete ihn und entfernte sich sofort Ohne ihm Fragen zu stellen In dem riesigen, unbeschreiblich verwahrlosten Flur Den ein winziges Ecklämpchen Unter der hohen, schmutzstarrenden Decke Schwach beleuchtete Hing ein Fahrrad ohne Bereifung an der Wand Außerdem stand da eine mächtige, eisenbeschlagene Truhe Und auf der Ablage, über den Garderobenhaken Lag eine Wintermütze, deren lange Ohrenklappen herabbaumelten Hinter einer Tür sagte im Radio Eine hallende Männerstimme verdrossen ein Gedicht auf Ivan Bisdomny, nicht im geringsten verschüchtert Von der fremden Umgebung Drang in den Flur ein und dachte Er hat sich natürlich im Badezimmer versteckt Es war dunkel im Flur Die Wände entlangtappend Sah er einen dünnen Lichtstreifen unter einer Tür Er tastete den Drücker, machte die Tür auf Und stand im Badezimmer Feuchtwarmer Rasen schlug ihm entgegen Und im Schein der Kohlen, die im Badeofen glühten Sah der Lyriker die Wanne und in ihr Eine splitternackte Bürgerin mit Seifenschaum bedeckt Einen Bastwisch in der Hand Kurzsichtig blinzelte sie dem eingebrochenen Ivan entgegen Den sie in der höllischen Beleuchtung offensichtlich verkannte Kirjushka, lassen Sie den Quatsch! Sind Sie verrückt? Fjodor Ivanovic kommt gleich zurück Gehen Sie sofort raus! Sie schwenkte den Bastwisch gegen Ivan Das Missverständnis lag auf der Hand Und Schuld daran war natürlich Ivan Bisdomny Er empfand jedoch nicht das Verlangen, dies zuzugeben Sondern rannte aus dem Raum und befand sich plötzlich in der Küche Hier war niemand Auf der Herdplatte stand im Halbdunkel schweigend Ein dutzend erloschener Primuskocher Ein Mondstrahl, der durch das staubige, seit Jahren nicht geputzte Fenster drang Warf spärliches Licht in den Winkel Wo in Staub und Spinnengeweben eine vergessene Ikone hing Hinter deren Schreien die Spitzen von zwei Hochzeitskerzen hervorlugten Unter der großen Ikone war noch eine kleine aus Papier angepinnt Niemand weiß, was Ivan sich dachte Als er, bevor er wieder in den dunklen Flur lief Sich eine der beiden Kerzen und die Papierikone aneignete Mit diesen Gegenständen verließ er die unbekannte Wohnung Murmelte etwas, verwirrt von seinem Erlebnis im Badezimmer Und versuchte unwillkürlich zu erraten Wer dieser freche Kiryushka sein mochte Und ob ihm die schauderhafte Mütze mit den Ohrenklappen gehörte In der leeren, trostlosen Gasse blickte sich der Lyriker suchend nach dem Flüchtling um Aber der war nirgends zu sehen Aber natürlich Er ist an der Moskwa Vorwärts Man hätte ihn fragen können, wie er darauf käme, dass der Professor ausgerechnet an der Moskwa sei Und nicht irgendwo anders Leider war niemand da, der diese Frage hätte stellen können Die scheußliche Gasse war völlig leer Ganz kurze Zeit später war Ivan Nikolajewitsch auf den Granitstufen des Moskwa-Ufers Er zog sich aus und vertraute seine Kleider einem sympathischen Bartträger an Der neben einer zerlumpten, weißlichen Tolstoi-Bluse und aufgeschnürten, zerlatschten Schuhen saß Und eine selbstgedrehte rauchte Ivan wedelte mit den Armen, um sich abzukühlen Und warf sich dann kopfüber ins Wasser Es war so kalt, dass ihm der Atem stockte Und ihn durchzuckte sogar der Gedanke Er werde möglicherweise nicht wieder an die Oberfläche kommen Doch diese Befürchtung war grundlos Und Ivan schwamm, prustend und fauchend Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen Durch das nach Öl riechendes schwarze Wasser Zwischen den gebrochenen Zickzack-Linien der Uferlampen Als er pitschnass über die Stufen zu der Stelle turnte Wo er seine Sachen unter der Obhut des Bartträgers zurückgelassen hatte Stellte sich heraus, dass nicht nur die Sachen Sondern auch der Bartträger entwendet waren An der Stelle, wo der Kleiderhaufen gelegen hatte Fand Ivan gestreifte Unterhosen Die zerlumpte Tolstoi-Bluse Die Kerze, die Papierikone und eine Streichholzschachtel Zwei Überlegungen beunruhigten ihn Erstens, dass sein Mitgliedsbuch der Massolit verschwunden war Von dem er sich nie zu trennen pflegte Und zweitens, ob es ihm gelingen würde In diesem Aufzug ungehindert durch Moskau zu laufen Es waren immerhin Unterhosen Freilich, wen hatte es zu kümmern Aber es konnte immerhin passieren Dass er angepöbelt oder aufgehalten wurde Ivan riss oberhalb der Knöchel die Knöpfe ab Denn er hoffte, dass das Beinkleid So zur Not für eine Sommerhose gelten musste Dann nahm er Ikone, Kerze und Streichholzschachtel an sich Und setzte sich in Bewegung Zum Kriburjerdorf Zweifellos ist er dort Die Stadt lebte bereits ihr abendliches Leben In Staub gehüllt sausten klirrend Lastautos vorbei Darauf lagen auf Säcken rücklings ein paar Männer Sämtliche Fenster standen offen Hinter jedem Fenster brannte eine Lampe mit orangefarbenem Schirm Und aus allen Fenstern, aus allen Türen, aus allen Torwegen Von Dächern und Böden, aus Kellern und Höfen Schallte heiser brüllend die Polonaise aus der Oper Eugen an Jägen Des Lyrikers Befürchtungen waren nur zu berechtigt gewesen Denn er erregte Aufsehen Und die Passanten drehten sich nach ihm um und lachten Demzufolge fasste er den Entschluss, die großen Straßen zu meiden Und sich durch die Seitengässchen zu schlagen Wo die Leute nicht so zudringlich waren Und weniger Aussicht bestand Dass man dem barfüßigen Mann mit Fragen nach seinen Unterhosen zusetzte Die sich hartnäckig weigerten, wie Sommerhosen auszusehen Gedacht getan Ivan tauchte in das geheimnisvolle Netz der Seitengässchen am Arbat Und schlich sich an den Häusern entlang Furchtsam um sich und hinter sich schielend Ab und zu in einem Hausflur sich versteckend Und die Ampelkreuzungen sowie die eleganten Türen der Gesandtschaftsvillen meidend Und auf seinem ganzen beschwerlichen Weg Quälte ihn unsagbar das allgegenwärtige Orchester Zu dessen Begleitung ein tiefer Bass von seiner Liebe zu Tatjana sang Fünftes Kapitel Der Vorfall im Griboyedorf Das altertümliche, zweigeschossige, cremefarbene Haus Lag am Boulevardring hinter einem kümmerlichen Vorgarten Den ein schmiedeeisernes Gitter vom Gehsteig abschloss Eine kleine Fläche vor dem Haus war asphaltiert Winters ragte hier ein Schneehaufen, in dem ein Spaten stak Im Sommer aber verwandelte sie sich von einer Marquise überspannt In ein vorzügliches Gartenrestaurant Das Haus hieß Griboyedorf Haus Weil es angeblich früher einer Tante des Schriftstellers Alexander Sergeje bis Griboyedorf gehört hatte Ob das stimmt, wissen wir nicht genau Mir ist, als ob Griboyedorf keine Hausbesitzerin zur Tante hatte Wie dem auch sei, das Haus hieß so Ja, ein Moskauer Lügenbold erzählte sogar Im runden Säulengang des Obergeschosses Habe der berühmte Schriftsteller Der auf ein Sofa hingelagerten Tante Auszüge aus seinem Stück Verstandschaft Leiden vorgelesen Wichtig ist, dass dieses Haus Gegenwärtig jener Masolit gehörte Welcher der unglückliche Michael Alexandrovich Berlioz Bis zu seinem Erscheinen an den Patriarchenteichen Vorgesessen hatte Dem Beispiel der nachlässigen Masolit-Mitglieder folgend Sagte alle Welt nicht Griboyedorf Haus Sondern einfach Griboyedorf Ich habe mich gestern zwei Stunden im Griboyedorf rumgedrückt Na und? Einen Monat Yalta habe ich ergattert Rosenartig Oder Geh zu Berlioz Er empfängt heute von vier bis fünf im Griboyedorf Und so weiter Die Masolit war im Griboyedorf Denkbar gut und behaglich untergebracht Jedem, der das Haus betrat Fielen als erstes die Mitteilungen Diverser Sportgemeinschaften ins Auge Sowie Gruppenaufnahmen Aber auch Einzelfotos von Mitgliedern der Masolit Mit denen Den Fotos Die Wände der Treppe zum ersten Stock behängt waren An der Tür des ersten Zimmers im Obergeschoss Prankte eine große Inschrift Angler- und Datschen-Sektion Darunter war eine Karausche an der Angel abgebildet An der Tür des Zimmers Nummer zwei Stand etwas völlig Unverständliches Schöpferischer Eintagsreisen bei M.W. Padloznaia Die nächste Tür trug die kurze, aber noch unverständlichere Aufschrift Pieroligino Dann flimmerte es dem zufälligen Besucher des Griboyedorf Vor den Augen von all den bunten Aufschriften Auf den Nussbaumtüren der Tante Eintragung in die Papierzuteilungsliste Bei Paklyovkiner Kasse Persönlicher Abrechnung der Skechisten Wer sich durch die endlose Schlange drängte Die schon unten bei der Pförtnerloge anfing Konnte die Aufschrift einer Tür lesen Deren Klinke einer dem anderen in die Hand gab Wohnungsangelegenheiten Hinter den Wohnungsangelegenheiten Dann bot sich der Blick auf ein prächtiges Plakat Über einen Felsen ritt ein Reiter In eine Burka gehüllt Die Flinte über der Schulter Unten sah man Palmen und einen Balkon Darauf saß ein junger Mann mit Haartolle Der sehr, sehr keck in die Höhe blickte Und einen Füllhalter in der Hand hielt Text Schöpferischer Urlaub mit Vollpension von zwei Wochen Erzählung, Novelle Bis zu einem Jahr Roman, Trilogie In Yalta, Suu Ksu Barowie, Cichiziri Machin Ciaudi Und Leningrad, Winterpalais Vor dieser Tür stand auch eine Schlange Aber nicht so lang Höchstens 150 Personen Folgte man den bizarren Biegungen Steigungen und Senkungen Des Kribuierdorfhauses weiter So geriet man an die Aufschriften Vorstand der Massolit Kasse Nummer 2345 Redaktionskollegium Vorsitzende der Massolit Billardzimmer Dann kamen diverse technische Stellen Und schließlich der Säulensaal In dem die Tante die Komödie Ihres genialen Neffen genossen hatte Jeder Besucher Der nicht gerade ein ausgemachter Tortel war Wurde sofort beim Betreten des Kribuierdorf inne Wie gut es die Glückspilze hatten Die der Massolit angehörten Und schwarzer Neid begann an ihm zu nagen Ungesäumt schickte er Bittere Vorwürfe gen Himmel Der ihn bei seiner Geburt Nicht mit literarischem Talent Gesegnet hatte Ohne dass er nicht einmal davon träumen durfte Je in den Besitz Des nach teuren Leder duftenden Mit Goldrand verzierten Braunen Massolit Mitgliedsbuchs zu gelangen Das man in ganz Moskau kannte Wer steht auf und sagt etwas Um den Neid zu verteidigen Er ist ein miserables Gefühl Aber man muss sich in die Lage des Besuchers versetzen Das, was er im Obergeschoss gesehen hat Ist ja längst nicht alles Das ganze Erdgeschoss des Tantenhauses War ein Restaurant Aber was für eins Mit Recht galt es als das Beste in Moskau Nicht nur, weil es in zwei großen Sälen untergebracht war Auf deren gewölbte Decke Lila Pferde mit Assyramäne gemalt waren Nicht nur, weil auf jedem Tischchen Eine mit einem Tuch verhüllte Lampe stand Nicht nur, weil hier nicht jeder Von der Straße herein durfte Sondern auch, weil das Griboyedow Mit der Qualität seines Speisenangebots Jedes andere Moskauer Restaurant In den Schatten stellte Und weil die Speisen Zu erschwinglichen Vorzugspreisen abgegeben wurden Darum ist auch nichts Erstaunliches An dem Gespräch Das der Autor dieser wahren Zeilen Eines Tages am Gitter vor dem Griboyedow Zu hören bekam Grüß dich, Amfrossi Wo ist du heute zu Abend? Na hier natürlich, lieber Fokar Archibald Archibaldowitsch hat mir geflüstert Dass es heute Zander naturell gibt Ein virtuoses Schmeckerchen Du verstehst zu leben, Amfrossi Ach, ganz und gar nicht Ich möchte nur leben wie ein Mensch Du wirst mir sagen, Fokar Man kriegt auch im Kulissee Zander Aber dort kostet die Portion 13 Rubel 15 Kopiten Und bei uns bloß 5,50 Außerdem ist der Zander da Drei Tage alt Und du hast keine Garantie Dass dir nicht der erstbeste junge Spund Einen Weintraubenstrunk in die Fresse schmeißt Nein, nein, ich bin kein Freund vom Kulissee Rede mir nicht zu, Fokar Ich rede dir ja gar nicht zu, Amfrossi Man kann auch zu Hause essen Ach, besten Dank Ich stell mir deine Frau vor Wie sie zu Hause in der Gemeinschaftsküche versucht In einem Kasser Röhrchen Zander Naturell zu basteln Au revoir, Fokar Ja, das gab's, das gab's Alte Moskauer erinnern sich noch an das berühmte Griboyedow An die Leckereien, die Jazzkapelle Und die freundliche Bedienung Jedenfalls um halb elf an jenem Abend An dem Berlioz an den Patriarchenteichen starb War im Obergeschoss des Griboyedow nur ein Zimmer erleuchtet Darin schmachteten zwölf Schriftsteller Die zur Sitzung gekommen waren Und auf Michael Alexandrovich Berlioz warteten Die da im Leitungszimmer der Masolit auf Stühlen, Tischen und sogar auf den beiden Fensterbrettern saßen Litten sehr unter der Schwüle Kein frischer Hauch wehte zu den offenen Fenstern herein Moskau verstrahlte die tagsüber im Asphalt gespeicherte Hitze Und es war sicher, dass die Nacht keine Erleichterung bringen würde Aus dem Keller des Tantenhauses, wo die Restaurantküche lag, kam Zwiebelgeruch Alle hatten Durst, alle waren nervös und ärgerlich Der Belitrist Biskudnikov, ein stiller, sehr ordentlich gekleideter Mann mit aufmerksamen Augen Die einen jedoch nie recht ansahen, zog die Uhr Der Zeiger kroch gegen elf Biskudnikov klopfte mit dem Finger auf das Zifferblatt Und wies es seinem Nachbarn, dem Müriker Dwubratski Der auf dem Tisch saß und vor Langeweile mit den Füßen baumelte Die in gelben Schuhen mit Gummisohle steckten Allerhand Was sagen Sie dazu, Nastasia Lukinichner? Äh, Steuermann George Der Kerl ist bestimmt an der Chiasma hängen geblieben Ach, unerhört Ich würde mich auch gern auf den Balkon setzen und Tee trinken, statt hier zu schmoren Die Sitzung sollte doch um zehn anfangen Schön ist es jetzt an der Chiasma-Genosse, Zagriwov Gewiss singen in unserer Datschensiedlung der Literaten schon die Nachtigall Ich kann da draußen am besten arbeiten, besonders im Frühling Schon seit drei Jahren zahle ich Beiträge, um meine base du kranke Frau in dieses Paradies zu schicken Aber noch zeigt sich kein Lichtstreif am Horizont Tja, mein lieber Zagriwov, da muss man eben Schwein haben Genossen, man muss nicht neidisch sein Es gibt ja dort nur 22 Datschen und sieben werden noch gebaut Und unsere Masolette hat 3000 Mitglieder 3111 Na sehen Sie, was soll man da machen? Es ist doch ganz natürlich, dass die Datschen den Talentiertesten von uns zugeteilt werden Den Generalen Also, ich geh jetzt Ich hab heute noch was anderes vor, als auf Pereljus zu warten Du hast alleine fünf Zimmer in Pereljus, genau Aber nicht mal warten kannst du Und dein Esszimmer ist mit Eiche getäfelt Ach, darum geht's doch jetzt gar nicht Es geht darum, dass es schon halb zwölf ist Pereljus hätte ja mal anrufen können Lärm erhob sich Und eine Art Meuterei drohte auszubrechen Man rief im verhassten Pereljus an Erwischte die falsche Datsche, die von Lavrovic Erfuhr, dass dieser zum Fluss gegangen sei und war darüber vollends verärgert Auf gut Glück rief man über den Hausapparat 930 Die Kommission für schöngeistige Literatur an Wo natürlich niemand mehr war Ach, sie schrien vergebens Berlioz konnte nirgends mehr anrufen Weit, weit vom Gliwoyedow In einem riesigen Saal, den tausendkerzige Birnen erleuchteten Lag auf drei Zinktischen das, was noch vor kurzem Michael Alexandrovits Berlioz gewesen war Auf dem ersten lag, mit geronnenem Blut verschmiert Der nackte Körper mit abgequetschter Hand und eingedrücktem Brustkorb Auf dem zweiten der Kopf mit ausgeschlagenen Vorderzähnen Und offenen, trüben Augen, die das grelle Licht nicht mehr störte Und auf dem dritten ein Haufen blutverkrusteter Kleidungsstücke Neben dem Enthaupteten standen der Professor für Gerichtsmedizin Der Pathologe, sein Pro-Sektor, der Vertreter der Untersuchungsbehörde Und der telefonisch vom Krankenbett seiner Frau abgerufene Stellvertreter Von Berlioz in der Masolit, der Schriftsteller Geldibin Der Wagen hatte Geldibin abgeholt Und ihn samt dem Vertreter der Untersuchungsbehörde Zuerst zur Wohnung des Toten gebracht Das war gegen Mitternacht, wo dessen Papiere versiegelt wurden Dann war man ins Leichenschauhaus gefahren Jetzt stand man um die sterblichen Überreste des Verblichenen herum Und hielt Rat, was besser sei Den abgefahrenen Kopf an den Hals zu nähen Oder den Toten für die Aufbahrung im Saal des Griburjedow Einfach bis zum Kinn mit einem schmerzen Tuch zu verhüllen Ja, Berlioz konnte nirgends mehr anrufen Und es war völlig sinnlos, dass Dvubratski, Sagrywov, Quandt und Steuermann George Sich lautstark empörten Punkt Mitternacht verließen die Schriftsteller das Obergeschoss Und begaben sich hinunter ins Restaurant Hier schmähten sie Berlioz im Stillen abermals mit bösen Worten Denn auf der Veranda waren natürlich alle Tische besetzt Und sie mussten in den schönen, doch stickigen Sälen zu Abend essen Ebenfalls Punkt Mitternacht Hub im ersten Saal ein Dröhnen, Klirren, Scheppern und Schmettern an Sofort gröhlte eine dünne Männerstimme lauthals zur Musik Halleluja! Die berühmte Jazzkapelle des Griburjedow hatte losgelegt Die schweißnassen Gesichter schienen aufzuleuchten Die Pferde an der Decke lebendig zu werden Die Lampen helleres Licht zu spenden Und plötzlich, wie von der Kette losgelassen Tanzten beide Säle und auch die Veranda Es tanzte Glucharyov mit der Lyrikerin Tamara Polomiesiacz Es tanzte Quandt Es tanzte der Romancier Zhukopov mit einer Filmschauspielerin in gelbem Kleid Es tanzten Dragunski und Tscherdaktschi Es tanzte der kleine Dinizkin mit dem riesigen Steuermann George Es tanzten Mitglieder und Gäste, Moskauer und Zugereiste Schweißrieselnd trugen die Kellner beschlagene Biergläser über die Köpfe hinweg Und schrien heiser und hasserfüllt Vorsehen, Bürger! Irgendwo kommandierte eine Stimme durch Sprachrohr Ein karisches, zwei Hammelbraten, Subrik Fleck nach Herrscherart Die dünne Stimme sang nicht, sie heulte ihr Halleluja! Bisweilen übertönte das Dröhnen der goldenen Schlagzeugbecken Das scheppern des Geschirrs, das die Abwäscherinnen Über eine schräge Gleitbahne die Küche beförderten Kurzum ein Inferno Und es gab um Mitternacht in diesem Inferno eine Vision Auf der Veranda erschien ein schwarzäugiger, schöner Mann Mit dolchspitzem Bart in einen Frack gekleidet Und umfasste mit herrischem Blick sein Reich Immer wieder behaupteten Mystiker, es habe eine Zeit gegeben In der der Schönling keinen Frack trug Sondern einen breiten Ledergurt Aus dem mehrere Pistolengriffe ragten Eine Zeit, in der ein rotes Seidentuch Sein glänzend schwarzes Haar umschlang Unter seinem Kommando sei in der karibischen See Eine Brick mit der schwarzen Totenkopf-Fahne gesegelt Aber nein, nein, sie lügen Die Schwärmer und Mystiker Es gibt keine karibische See auf der Welt Und dort segeln keine tollkühnen Flibustier Und sie werden nicht von einer Korvette gejagt Und kein Pulverqualm zieht über die Dünung Nichts gibt es, nichts hat es gegeben Da steht die kümmerliche Linde Da ist das schmiedeeiserne Gitter Und dahinter der Boulevard Eis schmilzt in der Schale Vom Nebentisch starren Blutunterlaufendes Stieraugen herüber Plötzlich flatterte am Tisch ein Wort auf Berlioz Plötzlich zerbröckelte die Musik Und verstummte Als habe jemand mit der Faust dazwischen gedroschen Was, 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 was? Berlioz? Alles sprang auf, schrie Ja, bei der schrecklichen Nachricht Schlug eine Welle von Tauer hoch Leute hasteten hin und her Riefen, man müsse jetzt gleich Auf der Stelle, ohne die Plätze zu verlassen Ein gemeinsames Telegramm aufsetzen Und sofort absenden Aber was für ein Telegramm? Und wohin? Wozu es absenden? Und an wen eigentlich? Wozu braucht er ein wie immer abgefasstes Telegramm? Der Mann, dessen zerquetschtes Genick Jetzt der Prosektor in seinen Gummihänden presst Und durch dessen Hals der Professor seine krummen Nadeln sticht Er ist tot Er braucht kein Telegramm Alles ist aus Wir sollten den Telegrafen nicht bemühen Ja, er ist tot Er ist tot, aber wir leben doch Ja, eine Welle von Trauer schlug hoch Doch sie hielt sich nur kurz Und sank wieder in sich zusammen Schon kehrten die Ersten an ihren Tisch zurück Kippten zunächst verstohlen Dann ganz offen einen Schnaps Und aßen nach Wirklich, wozu sollen die Hühnerbuletten de Volai umkommen? Wie können wir, Michael Alexandrovitsch, helfen? Dadurch, dass wir hungrig bleiben? Wir leben doch Natürlich wurde der Flügel verschlossen Die Kapelle ging auseinander Und ein paar Journalisten fuhren in ihre Redaktionen Um Nachrufe zu schreiben Es sprach sich herum Dass Jeldibin aus dem Leichenschauhaus eingetroffen sei Er hielt sich oben im Arbeitszimmer des Verunglückten auf Und es verbreitete sich das Gerücht Er werde an die Stelle von Berlioz treten Jeldibin ließ die zwölf Leitungsmitglieder Aus dem Restaurant zu sich hinaufbitten Und dann schritt man zur Erörterung der unaufschiebbaren Fragen Betreffend die Ausschmückung des Säulensaals Die Überführung des Toten vom Leichenschauhaus in den Saal Die Einlasseröffnung Und alles Übrige, was mit dem traurigen Ereignis zusammenhing Im Restaurant ging das gewohnte Nachtleben weiter Und es wäre auch bis zur Schließung weitergegangen Das heißt bis vier Uhr morgens Wenn sich nicht etwas ereignet hätte Was völlig aus dem Rahmen fiel Und die Gäste noch erheblich mehr verstörte Als die Nachricht vom Tode Berlioz Als erste erregte es die Kutscher Die vor der Einfahrt des Kribujedov warteten Man hörte, wie einer von ihnen Der sich vom Kutschbock erhoben hatte Schrie Ach du Donner, seht euch das an Gleich darauf leuchtete wie aus dem Nichts Am schmiedeeisernen Gitter ein Flämmchen auf Und näherte sich der Veranda Die Leute an den Tischen erhoben sich glotzend Und sahen zusammen mit dem Licht Ein weißes Gespenst auf das Restaurant zu wandeln Als es das Grünspalier erreicht hatte Stand alles stocksteif bei den Tischen Sterletzstücke an den Gabeln Und mit quellenden Augen Der Portier, der in diesem Moment Durch die Garderobentür den Hof betreten hatte Um eine Zigarette zu rauchen Trat sie aus und wollte auf das Gespenst zugehen Mit der offenkundigen Absicht Ihnen den Zutritt zum Restaurant zu versagen Doch er tat es nicht Blieb stehen und grinste dümmlich Ungehindert betrat das Gespenst Durch die Öffnung im Spalier die Veranda Nunmehr sahen alle, dass es keineswegs ein Gespenst war Sondern der allseits bekannte Lyriker Ivan Nikolaevich Bisdomny Er war barfuß Trug eine zerlumpte, weißliche Tolstoi-Bluse An der vorn mit Sicherheitsnadeln Die Papierikone eines unbekannten Heiligen Befestigt war und weiß gestreifte Unterhosen In der Hand hielt er eine brennende Hochzeitskerze Auf seiner rechten Wange sah man eine frische Schürchrunde Es ist schwer, das Schweigen auf der Veranda zu filtern Einem Kellner floss vor Staunen das Bier aus dem schräg gehaltenen Glas auf den Fußboden Guten Abend, freu mich Nein, hier unter dem Tisch ist er nicht Der ist fertig Delirium tremen Wie konnte die Miliz ihn in diesem Aufzug durch die Straßen laufen lassen? Zweimal wollten sie mich festhalten In der Skatertengasse und hier in der Bronnmeier Aber ich bin über den Zaun geklettert und hab mir, wie ihr seht, die Backe aufgerissen Brüder, hört mich alle an Er ist erschienen Fangt ihn sofort, sonst richtet er unbeschreibliches Unheil an Was? Was hat er gesagt? Wer ist erschienen? Der Konsultant Und dieser Konsultant hat an den Patriarchenteichen Misha Berlioz getötet Entschuldigung, Entschuldigung, bitte etwas genauer Wer hat ihn getötet? Wer? Ein ausländischer Konsultant, Professor und Spion Wie heißt er denn? Ja, ja, wie heißt er? Wenn ich das wüsste, ich hab's nicht lesen können auf der Visitenkarte Nur den ersten Buchstaben weiß ich noch Ein V, mit V fing der Name an Was gibt's für Namen mit V? V, 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 Vater, Viktor, Vogel, Fiebig, Valentin Valja? Blöde, ganz was hat Valja damit zu tun Valja ist völlig unschuldig Wo, wo, Faden Ich komm nicht drauf Ruft sofort die Miliz an Sie sollen fünf Motorräder mit Maschinengewehren losschicken, um den Professor zu fangen Vergessen nicht zu sagen, dass noch zwei andere bei ihm sind Ein langer Kerl mit kariertem Anzug und gesprungenem Zwicker und ein fetter, schwarzer Kater Ich durchsuche inzwischen das Büro jedoch Ich spüre, dass er hier ist Ivan verfiel in Hektik, stieß die Unstehenden auseinander, schwenkte die Kerze, die ihn mit Unschlitt bekleckerte und spähte unter die Tische Einen Arzt! Genosse Biersdomni, beruhigen Sie sich, Sie sind verstört durch den Tod unseres geliebten Michael Alexandrovitsch Nein, unseres Mischa Berlios Das verstehen wir alle sehr gut Sie brauchen Ruhe Die Genossen werden Sie gleich zu Bett bringen, dann werden Sie schlafen Du, du, kapierst du denn nicht, dass man den Professor fangen muss? Du fällst mir mit deinem blöden Gequatsch auf die Nerven Idiot! Genosse Biersdomni, erlauben Sie! Nein, nein, dir erlaube ich gar nichts Ein Krampf verzerrte sein Gesicht Er nahm die Kerze aus der rechten Hand in die linke, holte weit aus und schlug in das teilnahmsvolle Gesicht Jetzt verfiel man darauf, sich auf Ivan zu stürzen und man tat es Die Kerze erlosch, die heruntergefallene Brille wurde augenblicks zertrampelt Ivan stieß ein uriges Kampfgeheul aus, das zur allgemeinen Freude bis auf den Boulevard zu hören war und wehrte sich Klirrend fiel Geschirr von den Tischen Frauen kreischten Während die Kellner den Lyriker mit Handtüchern fesselten, fand in der Garderobe zwischen dem Leiter des Restaurants Auch Kommandanten der BRIC genannt und dem Portier ein Gespräch statt Hast du gesehen, dass er in Unterhosen war? Ja doch, Archibald Archibaldowitsch, aber wie konnte ich ihm den Zutritt verwehren, wo er doch Mitglied der Masolit ist? Hast du gesehen, dass er in Unterhosen war? Ich bitte Sie, Archibald Archibaldowitsch, was sollte ich denn machen? Ich weiß ja selber, auf der Veranda sitzen Damen Mit den Damen hat das nichts zu tun, denen ist das egal, aber der Miliz ist das nicht egal Ein Mensch in Unterwäsche kann nur dann durch die Moskauer Straßen laufen, wenn er von der Miliz begleitet wird Und nur zu einer einzigen Stelle, zum Remier Als Portier musst du wissen, dass du beim Anbeganne solche Menschen sofort zu pfeifen hast Hörst du das Getümmel da draußen? Was soll ich jetzt mit dir machen? Das Portiers Gesicht nahm eine tiföse Färbung an, die Augen erloschen Es dünkte ihn als Schlänge sich um die nunmehr gescheitelten schwarzen Haare vor ihm ein feuerrotes Seidentuch Frack und Plastron verschwanden, aus breitem Ledergurt schaute ein Pistolengriff Der Portier sah sich an der Vormastrahe hängen Mit eigenen Augen erblickte er seine herausquellende Zunge und den leblos auf die Schulter baumelnden Kopf Und er hörte sogar außenborts das Wasser plätschern Die Knie knickten ihm ein Aber da erbarmte sich der Flibustier seiner und milderte den scharfen Blick Pass auf, Nikolai, das war das letzte Mal Solche Portiers können wir im Restaurant nicht gebrauchen Geh als Wächter zur Kirche, aber zuvor hol einen Militionär Und für den Kerl einen Wagen, zur psychiatrischen Ja Ja, ja Eine Viertelstunde später sah das verblüffte Publikum nicht nur im Restaurant Sondern auch auf dem Boulevard und in den Fenstern der umliegenden Häuser Wie Pantelé, der Portier, ein Milizmann, ein Kellner und der Lyriker Ryuchin Aus der Tür des Kriboyedorf einen jungen Mann geschleppt Brachten, eingewickelt wie eine Puppe Es war der Lyriker Bestomne Tränen überströmt, tobte und spuckte er um sich und versuchte Lyuchin zu treffen Ja, Miststick Der Fahrer eines Lastwagens startete mit bösem Gesicht seinen Motor Ringsum erörterte die Menge raunend das unerhörte Ereignis Kurzum, es war ein ekelhafter, widerwärtiger, attraktiver, schweinemäßiger Skandal Der erst endete, als der Lastwagen den unglücklichen Ivan Bestomne Den Milizmann Pantelé und Ryuchin vom Tor des Kriboyedorf hinwegbrachte Sechstes Kapitel Schizophrenie, wie gesagt Als der weißbekittelte Mann mit dem Spitzbärtchen die Aufnahme der berühmten psychiatrischen Klinik betrat Die erst vor kurzem in der Nähe von Moskau am Flussufer fertig gebaut worden war Da zeigte die Uhr halb zwei nachts Drei Sanitäter ließen kein Auge von Ivan, der auf einem Sofa saß Auch der höchste regte Dichter Ryuchin war da Die Handtücher, mit denen man Ivan gebunden hatte, lagen zuhauf neben ihm auf dem Sofa Seine Hände und Füße waren frei Als Ryuchin den Eintretenden erblickte, wurde er blass Guten Abend, Doktor Der Arzt machte Ryuchin eine Verbeugung, sah aber dabei nicht ihn an, sondern musterte Ivan Der saß mit wütendem Gesicht und gerunzelten Brauen völlig unbeweglich und hatte sich nicht einmal beim Eintritt des Arztes gerührt Das, Doktor, ist der bekannte Lyriker Ivan Giesdomny Tja, wir fürchten, er hat das Delirium Dremens Trinkt er stark? Das nicht Mal zur Gesellschaft, ja, aber nicht so, dass... Hat er Schaben gesehen? Weiße Mäuse, kleine Teufel oder rennende Hunde? Nein, ich habe ihn gestern gesehen und heute Morgen, da war er kerngesund Aber warum ist er in Unterhosen? Hat man ihn aus dem Bett geholt? In diesem Aufzug ist er ins Restaurant gekommen, Doktor So, so Und wo hat er die Abschürfungen her? Hat er sich geprügelt? Die hat er sich geholt, als er über einen Zaun kletterte Aber im Restaurant hat er einen geschlagen und noch ein paar andere auch So, so Guten Abend, Herr Bestdomny Guten Abend, Sie Schädling Ryuchin war so peinlich berührt, dass er dem höflichen Arzt nicht in die Augen zu sehen wagte Dieser war jedoch kein bisschen beleidigt Mit gewohnter, flinker Bewegung nahm er die Brille ab, hob den Kittel hoch, verstaute sie in der Gesäßtasche und fragte Ivan Wie alt sind Sie? Schert euch doch alle zum Teufel Warum sind Sie denn so ärgerlich? Habe ich Ihnen denn etwas Unangenehmes gesagt? Ich bin 23 und ich werde Sie alle verklagen, vor allem dich, du Laus Ist ja gut, ist ja gut Weswegen wollen Sie denn klagen? Weil Sie mich, einen gesunden Menschen, festgenommen und mit Gewalt in die Klapsmühle verschleppt haben Da betrachtete Ryuchin Ivan genauer und ihm wurde kalt In dessen Augen war nicht die geringste Spur von Wahnsinn zu erkennen Im Griboyedorf noch trüb, waren sie jetzt klar, wie immer Um Gottes Willen, dachte Ryuchin aus Schocken, er ist ja ganz normal So ein Quatsch, warum haben wir ihn eigentlich hierher geschleift? Normal ist er, normal Nur die Backe hatte sich zerkratzt Sie befinden sich nicht in der Klapsmühle, sondern in einer Klinik Und kein Mensch wird Sie festhalten, wenn es nicht notwendig ist Na Gott sei Dank Da hat sich endlich ein normaler gefunden unter all den Idioten Von denen der unbegabte Trottel Saschka der Größte ist Wer ist denn dieser unbegabte Saschka? Der da Bis Domne stieß den schmutzigen Finger in Ryuchins Richtung Der lief vor Verdruss rot an Das ist nur der Dank dafür, dachte er bitter, dass ich Anteil an ihm genommen habe Er ist doch wirklich an Schuft Psychologisch gesehen ist er ein typischer kleiner Kulak Aber er tarnt sich sorgfältig als Prolet Sehen Sie doch mal die muffige Visage an Und stellen Sie die tönenden Ferse dagegen, die er zum 1. Mai verbrochen hat Steigt empor, entfaltet euch Gucken Sie ihm nur mal nach innen, was er da so denkt, da fallen Sie um Und bis Domne stieß ein bösartiges Gelächter aus Ryuchin atmete schwer, noch immer puterrot Und dachte nur, dass er eine Schlange am Busen genährt und Teilnahme gezeigt hatte Für einen Menschen, der sich bei genauerem Hinsehen als gehässiger Feind erließ Das Schlimmste war, er konnte nichts machen Er konnte doch nicht über einen Geisteskranken herziehen Warum hat man Sie denn eigentlich zu uns gebracht? Hol Sie der Teufel, diese Holzköpfe Sie haben mich gepackt, mit irgendwelchen Lappen gefesselt und im Lastwagen hierher verschleppt Gestatten Sie zu fragen, warum Sie das Restaurant in Unterwäsche betreten haben? Das ist gar nichts weiter bei Ich habe in der Moskwa gebadet und da haben Sie mir meine Sachen geklaut Und diese Lumpen hier zurückgelassen Sollte ich vielleicht nackend durch Moskau laufen? Darum habe ich mir angezogen, was da war Ich musste das schleunigst ins Kriboyerdorf So heißt das Restaurant Aha Und warum hatten Sie es so eilig? Eine geschäftliche Besprechung? Dem Konsultanten bin ich hinterher Das war einem Konsultanten? Kennen Sie Berlioz? Den Komponisten? Welchen Komponisten? Ach so, nein, nein, den nicht Der Komponist ist ein Namensvetter von Misha Berlioz Der Sekretär der Masolit Berlioz ist heute Abend an den Patriarchenteichen unter die Straßenbahn gekommen Lüge doch nicht, du hast doch keine Ahnung Ich war dabei, nicht du Er hat ihn mit Absicht unter die Straßenbahn gebracht Hat er ihn gestoßen? Wieso denn gestoßen? Sowas hat der gar nicht nötig Der bringt Sachen fertig, dass du die Ohren anlegst Er hat vorher gewusst, dass Berlioz unter die Straßenbahn traten würde Hat noch jemand außer Ihnen diesen Konsultanten gesehen? Das ist es ja gar nicht Nur ich und Berlioz Aha Was für Maßnahmen haben Sie ergriffen, um den Mörder zu fangen? Die Sache ist die, dass er, also der Konsultant Sprechen wir doch offen Er steht mit dem Bösen im Bunde Und da ist er nicht so leid zu fangen Er steht mit ihm im Bunde, das ist Tatsache Er hat persönlich mit Pontius Pilatus gesprochen Aha, da brauchen Sie gar nicht so zu gucken Ich sag's wie es ist Alles hat er gesehen Den Balkon und die Palmen Kurz und gut, er war bei Pontius Pilatus Dafür bürge ich Sieh einer an Also, ich hab mir die Ikone ans Hemd gestellt und bin losgerannt Der Arzt drehte sich um und warf einer Frau in weißem Kittel, die Absatz am Schreibtisch saß, einen Blick zu Die Frau drückte auf einen Knopf und auf der Glasplatte erschienen ein glänzendes Kästchen und eine Ampulle Ach, so ist das Na schön Auf Wiedersehen Und im Hechtsprung schnellte sich Bisdomne gegen die Gardine Es gab einen ziemlichen Knall Doch das Glas hinter dem Store zeigte nicht den leisesten Riss Gleich darauf zappelte Ivan in den Händen der Sanitäter Er knirschte, versuchte zu beißen, schrie Die Spritze funkelte in den Händen des Arztes Die Frau riss mit einem Ruck den zerschlissenen Ärmel der Tolstoi-Bluse auf Und krallte sich mit ganz unweiblicher Kraft in den Arm Äthergeruch verbreitete sich Ivan wurde schwach in den Händen der vier Menschen Der Arzt benutzte das Geschickt und stach ihm die Nadel in den Arm Man hielt ihn noch ein paar Sekunden fest und setzte ihn dann aufs Sofa Ihr Banditen! Er wollte hoch, setzte sich aber von selbst wieder hin Schweigend, mit wilden Augen blickte er sich um Dann gähnte er, lächelte grimmig, gähnte nochmals Streckte sich plötzlich aus, bettete den Kopf aufs Kissen Und legte nach Kinderart die Faust unter die Wange Da bin ich also eingesperrt Sehr schön Ihr... Ihr werdet spüßen Ja, ich habe euch gewarnt, aber ihr wollt's ja nicht anders Am meisten interessiert mich jetzt Bratios Pilatus Bis Domne schloss die Augen Eine weiße Tür öffnete sich geräuschlos Dahinter wurde ein von blauen Nachtlämpchen erleuchteter Korridor sichtbar Von dort rollte eine Pritsche auf Gummirädern herein Ein Wannenbad, Einzelzimmer 117 und einen Posten vor die Tür Man legte den stillgewordenen Bis Domne auf die Pritsche und fuhr ihn in den Korridor Hinter ihm schloss sich die Tür Doktor, er ist also wirklich krank? Motorische Erregung und Sprecherregung, Wahnvorstellung, offenbar ein schwieriger Fall Ich nehme an, Schizophrenie, Alkoholismus kommt dazu Bald darauf fuhr der Lastwagen mit Luchin nach Moskau zurück Es tagte schon, und das Licht der Chausseelampen wurde überflüssig und unangenehm Der Fahrer erbittert, weil er sich die Nacht hatte um die Ohren schlagen müssen Fuhr auf Teufel komm raus, so daß der Wagen in den Kurven schlingerte Jetzt hörte der Wald auf und blieb zurück Der Fluss verschwand seitlich Und alles Mögliche flog dem Lastwagen entgegen Zäune mit Wächterhäuschen und Holzstapel Hohe Pfähle und Masten mit Drahtspulen, Schotterhaufen Von Kanälen gestreifte Erde Kurzum, man spürte, Moskau lag ganz nahe Dort hinter der Kurve Gleich würde es über sie herfallen und sie verschlingen Ruchin wurde auf dem Lastwagen weitlich durchgeschüttelt Der Holzklotz, auf dem er saß, wollte immer wieder unter ihm wegrutschen Er war in fürchterlicher Stimmung Ihm wurde klar, daß sein Besuch im Haus des Leides Schwere Spuren bei ihm hinterlassen hatte Er suchte dahinter zu kommen, was ihn eigentlich quälte Das Bild von dem Korridor mit den blauen Lampen Der Gedanke, daß es auf der Welt wohl nichts Schlimmeres gibt Als den Verstand zu verlieren Ja, das natürlich auch Aber das war doch ein allgemeiner Gedanke Da gab es noch etwas Was nur Die Beleidigung, das war's Ja, ja, die beleidigenden Worte Die bis Domne ihm ins Gesicht geschleudert hatte Schlimm war nicht, daß die Worte beleidigend waren Sondern daß sie der Wahrheit entsprachen Meine Gedichte 32 Jahre bin ich alt Wirklich Wie soll's weitergehen? Auch künftig würde ich jedes Jahr ein paar Gedichte schreiben, bis ins Alter Ja, bis ins Alter Was werden die Gedichte mir einbringen? Ruhm? Quatsch Bedrück dich doch nicht selbst Der Ruhm kommt niemals zu einem, der schlechte Verse schreibt Warum sind sie schlecht? Die Wahrheit, hat er gesagt Die Wahrheit Ich glaube nichts von dem, was ich schreibe Über Moskau graute der Morgen Die Wolken wurden von unten goldig angestrahlt Ryuchin sah, daß der Lastwagen in einer Fahrzeugkolonne vor der Einmündung in den Boulevard stecken geblieben war Und daß ganz in seiner Nähe ein Mensch aus Metall auf einem Postament stand Und mit leicht geneigtem Kopf gleichgültig auf den Boulevard blickte Der ist ein Beispiel für wirklichen Erfolg Was du auch im Leben für Schritte unternommen hast, was dir auch widerfahren ist Alles schlug dir zum Nutzen aus, alles diente deinem Ruhm Aber was hast du schon geleistet? Ich kapier das nicht Was ist denn schon Besonderes an den Worten? Schwarzer Wolken, Sturmeseilen Das verstehe ich nicht Schwein hast du gehabt, nichts als Schwein Ein Weißgardist hat auf dich geschossen, hat dir die Hüfte zerträumert und dir so die Unsterblichkeit gesichert Ryuchin spürte, daß der Lastwagen unter ihm anrollte Die Kolonne setzte sich in Bewegung Bald darauf betrat der Lyriker, krank und gealtert, die Veranda des Kribujenov Sie hatte sich bereits geleert Nur in einer Ecke saß eine Gesellschaft und trank das letzte Glas In ihrem Mittelpunkt produzierte sich ein bekannter Konforancier Eine Typiteka auf dem Kopf, ein Glas Abrau in der Hand Archibald, Archibaldowitsch Ich brauche einen Schnaps Ich verstehe, sofort Wie wohl Ryuchin sonst kein sehr scharfer Beobachter war Jetzt, nach der Folter auf dem Lastwagen, blickte er zum ersten Mal den Piraten genauer an Und erkannte, daß dieser zwar nach Besdomny fragte und sogar Eieiei rief Daß ihm aber Besdomny's Schicksal herzlich gleichgültig war Und nicht das geringste Mitleid in ihm erweckte Großartig, recht hat er, dachte Ryuchin mit zynischer Selbstvernichtungswut Brach seine Erzählung über Besdomny's Schizophrenie ab Und eine Viertelstunde später saß er gänzlich einsam vor einer Zerte Leerte dazu ein Glas nach dem anderen und war sich bewusst Daß er in seinem Leben nichts mehr ändern, sondern nur noch vergessen konnte Siebtes Kapitel Die unheimliche Wohnung Als Tyopa Lichodeev, Direktor des Varieté-Theaters An diesem Morgen nach einer mit Freunden durchzechten Nacht zu sich kam Befand er sich in der Wohnung, die er zusammen mit dem verblichenen Berlioz gemietet hatte Sie lag in einem großen fünfstöckigen Haus, das als offenes Rechteck an die Sadovaia grenzte Noch vor zwei Jahren hatte diese Wohnung Nummer 50 der Witwe des Juweliers de Fougerey gehört Anna Frantsevna de Fougerey, eine ehrwürdige und sehr geschäftstüchtige Dame von 50 Jahren Hatte von ihren fünf Zimmern drei an einen Mann namens Bielomut vermietet Und an einen anderen, dessen Name verloren gegangen ist Genau vor zwei Jahren hatten dann auch die unerklärlichen Ereignisse eingesetzt An einem arbeitsfreien Tag erschien in der Wohnung ein Militionär Rief den zweiten Mieter, dessen Name verloren gegangen ist, in die Diele und sagte, er werde gebeten Für einen Moment ins Milizrevier zu kommen, um etwas zu unterschreiben Der Mieter trug Anfissa, der langjährigen treuen Hausangestellten von Anna Frantsevna, auf Eventuellen Anrufern auszurichten Er sei in zehn Minuten wieder da Dann entfernte er sich mit dem korrekten, weißbehandschuten Militionär Aber er kehrte weder in zehn Minuten noch überhaupt jemals zurück Dies geschah an einem Montag Und schon am Mittwoch darauf verschwand auch Bielomut, wie in den Erdboden hinein Freilich unter ganz anderen Umständen Am Morgen fuhr wie täglich der Wagen vor, um ihn zur Arbeit abzuholen Doch er brachte ihn nicht zurück Und fuhr auch nie wieder vor Gram und Entsetzen der Madame Bielomut lassen sich nicht beschreiben Zwei Tage vergingen irgendwie Am dritten Tag fuhr Anna Frantsevna, die schon die ganze Zeit unter Schlaflosigkeit litt, auf ihre Datsche Auch sie kehrte nicht in die Wohnung zurück Über die verschwundenen und die verfluchte Wohnung liefen im Hause noch lange Legenden um Zum Beispiel in der Art im Holzschuppen jener Datsche, zu der Anna Frantsevna gefahren war Seien unermessliche Schätze zum Vorschein gekommen Brillanten, aber auch goldene Münzen aus der Zarenzeit Wie dem auch sei, die Wohnung blieb nur eine Woche leer und versiegelt Dann zogen der nun verblichene Berlioz mit seiner Gattin und Stiopa, ebenfalls nebst Gattin, ein Es ist ganz natürlich, dass auch bei ihnen, kaum hatten sie das verwunschene Quartier bezogen, etwas nicht mit rechten Dingen zuging Im Verlauf eines einzigen Monats verschwanden beide Ehefrauen Allerdings nicht spurlos Von Frau Berlioz hieß es, man habe sie in Charkow mit einem Ballettmeister gesehen Und Stiopas Eheliebste sei in der Armenhausstraße aufgetaucht, wo der Varieté-Direktor, wie man munkelte, es mithilfe seiner zahllosen Bekanntschaften fertiggebracht hatte, ihr ein Zimmer zu besorgen, unter der Bedingung freilich, dass sie sich nie wieder in der Sadova erblicken ließ Stiopa stöhnte also auf Er wollte das Hausmädchen Grunia rufen und Pyramidon verlangen, aber ihm fiel gerade noch ein, dass das Quatsch war, weil Grunia natürlich kein Pyramidon hatte Er riss die verklebten Lider auf Und er blickte im Spiegel das Bild eines Mannes mit zerrauften Haaren, gedunsenem Gesicht voll schwarzer Stoppeln, verquollenen Augen, mit schmutzigem Hemd, Schlips und Kragen, Socken und Unterhosen Und neben dem Spiegel gewahrte er einen fremden Mann mit schwarzem Anzug und schwarzer Baskennütze Der Unbekannte lächelte freundlich, holte eine große goldene Uhr mit einem Brillanten-Dreieck auf dem Deckel hervor und ließ sie repetieren Die Uhr schlug elfmal Elf, mein allerbester Stjepan Bogdanovic, genau seit einer Stunde warte ich, dass Sie erwachen Denn Sie haben mich für zehn Uhr herbestellt, da bin ich Stjepan tastete nach der Hose auf dem Stuhl neben dem Bett und zog sie an Ihn dünkte, dass der Fußboden neben dem Bett wegkippte Und er jetzt gleich kopfüber zu des Teufels Großmutter in die Hölle stürzen werde In seinem Kopf dröhnte schweres Geläut Zwischen den Augäpfeln und den geschlossenen Lidern schwammen braune Flecke mit feurig-grünen Rändern Und zu allem Überfluss war ihm speiübel, wobei ihm schien, dass diese Übelkeit etwas mit den Tönen eines aufdringlichen Grammophons zu tun hatte Er strengte sein Erinnerungsvermögen an, aber nur eins fiel ihm ein, dass er nämlich gestern irgendwo mit einer Serviette in der Hand gestanden und versucht hatte, eine Dame zu küssen Was für eine Dame das war, welcher Tag heute war und welcher Monat, das alles wusste Stjopa entschieden nicht Entschuldigen Sie Würden Sie mir bitte Ihren Namen sagen? Wie? Sie haben meinen Namen vergessen? Verzeihen Sie! Lieber Stjapan Bogdanovic Pyramidon hilft Ihnen nicht Folgen Sie einer alten weisen Regel und kurieren Sie Gleiches mit Gleichem Das Einzige, was Ihnen das Leben wiedergibt, sind zwei Gläser Wodka mit einem scharf gewürzten warmen Imbiss Stjopa gingen die Augen über, als er auf dem kleinen Tisch ein Frühstückstablett erblickte Darauf waren geschnittenes Weißbrot, ein Gläschen Presskaviar, ein Teller marinierte Steinpilze, eine kleine Kasserolle und endlich die stattliche Jubelierswitfen-Karaffe mit Wodka Besonders beeindruckte ihn, dass die Karaffe vor Kälte beschlagen war Das leuchtete jedoch ein, denn sie stand in der eisgefüllten Spülschüssel Kurzum, es war ein appetitliches, kunstvoll zusammengestelltes Katerfrühstück Der Unbekannte ließ Stjopas Verwunderung nicht bis zu krankhafter Größe gedeihen, sondern goss ihm geschickt ein Glas halb voll Wodka Und Sie mit Vergnügen Stjopas zittrige Hand führte das Glas zum Munde und auch der Unbekannte leerte das Seine in einem Zug Stjopa kauter einen Happen Kaviar nach Und Sie wollen sie nicht nachessen? Vielen Dank, ich esse nie nach Der Unbekannte goss beide Gläser wieder voll Dann wurde die Kasserolle geöffnet, die Würstchen in Tomatensauce enthielt Nun endlich zerfloss das verfluchte Grün vor den Augen Es sprach sich leichter Und die Hauptsache, Stjopa konnte sich an manches wieder erinnern Er wusste, dass sich die Sache gestern in Schodnia abgespielt hatte In der Datsche des Skechisten Hustov, wohin sie beide im Taxi gefahren waren Er wusste sogar, dass sie das Taxi vor dem Metropol bestiegen hatten Und dass noch ein Schauspieler, oder war es kein Schauspieler, mit einem Koffergrammophon dabei gewesen war Ja, 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 in der Datsche war es gewesen Außerdem fiel ihm ein, dass zur Grammophonmusik Hunde geheult hatten Nur die Dame, die er hatte küssen wollen, blieb in Dunkel, weiß der Teufel, wer sie war Vom Funk wohl, vielleicht aber auch nicht Allmählich hältte sich der gestrige Tag auf Doch noch mehr beschäftigt es Stjopa jetzt der heutige Tag Und insbesondere das Auftauchen dieses Unbekannten im Schlafzimmer samt Wodka und im Biss Na, ist Ihnen mein Name wieder eingefallen? Nein, aber, aber Ich ahne, dass Sie gestern nach dem Wodka Portwein getrunken haben Ich bitte Sie, wie kann man so etwas machen? Ich möchte, dass das unter uns bleibt Oh, natürlich, natürlich, aber für Gustav kann ich selbstverständlich nicht bürgen Kennen Sie ihn denn? Gestern in Ihrem Arbeitszimmer habe ich dieses Individuum nur kurz gesehen, aber der flüchtige Blick auf sein Gesicht genügt mir, um zu erkennen, dass er ein Lump ist Ein Stänkerkonjunkturritter und Speichellecker Haargenau, dachte Stjopa, dem diese kurze und treffende Charakterisierung Gustavs verdutzte Ja, aus lauter kleinen Stücken fügte sich der gestrige Abend zusammen Aber eine gewisse Unruhe wollte den Varieté-Direktor nicht verlassen Im gestrigen Tag klaffte nämlich ein riesiges schwarzes Loch Und diesen Unbekannten mit Baskenmütze, bitteschön, hat es Stjopa gestern in seinem Arbeitszimmer ganz bestimmt nicht gesehen Fohland? Professor für schwarze Magie Nachdem er sich nun vorgestellt hatte, erzählte der Besucher dem verwirrten Stjopa der Reihe nach die Geschehnisse des gestrigen Tages Er sei gestern aus dem Ausland in Moskau eingetroffen, habe unverzüglich Stjopa aufgesucht und ihm ein Gastspiel im Varieté-Theater angetragen Sie haben die Moskauer Gebietstheaterkommission angerufen, Sjapan Bogdanovic Und die Frage abgestimmt Und dann haben Sie mit mir einen Vertrag über sieben Auftritte abgeschlossen Ferner sei vereinbart worden, dass Fohland ihn heute Morgen um 10 Uhr aufsuchen sollte, um noch ein paar Einzelheiten zu besprechen Beim Eintreten habe er das Hausmädchen Grunia getroffen, die ihm sagte, sie sei auch eben erst gekommen, sie sei nur tagsüber da Und wenn der Besucher Stjapan Bogdanovic sehen wolle, möge er selber ins Schlafzimmer gehen Der schlafe so fest, dass sie sich nicht zutraue, ihn zu wecken So ging ich also in Ihr Schlafzimmer, verehrter Stjapan Bogdanovic Und als ich sah, in welchem Zustand sie waren, habe ich Grunia losgeschickt, um Wodka und Imbiss zu holen Und in die Apotheke nach Eis und... Was bin ich Ihnen denn schuldig? Oh, lassen Sie doch den Unsinn nichts! Der Wodka und der Imbiss waren somit erklärt Und doch bot Stjopa nach wie vor einen erbarmungswürdigen Anblick Er konnte und konnte sich an den Vertrag nicht erinnern Er hatte auch, und wenn man ihn tot schlug, diesen Fohland gestern nicht gesehen Ja, auch Gustav waren da gewesen, aber nicht Fohland Darf ich den Vertrag einmal sehen? Aber bitte, äh, äh, bitte, das ist doch Ihre Unterschrift Und hier, Finanzdirektor Rimsky, genehmigt dem Artisten Fohland 35.000 Rubel für die sieben Auftritte, 10.000 Rubel als Vorschuss Stjopa warf einen Blick auf das Papier und erstarrte Es hatte alles seine Richtigkeit Mehr noch, da stand auch Fohlands Unterschrift, mit der er quittierte die 10.000 erhalten zu haben Vor den Augen des unglücklichen Stjopa drehte sich alles Fingen denn schon die verhängnisvollen Gedächtnislücken an Aber selbstverständlich wäre es jetzt nach Vorlage des Vertrags Schlechtweg ungehörig, weiterhin Verwundungen zu äußern Stjopa bat den Besucher, sich für einen Moment entfernen zu dürfen Und rannte auf Socken in die Diele zum Telefon Unterwegs schrie er in Richtung Küche Grunia! Grunia! Aber niemand antwortete Stjopa warf einen Blick auf die Zimmertür von Berlioz Und da erstarrte er, wie es so schön heißt, zur Salzsäule Am Türdrücker erblickte er eine Schnur mit einem gewaltigen Lackssiegel Das hat mir gerade noch gefehlt Seine Gedanken liefen einen doppelten Schienenweg entlang Aber wie steht's bei einer Katastrophe in nur einer Richtung Und der Teufel weiß wohin Der Wirrwarr in Stjopas Kopf ist schwer wiederzugeben Erst dieser Teufelsspuk mit der schwarzen Baskenmütze Dem kalten Wodka und dem unwahrscheinlichen Vertrag Und jetzt auch noch das Siegel an der Tür? Wenn ich einem erzähle, Berlioz hat was angestellt, er glaubt's nicht Nein, er glaubt's nicht Aber da hängt das Siegel, tja Ach, Berlioz, Berlioz, das will mir nicht in den Schädel Stjopa wählte die Nummer des Varieté-Finanzdirektors Rimsky Seine Lage war heikel Einmal konnte es den Ausländer beleidigen, dass Stjopa ihn kontrollierte Wie wohl er den Vertrag gesehen hatte Und zum anderen war es auch sehr schwierig, mit dem Finanzdirektor zu reden Er konnte ihn schließlich nicht fragen Sagen Sie, habe ich gestern mit einem Professor für schwarze Magie Einen Vertrag über 35.000 Rubel abgeschlossen Das ging doch einfach nicht Zu weiteren Überlegungen hatte er keine Zeit Denn schon vernahm er im Hörer die unangenehme Stimme des Finanzdirektors Rimsky Hallo Guten Tag, Grigori Danilovic Hier spricht Lirodejev Folgendes Bei mir sitzt dieser Artist Fohland Also Ich wollte fragen, wie ist es mit heute Abend? Aha Der schwarze Magier Die Plakate sind schon fertig Aha Na, bis nachher Kommen Sie bald? In einer halben Stunde Stjopa hängte den Hörer auf und presste den glühenden Kopf mit den Händen Mit allen Mitteln würde er seine unglaubliche Vergesslichkeit bemänteln und jetzt als erstes schlau aus dem Ausländer herauslocken, was dieser eigentlich heute Abend im Varieté vorzuführen gedachte Er wandte sich vom Telefon ab und erblickte, in dem von der faulen Gäste Grunia lange nicht geputzten Spiegel deutlich einen merkwürdigen Kerl, lang wie eine Bohnenstange und mit einem Zwicker Ach, wäre doch Bistommi hier gewesen, er hätte das Subjekt sofort wiedererkannt Der Kerl tauchte im Spiegel auf und verschwand Unruhig spähte Stjopa den Flur entlang und wieder gab es ihm einen Ruck, denn im Spiegel ging ein riesiger schwarzer Kater vorbei und verschwand gleichfalls Stjopa stockte das Herz Er taumelte Was ist denn das? Dachte er Werde ich schon verrückt? Wo kommen denn diese Spiegelbilder her? Grunia! Was treibt sich denn hier für ein Kater rum? Wo kommt der her? Und wer ist da noch? Regen Sie sich nicht auf, Stjapan Bogdanovic, der Kater gehört mir Seien Sie nicht so nervös Und Grunia, die ist nicht da Ich habe sie nach Voronisch geschickt, in ihre Heimat Sie beklagte sich, dass sie ihr den Urlaub vorenthalten Diese Worte waren dermaßen unerwartet und blöd, dass Stjopa beschloss, sich verhört zu haben In völliger Verwirrung trabte er zurück ins Schlafzimmer Doch auf der Schwelle blieb er wie angenagelt stehen Seine Haare sträubten sich, seine Stirn bedeckte sich mit winzigen Schweißtröpfchen Der Besucher war nicht allein Im zweiten Sessel saß der Kerl, der sich im Vorzimmer gespiegelt hatte Jetzt war er deutlich zu sehen Hahnenfederschnurrbart, das eine Zwickerglas blinkte, das andere fehlte Aber das war noch nicht das Schlimmste Auf dem Juwelierswitwenhocker lümmelte ein Dritter Nämlich der schwarze Kater, der wirklich von gruseliger Größe war In der einen Pfote hielt er ein Glas Wodka In der anderen eine Gabel mit einem aufgespießten marinierten Pilz Das Licht, im Schlafzimmer ohnehin schwach, verdunkelte sich vollends vor Stjopas Augen So ist das also, wenn man verrückt wird, dachte er Und hielt sich am Türrahmen fest Ich sehe, Sie sind ein wenig verwundert, hochverehrter Stjopan Bogdanovic Aber dazu besteht kein Anlass Dies ist mein Gefolge Und mein Gefolge braucht Platz Demnach ist einer von uns zu viel in der Wohnung Ich glaube, dieser eine sind Sie Ja, der Herr sind hier überflüssig Überhaupt haben der Herr in letzter Zeit unglaubliche Schweinereien gemacht Der Herr saufen, benutzen seine Stellung, um Frauen herumzukriegen Der Herr arbeiten nichts und können auch gar nichts arbeiten, weil der Herr keine Ahnung von seinen Pflichten haben Den vorgesetzten streuner Herr sahnte die Augen Er treibt Missbrauch mit dem Dienstwagen Der Kater kippte den Wodka und kaute seelenruhig den Pilz Da ereignete sich in der Wohnung die vierte und letzte Erscheinung Direkt aus dem großen Spiegel trat ein kleiner, aber ungewöhnlich breitschultriger Mann mit einer Melone auf dem Kopf Aus seinem Mund ragte ein Eckzahn, der das ohnehin einmalig fiese Gesicht vollends verunstaltete Obendrein hatte er feuerrotes Haar Sofort mischte er sich in das Gespräch Ich verstehe überhaupt nicht, wie der Kerl Direktor werden konnte Er ist ebenso ein Direktor, wie ich ein Erzbischof bin Du siehst nicht aus wie ein Erzbischof, Assasiello Das ist ja meine Rede In aller Ruhe legte sich der Kater ein neues Würstchen auf den Teller und trank ein weiteres Glas Wodka Der Rothaarige aber wandte sich ehrerbietig an Vorhand Gestattet ihr Messere, ihn aus Moskau zu sämtlichen Teufeln zu befördern? Da begann das Schlafzimmer rund um Styopa zu rotieren Er prallte mit dem Kopf gegen den Türrahmen, dachte, ich werde sterben und verlor das Bewusstsein Aber er starb nicht Ein wenig die Augen öffnend, fand er sich auf etwas steinernem Sitzen Ringsum rauschte es Als er die Augen richtig offen hatte, erkannte er, dass es ein Meer war, was da rauschte Ja, eine Welle rollte bis dicht vor seine Füße Kurz und gut, er saß an der Spitze einer Mole Über ihm funkelte ein blauer Himmel und hinter ihm stieg eine schöne Stadt bergan Styopa, der nicht wusste, wie man sich in solchen Fällen verhält, erhob sich mit schlotternden Knien und ging die Mole entlang zum Ufer Auf der Mole stand ein Mann, rauchte und spuckte ins Wasser Als er Styopa bemerkte, starrte er ihn mit wilden Augen an und hörte auf zu spucken Ich flehe sie an, sagen sie mir, was ist das für eine Stadt? Das ist doch die Höhe Ich bin nicht betrunken, mir ist etwas passiert, ich bin krank Wo bin ich? Was ist das für eine Stadt? Na, yelter doch! Styopa stieß einen leisen Seufzer aus, sank zur Seite und prallte mit dem Kopf gegen die erwärmten Steine der Mole Achtes Kapitel Duell zwischen Professor und Poet Genau in dem Moment, als Styopa an yelter das Bewusstsein verlor, d.h. etwa um halb zwölf Uhr mittags, kehrte es zu Ivan Nikolaevich bis Domni zurück, der aus langem und tiefem Schlaf erwachte Einige Zeit überlegte er, wie er in das unbekannte Zimmer mit den weißen Wänden, dem sonderbaren Nachttisch aus hellem Metall und einem weißen Vorhang vorm Fenster gekommen sei Ivan schüttelte den Kopf, der nicht schmerzte und nun fiel ihm ein, dass er sich in der Heilanstalt befand Dieser Gedanke zog die Erinnerung an den Tod von Berlioz nach sich Doch erschütterte ihn das Unglück nicht mehr so heftig Nachdem er sich ausgeschlafen hatte, war er ruhiger und dachte klarer Eine Zeit lang lag er still in dem blitzsauberen, weichen und bequemen Bett mit Sprungfederboden Dann entdeckte Ivan neben sich einen Klingelknopf Gewohnt, Gegenstände sinnlos zu berühren, drückte bis Domni darauf Er erwartete, dass es läutete oder jemand kam Doch etwas anderes geschah Am Fußende leuchtete ein Mattglaszylinder auf mit der Schrift Trinken Ein paar Augenblicke stand der Zylinder still Dann drehte er sich, bis die Schrift Pflegerin erschien Ivan ließ den Knopf los Leise klirrend blieb der Zylinder stehen und erlosch Ins Zimmer trat eine rundliche, sympathische Frau in sauberem, weißem Kittel Guten Morgen! Ivan antwortete nicht, denn er hielt den Gruß unter den gegebenen Umständen für unangebracht Die Frau zog, ohne ihren gutmütigen Gesichtsausdruck zu ändern Durch einen Knopf druck den Vorhang hoch Durch das großmaschige, leichte Gitter, das bis zum Fußboden reichte, flutete Sonne ins Zimmer Vor dem Gitter sah Ivan einen Balkon, das Ufer eines sich schlängelnden Flusses und, am anderen Ufer, einen fröhlichen Kiefernwald Dann öffnete die Frau eines Schranktür und fragte den Lyriker Was möchten Sie anziehen, Kittel oder Pyjama? Der gewaltsam in der Klinik festgehaltene Vesdomne hätte fast die Hände zusammengeschlagen, ob der Unbekümmertheit dieser Frau Schweigend stieß er den Finger gegen einen Pyjama aus leuchtend roter Baumwolle So dann führte sie ihn durch einen leeren, stillen Korridor in ein riesiges Behandlungszimmer Entschlossen, in diesem so wundersam ausgestatteten Institut alles mit Ironie aufzunehmen, taufte er den Raum Betriebsküche Der Name passte Hier standen Schränke und Vitrinen mit blitzenden Nickelinstrumenten Da gab es Sessel von komplizierter Konstruktion Bauchige Glühlampen mit glänzenden Schirmen Viele Fläschchen Gasbrenner, elektrische Leitungen und gänzlich unbekanntes Gerät Drei Personen nahmen sich Ivans an, zwei Frauen und ein Mann Er musste Nolenz Wohlenz eine Reihe von Fragen beantworten, was er unwillig und mürrisch tat Es wurde eine langweilige Ausfragerei, wer wann und woran gestorben sei Ob er getrunken, an Geschlechtskrankheiten gelitten habe und alles in dieser Art Anschließend wurde Ivan gebeten, den gestrigen Vorfall an den Patriarchenteichen zu schildern Doch man setzte ihm nicht sonderlich zu und wunderte sich auch nicht, als er von Pontius Pilatus berichtete Nunmehr traten die Frauen Ivan an den Mann ab, der sich auf ganz andere Weise mit ihm beschäftigte und ihm keinerlei Fragen stellte Er maß Ivans Temperatur, fühlte ihn den Puls, blickte ihm mit Hilfe einer Lampe in die Augen Dann kam ihm die andere Frau zu Hilfe Ivan wurde nicht sehr schmerzhaft in den Rücken gestochen Man kratzte ihm mit dem Stiel eines Hämmerchens irgendwelche Zeichen auf die Brust Klopfte ihm gegen die Knie, dass seine Beine hochschnellten Piekte ihm in den Finger und nahm Blut ab Stach ihn in die Armbeuge, legte ihm Gummiarmbänder um Ivan lachte im Stillen bitter und dachte, wie absurd doch alles gekommen war Er hatte vor der Gefahr gewarnt, die von dem unbekannten Konsultanten drohte Hatte ihn fangen wollen und nur erreicht, dass er nun in einem geheimnisvollen Kabinett saß Um allen möglichen Unsinn über seinen Onkel Fjodor zu erzählen, deren Valagda dem Quartalssuff oblegen war Unerträglich blöd Endlich war der Lyriker entlassen Er wurde wieder in sein Zimmer verfrachtet und bekam als Frühstück eine Tasse Kaffee, zwei weichgekochte Eier und Weißbrot mit Butter Nachdem er das alles verzehrt hatte, beschloss er zu warten, bis er mit dem Chef dieses Instituts sprechen konnte Und von ihm wollte er dann Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit heischen Es dauerte nicht lange Er kam gleich nach dem Frühstück Plötzlich ging Ivans Zimmertür auf und hereintrat ein Haufen Volks in weißen Kitteln Vorneweg ein sorgfältig nach Schauspielermanie rasierter Mann Mit angenehmen, wenn auch sehr stechenden Augen und höflichem Benehmen Seine Suite verhielt sich zuvorkommend und achtungsvoll zu ihm, sodass sein Eintritt sehr feierlich wirkte Wie Pontius Pilatus, dachte Ivan Ja, das war zweifellos der Chef Dr. Stravinsky Einer seiner Begleiter reichte dem Dr. Ivans kranken Blatt Der Doktor überflog mit geübtem Blick das Blatt und murmelte So, 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 so Dann wechselte er mit den Umstehenden ein paar Sätze in einer wenig bekannten Sprache Latein redete er wie Pilatus, dachte Ivan traurig Da ließ ihn das Wort Schizophrenie zusammenzucken Oh weh, gestern hatte es der verdammte Ausländer an den Patriarchenteichen gesagt Und jetzt wiederholte es hier Dr. Stravinsky Außerdem hatte es sich der Chef offenbar zur Regel gemacht, allem zuzustimmen und sich über alles zu freuen, was seine Umgebung ihm sagte Und das mit prachtvoll, prachtvoll auszudrücken Das ist ja prachtvoll Sie sind Lyriker? Ja, Lyriker Sie sind Professor? Ja Und Sie sind hier der Chef? So ist es Ich muss mit Ihnen sprechen Dazu bin ich hergekommen Es handelt sich darum, dass man mich zum Verrückten befördert hat und niemand mich anhören will Oh, wir hören Sie sehr aufmerksam an und wir werden auf keinen Fall dulden, dass man Sie zum Verrückten macht Dann hören Sie bitte, ich habe gestern Abend an den Patriarchenteichen eine geheimnisvolle Person getroffen Möglicherweise einen Ausländer, der hat vorher von Berlioss Tod gewusst und Pontius Pilatus persönlich gekannt Pilatus? Den Pilatus, der zu Zeiten Jesu Christi gelebt hat? Ja, ja, den Und dieser Berlioss ist unter die Straßenbahn gekommen? Ja, er ist gestern in meiner Gegenwart bei den Patriarchenteichen von der Straßenbahn zur Tode gefahren worden Wobei dieser geheimnisvoller Mann Also der Bekannte von Pontius Pilatus Ja, richtig Ja, also, er hat vorher gesagt, dass Anushka das Sonnenblumenöl verschüttet hat Und genau an der Stelle ist Berlioss ausgerutscht Wie finden Sie das? Na, das ist ja prachtvoll Wer ist denn Anushka? Anushka? Das ist hier ganz unwichtig, weiß der Teufel, wer sie ist Eine dumme Gans aus Dassadauber, ja Wichtig ist, dass er vorher Verstehen Sie? Vorher von dem Sonnenblumenöl gewusst hat Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie sehr gut Bleiben Sie ruhig Und fahren Sie fort Ja, ja, das tue ich Also, also, dieser furchtbare Kerl Dass er Konsultant ist, das war bestimmt gelogen Verfügt über geheimnisvolle Kräfte Man läuft ihm zum Beispiel hinterher und kann ihn nicht einholen Außerdem hat er so ein sauberes Pärchen bei sich Einen langen Kerl mit gesprungenem Zwicker Und einen unverschämt großen Kater Der selbstständig mit der Straßenbahn fährt Er war persönlich auf dem Balkon bei Pontius Pilatus Daran gibt es gar keinen Zweifel Das ist ein Ding, was? Man muss ihn sofort festnehmen Sonst richtet er unbeschreibliches Unheil an So, so Sie wollen, dass er festgenommen wird? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, vollkommen richtig Wie sollte ich es nicht wollen? Überlegen Sie doch mal selber Stattdessen werde ich hier mit Gewalt festgehalten Man stößt mir eine Lampe in die Augen Badet mich in der Wanne Fragt mich nach Onkel Fjodor aus Dabei ist er schon lange tot Ich verlange, dass man mich sofort freilässt Na, prachtvoll Prachtvoll Wenn es so ist, dann wollen wir doch mal logisch überlegen Nehmen wir Ihren gestrigen Tag Auf der Suche nach einem unbekannten Mann Der sich Ihnen als Bekannter von Pontius Pilatus vorstellte Haben Sie Folgendes getan Sie haben sich eine Ikone an die Brust geheftet Stimmt's? Stimmt Sie sind über einen Zaun geklettert Und haben sich das Gesicht verletzt Ist es so? Ja Sie sind ins Restaurant gegangen Eine brennende Kerze in der Hand Nur mit Unterwäsche bekleidet Und haben im Restaurant jemanden geschlagen Man hat Sie gefesselt hierhergebracht Von hier aus haben Sie die Miliz angerufen Und gebeten, Maschinengewehre zu schicken Und dann haben Sie versucht, sich aus dem Fenster zu stürzen Stimmt's? Sicher Ja, sehen Sie Nun fragt Sie Konnten Sie, wenn Sie so handelten Jemanden fangen oder festnehmen? Also wenn Sie normal sind Werden Sie mir antworten Nein, so nicht Und Sie wollen jetzt von hier weg? Natürlich, ja Bitte sehr Bitte sehr Aber erlauben Sie mir die Frage Wo werden Sie hingehen? Von der Miliz doch Achso, 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 ja Und was werden Sie der Miliz als erstes erzählen? Na, von Pontius Pilatus Aha, na prachtvoll Bitte gehen Sie Wir werden jedoch Ihr Zimmer nicht anderweitig belegen Wir werden auch Ihre Bettwäsche nicht abziehen Denn in spätestens zwei Stunden sind Sie wieder hier Moment, weshalb bin ich in zwei Stunden wieder hier? Weil man Sie, wenn Sie in Unterhosen zur Miliz kommen und behaupten, Sie hätten einen Mann gesehen, der Pontius Pilatus persönlich gekannt hat, sofort hierher bringt und Sie dieses Zimmer wieder beziehen werden Wieso denn wegen der Unterhosen? Na ja, hauptsächlich wegen Pontius Pilatus, aber auch wegen der Unterhosen Die Anstaltskleidung müssen wir Ihnen schließlich abnehmen und Ihnen Ihre Sachen zurückgeben Eingeliefert wurden Sie in Unterhosen Zu Ihrer Wohnung wollen Sie partout nicht fahren, obwohl ich Sie darauf gestoßen habe Wenn Sie dann noch von Pilatus erzählen, ist der Fall klar Aber ich muss Ihnen doch dingfest machen Schön, schön, schön Aber warum müssen Sie dazu selber losgehen? Schreiben Sie Ihren Verdacht und Ihre Beschuldigung gegen diesen Mann nieder? Nichts ist einfacher, als Ihren Schriftsatz an die zuständige Stelle zu schicken Und wenn wir es, wie Sie meinen, mit einem Verbrecher zu tun haben, wird sich alles sehr schnell aufklären Aber eine Bedingung Strengen Sie Ihren Kopf nicht zu sehr an Geben Sie sich Mühe, weniger an Pontius Pilatus zu denken Oh Gott, was wird nicht alles erzählt? Man darf nicht alles glauben Ich verstehe Ich bitte um Papier und Feder Einverstanden Aber ich rate Ihnen, heute noch nicht anzufangen Doch, 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 heute, unbedingt heute Na schön Aber strengen Sie Ihren Kopf nicht an Wird's nicht heute, wird es morgen Aber, aber dann entkommt er doch Nein Er entkommt nicht Dafür bürge ich Ihnen Vergessen Sie nicht, dass Ihnen hier mit allen Mitteln geholfen wird Und ohne das wird es nichts mit Ihnen Hören Sie mich Ihnen wird hier geholfen Sie werden sich erleichtert fühlen Hier ist es still Alles schön und ruhig Ihnen wird hier geholfen Stravinsky erhob sich Er drückte bis Domni die Hand Und sagte schon im Gehen zu seiner Suite Sauerstoff und Wannenbäder Gleich darauf war er mit seiner Suite verschwunden Vor dem Fenstergitter prangte der fröhliche Frühlingswald Am anderen Ufer in der Mittagssonne Und davor funkelte der Fluss Neuntes Kapitel Karovievs Streicher In der vergangenen Nacht Der von Mittwoch auf Donnerstag War Nikanor Ivanovich Bassoy Vorsitzender der Wohngenossenschaft Des Hauses Sadovaya 302b In Moskau In dem der verstorbene Berlioz gewohnt hatte Grässlichen Scherereien ausgesetzt gewesen Die Kommission Die den Tod von Berlioz untersuchte War um Mitternacht ins Haus gekommen Hatte Nikanor Ivanovich herausgeklingelt Ihm den Tod des Redakteurs mitgeteilt Und mit ihm die Wohnung Nummer 50 aufgesucht Die Kommission erklärte ihm Dass man die Manuskripte des verstorbenen Zwecks Sichtung abholen werde Und dass seine drei Zimmer so lange versiegelt sein müssten Bis die Erben ermittelt sind Erst danach könne die Wohngenossenschaft Über die Räume verfügen Die Nachricht von Tode Berlioz Verbreitete sich mit Windeseile Im ganzen Hause Und am Donnerstag schrillte Bei Nikanor Ivanovich ab 7 Uhr früh das Telefon Leute kamen und brachten schriftliche Erklärungen In denen Ansprüche auf den Wohnraum des Verblichenen geltend gemacht wurden Die Erklärungen enthielten Bitten, Drohungen, Verleumdungen und Denunziationen Ferner das Versprechen auf eigene Kosten renovieren zu lassen Hinweise auf unerträgliche Beengtheit Und darauf, dass es unmöglich sei mit Banditen in einer Wohnung zu hausen Unter anderem gab es da die durch ihre künstlerische Kraft erschütternde Schilderung eines Raubes von Fleischpastetchen Die in der Wohnung Nummer 31 in einer Jackentasche verschwunden seien Zwei Ankündigungen, das Leben durch Selbstmord zu beenden Und ein Geständnis heimlicher Schwangerschaft Diese Tortur währte bis kurz nach 12 Dann entwich Nikanor Ivanovich in den Verwaltungsraum neben der Haustür Doch als er sich auch hier belagert sah, ergriff er abermals die Flucht Und nachdem er seine Verfolger auf dem asphaltierten Hof mit knapper Not abgeschüttelt hatte Entkam er in den sechsten Aufgang und stieg hinauf zum vierten Stock In dem die verdammte Wohnung Nummer 50 lag Er läutete, doch niemand öffnete Er läutete nochmals und nochmals und knurrte leise Flüche vor sich hin Aber auch jetzt wurde nicht geöffnet Da riss ihn wie Geduld, er holte den Bund Zweitschlüssel aus der Tasche Schloss mit behördlicher Hand die Tür auf und trat ein Hey Hausmädchen, wie heißt du gleich, Grunia, was? Bist du nicht da? Keine Antwort Nikanor Ivanovich entnahm seiner Aktentasche einen Zollstock Löste das Siegel von der Tür des Arbeitszimmers und trat ein Doch schon auf der Schwelle blieb er überrascht stehen und zuckte sogar zusammen Am Tisch des Toten saß ein langer, magerer Mann mit kariertem Jäckchen, Jockey-Mütze und Zwicker Wer sind Sie denn, Bürger? Hey, Nikanor Ivanovich! Entschuldigung, wer sind Sie? Eine offizielle Person Ach, das sind doch fließende und relative Begriffe, Nikanor Ivanovich Heute bin ich eine inoffizielle Person und morgen, bums, eine offizielle Es kann auch umgekehrt sein Und wie? Wer Sie sind? Name! Mein Name ist, sagen wir, Koroviev Aber wollen Sie nicht etwas zu sich nehmen, Nikanor Ivanovich? Ganz ohne Umstände, na? Sie haben in den Räumen des Verstorbenen nichts zu suchen Was machen Sie hier? Aber so setzen Sie sich doch, Nikanor Ivanovich Wer sind Sie? Ich bin, wenn's recht ist, Dolmetscher bei einem Ausländer, dem Artisten Voland, der in dieser Wohnung seine Residenz aufgeschlagen hat Herr Voland ist liebenswürdigerweise vom Varieté-Direktor Stepan Bogdanovich-Lechodeyev eingeladen worden Für die Dauer seines Gastspiels in dessen Wohnung zu logieren Eine Woche etwa Der Varieté-Direktor hat Sie doch schon gestern Abend brieflich gebeten, den Ausländer zeitweilig im Hause anzumelden Da er selber nach Yalta fahre Gar nichts hat er mir geschrieben Sehen Sie doch mal in Ihrer Aktentasche nach Nikanor Ivanovich öffnete die Aktentasche und fand darin den Brief des Varieté-Direktors Wie konnte ich das nur vergessen? Murmelte er und blickte stumpf auf das geöffnete Kuvert Wie konnte ich das nur vergessen? So was kommt vor, so was kommt vor, Nikanor Ivanovich Zerstreutheit, Übermüdung, erhöhter Blutdruck, mein teurer Freund, Nikanor Ivanovich Ich bin auch entsetzlich zerstreut Wir werden mal zusammen ein Gläschen trinken Dann erzähle ich Ihnen ein paar Dinge aus meiner Biografie Sie lachen sich scheckig Wann fährt denn Lichodeyev nach Yalta? Aber er ist doch schon weg Der rollt schon irgendwo durch die Weltgeschichte Weiß der Teufel wo? Als nun Nikanor Ivanovich versetzte, er müsse den Ausländer persönlich sehen Er teilte ihm der Dolmetscher eine Abfuhr, das sei ganz unmöglich Der Artist sei beschäftigt Er dressiere seinen Kater, den könne er ihm zeigen, wenn er wolle Das aber lehnte Nikanor Ivanovich ab Und nun machte ihm der Dolmetscher einen überraschenden, aber sehr verlockenden Vorschlag Da der Herr Vorland um keinen Preis im Hotel zu wohnen wünsche Und andererseits gewohnt sei, viel Platz zu haben Ob ihm da nicht die Wohngenossenschaft für eine Woche Solange sein Gastspiel in Moskau dauere Die ganze Wohnung abtreten könne Das heißt auch die Zimmer des Verstorbenen Dem Toten ist es schließlich egal Sie werden zugeben, Nikanor Ivanovich Dass die Wohnung ihm jetzt gar nichts mehr nützt Tut mir leid, geht nicht Ausländer müssen ins Metropol Ein Privatquartier, das ist ganz unmöglich Ich sag Ihnen, er ist launisch wie sonst was Er will nun mal nicht Er mag keine Hotels Ich hab sie bis hier, diese Touristen, glauben Sie mir Sie töten einem jeden Nerv Da kommt so einer an und entweder spioniert er wie der letzte Strolch Oder er macht einen mit seinen Launen fertig Dies passt ihm nicht, das passt ihm nicht Und was ihre Wohngenossenschaft betrifft, Nikanor Ivanovich So wird sie größten Vorteil und ganz eindeutig Profit davon haben Aufs Geld schaut er nicht Er ist Millionär Der Vorschlag des Dolmetschers barg einen klaren praktischen Sinn Es war ein sehr seriöser Vorschlag Aber sehr unseriös waren die Sprechweise des Mannes Seine Kleidung und dieser schauderhafte, völlig nutzlose Zwicker Demzufolge saß ein nicht recht fassbarer Stachel in der Seele des Vorsitzenden Dennoch entschloss er sich, den Vorschlag anzunehmen Es war nämlich so, dass die Wohngenossenschaft ein Riesendefizit zu beklagen hatte Im Herbst musste Öl für die Dampfheizung gekauft werden Doch wovon wusste keiner Mit dem Touristengeld konnte man sich vielleicht sanieren Der geschäftstüchtige und vorsichtige Nikanor Ivanovich Erklärte jedoch, er müsse die Frage zuerst mit dem Ausländerbüro abstimmen Die telefonische Absprache mit dem Ausländerbüro Ging mit einer Fixigkeit vonstatten, die den Vorsitzenden erstaunte Es stellte sich heraus, dass man dort über die Absicht des Herrn Vorland In Lichodejevs Privatquartier zu wohnen bereits unterrichtet war Und nicht das Geringste dagegen einzuwenden hatte Na großartig Und wegen des Geldes seien Sie nicht zimperlich Von wem sollte man es nehmen, wenn nicht von ihm? Vier, 500 Rubel pro Tag Pro Woche dreieinhalbtausend? Ist das etwa ein Betrag? Verlangen Sie fünftausend? Er zahlt Nikanor Ivanovich schmunzelte verlegen Und bemerkte gar nicht, dass er schon am Schreibtisch des Toten stand Wo Karoviev enorm schnell und geschickt einen Vertrag in zwei Exemplaren ausfertigte Damit sauste er ins Schlafzimmer und als er zurückkam, waren beide Exemplare mit dem schwungvollen Namenszug des Ausländers versehen Auch der Vorsitzende unterschrieb den Vertrag Und er erhielt fünf nagelneue Banknotenpäckchen So wie den Pass des Ausländers für die zeitweilige Anmeldung Nikanor verwahrte ihn, nebst Vertrag und Geld in der Aktentasche Und konnte es sich dann nicht verkneifen Verschämt um eine Freikarte zu bitten Aber das ist doch gar kein Problem Wie viele Karten brauchen Sie, Nikanor Ivanovich? Zwölf? Fünfzehn? Na ja, eigentlich zwei für mich und meine Frau Karoviev zückte sofort sein Notizbuch und schrieb Nikanor Ivanovich eine Anweisung auf zwei Freikarten für die erste Reihe aus Dieser Anweisung steckte er Nikanor Ivanovich geschickt mit der linken zu Mit der rechten aber schob er ihm ein dickes, knisterndes Päckchen in die Hand Der Vorsitzende warf einen Blick darauf, lief dunkelrot an und versuchte, das Päckchen zurückzuschieben Ich bitte Sie, das darf doch nicht sein Ich will das nicht hören, bei uns darf das nicht sein, richtig Aber bei den Ausländern darf es sein Sie würden ihn kränken, Nikanor Ivanovich Das wäre unschicklich Sie haben sich doch bemüht Es wird streng bestraft Wo sind denn die Zeugen? Wo sind Sie, frage ich Was fürchten Sie? Und jetzt geschah, wie der Vorsitzende später behauptete, ein Wunder Das Päckchen schlüpfte ganz von selbst in seiner Aktentasche Dann fand sich der Vorsitzende irgendwie geschwächt und zerschlagen im Treppenhaus wieder Und hier traf ihn mit voller Wucht die Frage, wie ist der Dolmetscher eigentlich in das Zimmer gekommen, wo doch die Tür versiegelt war Und wieso hatte er, Nikanor Ivanovich, gar nicht danach gefragt? Kaum hatte er die Wohnung verlassen, da tönte aus dem Schlafzimmer eine Stimme Dieser Nikanor Ivanovich gefällt mir nicht, er ist ein Gaulorn-Speckjäger Lässt es sich nicht einrichten, dass er nicht mehr herkommt Ihr braucht nur zu befehlen, Messerle Und schon war der vermaledeite Dolmetscher in der Diele Wählte eine Nummer und sprach weinerlich in den Hörer Hallo Ich halte es für meine Pflicht zu melden, dass der Vorsitzende unserer Wohngenossenschaft in der Sadova-Jahr 302b Nikanor Ivanovich Bossoy in Devisen spekuliert Im Lüftungsschach der Toilette in seiner Wohnung Nummer 35 Hat er 400 Dollar versteckt In Zeitungspapier gewickelt Hier spricht Timofey Kwassov Mieter der Wohnung Nummer 11 im erwähnten Hause Aber ich bitte inständig, meinen Namen geheim zu halten Ich fürchte die Rache des Vorsitzenden Was weiter in der Wohnung Nummer 50 geschah, ist unbekannt Aber was bei Nikanor Ivanovich geschah, wissen wir Nachdem er sich in seiner Toilette eingeschlossen und den Haken vorgelegt hatte Entnahm er der Aktentasche das Päckchen, das ihn der Dolmetscher aufgedrängt hatte Und stellte fest, dass es 400 Rubel enthielt Er wickelte es in Zeitungspapier und schob es in den Lüftungsschacht Fünf Minuten später saß er in seinem kleinen Esszimmer am Tisch Seine Eheliebste brachte ihm aus der Küche einen appetitlich zerlegten Hering Dick mit gehacktem Zwieblauch bestreut Nikanor Ivanovich goss sich ein Weinglas voll Wodka Trank es aus, goss ein zweites Mal ein, trank Dann spießte er drei Heringshappen auf die Gabel Und in diesem Moment läutete es Gerade trug Pelageya Antonovna eine dampfende Kasserolle herein, bei deren Anblick man sofort erriet, dass da in dickem, feurigem Borssch das lag, was das Leckerste auf der Welt ist, ein Markknochen Verrecken sollt ihr, nicht mal essen kann man Lass keinen rein, ich bin nicht da Wegen der Wohnung kannst du sagen, sie sollen aufhören zu quatschen Nächste Woche machen wir Sitzung Die Gattin eilte in den Flur und Nikanor fischte mit der Schöpfkelle den gespaltenen Markknochen aus dem feuerspeienden See Da traten zwei Männer ins Esszimmer, gefolgt von der kreidebleichen Pelageya Antonovna Bei ihrem Anblick erbleichte auch Nikanor Ivanovich und erhob sich Wo ist der Abtritt? Was ist denn los? Bei uns ist doch nichts Faules in der Wohnung Entschuldigung, darf ich mal die Ausweise sehen? Der eine zeigte Nikanor Ivanovich im Gehen seinen Ausweis Der andere stand schon in der Toilette auf einem Hocker und hatte die Hand im Lüftungsschacht Nikanor Ivanovich wurde schwarz vor Augen Das Zeitungspapier wurde aufgewickelt, aber in dem Päckchen waren keine Rubel Sondern fremdländisches Geld, blau-grün, mit der Abbildung eines alten Mannes Das nahm Nikanor Ivanovich allerdings nur undeutlich wahr Denn vor seinen Augen tanzten bunte Flecke Ah ja, in der Ventilation Hören die Dollar Sehnen? Nein, die haben mir meine Feinde da reingesteckt Ja, ja, sowas kommt vor Das Übrige müssen sie auch abgeben Ja, ich hab doch nichts Ich schwöre bei Gott, ich hab das nie in der Hand gehabt Verzweifelt stürzte der Vorsitzende zur Kommode, riss polternd die Schublade heraus Und holte die Aktentasche hervor, öffnete sie, sah hinein, suchte auch mit der Hand Dann lief er blau an und ließ die Aktentasche in den Borsch fallen In ihr war weder der Brief von Nikodejev noch der Vertrag Weder der ausländische Pass noch das Geld oder die Freikartenanweisung Nichts war da, nur der Zollstock Genossen, nehmt sie fest! Wir haben den Teufel im Hause! Nikanor, gib alles zu, dann kriegst du weniger aufgebrummt Och, du dummes Luder, sei still! Dann erschlaffte er und sank auf einen Stuhl Offenbar entschlossen, sich in das Unvermeidliche zu schicken Fünf Minuten später sahen Hausbewohner den Vorsitzenden in Begleitung von zwei Männern auf den Torweg zugehen Sie erzählten sich später, Nikanor Iwanowitsch habe völlig verstört ausgesehen Er sei taumelnd gegangen, wie ein Betrunkener und habe etwas gemurmelt Zehntes Kapitel Nachrichten aus Yalta Während das Unglück über Nikanor Iwanowitsch hereinbrach befanden sich unweit des Hauses Nummer 302b, ebenfalls in der Sadovaia im Zimmer des Varieté-Finanzdirektors Rimsky zwei Personen Rimsky selbst und der Varieté-Administrator Varenucha Der am Schreibtisch sitzende Rimsky war seit dem frühen Morgen in miserabler Laune Varenucha hingegen kripplich und voller Tatendrang Er fand jedoch kein Ventil für seine Energie Varenucha hatte sich im Zimmer des Finanzdirektors versteckt um den Freikartenjägern zu entrinnen, die ihm das Leben vergifteten Zumal an Tagen, an denen das Programm wechselte Heute war so ein Tag Hör mal, ruf doch den Stjobalichadeev noch mal an Wieso? Wenn er doch nicht zu Hause ist Ich hab schon Karpov hingeschickt Da ist kein Mensch in der Wohnung Mist! Die Tür ging auf und ein Platzanweiser schleppte ein dickes Paket, eben erst fertig gedruckter Plakataufkleber herein Rote Riesenlettern auf grünem Untergrund versprachen Heute und täglich im Varieté-Theater zusätzlich zum Programm Professor Vohland Vorstellung in schwarzer Magie nebst Entlarvung Der Platzanweiser verschwand wieder Varenucha betrachtete einen der Aufkleber Sehr flott fällt ins Auge Also, mir missfällt diese Geschichte Ich wundere mich überhaupt, wie Stjobal eine solche Vorstellung genehmigen konnte Sag das nicht, Grigori Danilovic Das ist raffiniert Der Witz liegt in der Entlarvung Ich weiß nicht Ich glaube, es ist gar kein Witz dabei Immer wieder kommt der Direktor auf solche Ideen Wenn er uns den Magier wenigstens vor gestillt hätte Hast du ihn gesehen? Wo er den wohl ausgebuddelt hat Das mag der Teufel wissen Es stellte sich heraus, dass Varenucha den Magier ebenso wenig gesehen hatte wie Rimsky Gestern war Stjoba wie ein Verrückter mit einem fertigen Vertragsentwurf zu ihm gekommen Und hatte ihn genötigt, gegenzuzeichnen Und Vorland das Geld sofort anzuweisen Der Magier war unsichtbar geblieben Außer Stjoba hatte ihn kein Mensch zu Gesicht bekommen Rimsky zog die Uhr, die schon fünf nach zwei zeigte Und sah nun erst recht rot, unverschämter Stjoba Lekodejev hatte gegen elf angerufen Und angekündigt, er würde in einer halben Stunde kommen Und jetzt blieb er nicht nur weg, sondern war auch aus seiner Wohnung verschwunden Er wird doch nicht unter die Straßenbahn gekommen sein Wie Berlius? Wäre nicht schlecht In diesem Moment trat eine Frau in Uniformjacke, Schirmmütze, schwarzem Rock und flachen Schuhen ein Und brachte ein Blitztelegramm Kaum dass sich die Tür hinter ihr wieder geschlossen hatte Riss Varenucha den Umschlag auf Las den Text, stieß einen Pfiff aus und gab dann Rimsky das Telegramm Aus Yalta an Moskauer Variety Heute halb zwölf erschien bei der Kriminalmiliz ein Braunhaariger in Nachthemd und Hose ohne Schuhe Der Psychopath nennt sich Stjoba Lekodejev, Variety Direktor Dratet Blitz an Kriminalmiliz Yalta Wo? Direktor Lekodejev Du hast noch kurz nach elf mit ihm telefoniert Das ist doch geradezu lächerlich Ob ich mit ihm telefoniert habe oder nicht Er kann doch unmöglich jetzt in Yalta sein Das ist doch lächerlich Er ist besoffen Er ist besoffen Stjoba natürlich Und so einer ist Direktor Es bestand kein Zweifel Das Telegramm aus Yalta kam von einem Hochstapler oder einem Verrückten Aber wo war Stjoba? Und woher kannte der Unbekannte in Yalta seinen Namen? Während Rimsky und Varenucha noch über das Verschwinden des Variety Direktors und das mysteriöse Telegramm nachdachten erschien in der Tür wieder die Postbotin Diesmal brachte sie kein verschlossenes Kuvert, sondern ein Blatt Fotopapier Varenucha stöhnte auf, quittierte mit einem schnell hingeworfenen Schnörkel Und während er noch der eilig abgehenden Postbotin nachblickte, hatte Rimsky das Blatt bereits an sich genommen Auf dem dunklen Untergrund des Fotopapiers zeichneten sich deutlich schwarze, handgeschriebene Zeilen ab Bin durch Hypnose des Magiers Fohland nach Yalta versetzt Hier zum Beweis meine Handschrift, meine Unterschrift Dratet Bestätigung, veranlasst geheime Beobachtung Fohlands, Stjoba Lechadeev Das kann doch nicht wahr sein In den 20 Jahren seines Wirkens an verschiedenen Theatern hatte Varenucha Mannverlei gesehen und erlebt Aber jetzt spürte er, wie sich ein Schleier über seinen Verstand legte Rimsky verschloss die Tür Er entnahm dem Schreibtisch einen Packen Papiere, verglich die dicken, nach links geneigten Buchstaben des Fotogramms Sorgfältig mit den Schriftzeichen in Stjopas Anordnungen, sowie mit seinen Unterschriften, die sich durch einen spiraligen Schnörkel auszeichneten und erbleichte Kein Zweifel, es war Stjopas Schrift Seine Schrift? Ich verstehe es nicht Ich verstehe es einfach nicht Rimsky blickte zum Fenster hinaus und dachte angestrengt nach Er war in einer schwierigen Situation Es war notwendig, jetzt und hier gewöhnliche Erklärungen für ungewöhnliche Erscheinungen zu erfinden Mit verkniffenen Augen stellte er sich vor, wie Stjopas im Nachthemd und ohne Schuhe, heute gegen halb zwölf, in ein nie gesehenes, superschnelles Flugzeug stieg Dann sah er denselben Stjopas ebenfalls um halb zwölf in Socken auf dem Flugplatz in Jalta stehen Eine groteske Vorstellung Und wenn es nicht Stjopas war, mit dem ich heute telefoniert habe? Er war es gewesen Musste es gewesen sein Denn wie hätte Rimsky Stjopas Stimme verkennen können? Doch selbst wenn nicht Stjopa gesprochen hatte, so war er doch erst gestern Abend mit dem blöden Vertrag aus seinem Arbeitsraum in dieses Zimmer hier gekommen Und hatte den Finanzdirektor durch seinen Leichtsinn gereizt Und selbst wenn er gestern Abend abgeflogen war, konnte er heute Mittag noch nicht dort sein Oder doch? Wie viel Kilometer sind es bis Jalta? Eben denke ich darüber nach Bis Sevastopol sind es mit der Eisenbahn ungefähr anderthalb tausend Kilometer Und bis Jalta kommen noch achtzig dazu Auf dem Luftweg sind es natürlich weniger Also, von der Eisenbahn konnte keine Rede sein Aber was kommt sonst in Betracht? Ein Jagdflugzeug Aber wer würde Stjopa ohne Schuhe in ein Jagdflugzeug lassen? Und wozu? Auch mit Schuhen würde man Stjopa nicht in ein Jagdflugzeug lassen Außerdem hat Rimsky ja heute mit ihm telefoniert Angerufen habe ich ihn kurz nach elf Und wenn er sofort nach dem Telefonat zum Flugplatz gefahren ist Dann muss aber das Flugzeug Moment, lass mich rechnen Ja, dann muss also das Flugzeug in fünf Minuten mehr als tausend Kilometer zurückgelegt haben Das wären zwölftausend Stundenkilometer Unmöglich Also ist Stjopa nicht in Jalta Was aber bleibt dann noch? Hypnose Eine Hypnose, die einen Menschen tausend Kilometer weit weg schleudert, gibt es nicht Also bildete er sich ein, in Jalta zu sein Das ist vielleicht möglich Aber sollte die Jalta-Kriminalmiliz es sich auch einbilden Das ist ausgeschlossen Aber was war dann passiert? Rimsky und Varenucha fanden keine Antwort auf ihre Fragen Rimsky packte die Telegramme aus Jalta säuberlich zu einem Päckchen Schob dieses in einen Umschlag Klebte ihn zu Schrieb ein paar Worte darauf Und überreichte ihn Varenucha Bring das persönlich weg, Ivan Zabjelic Sollen die dort draus schlau werden Varenucha schob den Umschlag in seine Aktentasche Dann wählte er für alle Fälle noch einmal Stjopas Nummer Horchte und schnitt freudige und geheimnisvolle Zwinkergrimassen Rimsky merkte auf Kann ich den Artisten Fohland sprechen? Ivan Zabjelic Ich bin ja schrecklich vor, Ihre Stimme zu hören Wie geht's Ihnen? Merci, aber mit wem spreche ich? Mit Korovjev, Fohlands Assistenten und Dolmetscher Ganz zu Ihren Diensten, mein liebwerter Ivan Zabjelic Verfügen Sie nur über mich nach Ihrem Belieben Also? Entschuldigen Sie, ist Stjopan Bogdanovich Lichodejev zu Hause? Bedauere, nicht da Er ist weggefahren Hat gesagt, er will ein bisschen frische Luft schnappen und dann zurückkommen So, merci Seien Sie so nett und bestellen Sie Monsieur Fohland Sein Auftritt ist heute als dritte Abteilung dran Zu Befehl, selbstverständlich Gewiss doch, sofort Wird's ausrichten Und toi, toi, toi Valenochal legte auf und wandte sich mit wütender Miene an Rimsky, den Finanzdirektor des Varietés Der das Telefonat mit zunehmender Spannung verfolgt hatte Natürlich Ich hab's ja gesagt Nichts ist mit Yalta Er ist ins Grüne gefahren Wenn, dann ist das eine unbeschreibliche Sauerei Ich hab's In Puschkino ist eine Pastetenbude, Yalta, eröffnet worden Jetzt ist mir alles klar Da ist er hingefahren, hat sich volllaufen lassen Und schickt von dort Telegramme Na, warte Diese Spazierfahrt wird Ihnen teuer zu stehen kommen Ja, aber die Telegramme Von der Kriminalmiliz in Yalta Ach, Quatsch Das sind alles seine Späße Soll ich den Umschlag trotzdem wegbringen? Na, unbedingt In diesem Moment ging die Tür auf und die Telegramm bot den Draht ein Schon wieder, dachte Rimsky traurig Beide erhoben sich Diesmal lautete das Telegramm Dank für Bestätigung Stopp Bitte telegrafisch 500 Rubel an Kriminalmiliz senden Stopp Eintreffe morgen per Flugzeug Stopp Lichadejew Rimsky klirrte mit dem Schlüssel Entnahm dem Panzerschrank Geld Zählte 500 Rubel ab Klingelte Gab der Botin das Geld Und schickte sie zum Telegrafenamt Ich bitte dich Grigori Danilovic Das hat bestimmt keinen Zweck Er ist einfach übergeschnappt Dann kommt das Geld eben zurück Und er wird sich für diesen Ausflug zu verantworten haben Gefall los Ivan Sabielic Und treufele nicht Darenuja nahm die Aktentasche Und stieg hinunter ins Erdgeschoss Er sah die endlose Schlange Vor der Vorverkaufskasse Und erfuhr von der Kassiererin Dass sie in etwa einer Stunde ausverkauft sein werde Weil das Publikum nur so herbeiströme Seit die Plakate aushing Er befahl ihr Die 30 besten Logen und Parkettplätze zurückzuhalten Und nicht zu verkaufen Dann verließ er eilends die Kasse Entkam im Laufschritt Den aufdringlichen Freikartenjägern Und schlüpfte in sein Zimmer Um seine Mütze zu holen In diesem Moment rasselte das Telefon Hallo Hallo Ivan Savieliewicz Ist nicht hier Spielen Sie nicht den Dummkopf Ivan Savieliewicz Und hören Sie zu Sie werden die Telegramme nirgendwo hinbringen Und keinem zeigen Wer spricht da? Lassen Sie diese Scherze Bürger Varenucha Verstehst du Russisch? Du wirst die Telegramme nirgendwo hinbringen Ich warme Sie Lassen Sie sofort diese Scherze Sie werden's büßen Dann verstummte er Denn er spürte, dass ihm niemand mehr zuhörte In dem kleinen Arbeitszimmer wurde es auffallend schnell dunkel Varenucha lief hinaus Warf die Tür zu Und eilte durch einen Seitengang in den Sommergarten Eine gelbbäuchige Gewitterwolke kroch niedrig über Moskau hin In der Ferne grummelte es So sehr Varenucha eilte Es drängte ihn, für einen Moment die Sommertoilette aufzusuchen Um im Vorbeigehen nachzuschauen, ob der Elektriker die Lampe vergittert hatte Der war ein zuverlässiger Mann und die Birne an der Decke der Herrentoilette war mit einem Metallgitter geschützt Eines aber betrübte den Administrator, selbst im Gewitter dunkel war zu erkennen, dass die Wände schon wieder mit Kohle und Bleistift vollgekritzelt waren Vor sich hin schimpfend drehte er sich um Und stieß beinahe mit einem Dickwanz zusammen, der ein Katzengesicht zu haben schien Sind Sie Ivan Zawelic? Ja, aber wer zum Teufel? Bevor Varenucha noch seinen Satz beenden konnte, holte der katerartige Dickwanst aus Und versetzte dem Administrator eine solche Ohrfeige, dass dies in die Mütze vom Kopf flog und in der Klosettöffnung verschwand Der Schlag des Dickwanstes löste am Himmel einen Donnerknall und einen sekundenlang zuckenden Lichtstrahl aus, der die ganze Toilette grell erleuchtete Dann blitzte es nochmals und vor Varenucha erschien eine zweite Gestalt Ein kleiner Mann mit Athletenschultern und feuerrotem Haar Das eine Auge hatte den grauen Starr und aus dem Mund ragte ein Hauer Dieser zweite versetzte dem fassungslosen Administrator eine weitere Ohrfeige Als Antwort darauf donnerte es abermals und aufs Holzdach des Toilettenhäuschens prasselte ein Sturzregen nieder Was hast du da in der Aktentasche, du Schmarotzer? Die Telegramme? Oh Bist du nicht telefonisch gewarnt worden, du sollst sie nirgendwo hinbringen? Ich frage dich, bist du gewarnt worden? Ich bin... Ich bin... Gewar... Gewarnt... Ja... Und trotzdem bist du losgelaufen Gib die Tasche her, du Schwein Kein Zweifel, das war dieselbe Neselstimme, die Varenucha am Telefon gehört hatte Der Mann riss ihm die Aktentasche aus den schlotternden Händen Dann packten die beiden den Administrator bei den Armen, schleiften ihn durch den Sommergarten und rasten mit ihm die Sadovaja entlang Das Gewitter tobte mit voller Kraft, brausend und heulend schoss das Wasser in die Gullis Von den Dächern stürzte das Wasser neben den Regenrinnen herab Aus den Toreinfahrten liefen gistende Ströme Alles Lebende war von der Sadovaja verschwunden und niemand war da, der Varenucha hätte beistehen können Durch die trüben Flüsse hüpfend und von den Blitzen beleuchtet, schleppten die Banditen den halbtoten Administrator sekundenschnell zum Haus 302b Sausten mit ihm in den Torweg hinein, wo sich zwei barfüßige Frauen, Schuhe und Strümpfe in den Händen an die Wand drückten Und stürmten im sechsten Aufgang zum vierten Stock hinauf Der dem Irrsinn nahe Varenucha wurde in der halbdunklen Diele der ihm wohlbekannten Wohnung Stjopalichodejevs zu Boden geworfen Die beiden Räuber verschwanden und statt ihrer erschien im Flur eine splitternackte Frauensperson mit rotem Haar und schillernden Augen Varenucha, der ahnte, dass dies das Schlimmste von allem war, wich stöhnend zur Wand Das Wesen trat dicht an ihn heran und legte ihm die Hände auf die Schultern Varenuchas Haare standen steil in die Höhe, denn selbst durch die kalte, pitschnasse Russenbluse fühlte er, dass diese Hände noch kälter, ja kalt wie Eis waren Komm, lass dich küssen Die glitzernden Augen der Frau waren dicht vor seinem Gesicht Da verlor Varenucha das Bewusstsein und spürte den Kuss nicht mehr Elftes Kapitel Die Spaltung Ivans Der Wald am anderen Flussufer, noch vor einer Stunde von der Maisonne beschienen, trübte sich, verfloss und löste sich auf In dichtem Schleier strömte vorm Fenster das Wasser nieder Am Himmel zuckten fortwährend Glutfäden auf Und das Zimmer des Kranken füllte sich mit trügerischem, furchteinflößendem Licht Ivan, der auf dem Bett saß und zum trüb brodelnden Fluss blickte Schrie bei jedem Donnerschlag kläglich auf und barg das Gesicht in den Händen Die vollgeschriebenen Papierblätter lagen am Fußboden Der Wind, zu Beginn des Gewitters hereingeweht, hatte sie heruntergefegt Die Versuche des Lyrikers, eine Erklärung über den gefährlichen Konsultanten Und die Vorfälle an den Patriarchenteichen abzufassen, sollten zu nichts führen Kaum hatte er von der dicken Arztgehilfin Praskovia Fjodorowna Papier und einen Bleistiftstummel erhalten Da rieb er sich geschäftig die Hände und setzte sich ungesäumt ans Tischchen Der Anfang geriet ihm ziemlich forsch An die Miliz Vom Mitglied der Masolit, Ivan Nikolajewitsch Bersdomny Erklärung Gestern Abend ging ich mit dem Verstorbenen M. A. Berlioz zu den Patriarchenteichen Doch schon stockte der Lyriker, hauptsächlich wegen des Wortes Verstorbenen Während Lackern Widersinn, wie denn, mit dem Verstorbenen war er gegangen Verstorbene können doch nicht gehen Wirklich, am Ende hielt man ihn noch für verrückt Er änderte das Geschriebene und nun stand da Mit M. A. Berlioz, der bald danach verstarb Nein, auch nicht Mit Berlioz, der unter die Straßenbahn geriet Schließlich strich Ivan alles durch und beschloss mit etwas sehr Wirkungsvollem zu beginnen Um von Anfang an die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln Also beschrieb er, wie der Kater die Straßenbahn bestieg Und brachte erst dann die Episode mit dem abgetrennten Kopf Der Kopf und die Vorhersage des Konsultanten führten ihn dann natürlich zu Pontius Pilatus Und zwecks größerer Überzeugungskraft beschloss er, die ganze Erzählung über den Prokurator wiederzugeben Angefangen damit, wie dieser, angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang, im überdachten Säulengang des Herodespalastes erschien Ivan armeitete eifrig strich aus, setzte neue Wörter ein und versuchte sogar Pontius Pilatus zu zeichnen und auch den Kater Wie er auf den Hinterpfoten läuft Aber die Zeichnungen halfen nicht Und die Erklärung des Lyrikers wurde je länger, desto wirrer und unverständlicher Als aus der Ferne die furchteinflößende Wolke mit den qualmenden Rändern heranschwebte und den Wald zudeckte Und als der Wind einsetzte und bis Domneys mühsam beschriebene Blätter durcheinanderwirbelte Verließen ihn endgültig die Kräfte Er erkannte, dass er mit dieser Erklärung einfach nicht zurande kam So hob er die weggeflogenen Blättern nicht mehr auf und begann leise zu weinen Die gutmütige Arztgehilfin Plaskovia Fjodorowna besuchte den kranken Poeten während des Gewitters Sorgte sich, als sie ihn weinen sah Schloss den Vorhang, damit die Blitze ihn nicht mehr erschreckten Hob die Blätter vom Fußboden auf und lief damit aus dem Zimmer, um den Arzt zu holen Der kam, machte Ivan eine Injektion in den Arm und versicherte ihm Er werde jetzt nicht mehr weinen Alles werde vergehen, sich ändern und er werde vergessen Der Arzt sollte Recht behalten Die Schwermut verließ ihn Und als das Gewitter aufhörte, lag er still da und betrachtete den Regenbogen, der sich über den Himmel schwang Ivan bemerkte gar nicht, dass es Abend wurde und der Regenbogen zerfloss Ein trauriges, fahles Licht überzog den Himmel Der Wald wurde schwarz Nachdem er reichlich heiße Milch getrunken hatte, legte er sich wieder hin und staunte, wie seine Gedanken sich veränderten Der verfluchte Teufelskater nahm in der Erinnerung freundlichere Züge an Der abgefahrene Kopf war nicht mehr so grässlich Ivan schob den Gedanken daran beiseite und überlegte, dass es doch eigentlich in der Klinik gar nicht so schlecht sei Stravinsky ist ein kluger Kopf und eine Berühmtheit und es ist durchaus angenehm, mit ihm Umgang zu pflegen Das Haus des Leides entschlief In den stillen Korridoren erloschen die mattweißen Birnen und statt ihrer glimmten vorschriftsmäßig die schwachen blauen Nachtlämpchen auf Immer seltener hörte man vor den Türen die vorsichtigen Schritte der Arztgehilfenen auf dem Gummiläufer des Korridors In süßer Mattigkeit lag Ivan jetzt da und schaute bald auf die Lampenglocke, wie weiches Licht von der Decke riesen ließ, bald auf den Mond, der hinter dem schwarzen Wald aufging Warum habe ich mich eigentlich so aufgeregt, dass Berlios unter die Straßenbahn gekommen ist? Weg mit Schaden Wirklich, bin ich mit ihm verwandt oder verschwägert? Wenn man diese Frage gehörig ventiliert, stellt sich heraus, dass ich den Toten nicht mal richtig gekannt habe Aber in der Tat, was weiß ich von ihm? Nichts, außer, dass er eine Glatze hatte und unglaublich redegewandt war Wieso bin ich nur über diesen geheimnisvollen Konsultanten, Magier und Professor mit dem leeren, schwarzen Auge dermaßen in Wut geraten? Was sollte die dumme Verfolgungsjagd in Unterhosen und mit einer Kerze in der Hand? Was sollte das Affentheater im Restaurant? Aber, 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 sagte plötzlich der frühere Ivan streng zum jetzigen Ivan Und es blieb ungewiss, ob er von innen zu ihm sprach oder ihm von außen ins Ohr flüsterte Er hat immerhin vorher gewusst, dass Berlioz der Kopf vom Rumpf getrennt würde Wie soll man sich da nicht aufregen? Ach was! Worum, Genossen, geht's denn eigentlich? Der Mann hat Pontius Pilatus persönlich gekannt Was wollen Sie noch? Statt an den Patriarchenteichen so blöde Krach zu schlagen Wäre es da nicht viel klüger gewesen, ihn höflich zu fragen, was weiter mit Pilatus und dem verhafteten Annosri passierte? Und ich hab mich weiß der Teufel womit beschäftigt Das ist auch ein Ereignis, der Tod eines Chefredakteurs unter der Straßenbahn Geht etwa die Zeitschrift deswegen ein? Was soll's? Der Mensch ist sterblich Und wie ganz richtig gesagt wurde, stirbt er manchmal sehr plötzlich Na, Friede seiner Asche Sie werden einen anderen Chefredakteur einsetzen Und der wird vielleicht noch redegewandter sein als der bisherige Nachdem der neue Ivan ein Weilchen gedöst hatte, sagte der Alte lauernd Wie also habe ich mich bei der ganzen Sache benommen? Wie ein Idiot! Das sagte deutlich eine Stimme, die der des Konsultanten äußerst ähnlich klang Ivan, den das Wort Idiot keineswegs kränkte, sondern sogar angenehm verwunderte, schmunzelte im Halbschlaf Der Schlaf übermannte ihn, schon gaukelte vor ihm eine Palme mit Elefantenbeinen Und der Kater wandelte vorüber, nicht angsterregend, sondern vergnügt Kurz und gut, im nächsten Moment wäre Ivan fest eingeschlafen Wenn nicht plötzlich lautlos das Gitter zur Seite geglitten Und auf dem Balkon eine geheimnisvolle Gestalt erschienen wäre Ohne im geringsten erschrocken zu sein, setzte Ivan sich im Bett auf Und sah einen Mann auf dem Balkon stehen Dieser Mann legte den Finger an die Lippen und zischte Psst! Zwölftes Kapitel Die schwarze Magie und ihre Entlarvung Ein kleiner Mann mit löchriger gelber Melone und himbeerroter Birnennase Mit karierten Hosen und Lackschuhen kam mit einem gewöhnlichen Zweirad auf die Varietébühne geradelt Zu den Klängen eines Foxtrotts beschrieb er einen Kreis Und stieß dann ein Siegesgeheul aus, von dem sich das Veloziped aufbäumte Nur auf dem Hinterrad fahrend, ließ er die Füße oben kreisen Und brachte es dabei fertig, das Vorderrad abzuschrauben und in die Kulissen zu trudeln Dann setzte er seine Fahrt auf dem Hinterrad fort und kurbelte die Pedale mit den Händen Auf einem hohen Metallmast, oben ein Sattel und unten ein kleines Rad Rollte eine üppige Blondine in Trikot und einem Röckchen, das mit Silbersternen besetzt war, auf die Bühne und fuhr am Kreise Jedes Mal, wenn der Mann ihr begegnete, stieß er Begrüßungsrufe aus und nahm mit den Füßen die Melone ab Zu guter Letzt rollte ein etwa achtjähriger Bengel mit Greisengesicht herein Und flitzte auf einem winzigen Zweirad, an dem eine gewaltige Autohupe befestigt war, zwischen den Erwachsenen einher Nachdem die Gesellschaft ein paar Achten gefahren hatte, rollte sie unter Trommelwirbel des Orchesters bis unmittelbar zur Rampe So dass die Zuschauer in den ersten Reihen mit Schreckensrufen zurückprallten Weil sie glaubten, die drei würden samt ihren Rädern ins Orchester stürzen Aber die Fahrräder blieben genau in dem Moment stehen, als die Vorderräder schon abzurutschen und auf die Köpfe der Musiker zu fallen drohten Mit dem lauten Ruf »Ab« sprangen die Artisten von den Beluzipäden und verbeugten sich Wobei die Blondine dem Publikum Kusshände zuwarf und der Bengel seiner Hupe einen komischen Ton entlockte Beifall erschütterte das Marieté Der blaue Vorhang schloss sich von rechts und links Die grünen Lichter mit der Aufschrift »Ausgang« an den Türen erloschen Und unter der Kuppel flammten sonnengleich die weißen Lampenglocken auf Es war die Pause vor der letzten Abteilung Der einzige, den die Radfahrkünste der Familie Giulli überhaupt nicht interessierten, war der Finanzdirektor Grigori Danilowitsch Rimsky saß völlig einsam in seinem Zimmer und nagte an den dicken Lippen Und immer wieder verzerrte ein Krampf sein Gesicht Nach dem Varieté-Direktor Stjopalichodejev war nun unvorhergesehenerweise auch der Administrator Varenocha verschwunden »Einfach verschwunden? Beide!« Merkwürdig! Der sachliche Finanzdirektor, für den es das Einfachste gewesen wäre, die Dienststelle anzurufen, zu der Varenocha gegangen war und zu fragen, was los sei, konnte sich bis zehn Uhr abends nicht dazu entschließen Erst dann nahm er mit Selbstüberwindung den Hörer ab und stellte fest, dass die Telefonleitung tot war Während über seinem Kopf ein rotes Lämpchen aufleuchtete und flackernd den Beginn der Pause signalisierte, teilte ein Bote mit, dass der ausländische Artist eingetroffen sei Der Finanzdirektor gab sich einen Ruck, finsterer als eine Gewitterwolke ging er in die Kulissen, um den Gast zu begrüßen, denn sonst war keiner da, der das hätte tun können Vom Korridor, wo schon die Signalglocken bimmelten, linsten unter diversen Vorwänden Neugierige in die große Gandrobe Darunter waren Taschenspieler in leuchtend buntem Kostüm und mit Turban, ein Rollschuhläufer in weißem Pullover, der bleich gepuderte Confoncier und der Maskenbildner Der berühmte Gast verblüffte jeder Mann durch einen Frack von nie gesehener Länge und fantastischem Schnitt und dadurch, dass er eine schwarze Halbmaske trug Am erstaunlichsten aber waren die beiden Begleiter des schwarzen Magiers Ein langer Kerl mit kariertem Jäckchen und gesprungenem Zwicker und ein fetter schwarzer Kater, der die Garderobe auf den Hinterpfoten betrat, lässig auf dem Sofa Platz nahm und zu den kahlenen Schminklämpchen hinaufblinzelte Rimsky zwang ein Lächeln auf sein Gesicht, das es noch saurer und grimmiger erscheinen ließ und wechselte eine Verbeugung mit dem schweigsamen Magier, der neben dem Kater auf dem Sofa saß Einen Händedruck gab es nicht Dafür stellte sich ihm der Karierte munter als dem Herrn sein Assistent vor Das verwunderte den Finanzdirektor Ja, es befremdete ihn, denn im Vertrag stand kein Wort von einem Assistenten Sehr trocken und gezwungen erkundigte sich Rimsky bei dem Karierten, wo die Requisiten des Artisten seien Siehe unser himmlisches Schmuckstück, unser kostbarer Herr Direktor Unsere Requisiten haben wir immer bei uns Hier sind sie Eins, zwei, drei Mit seinen knotigen Fingern fuchtelte er vor Rimsky's Augen und zog dann plötzlich hinterm Ohr des Katers die goldene Taschenuhr hervor, die der Finanzdirektor zuvor unter dem zugeknöpften Jackett in der Westentasche an der Kette getragen hatte Rimsky griff sich unwillkürlich an den Bauch Die Anwesenden ließen ein Ah hören und der Maskenbildner an der Tür ächzte beifällig Ihre Uhr bitte in Empfang zu nehmen Mit weltmännischem Grinsen reichte Karoviev dem verwirrten Rimsky auf schmutziger Hand dessen Eigentum zurück Nun erhob sich der Kater vom Sofa, trat aufrecht zur Spiegelkonsole, zog mit der Vorderpfote den Stöpsel aus der Karaffe, schenkte Wasser ins Glas, trank, pflanzte den Stöpsel wieder in den Karaffenhals und wischte sich mit einem schminklappen den Bart Jetzt machte niemand mehr Ah, nur alle Münder standen sperrangelweit offen In diesem Moment bimmelte es zum dritten Mal und alles strömte aufgekratzt und im Vorgeschmack interessanter Darbietungen aus der Garderobe Die Lampen im Zuschauerraum erloschen, die Rampe erstrahlte und warf einen rötlichen Schein auf den unteren Vorhangsaum Und im beleuchteten Spalt des Vorhangs erschien vor dem Publikum ein dicker Mann, vergnügt wie ein Kind, mit glatt rasiertem Gesicht, zerdrücktem Frack und schmuddeligem Hemd Es war der in ganz Moskau wohlbekannte Confrancier Georges Bengalski Also, meine Damen und Herren, vor Ihnen erscheint jetzt der... Moment noch, Moment noch... Oh, ich sehe, dass nach der dritten Pause noch mehr Leute gekommen sind Wir haben ja die halbe Stadt hier, ha! Trette ich doch neulich einen Freund und sagte ihm, warum kommst du nicht zu uns? Gestern war die halbe Stadt da Und er meint, ich wohne in der anderen Hälfte, ha! 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 Bengalski machte eine Pause und erwartete ein donnerndes Gelächtern, aber da keiner lachte, fuhr er fort Also, meine Damen und Herren, vor Ihnen erscheint jetzt der berühmte ausländische Artist Monsieur Fonand mit einer Vorstellung in schwarzer Magie Nun, Sie und ich, wir wissen natürlich, dass es keine Magie gibt und dass das nichts anderes ist als Aberglauben Maestro Fonand freilich beherrscht die Technik der Tricks in hohem Grade, was wir aus dem interessantesten Teil seiner Darbietung ersehen werden Das heißt, aus der Entlarvung dieser Technik Und da wir alle ebenso für die Technik wie für ihre Entlarvung sind, darf ich jetzt bitten, Monsieur Fonand Nachdem Bengalski den ganzen Unsinn dahergeschwarzt hatte, legte er die Hände gegeneinander und schwenkte sie grüßend zum Vorhang, der davon surrend auseinanderging Der Auftritt des Magiers und seines langen Assistenten samt dem Kater, der die Bühne auf den Hinterpfoten betrat, kam beim Publikum gut an Einen Sessel, befahl Vorland halblaut Und im selben Moment stand, unbekannt wie und woher, ein Sessel auf der Bühne, in dem der Magier Platz nahm Liebenswürdiger Fagott, was meinst du? Die Moskauer Bevölkerung hat sich doch beträchtlich verändert So ist es, Messerich Die Städte haben sich sehr verändert, äußerlich, behaupte ich, wie übrigens auch die Stadt selbst Von der Kleidung will ich ja nicht reden, aber da sind jetzt auf einmal diese, wie heißen sie gleich, äh, diese Straßenbahnen, Automobile Ja, äh, ja, und die Autobusse Das Publikum lauschte diesem Gespräch aufmerksam, denn es sah darin das Vorspiel der Zaubertricks In den Kulissen wimmelte es von Artisten und Bühnenarbeitern und zwischen ihnen war das angespannte, bleiche Gesicht von Rimsky zu sehen Die Physiognomie des Konfranciers Bengalsky, der seitlich auf der Bühne saß, zeigte Bestürzung Der ausländische Artist bringt seine Begeisterung für Moskau zum Ausdruck, das in technischer Hinsicht gewachsen ist, aber auch für die Moskauer Habe ich Begeisterung ausgedrückt? In keiner Weise, Messere Ihr habt keinerlei Begeisterung ausgedrückt Von der Galerie plätscherte ein kurzer Lacher In den Kulissen warf man sich Blicke zu und zuckte die Achseln Bengalsky zuckte zusammen und stand puterrot da Rimsky war bleich Völlig richtig, besten Dank Weit mehr interessiert mich die wichtige Frage Haben sich diese Städter innerlich verändert? Ja, ja, das ist eine überaus wichtige Frage, gnädiger Herr Aber wir haben uns festgeplaudert, lieber Fagott, das Publikum beginnt sich zu langweilen Zeige uns fürs Erste etwas möglichst Einfaches Fagott und der Kater stellten sich zu beiden Seiten der Bühne auf Fagott schnippte mit den Fingern, rief flott, drei, vier, griff aus der Luft ein Spiel Karten, mischte es und schwirrte es als langes Band dem Kater zu Der fing das Band auf und schwirrte es zurück Die atlasmeiße Kartenschlange schnurrte, Fagott sperrte den Mund auf wie ein Nestling und verschluckte Karte um Karte Der Kater verbeugte sich und machte einen Kratzfuß, was ihm ungeheuren Beifall eintrug Das Kartenspiel, meine sehr verehrten Damen und Herren, befindet sich jetzt in der siebenten Reihe Bei dem Bürger Patschewski Es steckt zwischen einem Dreirubelschein und einer gerichtlichen Vorladung in Sachen Alimente für die Bürgerin Selkova Im Parkett entstand Bewegung, die Zuschauer reckten die Hälse und schließlich holte ein Mann, der tatsächlich Patschewski hieß, knallrot vor Verlegenheit, das Kartenspiel aus der Brieftasche und hielt es empor, denn er wusste nicht, was er damit anfangen sollte Behalten Sie es zum Andenken Sie hatten ja völlig recht, als Sie gestern beim Abendbrot sagten, das Leben in Moskau wäre unerträglich, wenn es nicht Poker gäbe Die Zuschauer wurden unruhig Einer behauptete, für alle vernehmlich, dass dieser Patschewski sicher zu denen auf der Bühne gehöre Karoviev alias Fagott konterte Meinen Sie? Dann gehören Sie auch zum Verein, denn Sie haben das Kartenspiel in der Tasche Die Zuschauer im Parkett wandten die Köpfe nach oben Der Zuschauer griff in seine Tasche, hielt aber bestürzt inne, als er erkannte, dass das Päckchen, welches er in der Hand hielt, keineswegs ein Kartenspiel war, sondern lauter zehn Rubelscheine Die mit einem Streifband der Bank mit der Aufschrift 1000 Rubel umwickelt waren Die Nachbarn drängten sich zu ihm, er aber glaubte verdattert mit dem Fingernagel an der Banderole, um zu ergründen, ob die zehn Rubelscheine echt oder verhext wären Als sie sich von der Echtheit des Geldes überzeugt hatten, rief einer von ihnen aus Wahrhaftig echt! Richtige Zehnerscheine! Oh, so ein Spielchen können Sie mit mir auch machen! Er erweckt Pläsier! Aber warum nur mit ihnen? Jeder wird eifrig mitmachen! Alles schaut nach oben! Eins, zwei, drei! In seiner Hand war plötzlich eine Pistole Ein Blitz zuckte auf, es brummste und sofort flatterten aus der Kuppel zwischen den Trapezen hindurch weiße Papiere in den Saal Sie drehten sich, segelten zur Seite, landeten auf der Galerie, im Orchester und auf der Bühne Gleich darauf erreichte der Geldregen, der immer dichter wurde, die Parkettreihen und die Zuschauer haschten nach den Scheinen Du bist aber heute wieder großzügig! MAU! Man tut, was man kann! Hunderte von Händen reckten sich hoch, die Zuschauer hielten die Scheine gegen die erleuchtete Bühne und sahen die echten Wasserzeichen Auch der Geruch ließ keinen Zweifel Es war der unvergleichlich reizvolle Geruch frisch gedruckten Geldes Die Erregung schwoll an und niemand weiß, was aus all dem geworden wäre, wenn nicht Vergott den Geldregen gestoppt hätte, indem er plötzlich in die Luft pustete Zwei junge Burschen wechselten vergnügt vielsagende Blicke, erhoben sich und strebten schnurstracks der Theaterkantine zu Das Theater summte, die Zuschauer hatten aufgeregte, glänzende Augen Ja, niemand weiß, was aus all dem geworden wäre, wenn nicht Bengalski sich aufgerafft und in Bewegung gesetzt hätte Meine Damen und Herren, was wir soeben gesehen haben, das ist ein Fall von sogenannter Massenhypnose Ein rein wissenschaftliches Experiment und ein vorzüglicher Beweis, dass es in der Magie keine Wunder gibt Wir bitten nun den Maestro Fohland, uns dieses Experiment zu erklären Sie, meine Damen und Herren, werden feststellen, dass die vermeintlichen Geldscheine ebenso plötzlich wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind Natürlich nicht Das ist ein Fall von sogenanntem Blödsinn Die Geldscheine, meine Damen und Herren, sind echt Dieser Confrancier übrigens steckt seine Nase ungebeten in Dinge, die ihn nichts angehen Und schmeißt uns mit seinen verlogenen Bemerkungen die ganze Vorstellung Was sollen wir mit ihm machen? Aus dem Saal rief es, den Kopf abreißen Aua Was haben Sie gesagt? Den Kopf abreißen? Das ist eine Idee Behemoth, du alter Kater, mach du das Eins, zwei, drei Etwas ganz Unerhörtes geschah Der schwarze Kater sträubte das Fell und miaute Ohren zerreißend Dann duckte er sich pantergleich, sprang Bengalski gegen die Brust und von hier auf den Kopf Laut knurrend krallte er die puschligen Pfoten in die schüttere Haartracht des Confranciers Heulte wild auf und riss mit zwei Drehungen den Kopf von dem dicken Hals los Die zweieinhalbtausend Menschen im Theater schrien wie mit einer Stimme auf Das Blut aus den zerrissenen Halsarterien spritzte in dicken Strahlen hoch und tränkte Vorhemd und Frack Der enthauptete Körper machte mit den Füßen ein paar plumpe Scharbewegungen und sank sitzend zu Boden Im Saal gelten hysterische Frauen schreien Der Kater reichte den Kopf vergott Der hob ihn an den Haaren hoch und zeigte ihn dem Publikum Und der Kopf schrie verzweifelt, dass es durchs Theater halte Einen Arzt! Wirst du wieder solchen Blödsinn quatschen? Nun? Nie wieder Der Karierte wandte sich an den Magier Vorland, der während des ganzen Geschehens stumm auf der Bühne gesessen und die Vorgänge mit spöttischem Interesse verfolgt hatte Was befehlt ihr Messere? Hm Sie sind Menschen wie andere auch Sie lieben das Geld Aber das war schon immer so Die Menschheit liebt das Geld Egal woraus es gemacht ist Aus Leder oder Papier Aus Bronze oder Gold Ein bisschen leichtsinnig sind sie vielleicht, warum auch nicht Manchmal klopft Barmherzigkeit in ihrer Brust Gewöhnliche Menschen erinnern an die von früher Bloß die Wohnungsfrage hat sie verdorben Setzt ihm den Kopf wieder auf Der Kater zielte sorgfältig und stupste den Kopf auf den Hals Und er saß wieder an seiner Stelle, als wäre er nie abgewesen Und das Schönste, nicht mal eine Narbe war am Hals zu sehen Mit den Pfoten wedelte der Kater über Bengalskis Frack und Plaston und die Blutspuren verschwanden Fagott stellte den sitzenden Bengalski auf die Beine Und schob ihm ein Päckchen Zehnerscheine in die Fracktasche Verschwinden Sie! Ohne Sie ist es lustiger Jetzt, nachdem wir diesen Widerling abgeschoben haben Wollen wir ein Damenatelier eröffnen Sofort bedeckte sich die Bühne mit Perser-Teppichen Mächtige Spiegel ragten, seitlich von hellgrünen Röhren beleuchtet Und zwischen den Spielen standen Vitrinen, in denen die fröhlich verblüfften Zuschauer Pariser Damenkleider verschiedener Farben und Schnitter erblickten In weiteren Vitrinen erschienen hunderte von Damenhüten Mit und ohne Feder, mit und ohne Schnalle Ferner hunderte von Schuhen Schwarz, weiß, gelb, aus Leder, aus Atlas, aus Wildleder Mit Riemchen und mit Steinchen Zwischen den Schuhen standen Kästchen, in denen Parfümflakons glitzerten Es gab Berge von Handtaschen, aus Antilopenhaut, aus Wildleder, aus Seide Und dazwischen lagen haufenweise längliche Goldhülsen Wie sie für Lückenstifte verwendet werden Wir tauschen alte Kleider und Schuhe um Hier gibt es die neuste Pariser Mode Darf ich bitten? Keine Schüchternheit Keine fiese Matenten Voila, Chanel Nummer 5 Mitsuko, Narcisse Noir Abendroben, Cocktailkleider Miau Der Kater vollführte Kratzfüße Und machte mit der Vorderpfote die einladenden Gesten eines türöffnenden Portiers Das Publikum geriet in Wallung Doch noch wagte sich keiner auf die Bühne Endlich erhob sich eine Brünette aus der 10. Parkettreihe von ihrem Platz Lächelte, als sei ihr alles Schnurz und Schnuppe Schritt den Gang entlang und betrat über die Seitentreppe die Bühne Bravo! Ich grüße die erste Kundin Behemoth, einen Sessel Beginnen wir mit den Schuhen, Madame Die Brünette setzte sich in den Sessel Und sofort häufte Fagott einen Berg Schuhe vor ihr auf den Teppich Sie zog den rechten Schuh aus, passte einen hellblauen Modellschuh an, stampfte auf den Teppich Betrachtete den Absatz Werden Sie auch nicht drücken? Ich bitte Sie, was reden Sie da? Miau! Gut, dann nehme ich dieses Paar, Monsieur Ihre alten Schuhe wurden hinter den Vorhang geschmissen Und dort verschwand auch sie selber in Begleitung Fagots, der mehrere Modellkleider auf Bügeln trug Der Kater half geschäftig, er hatte sich aus Wichtigtuerei und Zentimetermaß um den Hals gehängt Bald trat die Brünette wieder vor den Vorhang, so elegant, dass ein Seufzer durch die Zuschauer ging Die beherzte Frau, erstaunlich verschönt, stellte sich vor den Spiegel, bewegte die entblößten Schultern Berührte die Haare im Nacken und verbog sich, um den Rücken im Spiegel zu sehen Meine Firma bittet Sie, diesen Parfumflacon zum Andenken mitzunehmen Merci Nun war der Bann gebrochen, und von allen Seiten strönten Frauen auf die Bühne Verschwanden hinterm Vorhang, ließen ihre Kleider dort und kamen in neun wieder zum Vorschein Auf Hockern mit vergoldeten Beinen saß eine ganze Reihe von Damen, die mit neu beschuten Füßen energisch auf den Teppich stampften Fagott kniete vor ihnen, hantierte mit einem metallenen Schuhanzieher Und der Kater ächzte unter Bergen von Schuhen und Handtaschen, die er von der Vitrine zu den Hockern Und zurückschleppte Dann erklärte Fagott, in Anbetracht der vorgerückten Zeit werde der Laden bis zum nächsten Abend geschlossen Und zwar in genau einer Minute Da erhob sich auf der Bühne ein unglaubliches Getümmel Frauen rafften ohne Anprobeschuhe Eine brach wie ein Wirbelsturm hinter den Vorhang, warf dort ihr Kostüm ab und eignete sich das erste beste Kleidungsstück an Einen Seidenkittel, den gewaltige Blumensträuße schmückten Überdies schnappte sie zwei Parfümflakons Genau nach einer Minute krachte ein Pistolenschuss Die Spiegel verschwanden Ebenso die Vitrinen und die Hocker Und der Teppich wie der Vorhang lösten sich in nichts auf Als letztes verschwand der riesige Berg alter Kleider und Schuhe Und die Bühne sah nüchtern, leer und kahl aus wie zuvor Und noch bevor sich das aufgeregte Publikum von der Überraschung erholt hatte Und auf die Idee kam zu protestieren Kam der Kater zur Rampe gesprungen und blaffte durchs Theater Die Vorstellung ist beendet Maestro, klamauken Sie einen Marsch Miau Der schon halb verrückte Kapellmeister fuchtelte ohne Sinn und Verstand mit seinem Stab Und die Kapelle legte los Sie spielte nicht, dröhnte nicht, schmetterte nicht Sondern sie klamaukte nach dem gemeinen Ausdruck des Katers Einen unwahrscheinlichen, an Frechheit nicht zu überbietenden Marsch Und für einen Moment schien es, als habe man sie in einem Tingeltangel Unter südlichen Sternen schon einmal gehört Die kaum verständlichen, doch höchst draufgängerischen Worte dieses Marsches Seine Hoheit, seine Hoheit liebt Hausgeflügel sehr Nahm unter seine Gönnerschaft ein ganzes Mädchen her Vielleicht waren es gar nicht diese Worte, sondern ein ganz anderer Text Zur selben Musik, jedenfalls höchst unanständig Es ist auch nicht wichtig Wichtig ist, dass danach im Varieté eine Art babylonisches Stimmengewirr einsetzte Militionäre rannten durchs Theater, neugierige Kletterten auf die Barriere Man hörte höllische Gelächter-Explosionen und irrsinnige Schreie, übertönt vom rasselnden Schlagbecken Und man sah, dass sich die Bühne plötzlich leerte Und dass der Schwindler Fagott und das unverschämte Katzenvieh Behemoth Sich ebenso in Luft auflösten, wie vorher der Magier im verschossenen Sessel 13. Kapitel Das Erscheinen des Helden Ivan schob die Beine aus dem Bett und guckte Vom Balkon her eugte ein Mann von etwa 38 Jahren ins Zimmer Glatt rasiert, mit spitzer Nase, unruhigem Blick und wirr in die Stirn fallendem schwarzem Haarschopf Nachdem der geheimnisvolle Besucher gehorcht und sich überzeugt hatte, dass Ivan allein war Fasste er sich ein Herz und trat ein Ivan sah, dass er Krankenhauskleidung trug Unterwäsche, Pantoffeln an den bloßen Füßen und einen graubraunen Kittel lose über den Schultern Er zwinkerte Ivan zu und barg ein Schlüsselbund in der Tasche Darf ich mich setzen? Bitte Wie sind Sie denn hier hereingekommen? Die Balkongitter sind doch verschlossen Braskovia Fjodorovna ist zwar herzensgut, doch leider zerstreut Ich habe ihr vor einem Monat den Schlüsselbund geklaut Und nun kann ich auf den Balkon gelangen, der sich ums ganze Stockwerk zieht Und ab und zu einen Nachbarn besuchen Wenn Ihnen der Balkon zugänglich ist, dann können Sie doch auch türmen Oder ist das zu hoch? Nein, nein, ich kann hier nicht weg Nicht, weil es zu hoch wäre Sondern, weil ich nicht wüsste, wo ich hin soll Tja Ich hoffe, Sie sind nicht gewalttätig Gestern im Restaurant Habe ich jemand eins in die Schnauze geballert Grund? Ja, ehrlich gesagt ohne Grund Schweinerei Außerdem, warum sagen Sie in die Schnauze geballert? Freilich ist nicht sicher, ob der Mensch eine Schnauze hat oder einen Mund Wahrscheinlich doch einen Mund Aber wissen Sie, mit den Fäusten Nein, darauf müssen Sie ein für allemal verzichten Was ist Ihr Beruf? Lyriker Ach, habe ich an Pech Entschuldigen Sie, ich meine es nicht persönlich Es ist nur Wie ist Ihr Name? Biers Domney Ach, hei Was denn? Gefallen Ihnen meine Gedichte nicht? Absolut nicht Welche haben Sie denn gelesen? Gar keins Wie können Sie denn an sowas sagen? Sagen Sie selber, sind Ihre Gedichte gut? Grauenhaft Schreiben Sie keine mehr Ich schwöre und gelobe es Der Schwur wurde durch einen Händedruck bekräftigt Da ertönten auf dem Korridor weiche Schritte und Stimmen Der Besucher sprang hinaus auf den Balkon und schloss hinter sich das Gitter Praskovia Fjodorovna schaute herein und fragte, wie Ivan sich fühle und ob er im Dunkeln oder bei Licht zu schlafen wünsche Ivan bat, das Licht brennen zu lassen und Praskovia Fjodorovna entfernte sich, nachdem sie dem Kranken eine gute Nacht gewünscht hatte Nachdem in den Gängen des Krankenhauses wieder alles still war, öffnete sich abermals das Balkongitter zu Bisdonnis Zimmer und der unbekannte nächtliche Besucher kehrte zurück Ivan, der Vertrauen zu dem Unbekannten empfand, erzählte erst stockend und schüchtern, dann immer mutiger die Geschichte, die tags zuvor an den Patriarchenteichen passiert war Er ließ nichts aus, so war es ihm leichter zu erzählen und gelangte allmählich bis zu dem Moment, wo Pontius Pilatus in blutrot gefüttertem weißem Umhang den Balkon betrat Da legte der Besucher flehend die Hände zusammen Oh, wie ich's geahnt habe Oh, wie ich alles geahnt habe Weiter Die Schilderung von Berlioz schrecklichem Tod kommentierte der Zuhörer mit einer rätselhaften Bemerkung, wobei in seinen Augen Zorn glomm Ich bedauere nur, dass nicht der Kritiker Latunski oder der Literat Mstislav Lavrovic anstelle von Berlioz waren Weiter Der Kater, der bei der Schaffnerin bezahlen wollte, erheiterte ihn über die Maßen Er bog sich in lautlosem Gelächter, als er den vom Erfolg seines Berichts angeregten Ivan gebückt herumhüpfen sah, um den Kater mit dem erhobenen Zehn-Kopäten-Stück darzustellen Zum Abschluss schilderte Ivan noch den Vorfall in Griboyedow Und so bin ich hier gelandet Armer Dichter Aber Sie sind selber an allem schuld, mein Guter Sie durften nicht so respektlos und sogar unverschämt zu ihm sein Dafür haben Sie bezahlt Und Sie können noch von Glück sagen, dass Sie verhältnismäßig glimpflich davongekommen sind Wer ist er denn nun eigentlich? Sie haben gestern an den Patriarchenteichen mit dem Satan gesprochen Was? Den gibt's doch gar nicht Ich bitte Sie Gerade Sie dürften das nicht sagen Sie waren offenbar einer der Ersten, die durch ihn zu leiden hatten Jetzt sitzen Sie in der psychiatrischen Klinik, Sie wissen das Und behaupten, es gibt ihn nicht Ich ahnte bereits, mit wem Sie das Vergnügen hatten, als Sie anfingen, ihn zu beschreiben Über Berrios muss ich mich wirklich sehr wundern Sie sind ein unbeleckter Mensch, entschuldigen Sie schon, aber Er hat doch, soviel ich weiß, immerhin einiges gelesen Gleich die ersten Worte dieses Professors haben meine Zweifel zerstreut An seiner Rede und an gewissen äußeren Merkmalen hätten Sie ihn einfach erkennen müssen Wieso? Nun, die Person, die Sie mir beschrieben, hat verschiedenfarbige Augen Und dann diese braun Ich sag ja Ich sag ja, bei Ihnen ist es kein Wunder, aber Berrios, der war doch nicht nur belesen, sondern auch gewitzt Allerdings, Fohland hat tatsächlich schon viel klügere Leute reingelegt Wer? Wer? Psst! Jetzt geht mir ein Licht auf Der Name auf der Visitenkarte fing mit V an Das ist ein Ding Das heißt also, er kann tatsächlich bei Pontius Pilatus gewesen sein Damals war er da schon geboren Und mich halten Sie für verrückt, die hier Sehen wir doch Der Wahrheit ins Auge Sie und ich, wir sind verrückt Wozu das bestreiten? Sie haben durch ihn eine Erschütterung erfahren und den Verstand verloren Denn Sie sind offenbar dazu veranlagt Das aber, was Sie mir erzählt haben, hat sich zweifellos so abgespielt Freilich, es ist so ungewöhnlich, dass selbst der geniale Psychiater Stravinsky Ihnen nicht geglaubt hat Aber es ist so, Ihr Gesprächspartner war bei Pilatus zugegen Und er hat auch mit Kant gefrühstückt und jetzt stattet er Moskau einen Besuch ab Aber der wird doch sonst was anrichten Irgendwie muss ihm da beizukommen sein Sie haben es versucht und müssten eigentlich genug haben Ich rate keinem, es zu versuchen Und dass er einiges anrichten wird, darauf können Sie sich verlassen Was ich mich ärgere, dass Sie ihn getroffen haben und nicht ich Zwar ist schon alles ausgeglüht und mit Asche bedeckt Aber ich schwöre Ihnen, für diese Begegnung hätte ich den Schlüsselbund von Braskovia Fjodorowna hergegeben Denn sonst habe ich nichts, ich bin bettelarm Was wollen Sie denn von ihm? Ich sitze hier aus demselben Grunde wie Sie, nämlich wegen Pontius Pilatus Die Sache ist die, dass ich vor einem Jahr über Pilatus einen Roman geschrieben habe Sie sind Schriftsteller? Ich bin der Meister Düster entnahm der Fremde seiner Kitteltasche ein speckiges schwarzes Mützchen mit dem in Seide gestickten Buchstaben M Dann setzte es auf und zeigte sich Ivan im Profil und von vorn, um zu beweisen, dass er der Meister sei Sie hat es mir selbst genäht Wie heißen Sie? Ich habe keinen Namen mehr Habe mich von ihm losgesagt, wie auch vom Leben überhaupt Vergessen wir das Erzählen Sie mir noch wenigstens von dem Roman Bitte, gern Ich muss allerdings sagen, mein Leben ist etwas ungewöhnlich verlaufen Und dann begann er zu erzählen Historiker von Ausbildung hatte er noch vor zwei Jahren in einem Moskauer Museum gearbeitet und nebenher Übersetzungen gemacht Er lebte einsam, hatte keine Verwandten und kaum Bekannte in Moskau Doch eines Tages gewann er 100.000 Rubel Und nachdem Ivans geheimnisvoller Besucher die 100.000 Rubel eingestrichen hatte, tat er folgendes Er kaufte Bücher, gab sein Zimmer in der Miasnitskayer Straße auf Dieses verfluchte Loch Und mietete in einer Seitengasse nahe dem Arbat von einem bauberechtigten zwei Zimmer im Keller eines kleinen Gartenhauses Seine Stellung im Museum gab der Historiker auf und begann, den Roman über Pontius Pilatus zu schreiben Ach, es war eine glorreiche Zeit Eine abgeschlossene Wohnung Noch dazu mit Diele Und darin ein Ausguss mit fließendem Wasser Und die kleinen Fenster lagen direkt über dem Gehsteig, der zur Pforte führte Vier Schritt gegenüber wuchsen am Zaun Flieder eine Linde und ein Ahorn War das schön Und im Winter brannte in meinem Ofen ewig das Feuer Dann im Frühjahr Ereignete sich etwas noch viel Herrlicheres als der Gewinn von 100.000 Rubeln Und Sie werden zugeben, das ist eine gewaltige Summe Das kann man wohl sagen Also, ich öffnete die Fenster und saß in meinem winzigen zweiten Zimmer Ein Sofa, gegenüber noch ein Sofa Dazwischen ein kleiner Tisch, darauf eine schöne Nachttischlampe Zum Fenster hin Bücher Hier ein kleiner Schreibtisch Und im ersten Zimmer, es war riesengroß, 14 Quadratmeter Bücher Bücher und ein Ofen Da habe ich schön gewohnt Wie der Flieder duftete Der Kopf war mir leicht vor Ermüdung Und Pilatus eilte dem Ende zu Weißer Umhang mit rotem Futter Ich verstehe Genau Pilatus eilte dem Ende zu Und ich wusste schon, dass die letzten Worte des Romans lauten würden Der fünfte Prokurator von Judäa Der Ritter Pontius Pilatus Na, ich machte natürlich öfters Spaziergänge Hunderttausend sind viel Geld Und ich hatte einen sehr schönen Anzug Oder ich ging in einem billigen Restaurant Mittagessen Und eines Tages sah ich sie Sie hatte widerliche Blumen von beängstigendem Gelb in der Hand Diese Blumen hoben sich deutlich von ihrem schwarzen Frühjahrsmantel ab Gelbe Blumen trug sie, eine ungute Farbe Sie bog von der Tverskaja in eine Gasse ein und drehte sich um Sie kennen doch die Tverskaja Auf der Tverskaja waren tausende von Menschen unterwegs Aber ich schwöre ihnen, sie sah nur mich Und ihr Blick war nicht nur unruhig, sondern irgendwie krank Mich beeindruckte nicht zu sehr ihre Schönheit, sondern Die ungewöhnliche Einsamkeit in ihren Augen Eine nie gesehene Einsamkeit Ich folgte ihr also Schweigend liefen wir durch die trostlose, krumme Gasse Ich auf der einen Seite, sie auf der anderen In der Gasse war keine Menschenseele Es war qualvoll für mich Denn mir schien ich müsse mit ihr reden Aber ich fürchtete, ich würde kein Wort herausbringen Und sie würde weggehen Und ich würde sie nie wiedersehen Und stellen Sie sich vor Plötzlich sprach sie Befallen Ihnen meine Blumen? Ich höre nämlich genau, wie ihre Stimme klang Ziemlich tief, aber brüchig Und es mag dumm sein, doch mehr wahr Als ob sich ihr Echo in der Gasse an der schmutzig gelben Wand brach Reals ging ich zu ihr hinüber und antwortete Nein, nicht diese Rosen, die mag ich Sie blickte mich verwundert an Und plötzlich völlig unerwartet Und wurde mir bewusst, dass ich diese Frau mein Leben lang geliebt hatte Erstaunlich war es Sie werden natürlich sagen, ich sei verrückt Gar nichts, sag ich Was war dann? Erzählen Sie um Gottes willen weiter Sie warf den Strauß einfach in die Gosse Ich war ein bisschen verwirrt, hob ihn wieder auf und gab ihn ihr Doch sie stieß die Blumen lächelnd zurück Und da behielt ich sie in der Hand Eine Weile gingen wir schweigend Dann nahm sie mir die Blumen aus der Hand Warf sie zu Boden und schob ihre Hand im schwarzen Stulpenhandschuh Unter meinen Arm Ja, weiter Weiter? Nun Die Liebe war so plötzlich da, wie ein Mörder in einer Gasse plötzlich vor einem steht Und traf uns beide So schlägt ein Blitz ein So stößt ein Finnenmesser zu Sie pflegte übrigens später zu sagen, so sei es nicht gewesen Wir hätten einander schon seit langem geliebt, ohne uns zu kennen Ohne uns je gesehen zu haben Sie lebte damals mit einem anderen Mann Und ich auch Damals Mit dieser Wie ist sie doch? Mit wem denn? Mit dieser Mit dieser Mit dieser Warenka Manitschka Ich komm nicht drauf Also Sie gestand, sie sei an jenem Tag mit den gelben Blumen in der Hand losgegangen Damit ich sie endlich fände Und wenn es nicht dazu gekommen wäre, würde sie Gift genommen haben Da ihr Leben leer sei Wir unterhielten uns, als hätten wir uns am Abend zuvor getrennt Und kennten uns schon viele Jahre Am nächsten Tag trafen wir uns wie verabredet wieder am Moskwa-Kai Die Maisonne schien auf uns herab Und bald, sehr bald Wurde sie meine heimliche Frau Jeden Tag kam sie zu mir Und ich wartete schon vom frühen Morgen an auf sie Und setzte mich Schon lange vor der verabredeten Zeit Ich riecht Und ich riecht Ich riecht uns Fenster Ich riecht, ob die wackelige Pforte nicht klapperte Merkwürdig Vor meiner Begegnung mit ihr kam kaum jemand auf unseren Hof Doch jetzt schien mir, dass die ganze Stadt herpilkerte Die Pforte klopperte, mein Herz klopfte Doch allzu oft waren es Fremde, sie kamen täglich nur einmal durch diese Pforte Aber Herzklopfen hatte ich bis dahin ungelogen mindestens zehnmal Wenn dann der Zeiger der Uhr auf Mittag stand, ihre Stunde, hörte das Herzklopfen gar nicht mehr auf Bis ihre Schuhe mit den schwarzen Wildlederschleifen und Stahlschnallen fast geräuschlos vor dem Fenster erschienen Niemand wusste von unserer Bindung, das versichere ich ihnen, obwohl sowas sonst nie vorkommt Ihr Mann wusste nichts, ihre Bekannten wussten nichts In der uralten kleinen Villa, deren Keller ich bewohnte, bemerkte man natürlich, dass mich öfters eine Frau besuchte Doch ihren Namen kannte niemand Wer ist sie denn? Doch der Besucher bedeutete ihm mit einer Geste, dass er dies keinem Menschen sagen werde Und setzte seine Geschichte fort Ivan vernahm, dass der Meister und die Unbekannte einander so lieb gewannen, dass sie unzertrennlich wurden Deutlich sah er die beiden Zimmer im Keller der Villa vor sich In denen die Fliederbüsche und der Zaun ein ewiges Dämmerlicht schufen Abgeschabte Mahagonimöbel, ein Schreibschrank, darauf eine Uhr, die alle halbe Stunde schlug Und Bücher, Bücher von gestrichenen Fußboden bis zur verräucherten Decke und einen Ofen Ivan erfuhr, wie die Liebenden den Tag verbrachten Wenn sie kam, band sie sich als erstes eine Schürze um Zündete in der schmalen Diele mit dem Ausguss, auf den der arme Kranke so stolz war Die Petroleumlampe auf dem Holztisch an Bereitete das Frühstück und deckte dann im ersten Zimmer den ovalen Tisch Als die Maigewitter einsetzten und vor den Fensterscheiben das Wasser rauschte Und ihre kleine Kellerwohnung zu überschwemmen drohte Heizten die beiden den Ofen und buken darin Kartoffeln In der Wohnung ertönte Gelächter Die Bäume im Garten streuten nach dem Regen abgebrochene Zweige und weiße Blütentrauben nieder Als die Gewitter aufhörten und der schwüle Sommer anbrach Standen in der Vase die langersehnten Rosen, die beide sehr liebten Der Mann, der sich Meister nannte, arbeitete fieberhaft an seinem Roman Und dieser Roman nahm auch die Unbekannte gefangen Wirklich, manchmal wurde ich auf ihn eifersüchtig Die schlanken Finger mit den spitzgefeilten Nägern im Haar vergraben Las sie immer wieder das Geschriebene Manchmal hockte sie vor den unteren Regalbrettern Und er stand auf einem Stuhl vor den oberen Und säuberte mit einem Lappen hunderte verstaubter Bücherrücken Sie verhieß ihm, er werde berühmt werden Spornte ihn vorwärts und fing eines Tages an, ihn Meister zu nennen Ungeduldig wartete sie auf die versprochenen letzten Worte Über den fünften Prokurator von Judäa Wiederholte mit lauter singender Stimme einzelne Sätze, die ihr gefielen Und sagte, dass in diesem Roman ihr Leben sei Im August wurde das Werk vollendet und einem Tippfräulein gegeben, das es in fünf Exemplaren abschrieb Endlich kam die Stunde, in der es galt, das Versteck zu verlassen und ins Leben zu treten Und ich trat ins Leben Den Roman in der Hand ging ich zu einem Verlag Und damit hörte mein Leben auf Ja, er hat mich sehr verletzt Oh, wie er mich verletzt hat Wer denn? Der Redakteur Ja, er hatte ihn gelesen Er sah mich an, als wäre mein Gesicht von einer Geschwulst entstellt Schielte zur Seite und kicherte sogar verlegen Grundlos befingerte er das Manuskript und grunzte Die Fragen, die er mir stellte, kamen mir irrsinnig vor Sie gipfelten in der Frage, wer mich darauf gebracht habe, einen Roman über ein so absonderliches Thema zu schreiben Kein Wort vom Wesen des Romans Schließlich hatte ich genug von ihm und fragte ihn gewartet zu, ob er den Roman drucken würde oder nicht Da wurde er nervös, muschelte etwas und erklärte, er könne das nicht allein entscheiden Erst müssten die anderen Mitglieder des Redaktionskollegiums sich mit meinem Werk vertraut machen Nämlich die Kritiker Latunski und Ariman und der Literat Mstislav Lavrovic Er bat mich, in zwei Wochen wiederzukommen Nach zwei Wochen ging ich wieder hin Und wurde von einem Dämchen empfangen, das vom ständigen Lügen einwärts schielte Das ist die Lapschonikow, die Redaktionssekretärin Mag sein Also, sie gab mir mein Manuskript zurück Das schon ziemlich verschmutzt und zerlesen aussah Bemüht mich nicht anzusehen, teilte sie mir mit, dass die Redaktion für zwei Jahre im Voraus mit Material versorgt sei Und dass der ja die Frage des Drucks meines Romans Wie sie sich ausdrückte Entfalle Woran kann ich mich danach noch erinnern? Ja, an abgefallene rote Blütenblätter auf dem Titelblatt Und an die Augen meiner Freundin Ja, an diese Augen kann ich mich noch erinnern Die Geschichte des Meisters wurde wirrer Blieb immer mehr in Andeutungen stecken Seinen weiteren Sätzen konnte Ivan entnehmen Dass ein anderer Redakteur einen längeren Auszug aus dem Roman des Mannes, der sich Meister nannte, gedruckt hatte Nur zwei Tage später erschien in einer anderen Zeitung ein Artikel des Kritikers Adi Mahn Der Ein Feind unterm Deckmantel des Redakteurs überschrieben war Und besagte Ivans Besucher habe die Sorglosigkeit und Unwissenheit des Redakteurs zu einem Versuch ausgenutzt Eine Apologie Jesu Christi in die Presse zu zerren Ah, ich weiß Ich erinnere mich Aber Ich habe Ihren Namen vergessen Lassen wir meinen Namen aus dem Spiel Ich sag's nochmal, es gibt ihn nicht mehr Es geht nicht um den Namen Am nächsten Tag fand ich in der Zeitung einen von Stislav Lavrovic gezeichneten weiteren Artikel Der empfahl Einen heftigen Kampf zu führen gegen die Pilatuserei und den Gottesschmierer, der sie hatte in die Presse zerren wollen Völlig verstört von dem Wort Pilatuserei entfaltete ich die dritte Zeitung Sie enthielt gleich Das ist Artikel, dass ich sie nicht bemerkte, die vor mir stand mit nassem Schirm und ebenso nassen Zeitungen Ihre Augen sprühten Ihre Augen sprühten Feuer Ihre Hände zitterten und waren kalt Als erstes fiel sie mir um den Hals und küßte mich Dann sagte sie heiser Wobei sie mit der Faust auf den Tisch schlug Sie werde Latunski vergiften Es war still in Ivans Krankenzimmer Friedlich schimmerten vor dem Fenster, von dem der nächtliche Besucher das Gitter zurückgeschoben hatte, der Fluss und der Wald im Mondlicht Der Mann, der sich Meister nannte, hing schweigend seinen schmerzlichen Erinnerungen nach Erst nach einer Weile wandte er sich dem Lyriker wieder zu Und dann kamen die freudlosen Herbsttage Der Roman war geschrieben, ich hatte nichts mehr zu tun Und so lebten wir nun, indem wir auf dem kleinen Teppich am Fußboden saßen und ins brennende Öffchen scharrten Die gegen mich gerichteten Artikel nahmen kein Ende Über die ersten hatte ich noch gelacht Aber je mehr davon erschien, desto mehr änderte sich meine Einstellung zu ihnen Das zweite Stadium war das Stadium der Verwunderung Und dann kam die Angst Nein, ich hatte keine Angst vor den Artikeln, verstehen Sie, sondern vor anderen Dingen, die weder mit den Artikeln noch mit dem Roman zu tun hatten So ängstigte mich zum Beispiel die Dunkelheit Kurz um mich geriet ins Stadium einer psychischen Erkrankung Ich brauchte vor dem Einschlafen nur die Lampe im kleinen Zimmer auszumachen Und schon war mir, als ob ein Polyp mit sehr langen und kalten Greifarmen durchs geschlossene Fensterchen hereinkroch Und auch meine Geliebte veränderte sich Von dem Polypen sagte ich ihr natürlich nichts, doch sie sah, dass mit mir etwas nicht stimmte Sie wurde mager und blass Lachte nicht mehr und bat mich immer zu, ihr zu verzeihen Dass sie mir geraten hatte, den Auszug drucken zu lassen Sie sagte, ich solle alles stehen und liegen lassen In den Süden ans Schwarze Meer fahren und dafür den Rest von den untertausend Rubeln verbrauchen Scheinbar ging ich auf ihren Vorschlag ein Gab ihr all mein Geld zur Aufbewahrung Unter dem Vorwand, dass ich Angst vor Dieben habe Wollten sie sich etwa umbringen? Wir haben doch alle eine Psychose Sie ging also Ich legte mich aufs Sofa und schlief ein Ohne die Lampe angezündet zu haben Und erwachte von dem Gefühl Dass der Polyp da war In der Dunkelheit umhertastend gelang es mir mühsam, die Lampe anzuzünden Meine Taschenuhr zeigte zwei Uhr morgens Als ich mich hingelegt hatte, war die Krankheit im Anzug Und als ich erwachte War sie da Ich dinkte plötzlich, dass die herbstliche Finsternis die Scheiben eindrückte Ins Zimmer floss und ich in ihr erstickte wie in Tinte Ich stand auf und hatte mich nicht mehr in der Gewalt Ich schrie Und mir kam der Gedanke, zu irgendwem zu laufen Und sei es zu meinem Vermieter über mir Ich kämpfte mit mir wie ein Wahnsinniger Hatte noch die Kraft, den Ofen zu erreichen und darin Holz anzuzünden Als die Flamme knisterte und das Türchen zu klären begann, wurde mir ein bisschen leichter Ich stürzte ins Vorzimmer, machte Licht Fand eine Flasche Weißwein, entkorkte sie Und trank gleich aus der Flasche Das betäubte meine Angst etwas Ich lief nicht zu meinem Vermieter, sondern kehrte zum Ofen zurück Öffnete die Ofentür Die Hitze brannte mir auf Gesicht und Händen und ich flüsterte Fühle doch, dass mit mir etwas passiert ist Komm Komm Aber niemand kam Im Ofen bullerte das Feuer Regen peitschte gegen das Fenster Da geschah das Letzte Aus dem Tischkasten holte ich die schweren Romanmanuskripte und die Hefte mit der Rohfassung und begann sie zu verbrennen Ich zerriss die Hefte und brach mir dabei die Nägel ab Schob sie zwischen die brennenden Scheite und riss sie mit dem Feuerhaken auseinander Zeitweilig war die Asche stärker als ich und erstickte die Flamme, aber ich gab den Kampf nicht auf Der Roman musste trotz hartnäckigen Widerstands sterben Die wohlbekannten Worte blinkten vor mir Unaufhaltsam leckte das Gelb von unten nach oben über die Seiten, aber die Worte traten noch immer hervor Und zerfielen erst, als das Papier verkohlt war und ich es wütend mit dem Feuerhaken zerstieß In diesem Moment kratzte es leise am Fenster Mein Herz machte einen Sprung, ich schob das letzte Heft ins Feuer und stürzte zur Tür Ziegelstufen führten vom Keller zur Hoftür Ich stäuberte hinauf und fragte leise Wer ist da? Eine Stimme Ihre Stimme antwortete Mia Ich bin's Ich weiß nicht mehr, wie ich mit dem Schlüssel und der Sicherheitskette zurechtkam Kaum war sie eingetreten, da fiel sie mir um den Hals Füll ich durch Nest mit feuchten Wangen und aufgelöstem Haar Am ganzen Leibe zitternd Ich brachte kein Wort heraus Zog sie nur rasch ins Zimmer Der Meister verstummte Den beiden Kranken schien es plötzlich als kröchig kalter Nebel wie ein Tier durch das geöffnete Fenster Es dauerte lange, bis der Meister sein Schweigen beendete und stockend weitererzählte, wie Margarita mit bloßer Hand in den Ofen gegriffen und das letzte Heft auf den Fußboden geworfen hatte Es brannte bereits, doch er trat das Feuer aus, während sie krampfhaft zu weinen begann Nach langer Zeit erst wurde sie ruhiger Ich hasse den Roman Ich bin krank Und ich fürchte mich Oh Gott, wie krank du bist Warum denn? Warum? Aber ich werde dich retten Was ist das bloß? Ich mach dich gesund Du wirst ihn neu schreiben Warum habe ich nicht ein Exemplar bei mir behalten? Vor Grimm zeigte sie die Zähne und sagte noch etwas Unverständliches Dann machte sie sich mit verkniffenen Lippen daran, die angekohlten Blätter einzusammeln und zu glätten Sorgsam legte sie alle zusammen Was sie tat, zeigte, dass sie voller Entschlossenheit war und sich in der Gewalt hatte Sie verlangte Wein, trank und wurde ruhig So also muss man für eine Lüge bezahlen Ich will nicht mehr lügen Ich würde schon jetzt bei dir bleiben Aber ich möchte es doch nicht so tun Ich will nicht, dass mein Mann für immer die Erinnerung behält Ich sei ihm in der Nacht davon gelaufen Er hat mir niemals Böses getan Sie haben ihn plötzlich abberufen, weil es bei ihm im Werk brennt Aber er kommt bald zurück Morgen früh werde ich mich mit ihm aussprechen Ihm sagen, dass ich einen anderen liebe Und dann für immer zu dir kommen Oder willst du das vielleicht nicht? Antworte mir! Mein armes Mädchen Ich dulde nicht, dass du das tust Mit mir nimmt es kein gutes Ende Und ich will nicht, dass du mit mir zugrunde gehst Ist das der einzige Grund? Ja Dann werde ich mit dir zugrunde gehen Ich muss jetzt gehen Aber ab morgen bleibe ich bei dir Ich würde dich begleiten, aber ich habe nicht die Kraft, allein zurückzugehen Ich fürchte mich Fürchte dich nicht Halte noch ein paar Stunden aus Morgen früh bin ich bei dir Draußen auf dem Flur wurde es plötzlich unruhig Der Meister verschwand auf dem Balkon Ivan hörte im Korridor eine Pritsche vorüberrollen Jemand schluchzte Oder schrie leise auf Als es wieder still war, kam der Meister zurück Und berichtete Auch das Zimmer 120 habe einen Bewohner erhalten Man habe einen Mann gebracht Der fortwährend schreie Man solle ihm seinen Kopf zurückgeben Die beiden schwiegen verstört Doch nachdem sie sich beruhigt hatten Kehrten sie zu der unterbrochenen Geschichte zurück Die Angst, die mein ständiger Begleiter geworden war Brachte mich zur Raserei Ich lief kaum, dass meine Geliebte gegangen war durch die ganze Stadt Echt Wahnsinn Es war kalt Und nachdem ich aus der Stadt heraus war, wäre ich mit Sicherheit erfroren Wenn mich nicht der Zufall gerettet hätte Ein Lastauto hatte eine Panne Ich sprach den Fahrer an Es war etwa vier Kilometer außerhalb der Stadt Und zu meiner Verwunderung Erbarmte er sich meiner Er nahm mich mit Ich kam mit angefrorenen Zehen am linken Fuß davon Und nun bin ich schon den vierten Monat hier Aber Sie können mir doch eine Nachricht schicken Außerdem hat sie ihr Geld Sie wird es doch aufbewahrt haben Ohne Zweifel Aber Sie scheinen nicht zu verstehen Sie hätte einen Brief aus dem Irrenhaus vor sich liegen gehabt Soll ich Sie unglücklich machen? Nein Dazu bin ich außerstande Arme Frau Übrigens habe ich die Hoffnung, dass er mich vergessen hat Aber Sie können gesund werden Ich bin unheilbar Wenn es Stravinsky sagt, er werde mich dem Leben zurückgeben Glaube ich ihm nicht Er ist menschlich Und will mich schlicht trösten Im Übrigen Bestreite ich nicht, dass es mir schon viel besser geht Wissen Sie Ich finde, es ist hier aber nicht so schlecht Hier brauche ich keine großen Pläne zu schmieden Mein lieber Nachbar Wirklich nicht Ich wollte zum Beispiel die ganze Welt bereisen Na schön Das ist mir eben nicht beschieden Ich bekomme nur ein unbedeutendes Stück von ihr zu sehen Es ist nicht das allerbeste, aber was soll's Die Schlüssel haben meine Möglichkeiten vergrößert In den Nächten wird der Mond scheinen Er ist schon weg Es wird frisch Mitternacht ist vorüber Ich muss gehen Nein, warten Sie Bitte, bitte Sagen Sie mir noch, was weiter mit Jeschua und Pilatus geschah Ich flehe Sie an Ich möchte es wissen Ach nein Nein, ich kann mich nicht ohne Schaudern an meinen Roman erinnern Ihr Bekannter von den Patriarchenteichen Könnte das besser als ich Vielen Dank für das Gespräch Auf Wiedersehen Und ehe Ivan sich's versah Hatte sich das Gitter leise klärend geschlossen Und der Besucher war verschwunden 14. Kapitel Gepriesen sei der Hahn Das Publikum strömte aus dem Varieté auf die Straße Rimsky's geschärftes Gehör vernahm plötzlich das Trillern einer Milizpfeife So ein Trillern verheißt niemals angenehmes Als es sich wiederholte und eine zweite Pfeife einfiel, noch gebieterischer und ausdauernder Und als sich deutlich Gelächter und sogar Spottkijole dazu gesellten Wusste der Finanzdirektor sofort, dass auf der Straße etwas Skandalöses und Anstößiges geschah Und dass dies, wie gerne er es auch nicht wahr gehabt hätte Eng zusammenhing mit der abscheulichen Vorstellung des Magiers und seiner Assistenten Er stürzte ans Fenster Das Entsetzen des Finanzdirektors war nicht unbegründet Im hellen Licht der starken Straßenlampen erblickte er auf dem Gehsteig direkt unter sich Eine Dame, die nichts anhatte als ein Hemdchen und ein violettes Höschen Und ein Hütchen auf dem Kopf Und einen Schirm in der Hand Rings um die verstörte Dame, die bald niederkauerte, bald davonstürzen wollte Stand eine erregte Menge, die jenes Gelächter hören ließ, von dem es dem Finanzdirektor eiskalt über den Rücken lief Neben der Dame zappelte ein Mann herum, der sich den Sommermantel herunterreißen wollte Und sich vor Aufregung mit der Hand im Ärmel verhedderte Geschrei und brüllendes Gelächter waren auch vom linken Ausgang her zu hören Und als Grigori Danilovic den Kopf wandte, erblickte er eine zweite Dame in rosa Unterwäsche Die hüpfte vom Fahrdamm auf den Gehsteig und wollte sich im Varieté verbergen Doch das herausströmende Publikum versperrte ihr den Weg Und das arme Opfer seines Leichtsins und seiner Putzzucht, betrogen von der Firma des fiesen Fagott Hatte nur den einen Wunsch, in die Erde zu sinken Rimsky schlug sich die Faust vor den Kopf, spuckte aus und sprang vom Fenster zurück Er musste handeln, den bitteren Kelch der Verantwortung lehren Anrufen, den Vorfall melden, um Hilfe bitten, sich herauslügen, alles auf Lichodejev schieben Sich selbst absichern und so weiter Zweimal legte der verstimmte Finanzdirektor die Hand auf den Hörer Und zweimal ließ er wieder los Plötzlich stieß der Apparat in der toten Stille des Arbeitszimmers von selbst ein gellendes Klingeln in Rimsky's Gesicht So dass er zusammenzuckte und es ihn kalt überlief Meine Nerven sind ganz schön zerrüttet, dachte er und nahm den Hörer ab Doch sogleich prallte er zurück und wurde weißer als Papier Eine leise, zugleich aber schmeichelnde und lasterhafte Frauenstimme tuschelte in den Hörer Ruf nicht an, Rimsky, nirgendwo, sonst geht es dir schlecht Sofort war der Hörer wieder tot Der Finanzdirektor, über dessen Rücken eine Gänsehaut kroch, legte auf und drehte sich zum Fenster um Angst packte ihn Vom Anrufen konnte keine Rede mehr sein Er überlegte nur noch, wie er am schnellsten aus dem Theater kam Das Gebäude war still, er war allein Nur zitternd konnte er daran denken, dass er jetzt einsam durch die leeren Korridore gehen und die Treppe hinabsteigen mußte Fieberhaft schob er die magischen zehn Rubelscheine vorm Tisch in die Aktentasche und hüstelte, um sich wenigstens ein bisschen Mut zu machen Dann schlug auch noch eine Uhr zwölfmal Die Schläge ließen ihn förmlich schlottern Und vollends sank ihm das Herz in die Hosen, als er hörte, wie im Türschloss ganz leise der Sicherheitsschlüssel herumgedreht wurde Rimskis feuchtkalte Hände krallten sich um die Aktentasche Er spürte, dass er, wenn das Kratzen im Schlüsselloch noch etwas länger dauerte, es nicht aushalten und gellend aufkreischen würde Endlich gab die Tür den Bemühungen nach, ging auf und geräuschlos trat Warenucha ein Rimskis Knie knickten ein und wie er stand, so fiel er in den Sessel Wer? Mein Gott, hast du mich erschreckt! Warenuchas plötzliches Auftrauchen konnte einen schon erschrecken Und doch war es für Rimsky eine große Freude, denn nun schaute wenigstens ein Fadenende aus dem Wirrenknäuel Ja, so rede doch! Los! Was bedeutet das alles? Entschuldige bitte! Ich dachte, du wärst schon weg Seine Antwort versetzte dem Finanzdirektor geradezu einen Stich Was sollte das bedeuten? Warum kam Warenucha in sein Zimmer, wenn er annahm, dass er nicht da sei? Erstens hatte der Administrator sein eigenes Zimmer Und zweitens, durch welchen Eingang er auch immer das Gebäude betreten hatte Er musste unweigerlich einem der Nachtwächter begegnet sein Und denen war erklärt worden, Rimsky habe noch eine Zeit lang in seinem Zimmer zu tun Aber lange dachte der Finanzdirektor nicht über diese Merkwürdigkeit nach Er hatte andere Sorgen Warum hast du nicht angerufen? Was bedeutet das ganze Theater mit dem Direktor und seiner angeblichen Entführung nach Yalta? Genau, was ich dir gesagt habe Sie haben ihn in der Kneipe in Pushkino gefunden In Pushkino? Ja! Bei Moskau? Und die Telegramme aus Yalta? Was zum Teufel hat denn Yalta damit zu tun? Er hat den Telegraphisten von Pushkino besoffen gemacht Und dann haben die beiden dumme Streiche ausgeheckt Darunter auch die Telegramme, angeblich aus Yalta Aha! Aha! In Rimsky's Augen glomm gelbliches Licht In seinem Kopf fügte sich das triumphale Bild von Stiopas schmachvoller Absetzung Er war ihn los Endlich war er befreit von der Plage Lichodejev Vielleicht hatte er sich sogar noch Schlimmeres eingebrockt als die Absetzung Ausführlich! Und Varenucha erzählte ausführlich Je länger er erzählte, desto deutlicher entrollte sich vor dem Finanzdirektor Die endlose Kette der Lichodejevschen Streiche und Untaten Und jedes Kettenglied war schlimmer als das vorherige Allein schon der trunkene Tanz, Brust an Brust mit den Telegraphisten Auf der Wiese vor dem Telegrafenamt von Pushkino Zu den Klängen einer müßigen Ziehharmonika Die Verfolgungsjagd auf Frauen, die vor Entsetzen quietschten Der Versuch, den Kantinenwirt im Yalta zu verprügeln Kurz, es war entsetzlich Stiopas war in Moskauer Theaterkreisen gut bekannt Und alle Welt wusste, dass er kein Engel war Und trotzdem, was der Administrator dann weiter von ihm erzählte Das war selbst bei Stiopan nicht drin Unmöglich! Über den Schreibtisch hinweg bohrten sich Rimskis stechende Augen Ins Gesicht des Administrators Und je länger der sprach, desto finsterer blickten diese Augen Je lebenswahrer und farbenprächtiger die gräulichen Einzelheiten klangen Mit denen Warenoha seinen Bericht würzte Desto weniger glaubte ihm der Finanzdirektor Warenoha war nicht nach Puschkino gefahren Und Stiopan war nicht in Puschkino gewesen Es gab keinen betrunkenen Telegraphisten Es gab kein zerschlagenes Kneipenfenster Keine von Stiopan verfolgten Frauen Nichts von alledem stimmte Kaum war sich der Finanzdirektor klar Dass sein Administrator ihm etwas vorlog Da kroch von den Füßen her Die Angst an seinem Körper herauf Das Bewusstsein einer Gefahr Einer unbekannten, doch drohenden Begann Rimskis Seele zu martern Er betrachtete Warenohas Gesicht Und hörte kaum noch zu, was der ihm vorflunkerte Da war etwas, was noch unerklärlicher schien Als die, wer weiß warum, erfundene Verleumderische Erzählung von den Abenteuern in Puschkino Und dieses etwas war eine Veränderung Im Aussehen und im Gehaben des Administrators So tief sich Warenoha auch den langen Mützenschirm Ins Gesicht gezogen hatte, um es zu beschatten Rimski erspähte dennoch neben dessen Nase rechts Ein riesiges Pfeilchen Überdies war der gewöhnlich vollblütige Administrator Jetzt von einer ungesunden, kreidigen Blässe Und um den Hals trug er trotz der schwülen Nacht Einen alten, gestreiften Schal Nahm man dazu, die während seiner Abwesenheit entstandene Widerlicher Art zu schlürfen und zu schmatzen Die jähe Veränderung der Stimme, die nun dumpf und grob klang Und die diebischen und feigen Blicke So konnte man getrost sagen, dass Ivan Sabeljevic Walenucha Nicht wieder zu erkennen sei Rimski streckte plötzlich die Hand aus Lies die Finger über die Tischplatte gleiten Drückte dabei, wie spielerisch, auf den Klingelknopf Und erstarrte Im leeren Gebäude hätte ein schrilles Leutsignal ertönen müssen Aber es blieb aus Leblos sank der Knopf in die Tischplatte Er war tot Die Klingel funktionierte nicht Warum klingelst du? Lusso Was hast du da im Gesicht? Der Wagen kam mit Schlingeln Da bin ich gegen den Türgriff gestoßen Lüge, rief der Finanzdirektor in Gedanken aus Und plötzlich rundeten sich seine Augen Und blickten irr, während er auf Walenuchas Sessellehne starrte Hinter dem Sessel lagen auf dem Fußboden zwei gekreuzte Schatten Der eine tief schwarz, der andere dünn und grau Die deutlichen Schatten von der Lehne und den spitzen Sesselfüßen Aber oberhalb der Lehne fehlte der Schatten von Walenuchas Kopf Ebenso wie unterm Sessel die Schatten von seinen Beinen Er wirft keinen Schatten Schrie es verzweifelt in Rimsky Und er zitterte heftig Walenuchas guckte sich Rimsky's irren Blick folgend verstohlen um Und sah sich entlarvt Er stand vom Sessel auf Dasselbe tat der Finanzdirektor Und trat einen Schritt vom Tisch zurück Die Aktentasche in den Händen pressend Hast es herausgefunden, du Aß Warst ja schon immer ein schlauer Hund Er grinste dem Finanzdirektor böse ins Gesicht Sprang zur Tür Und schob rasch den Sperrknopf des Sicherheitsschlosses nach unten Rimsky sah sich verzweifelt um Und wich zum Fenster zurück Das in den Garten führte Vor dem Fenster erblickte er Vom Mondlicht übergossen Das an die Scheibe geschmiegte Gesicht Eines nackten Weibsbildes Das mit bloßem Arm durch die Lüftungsklappe langte Um den unteren Riegel zu eröffnen Der obere war bereits offen Rimsky hatte das Gefühl Dass die Tischlampe erlosch Und der Schreibtisch sich neigte Eine eisige Woge brandete gegen ihn Er stieß einen schwachen Schrei aus Lehnte sich an die Wand Und hielt die Aktentasche vor sich Wie einen Schild Er befürchtete, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte In diesem Moment Drang plötzlich vom Garten her Ein freudiger Hahnenschrei herein Und verkündete, dass von Osten her Das Morgengrauen gen Moskau rollte Wilde Wut verzerrte das Gesicht des Weibes Es stieß heiser einen gemeinen Fluch aus Valenucha an der Tür kreischte auf Und krachte aus der Luft auf den Fußboden Beim dritten Hahnenschrei Drehte sie sich um Und flog davon Valenucha sprang hoch Streckte sich in der Luft waagerecht Und schwebte An einen fliegenden Cupido erinnernd Langsam über den Schreibtisch und weg Zum Fenster hinaus Schneeweiß Ohne ein einziges schwarzes Haar auf dem Kopf Lief der Greis Der noch vor kurzem Rimsky gewesen war Zur Tür Zog den Sperrknopf hoch Öffnete Raste den dunklen Korridor entlang Die Treppe runter Und durch den Hauptausgang Ins Freie Keuchend lief er über die breite Straße Zum gegenüberliegenden Kino Vor dem an Taxi stand Zum T-Zug Nach Leningrad Ich leg was drauf Ich? Ich fahr zur Garage Rimsky öffnete die Aktentasche Holte 50 Rubel hervor Und reichte sie durchs offene Vorderfenster Dem Fahrer Gleich darauf Raste der klappernde Wagen Wie ein Wirbelwind den Sadori-Ring entlang Der weißhaarige Mann wurde auf dem Rücksitz hin und her geschleudert Und wenn er in die Spiegelscherbe vor dem Fahrer blickte Sah er bald dessen freudestrahlende Augen Bald seine eigenen In denen Wahnsinn glomm Vor dem Bahnhofsgebäude sprang Rimsky aus dem Wagen Fünf Minuten später rollte der D-Zug Unter der gläsernen Bahnhofskuppel hervor Und verschwand in der Dunkelheit Mit ihm verschwand Rimsky Fünfzehntes Kapitel Der Traum des Nikanor Ivanović Es ist nicht schwer zu erraten Dass der Dickwanst mit der roten Visage Der im Zimmer 119 der Psychiatrischen Klinik einquartiert wurde Nikanor Ivanović Bassoi war Er war jedoch nicht leicht bei Professor Stravinsky gelandet Sondern hatte sich vorher noch an anderer Stelle aufgehalten Von dieser aber war ihm wenig im Gedächtnis geblieben Er erinnerte sich nur an einen Schreibtisch Einen Schrank Und ein Sofa In jenem Zimmer war man mit Nikanor Ivanović Dem sich vom Blutandrang und vor seelischer Erregung Die Augen trübten Ins Gespräch gekommen Sie sind Nikanor Ivanović Bassoi Vorsitzender des Hauskomitees In der Sadova 302b Ich bin Nikanor Natürlich bin ich Nikanor Aber wieso zum Kuckuck Soll ich Vorsitzender sein? Was heißt das? Das heißt Wenn ich Vorsitzender wäre Hätte ich sofort merken müssen Dass er der Satan ist Schon wie er aussieht Der Zwicker gesprungen Er ist selber Zerlumpt Wie kann er der Dolmetscher bei einem Ausländer sein? Von wem sprechen Sie überhaupt? Von Koroviev In der Wohnung Nummer 50 hat er sich eingenistet Schreiben Sie Schreiben Sie Koroviev Man muss ihn sofort festnehmen Schreiben Sie Sechster Aufgang Dort ist er Wo hast du die Devisen her? Gott ist wahrhaftig Gott ist allmächtig Er sieht alles Und ich hab's nicht besser verdient Aber Devisen? Ich weiß gar nicht Wie sowas aussieht Gott der Herr Straft mich für meine Missetaten Ja Ich hab mich schmieren lassen Aber doch nur mit unserem Sowjetischen Geld Manchmal hab ich für Geld Wehen ins Hausbuch eingetragen Das bestreite ich nicht Überhaupt Unser Sekretär Pralleschniew Ist auch gut Das kann ich Ihnen flüstern Eigentlich besteht die ganze Hausverwaltung aus Lauter Halunken Sag ich Ihnen Aber die Devisen Die hab ich nie genommen Was soll ich denn machen? Damit Sie da glauben Korovievars Er ist wirklich der Teufel Da ist er Der ist hinterm Schrank Jetzt grinst der Sein Zwicker Halte den Beschränk den Raum mit Weihwasser Alles Blut war ihm aus dem Gesicht gewichen Zitternd schlug er Kreuze in der Luft Taumelte zur Tür und zurück Stimmte ein Gebet an Und quasselte schließlich Kompletten Blödsinn daher Es war nun klar Es war nun klar Daß er sich für keinerlei Gespräche eignete Man führte ihn ab Und sperrte ihn in eine Einzelzelle Und am Abend wurde Nikanor in Stravinskis Klinik eingeliefert Wo er sich so unruhig verhielt Daß man ihm eine Injektion Aller Stravinsky gab Im Schlaf suchte ihn ein Traumheim Den zweifellos die Erlebnisse des Tages zugrunde lagen Es begann damit Daß er das Gefühl hatte Ein paar Männer mit goldenen Trompeten in den Händen Geleiteten ihn sehr feierlich Zu einer großen lackierten Tür Vor dieser Tür bliesen sie ihm einen Tusch Dann sagte eine hallende Stimme Fröhlich vom Himmel herab Herzlich willkommen Nikanor Ivanovich Geben Sie die Devisen ab Nikanor Ivanovich befand sich plötzlich In einem Theatersaal Es gab eine Bühne Deren zugezogener, dunkelroter Samtvorhang Mit Darstellungen vergrößerter, vergoldeter Zehnugelstücke gestirnt war Einen Souffleurkasten und Ein Publikum Nikanor Ivanovich wunderte sich Daß dieses nur aus bärtigen Männern bestand Außerdem verblüffte ihn Daß es im Theatersaal keine Stühle gab Und man auf dem Spiegel blank gebohnerten Fußboden sitzen musste Ein Glöckchen ertönte weich Das Licht im Saal erlosch Der Vorhang ging auf und zeigte die beleuchtete Bühne Dort standen ein Sessel und ein Tischchen Auf dem das goldene Glöckchen lag Den Hintergrund bildete ein schwarzer Samtvorhang Aus den Kulissen trat ein Schauspieler im Smoking Glatt rasiert und mit Scheitelfrisur Er war jung und hatte sympathische Gesichtszüge Also, als nächste Nummer unseres Programms Sehen Sie Nikanor Ivanovich Bussoi Vorsitzender eines Hauskomitees Und Leiter einer Diätküche Darf ich bitten, Nikanor Ivanovich Freundlicher Applaus, antwortete dem Schauspieler Nikanor, völlig perplex, glotzte Der Schauspieler beschirmte sich mit der Hand vor dem Rampenlicht Er deckte ihn im Publikum Und winkte ihn freundlich mit dem Finger zu sich Nikanor Ivanovich wusste später nicht Wie er auf die Bühne gekommen war Von unten und von vorn schlug ihm buntes Licht in die Augen Wodurch der Saal mit dem Publikum sofort im Dunkel verschwand Geben Sie uns bitte ein Beispiel Und liefern Ihre Devisen ab Bei Gott, ich schwöre Kaum hatte er diese Worte gesprochen Da entglut sich der Saal in unmutigem Geschrei Nikanor Ivanovich verstummte bestürzt Wenn ich Sie richtig verstehe Wollten Sie bei Gott schwören Dass Sie keine Devisen besitzen? So ist es, ich besitze keine Verzeihen Sie die unbescheidene Frage Aber woher kommen dann die 400 Dollar Die in der Toilette der Wohnung gefunden wurden Deren einziger Bewohner Sie und Ihre Gattin sind? Der Böse war's Der karierte Dolmetscher hat Sie mir untergejubelt Wieder kam Unmutsgebrüll aus dem Saal Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Im Saal geltend Pfiffe an die Adresse Nikanor Ivanovic. Er ist ein Devisnik, schrie es im Saal. Wegen solcher müssen wir unschuldig leiden. Der Schauspieler forderte Nikanor Ivanovic auf, an seinen Platz zurückzugehren. So dann läutete er das Glöckchen und verkündete laut, Pause, ihr Taugenichtse. Der erschütterte Nikanor Ivanovic, unversehens zum Mitwirkenden eines Theaterprogramms geworden, fand sich auf seinem Platz am Fußboden wieder. Nun träumte ihm, dass der Saal in völlige Dunkelheit sank und an den Wänden vielfach die rote Schrift aufleuchtete, geben Sie die Devisen ab. Dann ging erneut der Vorhang auf und der Schauspieler bat Sergej Geradovich Dunchil auf die Bühne, einen würdevollen, aber verwahrlosten Mann von etwa 50 Jahren. Sergej Geradovich, Sie sitzen nun schon anderthalb Monate hier und weigern sich stur, die bei Ihnen vorhandenen Devisen abzuliefern, die das Land so dringend braucht und die für Sie völlig wertlos sind. Dennoch bleiben Sie starrköpfig. Sie sind ein intelligenter Mensch, begreifen das wohl, und wollen mir dennoch nicht entgegenkommen? Ich kann leider nichts machen, denn ich besitze keine Devisen mehr. Besitzen Sie denn nicht wenigstens noch Brillanten? Auch nicht. Der Schauspieler ließ den Kopf hängen und dachte nach. Dann klatschte er in die Hände. Aus den Kulissen trat eine Dame mittleren Alters, modern gekleidet, das heißt, sie trug einen Mantel ohne Kragen und ein winziges Hütchen. Dunchil blickte sie an und verzog keine Miene. Wer ist diese Dame? Das ist meine Frau. Wir haben Sie aus folgendem Grund beherrlicht, Madame Dunchil. Wir wollten Sie fragen, ob Ihr Gatte noch Devisen besitzt. Er hat seinerzeit alles abgeliefert. So. Nun, wenn es so ist, dann ist es eben so. Wenn er alles abgeliefert hat, müssen wir uns ungesäumt von Sergej Gerardowitsch trennen. Dann kann man nichts machen. Wenn Sie wollen, können Sie das Theater verlassen, Sergej Gerardowitsch. Der Schauspieler vollführte eine majestätische Geste. Dunchil wandte sich würdevoll den Kulissen zu. Einen Moment noch. Wieder klatschte er in die Hände. Der hintere schwarze Vorhang ging auf und es erschien eine schöne junge Frau im Ballkleid, in den Händen ein goldenes Tablett, auf dem ein mit Konfektband umwickeltes dickes Bäckchen und ein Brillant-Kollier lagen, das blaue, gelbe und rote Blitze versprühte. Dunchil wich einen Schritt zurück. Sein Gesicht überzog sich mit Blässe. Der Saal erstarb. 18.000 Dollar und ein Collier im Wert von 40.000 Goldrubeln. Das hat Sergej Gerardowitsch in der Stadt Kharkov aufbewahrt. In der Wohnung seiner Geliebten. Die zu sehen, wir hier das Vergnügen haben und die so liebenswürdig war, uns bei der Entdeckung dieser unschätzbaren, aber in den Händen einer Privatperson wertlosen Kostbarkeiten zu helfen. Vielen Dank, Ida Herkulanova. Unter Ihrer würdevollen Maske aber, Herr Dunchil, verbirgt sich eine gierige Spinne, ein abgefeimter Heuchler und Lügner. Sie haben uns hier anderthalb Monate lang mit Ihrer stumpfsinnigen Bockbeinigkeit an der Nase herumgeführt. Scheren Sie sich jetzt nach Hause und möge die Hölle, die Ihre Gattin Ihnen bereiten, wird Ihre Strafe sein. Dunchil wankte und wäre wohlgefallen, doch teilnahmsvolle Hände stützten ihn. Da schloss sich der vordere Vorhang und verbarg die Bühne. Rasender Beifall erschütterte den Saal so heftig, dass Nikanor Ivanovic das Gefühl hatte, die Lüster sprühten Funken. Als der Vorhang wieder aufging, war niemand mehr auf der Bühne außer dem Conferencier. Er löste eine zweite Applaus-Salva aus. In der Person dieses Dunchil ist ein typischer Esel in unserem Programm aufgetreten. Dabei hatte ich erst gestern das Vergnügen zu sagen, dass die geheime Hortung von Devisen Blödsinn sei. Niemand kann sie nutzen, unter keinen Umständen. Das versichere ich Ihnen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Dunchil. Er bekommt ein reichliches Gehalt und leidet keinerlei Not. Er hat eine prächtige Wohnung, eine Frau und eine schöne Geliebte. Aber nein, statt still und friedlich zu leben, sich jegliche Unannehmlichkeiten zu ersparen und die Devisen samt den Steinen abzuliefern, hat dieser selbstsüchtige Hohlkopf erreicht, dass er vor aller Augen entlarvt wurde. Und zum Nachtisch hat er sich eine größere familiäre Unannehmlichkeit eingehandelt. Also, wer liefert ab? Na, keiner? Wenn das so ist, tritt als nächste Nummer unseres Programms ein bekanntes dramatisches Talent auf. Der Schauspieler Savar Potapowitsch Korlesow, den wir eigens engagiert haben, damit er uns Auszüge aus dem geizigen Ritter des Dichters Pushkin vorträgt. Nikanor Ivanovich hatte vor seinem Traum keine Ahnung von den Werken Pushkins gehabt. Doch täglich ein paar Mal Sätze gesprochen wie »Soll vielleicht Pushkin ihre Miete bezahlen?« »Oder die Birne im Treppenhaus hat wohl Pushkin rausgeschraubt?« »Oder wer soll mir das Öl kaufen? Pushkin vielleicht?« Doch als er nunmehr den geizigen Ritter hörte, wurde er ganz traurig, als er sich die im Regen kniende Frau mit ihren Weisen vorstellte. Und er dachte unwillkürlich, »Ein Stolch ist er, dieser Korolesow.« Der setzte, immer mehr die Stimme hebend, seine Geständnisse fort und brachte den armen Nikanor völlig durcheinander, denn er wandte sich plötzlich an einen anderen, der gar nicht auf der Bühne war, und antwortete sich selbst anstelle dieses Abwesenden, wobei er sich bald Majestät, bald Baron, bald Vater, bald Sohn nannte und sich bald siezte, bald duzte. Nikanor begriff nur so viel, dass der Schauspieler eines bösen Todes starb und horchelnd zu Boden sank. Nachdem Korolesow gestorben war, stand er wieder auf, klopfte sich den Staub von der Frackhose, verbeugte sich, lächelte ein falsches Lächeln und entfernte sich unter schüchternem Applaus. »Wir hörten Pushkins geizigen Ritter. Dieser Ritter hoffte, flinke Nymphen würden sich um ihn scharen und weitere erfreuliche Dinge ähnlicher Art sich ereignen. Aber, Sie sehen, gar nichts hat sich ereignet, sondern er starb am Schlaganfall auf einer Truhe voller Devisen und Edelsteine und fuhr zu des Teufels Großmutter. Ich warne Sie, Ähnliches, wenn nicht Schlimmeres, wird Ihnen zustoßen, wenn Sie nicht Ihre Devisen abliefern.« Ob nun Pushkins Poesie solchen Eindruck machte oder die Rede des Confranciers, jedenfalls klang plötzlich aus dem Saal eine schüchterne Stimme, »Ich gebe Devisen ab.« Auf der Bühne erschien ein kleiner, blonder Mann, der sich, nach seinem Gesicht zu urteilen, drei Wochen nicht rasiert hatte. »Entschuldigung, wie war Ihr Name?« »Nikolai Kanafkin.« »Ah.« »Kanafkin, ja.« »Sehr angenehm, Herr Kanafkin.« »Also, wie viel?« »Tausend Dollar und zwanzig golden zehn Rubelstücke.« »Bravo. Das ist alles, was Sie haben?« »Oh, ja, 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 ja.« »Ich glaube Ihnen, ich glaube Ihnen.« »Diese Augen lügen nicht.« »Wie oft habe ich euch schon gesagt, euer Hauptfehler besteht darin, dass ihr die Bedeutung der menschlichen Augen unterschätzt. Begreift doch, Zungen können die Wahrheit verbergen, aber Augen nie. Man stellt euch eine plötzliche Frage, ihr zuckt nicht einmal, habt euch sofort in der Gewalt und wisst, was ihr sagen müsst, um die Wahrheit zu verbergen. Ihr sprecht höchst überzeugend und keine Falte eures Gesichts bewegt sich. Doch leider springt die von der Frage aufgestörte Wahrheit für einen Moment vom Grunde der Seele in die Augen. Und schon ist alles aus. Die Wahrheit wird bemerkt und ihr seid ertappt. Wo ist denn das Geld versteckt, mein lieber Kanafki? Bei meiner Tante Parachovnikov. In der Pratimstchenka. Ah, das ist, warten Sie, das ist bei Klaudia Jenitschnia. Stimmt's? Stimmt. Die kleine Villa. Gegenüber ist noch ein Zaun? Gewiss, doch, ich weiß, ich weiß. Und wo ist das Geld dort versteckt? Im Keller. In einer einem Dose. Hat man sowas schon gesehen? Da wird es doch feucht und schimmlich. Kann man solchen Menschen Devisen anvertrauen? Die reinsten Kinder, sowas. Geld muss in der Staatsbank aufbewahrt werden. In eigens dafür bestimmten trockenen und gut bewachten Räumen. Aber nicht im Tantenkeller. Wo es ja die Ratten verderben könnten. Schämen Sie sich, Kanafki. Sie sind doch ein erwachsener Mensch. Na gut, Schwamm drüber. Ja, übrigens, damit wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Tante selber hat doch auch noch was. Ach, dieser Kanafki. Und ich habe ihn noch gelobt. Jetzt stellt er sich auf einmal bockig. Das ist doch albern, Kanafki. Eben habe ich noch von den Augen gesprochen. Ich sehe doch, dass die Tante auch was hat. Warum spannen Sie uns sinnlos auf die Folter? Ja, das ist es, sie hat. Na, bravo. Bravo, brüllte es auch im Saal. Als es still geworden war, beglückwünschte der Konferencier Kanafkin, drückte ihm die Hand, bot ihm an, ein Wagen würde ihn nach Hause bringen und befahl jemandem in den Kulissen im selben Wagen zur Tante zu fahren und sie zu bitten, das Programm im Frauentheater zu besuchen. Ja, was ich noch fragen wollte, hat Ihnen die Tante nicht gesagt, wo Ihre Devisen versteckt sind? Nein. Nein. Liebenswürdig bot der Konferencier Kanafkin eine Zigarette an und reichte ihm ein brennendes Streichholz. Während Kanafkin anrauchte, zeigte er ein wehmütiges Lächeln. Ich glaube Ihnen, diese alte Geizschnäpfe würde das nicht einmal dem Teufel sagen, geschweige denn ihrem Neffen. Na schön, versuchen wir menschliche Gefühle in ihr zu wecken. Vielleicht sind noch nicht alle Fasern ihrer wucherer Seele verfault. Alles Gute, Kanafkin. Nach diesen Worten fiel der Vorhang und verbarg den Konferencier. Ein helles Licht brach in den Saal und Nikanor Ivanovich träumte, dass durch alle Türen Köche mit weißen Mützen und Schöpfkellen in den Saal strömten. Kochlehrlinge schleppten einen Bottichsuppe und ein Tragbrett mit geschnittenem Schwarzbrot herein. In die Zuschauer kam Bewegung. Die fröhlichen Köche hasteten zwischen den Theaterbesuchern einher, schöpften Suppe in Schüsseln und verteilten Brot. Esst, Leute, riefen sie, und gebt die Devisen ab. Was sollt ihr hier sinnlos rumsitzen? Sowas, die Plürre essen. Nach Hause solltet ihr fahren, anständig einheben und kräftig essen. Das wär doch was. Ein dicker Koch mit rosigem Hals fragte Nikanor Ivanovich, während er ihm eine Schüssel mit einer Flüssigkeit reichte, in der ein einsames Kohlblatt schwamm. Warum sitzt du zum Beispiel hier, Vater? Ich hab keine, ich hab keine, ich hab wirklich keine. Verstehst du, ich hab keine. Du hast keine, brüllte der Koch mit rohrendem Bass. Hast keine, fragte er mit freundlicher Frauenstimme. Hast keine, hast keine, murmelte er beruhigend und verbandelte sich in die Arztgehilfen Praskovia Fjodorovna. Sanft rüttelte sie den im Schlaf stöhnenden Nikanor Ivanovich an der Schulter. Da lösten sich die Köche in Luft auf und das Theater mit dem Vorhang zerfiel. Durch Tränen hindurch erkannte Nikanor Ivanovich sein Zimmer in der Heilanstalt und zwei Gestalten in weißem Kittel. Doch das waren durchaus keine dreisten Köche, die anderen ihre Ratschläger aufdrängten, sondern Ärzte. Und Praskovia Fjodorovna hielt keine Schüssel in der Hand, sondern ein mullbedecktes Tellerchen, auf dem eine Spritze lag. Während man ihm die Injektion machte, sagte Nikanor Ivanovich bitter, Was soll das alles? Ich hab keine. Und ich hab keine. Nach der Spritze fühlte sich Nikanor Ivanovich erleichtert und schlief ohne weitere Träume ein. Doch als Folge seiner Schreie übertrug sich seine Unruhe auf das Zimmer 120, dessen Insasser erwachte und nach seinem Kopf suchte, sowie auf das Zimmer 118, wo der unbekannte Meister nervös wurde, sehnsüchtig die Hände rang und zum Mond aufblickte, in Erinnerung an die bittere letzte Herbstnacht seines Lebens, an den Lichtstreifen unter der Tür in seinem Keller und an die aufgelöste Haarsträhne. Aus dem Zimmer 118 flog die Unruhe über den Balkon zu Ivan, der ebenfalls erwachte und in Tränen ausbrach. 16. Kapitel Die Hinrichtung Die Sonne senkte sich bereits über dem Schädelberg herab, der von einem doppelten Sperring umgeben war. Die Zenturie unter dem Kommando von Markus Rattenschlechter kam, auseinandergezogen, zu zwei Ketten längs der Straße, zwischen denen unter dem Geleit des Geheimdienstes die drei Verurteilten auf einem Fuhrwerk gebracht wurden, weiße Britte um den Hals, auf denen jeweils in zwei Sprachen, Aramäisch und Griechisch, die Worte Verbrecher und Aufrührer standen. Dem Fuhrwerk der Verurteilten folgten andere Wagen, beladen mit frisch gehobelten Pfählen mit Querbalken, mit Stricken, Spaten, Eimern und Äxten. Ebenfalls auf diesen Fuhrwerken saßen die sechs Henker. Hinter ihnen ritten der Zenturium Markus, der Chef der Tempelwache von Jeschelaim und der Mann mit der Kapuze, den Pilatus im verdunkelten Gemacht des Palastes flüchtig gesprochen hatte. Den Beschluss der Prozession bildete eine Kette Soldaten und dann kamen etwa 2000 Neugierige, die die höllische Hitze nicht scheuten und bei dem prickelnden Schauspiel dabei sein wollten. Seit die Prozession den Gipfel des Berges erreicht hatte, waren schon mehr als drei Stunden vergangen. Die Sonne senkte sich, aber die Hitze war noch immer unerträglich und die Soldaten der beiden Sperrketten litten unter ihr ebenso wie unter der Langeweile. Sie verfluchten die drei Verbrecher aus tiefstem Herzensgrund und wünschten ihnen aufrichtig einen schnellen Tod. Als die vierte Stunde anbrach, erlaubte der Zenturium Markus Rattenschlechter seinen Soldaten, die Helme abzunehmen und sich mit angefeuchteten weißen Tüchern zu bedecken, aber sie mussten mit der Lanze in der Hand stehen bleiben. Er selber trug ebenfalls ein Tuch, aber kein feuchtes, sondern ein trockenes. Unweit von der Henkergruppe wanderte er auf und ab. Er hatte nicht einmal die Silberbeschläge in Form von Löwenhäuptern von seinem Gewand gelöst, hatte nicht einmal Beinschienen, Schwert und Dolch abgelegt. Die Sonne schlug auf ihn ein, doch sie tat ihm keinen Schaden. Und auf die Löwenhäupter warf man besser keinen Blick, denn der blendende Glanz des in der Sonne gleichsam kochenden Silbers stach in die Augen. Das verunstaltete Gesicht des Rattenschlechters zeigte weder Müdigkeit noch Missmut. Und es schien, als hätte der riesige Zenturio die Kraft, noch den ganzen Tag, die ganze Nacht und noch einen Tag auf- und abzugehen, kurzum, solange es nötig war. Die Hände auf dem schweren, kupferbeschlagenen Gürtel, die finsteren Blicke bald auf die Pfähle mit den Gerichteten heftend, bald auf die Soldaten der Sperrkette und genauso gleichgültig mit der Spitze des zottigen Stiefels die von der Zeit gebleichten Menschenknochen oder kleine Kieselsteine wegzustoßen, die ihm in die Quere kamen. Die Befürchtung des Prokurators, während der Hinrichtung könnten in der ihm verhassten Stadt Jaschalaim Unruhen entstehen, bewahrheiteten sich nicht. Niemand hatte versucht, die Verurteilten zu befreien, weder in Jaschalaim, das von Truppen überschwemmt war, noch hier auf dem abgesperrten Hügel. Und die Menge war in die Stadt zurückgekehrt, denn diese Hinrichtung war wirklich langweilig. Und in der Stadt liefen bereits die Zurüstungen zum großen Pessachfest, das am Abend begann. Der Mann mit der Kapuze hatte sich unweit der Pfähle auf einem dreibeinigen Schemel niedergelassen und saß unbekümmert und reglos da, wobei er ab und zu vor Langeweile mit einem Stöckchen im Sand kratzte. Hinter der Kette der Legionäre war kein Mensch. Das heißt, einer war da, doch konnten nicht alle ihn sehen. Er befand sich nicht da, wo der Zugang zum Berg offen gelassen und von wo die Hinrichtung am besten zu überblicken war, sondern im Norden des Hügels, wo dieser nicht sanft geneigt und zugänglich, sondern uneben war, voller Felsspalten und Einschnitte, wo ein kränkliches Feigenbäumchen in einen Felsenriss der gottverfluchten wasserlosen Erde gekrallt, mühsam zu leben versuchte. Unter diesem Bäumchen, das keinerlei Schatten gab, hatte sich der einsame Mann, kein Teilnehmer, sondern ein Zuschauer der Hinrichtung, niedergelassen. Und hier saß er auf einem Stein von Anbeginn, das heißt, schon seit vier Stunden. Ja, um die Hinrichtung zu beobachten, hatte er sich nicht den besten, sondern den schlechtesten Platz ausgesucht. Dennoch konnte er von hier aus die Pfähle sehen und er konnte hinter der Sperrkette die beiden funkelnden Flecke auf der Brust des Zenturius sehen. Und das war für einen Menschen, der offenkundig unbemerkt und unbehelligt bleiben wollte, vollkommen genug. Vor vier Stunden freilich, zu Beginn der Hinrichtung, hatte sich dieser Mann ganz anders verhalten, sehr auffällig sogar, und wohl deshalb hatte er sein Verhalten jetzt geändert und sich abgesondert. Vor vier Stunden war er, kaum hatte die Prozession die Kette passiert und den Gipfel erreicht, zum ersten Mal erschienen und hatte den Eindruck eines zu spät gekommenen erweckt. Schwer atmend war er den Hügel hinaufgelaufen, nicht gegangen, hatte sich durchgedrängt und als er sah, dass sich vor ihm wie vor allen anderen die Kette schloss, den naiven Versuch gemacht, zwischen den Soldaten hindurch die Richtstätte zu erreichen, wo man eben die Verurteilten vom Wagen hob. Dabei tat er, als verstünde er die gereizten Anrufe nicht. Dafür bekam er mit dem stumpfen Lanzenende einen heftigen Stoß vor die Brust, sprang zurück und schrie auf, aber nicht vor Schmerz, sondern vor Verzweiflung. Dem Legionär, der ihn gestoßen, warf er einen trüben und gänzlich gleichgültigen Blick zu, wie ein Mensch, der gegen körperliche Schmerzen unempfindlich ist. Hustend und keuchend, die Hand vor der Brust, lief er um den Hügel herum, um an der Nordseite eine Lücke in der Kette zu finden, durch die er hätte hinaufschlüpfen können. Aber es war schon zu spät, der Ring hatte sich geschlossen. So war der Mann mit dem leidverzerrten Gesicht genötigt, seine Pläne aufzugeben. Er konnte nicht mehr durchbrechen zu den Vorwerken, von denen man bereits die Kreuze ablud. Er hätte nichts mehr erreicht, außer, dass man ihn festgenommen hätte. Und an diesem Tag aufgehalten zu werden, passte keineswegs in seine Pläne. So war er auf die Nordseite zu dem Felsspalt gelangt, wo er Ruhe hatte und niemand ihn störte. Jetzt saß er auf dem Stein, der schwarzbärtige Mann, mit den von Sonne und Schlaflosigkeit eiternden Augen und ergab sich der Schwermut. Bald seufzte er, öffnete den auf seinen Wanderungen verschlissenen, ehemals blauen, jetzt schmutzig-grauen Talit und entblößte die von der Lanze geprellte Brust, über die schmutziger Schweiß lief. Bald hob er in unerträglicher Qual die Augen zum Himmel und beobachtete die drei Geier, die seit langem Hochdrogen weite Kreise zogen im Vorgefühl des bevorstehenden Festmals. Bald richtete er den hoffnungslosen Blick zur gelben Erde und starrte auf den halb zerfallenden Hundeschädel und die drumherum huschenden Eidechsen. Seine Qual war so groß, dass er zeitweilig Selbstgespräche führte. »Oh, oh, oh, ein Tor bin ich, ein Tor, ein hirnloses Weib, Feigling, ein Kadaver bin ich, kein Mensch.« Er verstummte, nickte, dann trank er aus der Holzflasche warmes Wasser, belebte sich wieder, griff bald nach dem Messer, das er unter dem Talit auf der Brust bag, bald nach dem Pergament, das zusammen einem Stöckchen und einem Tuschefläschchen vor ihm auf dem Stein lag. »Die Minuten eilen. Ich, Levi Matthäus, bin auf dem Schädelberg und der Tod ist noch immer nicht eingetreten. Die Sonne senkt sich, doch der Tod tritt nicht ein. Gott, Gott, wofür zürnst du ihm? Schicke ihm den Tod.« Dies geschrieben, schluchzte er trocken auf und kratzte sich abermals die Brust blutig. Der Grund für Levis Verzweiflung waren das furchtbare Missgeschick, das Jeschua und ihn ereilt, und der verhängnisvolle Fehler, den er, Levi, seiner Meinung nach begangen hatte. Vorgestern waren er und Jeschua in Bethanien bei Jeschalaim Gäste eines Gemüsegärtners gewesen, dem Jeschuas Predigten wohlgefielen. Den ganzen Vormittag waren sie dem Gärtner bei der Arbeit zur Hand gegangen und sie wollten gegen Abend, wenn es schon kühl war, nach Jeschalaim zurückkehren. Aber Jeschua hatte es aus irgendwelchen Gründen eilig, sagte, er habe in der Stadt unaufschiebbare Dinge zu erledigen und wanderte schon gegen Mittag alleine los. Das war Levi Matthäus' erster Fehler gewesen. Warum? Warum nur hatte er ihn alleine ziehen lassen? Am Abend konnte Matthäus nicht nach Jeschalaim gehen. Ganz plötzlich warf ihn eine schlimme Kränke nieder. Er hatte Schüttelfrost, sein Körper glühte, er klapperte mit den Zähnen und verlangte dauernd zu trinken. Er konnte nirgendwo hingehen. Im Schuppen des Gemüsegärtners lag er auf einer Pferdedecke bis Freitagfrüh, dann verließ ihn die Krankheit so plötzlich, wie sie gekommen war. Wie wohl noch schwach und mit zitternden Beinen verabschiedete er sich vom Vorgefühl eines Unglücks gepeinigt von dem Gastfreund und begab sich nach Jeschalaim. Dort erfuhr er, dass sein Vorgefühl ihn nicht getrogen hatte und das Unglück geschehen war. Levi war in der Menge und hörte dem Prokurator das Urteil verkünden. Als die Verurteilten zum Schädelberg gebracht wurden, lief Levi Matthäus inmitten der Neugierigen neben der Sperrkette her und bemühte sich Jeschua unbemerkt Zeichen zu geben, dass er Levi hier sei bei ihm, dass er ihn auf seinem letzten Wege nicht im Stich lasse und betet, der Tod möge Jeschua möglichst schnell ereilen. Allein Jeschua schaute in die Ferne, in die Richtung, wohin er gebracht wurde und sah Levi nicht. Als die Prozession eine halbe Vers zurückgelegt hatte, kam dem Matthäus, den die Menge unmittelbar an der Sperrkette hin und her rempelte, ein einfacher und glücklicher Gedanke. Und sofort bedachte er sich hitzig, wie er war mit Flüchen, dass er nicht früher darauf verfallen war. Die Soldaten gingen nicht in geschlossener Kette, es gab Zwischenräume. Wenn er es geschickt anstellte und genau berechnete, konnte er gebückt zwischen zwei Legionären hindurchspringen, das Fuhrwerk erreichen und sich hinaufschwingen. Dann war Jeschua von den Qualen gerettet. Ein Augenblick würde genügen, um ihm ein Messer in den Rücken zu stoßen und ihm zuzurufen, Jeschua, ich rette dich und gehe mit dir. Ich, Matthäus, dein treuer und einziger Schüler. Und wenn ihm Gott dann noch einen freien Augenblick gewährte, konnte er noch sich selber das Messer in den Leib stoßen, um dem Tod am Kreuz zu entgehen. Im Übrigen war dies Levi, dem ehemaligen Zöllner, ziemlich gleichgültig. Es interessierte ihn wenig, wie er starb. Er wollte nur, dass Jeschua, der keinem Menschen je Böses getan, keine Qualen erlitte. Der Plan war sehr gut, aber Levi hatte kein Messer bei sich. Auch besaß er keine Münze Geld. Wieder sich selber rasend, drängte sich Levi aus der Menge und rannte zurück in die Stadt. In seinem glühenden Kopf hüpfte nur der eine fiebrige Gedanke, dass er jetzt sofort, gleich viel wie, in der Stadt ein Messer beschaffen und die Prozession wieder einholen müsse. Er lief bis zum Stadttor, zwängte sich durchs Gedränge der in die Stadt strömenden Karawanen und erblickte linker Hand die offene Tür eines Brotladens. Schwer atmend nach dem raschen Lauf über die glühende Straße zwang sich Levi zur Ruhe. Betrat gemessen den Laden, grüßte die Besitzerin hinterm Ladentisch und bat sie, ihm vom Wandbrett den obersten Brotleib herunterzureichen, der ihm besser gefalle als die anderen. Als sie sich abwandte, griff er blitzschnell vom Ladentisch das Beste, was es jetzt für ihn geben konnte, ein rasiermesserscharfes langes Brotmesser und stürzte aus dem Laden. Ein paar Minuten später war er schon wieder auf der Jaffa-Straße. Aber die Prozession war nicht mehr zu sehen. Er lief. Ab und zu musste er sich in den Staub werfen und ein Weilchen unbeweglich verschnaufen. So lag er dann. Zur Verwunderung derer, die auf Mauleseln oder zu Fuß nach Jeschaleim strebten. Er lag und hörte sein Herz nicht nur in der Brust hämmern, sondern auch im Kopf und in den Ohren. Wieder zu Atem gekommen, sprang er auf und lief weiter, doch langsamer und immer langsamer. Als er endlich in der Ferne die Staubwolken der langen Prozession sah, hatte diese bereits den Fuß des Schädelberges erreicht. Aber er kam zu spät. Die Kreuzigung hatte schon begonnen. Matthäus verzweifelte. Er verfluchte sich, schrie sinnlose Worte hinaus, brüllte und spuckte aus und schmähte Vater und Mutter, die ihn als Dummkopf in die Welt gesetzt hätten. Als er sah, dass seine Flüche und Schmähreden keine Wirkung hatten und in der Sonnenglut alles beim Alten blieb, ballte er die senigen Fäuste schwang sie mit verkniffenem Gesicht zum Himmel gegen die Sonne, die immer tiefer herabkroch, die Schatten verlängerte und sich entfernte, um ins Mittelmeer zu stürzen und forderte von Gott ein sofortiges Wunder. Er verlangte, Gott solle Jeschua alsbald den Tod schicken. Als er die Augen öffnete, sah er, dass auf dem Hügel die Dinge unverändert und nur die grellen Flecken auf der Brust des Centurio erloschen waren. Die Sonne sandte ihre Strahlen auf die Rücken der Gerichteten, die mit den Gesichtern nach Jaschalaim blickten. Da schrie Levi, Gott, ich verfluche dich! Taub bist du! Wärst du nicht taub, so würdest du mich hören und ihn sofort töten! Mit verkniffenem Gesicht wartete er auf den Feuerstrahl, der vom Himmel auf ihn niederfallen und ihn niederschmettern würde. Doch der Feuerstrahl blieb aus und Levi fuhr fort, mit geschlossenen Augen giftige Schmähreden gegen den Himmel zu schreien. Er schrie, wie grenzenlos enttäuscht er sei und dass auch noch andere Götter und Religionen existierten. Ja, ein anderer Gott hätte niemals zugelassen, dass ein Mensch wie Jeschua am Kreuz von der Sonne verbrannt würde. Geirrt habe ich mich, du bist ein Gott des Bösen. Oder sind deine Augen vom Qualm der Räucherpfannen im Tempel vernebelt und deine Ohren unfähig geworden, etwas anderes zu hören als die Posaunentöne der Priester? Du bist kein allmächtiger Gott, ein finsterer Gott bist du. Ich verfluche dich, du Gott der Verbrecher, ihr Beschützer und ihre Seele! In diesem Moment blies dem ehemaligen Zöllner etwas ins Gesicht und zu seinen Füßen raschelte es. Als es nochmals blies, machte er die Augen auf und sah, dass sich die Welt, sei es unter dem Einfluss seiner Verwünschungen oder aus anderen Gründen verändert hatte. Die Sonne war verschwunden, ohne das Meer erreicht zu haben, indem sie allabendlich versank. Sie war verschluckt worden von einer träunden Gewitterwolke, die von Westen her heraufzog. Levi blickte auf die Feuerfäden, die die Wolke zerschnitten, und flehte ein Blitzmöge Jeshuas Pfahl treffen. Dann richtete er den Blick zum Fuß des Hügels, dorthin, wo verstreut die Kavallerie aller stand, und sah, dass dort bedeutende Veränderungen vor sich gingen. Hastig rissen die Soldaten die Lanzen aus der Erde, warfen die Umhänge über, die Pferdewärter kamen zur Straße getrabt und führten die Rappen am Zügel. Die Ala wurde zurückgezogen, so viel war sicher. Levi schirmte das Gesicht mit der Hand vor dem peitschenden Staub, spuckte aus und bemühte sich zu ergründen, was der Abzug der Kavallerie bedeutete. Als er weiter nach oben blickte, sah er eine kleine Gestalt in purpurner Soldatenchlamüse zur Richtstätte hinaufsteigen. Im Vorgefühl eines glücklichen Endes stockte dem ehemaligen Zöllner das Herz. Der Mann, der in der fünften Leidensstunde der Verbrecher den Berg hinaufstieg, war der in Begleitung eines Melders aus Jeschaleim herbeigesprengte Kommandeur der Kohorte. Auf einen Wink des Rattenschlechters öffnete sich die Kette der Soldaten und der Zenturio salutierte dem Tribunen. Dieser nahm den Rattenschlechter beiseite und flüsterte ihm etwas zu. Der Zenturio salutierte abermals und trat auf die Henkergruppe zu, die zu Füßen der Pfähler auf Steinen saß. Der Tribun seinerseits lenkte seine Schritte zu dem Mann auf dem dreibeinigen Schemel. Dieser erhob sich höflich. Leise sprach der Tribun auf ihn ein, dann gingen die beiden zu den Kreuzen. Der Chef der Tempelwache schloss ich ihnen an. Einen Blick voller Abscheu warf der Rattenschlechter auf die schmutzigen Lumpen am Fuß der Pfähle, die ehemaligen Kleider der Verbrecher, die die Henker verschmäht hatten. Rief zwei der Letzteren zu sich und befahl, Folg mir! Vom nächstgelegenen Kreuz tönte ein heiseres, sinnloses Lied. Der hier hängende Gestas hatte drei Stunden nach der Hinrichtung infolge der Fliegen und der Sonne den Verstand verloren. Und jetzt sang er leise von Weintrauben. Aber sein Kopf mit dem Turban bewegte sich noch ab und zu. Dann erhoben sich die Fliegen, träge von seinem Gesicht und ließen sich gleich erneut darauf nieder. Diesmal am zweiten Kreuz litt noch mehr als die anderen, denn er war bei Bewusstsein und bewegte den Kopf rhythmisch nach rechts und links, um das Ohr gegen die Schulter zu stoßen. Glücklicher als die beiden war Jeschua. Schon in der ersten Stunde hatte ihn mehrmals das Bewusstsein verlassen. Dann war er gänzlich in Ohnmacht gesunken und sein Kopf im aufgelösten Turban hing herab. Er war so dicht mit Fliegen und Bremsen bedeckt, dass sein Gesicht unter einer kribbelnden schwarzen Masse verschwand. Auf dem Bauch, in den Leisten und unter den Achseln saßen fette Bremsen und saugten an dem nackten gelben Leib. Einer der Henker ergriff dem Wink des Mannes mit der Kapuze gehorchend eine Lanze. Ein anderer brachte einen Eimer und einen Schwamm zum Kreuz. Der erste Henker stieß mit der Lanze erst gegen den einen, dann gegen den anderen gestreckten Arm Jeschuas, die mit Stricken an die Querbalken des Pfahls geschnürt waren. Ein Zucken ging durch den Körper mit den vortretenden Rippen. Der Henker führte das Speerende über Jeschuas Bauch. Da hob Jeschuas den Kopf, Brummen stiegen die Fliegen auf und das Gesicht des Hängenden kam zum Vorschein, von Stichen gedunsen, mit verquollenen Augen, ein nicht wiederzuerkennendes Gesicht. Han Hosri zwang die verklebten Lider auseinander und blickte hinab. Seine Augen, früher klar, waren jetzt trüb. Han Hosri. Was willst du? Warum bist du zu mir gekommen? Tränk. Der wassergetränkte Schwamm auf der Speerspitze näherte sich Jeschuas Lippen. In dessen Augen blinkte Freude. Er brachte die Lippen an den Schwamm und saugte gierig die Feuchtigkeit. Vom Nebenfall drang die Stimme des Diesmars. Ungerecht. Ich bin genauso ein Verbrecher wie er. Maul halten am zweiten Kreuz. Diesmals verstummte. Jeschua riss die Lippen vom Schwamm. Er wollte, dass seine Stimme freundlich und überzeugend klang. Doch es gelang ihm nicht, als er den Henker bat. Gib ihm zu trinken. Es wurde immer dunkler. Die Wolke überzog schon den halben Himmel und eilte geniesche Leim. Kochende weiße Wölkchen flogen der von Feuer und schwarzen Nässe erfüllten Gewitterwolke voraus. Direkt über dem Schädelberg blitzte und donnerte es. Der Henker nahm den Schwamm vom Speer. Preise den großmütigen Hegemon. Und er stieß Jeschua sanft den Speer ins Herz. Blut lief ihm über den Bauch. Sein Unterkiefer zuckte krampfhaft. Sein Kopf sank herab. Beim zweiten Donnerschlag hatte der Henker auch diesmal getränkt und ihn mit denselben Worten Preise den Hegemon getötet. Gestors, der nicht mehr denken konnte, schrie erschrocken auf, als der Henker vor ihm stand. Doch so wie der Schwamm seine Lippen berührte, schlug er Brüllen die Zähne hinein. Gleich darauf hing auch sein Körper schlaff in den Stricken. Der Tribun gab dem Zenturio ein Zeichen, wandte sich ab und stieg mit dem Chef der Tempelwache und dem Mann mit der Kapuze den Berg hinunter. Es war schon fast dunkel. Blitze furchten den schwarzen Himmel. Plötzlich spritzte Feuer aus ihm hervor und der Ruf des Zenturios »Die Kette zurückziehen« ging im Donner unter. Die Soldaten stürmten glücklich den Berg hinab und setzten im Laufen die Helme auf. Finsternis verhüllte Jascha Laim. Plötzlich flutete ein Platzregen herab und erreichte die Zenturien auf halber Höhe des Berges. So dicht strömte das Wasser hernieder, dass den abwärts laufenden Soldaten bereits tobende Wasserwogen hinter dreien jagten. Sie glitten aus, stürzten auf dem erweichten Lehm und beeilten sich, die glatte Straße zu erreichen, auf der, durch den niederprasselnden Regen kaum zu sehen, die völlig durchnässte Kavallerie Genjascha Laim sprengte. Nach wenigen Minuten befand sich auf dem Hügel zwischen Donner, Wasser und Feuer nur noch ein Mensch. Das gestohlene Messer schwenkend, von schlüpfrigen Vorsprüngen abrutschend, an alles sich klammernd und manchmal auf allen Vieren kriechend, strebte Levi den Kreuzen zu. Mal verschwand er in der dichten Finsternis, mal beleuchtete ihn das zuckende Licht. Bis an die Knöchel im Wasser wartend, erreichte er die Pfähle, hier riss er sich den regenschweren Talit herunter und schmiegte sich im bloßen Hemd an Jeshuas Füße. Erst zerschnitt er die Strecke an den Knöcheln, dann stieg er auf den unteren Querbalken, umfing Jeshua und erfreite dessen Arme von der oberen Verschnürung. Der nasse, nackte Körper stürzte auf ihn herab und warf ihn zu Boden. Levi wollte ihn sich auf die Schultern laden, doch da kam ihm ein Gedanke. Er ließ den Körper mit dem zurückgebogenen Kopf und den ausgestreckten Armen im Wasser liegen und lief im glitschigen Lehm ausrutschend zu den anderen Pfählen. Auch hier zerschnitt er die Strecke und die beiden Körper fielen zu Boden. Wenig später befanden sich auf dem Gipfel nur noch die beiden Leichname und die drei leeren Kreuze. Das Wasser stieß die Körper und bewegte sie. Levy und Jeshuas Körper waren nicht mehr auf dem Schädelberg. 17. Kapitel Ein unruhiger Tag Am Freitagmorgen, das heißt am Tag nach der grässlichen Vorstellung, waren die Angestellten des Varietés, der Buchhalter Vassili Stepanovich Lastortskin, zwei Betriebsabrechner, drei Stenotypistinnen, die beiden Kassiererinnen, Boten, Platzanweiser und Putzfrauen, kurz, alle Anwesenden nicht auf ihren Arbeitsplätzen, sondern hockten auf den Fensterbrettern und beobachteten, was sich drunten auf der Sadova ja vor dem Hause tat. An der Wand klebte in zwei Reihen eine vieltausendköpfige Schlange, deren Schwanz bis zum Kudrinskaja Platz reichte. Am Kopf der Schlange standen etwa zwei Dutzend in Moskauer Theaterkreisen wohlbekannte Kartenaufkäufer. Die Schlange war sehr unruhig. Sie erregte die Aufmerksamkeit der vorüberströmenden Bürger und vertrieb sich die Zeit, indem sie die zündenden Berichte von der gestrigen Vorstellung in schwarzer Magie erörterte. Diese Berichte hatten auch den Buchhalter Vassili Stepanovic, der die Vorstellung nicht gesehen hatte, in größte Bestürzung versetzt. Die Platzanweiser erzählten haarsträubende Geschichten, unter anderem, dass nach Schluss der Vorstellung einige Frauen in unanständigem Aufzug durch die Straßen gelaufen seien und Ähnliches in der Art. Der stille und bescheidene Vassili Stepanovic klapperte nur mit den Augen, als er solche Mähren hörte und wusste entschieden nicht, was er unternehmen sollte. Eine unglaubliche Geschichte. Die Leitung des Varietés, bestehend aus dem Direktor, dem Finanzdirektor und dem Administrator, ist verschwunden und der Conforcé wurde nach der gestrigen Vorstellung in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Kurz, ein Skandal. Es musste etwas geschehen. Die versammelte Belegschaft sah den Buchhalter erwartungsvoll an. Er war als einziger von der Leitung des Hauses von den unerklärlichen Vorgängen verschont geblieben. Und so war es jetzt an ihm, Vassili Stepanovic, zu handeln. Er wies also an, die Kasse heute nicht zu öffnen. An die Varieté-Tür wurde ein riesiges Pappschild gehängt. Die heutige Vorstellung fällt aus. Die Angestellten durften nach Hause gehen, nur die Diensthabenden mussten bleiben und die Türen des Varietés wurden verrammelt. Der Buchhalter Vassili Stepanovic hatte noch zwei unaufschiebbare Pflichten zu erfüllen. Erstens musste er zur Kommission für Schauspiele und Unterhaltungsveranstaltungen leichteren Typs fahren und über die gestrigen Ereignisse Bericht erstatten. Kommission aufsuchen, um die gestrige Kasse in Höhe von 21.711 Rubeln abzuliefern. Der gewissenhafte und verlässliche Vassili Stepanovic wickelte das Geld in Zeitungspapier, verschnürte es über Kreuz, schob es in die Aktentasche und begab sich, eingedenk der Instruktion, nicht zum Autobus oder zur Straßenbahn, sondern zum Taxistand. Drei Wagen standen dort. Doch als die Chauffeure den Fahrgast erblickten, der mit strammgefüllter Aktentasche auf sie zueilte. Da fuhren sie ihm alle drei leer vor der Nase weg und sahen sich wütend nach ihm um. Der verblüffte Buchhalter stand geraume Zeit wie eine Salzsäule da und grübelte, was das bedeuten mochte. Bald danach rollte ein freier Wagen heran und das Gesicht des Fahrers verzerrte sich, als er des wartenden ansichtig wurde. Sind Sie frei? Zeigen Sie erst mal Ihr Geld. Der Buchhalter immer mehr verwundert klemmte die kostbare Aktentasche unter den Arm, entnahm der Brieftasche einen Zehn-Rubelschein und wies ihn dem Chauffeur. Ich fahr nicht. Moment mal. Haben Sie keine drei Rubelscheine? Wie vor den Kopf geschlagen zog Vassilis Stepanovich zwei drei Rubelscheine aus der Brieftasche und wies sie vor. Steigen Sie ein. Was ist denn? Haben Sie auch meinen Kollegen ist es schon passiert? Gib mir doch irgend so ein Strolchen Zehner. Ich ihm fähr 50 raus. Steigt aus und ist weg, der Schweinehund. Nach fünf Minuten sehe ich nach, statt des Zehners finde ich in der Tasche einen Aufkleber von einer Nasanflasche. Der Nächste will zum Sobovsky Boulevard. Ein Zehner. Ich gebe ihm drei Rubel raus. Er geht weg, ich fasse in die Tasche und statt des Zehners sitzt eine Biene drin und piekt mich in den Finger. Gestern hat dem Varieté so ein Dreckskal von Zauberkünstler einen Trick mit zehn Rubelscheinen vorgeführt. Der Buchhalter saß wie betäubt, duckte sich und machte ein Bei seinem Ziel angelangt, zahlte der Buchhalter zur Zufriedenheit, betrat das Gebäude und eilte durch den Korridor zum Zimmer des Leiters. Doch schon unterwegs merkte er, dass er ungelegen kam. Im Büro der Kommission für Schauspiel herrschte ein Durcheinander wie in einem aufgestörten Bienenschwarm. An dem Buchhalter vorüber eilte eine Botin mit nach hinten gerutschtem Kopftuch und weit aufgerissenen Augen. Er ist weg, er ist weg, er ist weg, Leute. Sein Jackett und die Hosen sind da, aber im Jackett ist nichts drin. Sie verschwand hinter einer Tür und man hörte von dort das scheppern brechenden Geschirrs. Aus dem Vorzimmer kam der dem Buchhalter wohlbekannte Leiter der ersten Abteilung der Kommission, aber in einer Verfassung, dass er dem Buchhalter nicht erkannte und auch er verschwand. Der erschütterte Vassili Stepanović betrat das Vorzimmer des Leiters und hier haute es ihn endgültig um. Aus der offenen Tür des Chefzimmers kam drohend eine Stimme, die unzweifelhaft Prakor Petrovic, dem Vorsitzenden der Kommission, gewährte. Er scheint wem eine Abreibung zu verpassen, dachte der Buchhalter bestürzt und drehte sich um. Im Ledersessel lehnte mit zurückgelegtem Kopf, unaufhaltsam schluchzend, ein nasses Taschentuch in der Hand, Ehren von Prakor Petrovic, die schöne Anna Richardovna. Ihr Kinn war mit Lippenstift verschmiert, über ihre Pfirsichwangen krochen von den Wimpern her schwarze Becher aufgeweichte Tusche. Als Anna Richardovna den eingetretenen Buchhalter erblickte, sprang sie auf ihn zu, krallte sich in seine Jackett Reverse und schüttelte ihn. Gott sei Dank, wenigstens einer der Mut hat, alle laufen weg, alle sind Verräter. Kommen Sie, Vasilis Tirpanovic, beim Eintreten ließ der Buchhalter als erstes seiner Aktentasche fallen und die Gedanken in seinem Kopf vollführten einen tollen Wirbeltanz. Grund genug war dazu Warli vorhanden. Hinter dem riesigen Schreibtisch mit dem schweren Tintenfass saß ein leerer Anzug und führte den nicht eingetauchten trockenen Federhalter übers Papier. Der Anzug trug eine Krawatte, aus seiner Brusttasche schaute ein Füllhalter, aber aus dem Kragen kamen nicht Hals noch Kopf, aus den Manschetten keine Hände. Der Anzug war an die Arbeit vertieft und bemerkte gar nicht das Durcheinander, das ringsum herrschte. Als er hörte, dass jemand eingetreten war, lehnte er sich im Sessel zurück und über dem Kragen ertönte die dem Buchhalter wohlbekannte Stimme von Prachor Petrovic. Was gibt's? An der Tür steht's, zurück. Ich hab ihm ja immer gesagt, er soll nicht solche Teufelsflüche ausstoßen. Nun hat er ausgeflucht. Proscha, wo sind Sie? Was heißt hier Proscha? Er erkennt mich nicht, Vasilis Dipanovic. Er erkennt mich nicht. Verstehen Sie? Ich muss doch bitten, in meinem Zimmer nicht zu heulen. Wütend zog sich der gestreifte Anzug einen frischen Stoß Papier heran, den er offensichtlich mit Anordnungen vollschreiben wollte. Stellen Sie sich vor, ich sitze hier, da kommt ein Kater rein, schwarz, riesengroß, wie ein Nashorn. Ich rufe natürlich Husch und will ihn verscheuchen. Er geht auch und stattdessen kommt ein Dickwanst rein, auch mit einer Katzenvisage und sagt, was soll das bedeuten, Bürgerin, dass Sie die Besucher mit Husch anschreien und rein zu Prochopetrovic. Ich natürlich hinterher und schreie, sind Sie verrückt geworden? Und der freche Kerl geht zu Prochopetrovic und setzt sich ihm gegenüber in den Sessel. Na, der Chef ist ganz schön hochgegangen, ich kann es nicht bestreiten, nervös ist, er arbeitet ja auch wie ein Büffel. Er schnauzt also los, wie kommen Sie dazu, sagt er, ohne Anmeldung hier rein zu platzen. Stellen Sie sich vor, der Lümmel lehnt sich im Sessel zurück und sagt lächelnd, ich, bin gekommen, um Dienstliches mit Ihnen zu besprechen. Prochopetrovic braust schon wieder auf, ich habe zu tun. Da antwortet doch der Kerl, gar nichts haben Sie zu tun. Na, da ist Prochopetrovic die Geduld gerissen, er brüllt los, was fällt Ihnen ein, bringt den Kerl raus, dass mich der Teufel hole und stellen Sie sich vor, da grinst der Kerl und sagt, der Teufel soll sie holen, lässt sich einrichten und bumms, ich kam gar nicht zum Schreien, das sehe ich, der mit der Katzenvisage ist weg und da, da, da sitzt er, der Anzug. Hu, 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 heute Anna Richardowna los und verzerrte den Mund, der jegliche Fasson verloren hatte. Vom Heulen wurde ihr die Luft knapp, trotzdem brachte sie das Unvorstellbare heraus und er schreibt, er schreibt, er schreibt, es ist zum Verstand verlieren, er telefoniert, ein Anzug, alle sind sie davon gerannt wie die Hasen. Der Buchhalter stand und büberte, aber das Schicksal rettete ihn, ruhig, sachlich, betrat die Miliz in Gestalt von zwei Männern das Vorzimmer. Als die schöne Sekretärin dieser erblickte, stieß sie den Finger in Richtung des Chefzimmers und schluchzte noch heftiger. Wir wollen lieber nicht schluchzen, Bürgerin. Der Buchhalter, der sich hier überflüssig fühlte, lief aus der Tür und war kurz darauf an der frischen Luft. In seinem Kopf brauste es und durch das Brausen hörte er Fetzen von den Gesprächen der Platzanweiser, die von einem Kater erzählten, der an der gestrigen Vorstellung teilgenommen hatte. He he, dachte er, das wird doch nicht unser Katerchen gewesen sein. Eine halbe Stunde später war der Buchhalter in der Finanzabteilung und hoffte nun endlich, das staatliche Geld loszuwerden. Durch Erfahrung gewitzigt, warf er zunächst einen vorsichtigen Blick in den langgestreckten Saal, wo hinter Mattglas-Scheiben mit goldenen Aufschriften die Angestellten saßen. Er entdeckte keine Anzeichen von Unruhe oder Unordnung. Alles war still, wie es sich für eine anständige Behörde geziemt. Vassilis Stepanovic steckte den Kopf durch das kleine Fenster, über dem Einzahlungen stand, begrüßte einen unbekannten Angestellten und bat höflich um ein Einzahlungsformular. Wozu brauchen Sie das? Ich möchte Geld einzahlen, ich komme vom Varité. Einen Moment. Der Angestellte ließ sofort das Gitter herunter. Merkwürdig, dachte der Buchhalter. Seine Verwunderung war ganz natürlich. So etwas erlebte er zum ersten Mal. Jedermann weiß, wie schwer es ist, Geld zu bekommen, da finden sich immer Hindernisse. Aber dass jemand, sei es eine juristische oder eine private Person, Schwierigkeiten macht, Geld anzunehmen, das war dem Buchhalter in seiner 30-jährigen Praxis noch nicht passiert. Endlich ging das Gitter wieder hoch, und der Buchhalter beugte sich zum Schalterfenster. Haben Sie denn viel? 21.711 Rubel. Oho! Der Angestellte reichte dem Buchhalter das grüne Formular. Vassilii Stepanovich, der bestens Bescheid wusste, füllte es im Nu aus und schnürte das Geldpaket auf. Doch als er das Zeitungspapier auseinanderschlug, stieß er einen Wehen laut aus. Vor seinen Augen flirrte ausländisches Geld. Da waren Päckchen kanadischer Dollars, englische Pfunde, holländische Gulden, lettische Latz, estnische Kronen. Da haben wir ja einen von diesen Spaßvögeln aus dem Varieté, sagte eine Stimme drohend dicht über dem versteinerten Buchhalter. Vassilii Stepanovich wurde verhaftet. 18. Kapitel Die unglücklichen Besucher Indes der tüchtige Buchhalter per Taxi lossauste, um dem schreibenden Anzug zu begegnen, entstieg dem gepolsterten Platzkartenwagen Nummer 9 des Kiewer Zuges, der soeben in Moskau eingelaufen war, ein gut gekleideter Mann mit einem Vulkanfieberköfferchen. Dieser Mann war niemand anders als der Onkel des verblichenen Berlioz, der Planungsökonom Maximilian Andreevich-Papravsky, beheimatet in Kiew in der ehemaligen Institutskayerstraße. Der Grund für seine Moskau-Reise war ein Telegramm, das er vorgestern spätabends erhalten hatte. Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut. »Bin soeben an Patriarchenteichen von Straßenbahn überfahren. Beerdigung, Freitag, 15 Uhr, bitte kommen. Berlioz.« Paplavsky galt verdientermaßen als einer der klügsten Köpfe in Kiew. Aber selbst den klügsten kann ein solches Telegramm in Druck bringen. Wenn jemand telegrafiert, er sei überfahren worden, kann er nicht tot sein. Aber was soll dann die erwähnte Beerdigung? Vielleicht steht es schlecht um ihn und er weiß, dass er sterben muss. Doch dann wiederum ist diese Genauigkeit im höchsten Grade seltsam. Woher weiß er, dass er Freitag um 15 Uhr beerdigt wird? Komisches Telegramm. Nachdem der Kummeranfall der Paplavskys Gatten niederwarf etwas nachgelassen hatte, rüstete der Planungsökonom unverzüglich zur Reise nach Moskau. »Wir müssen hier ein Geheimnis Paplavskys enthüllen.« Unstrittig dauerte ihn der Neffe seiner Frau, den es in der Blüte seiner Jahre dahingerafft hatte. Aber als sachlicher Mensch wusste er natürlich, dass seine Teilnahme an der Beerdigung keineswegs erforderlich war. Dennoch hatte er es sehr eilig, nach Moskau zu kommen. Was hatte das für einen Grund? Nur einen, die Wohnung. Eine Wohnung in Moskau, das war was. Er musste trotz aller Schwierigkeiten versuchen, die Wohnung seines Neffen in der Sadova ja zu erben. Der erfahrene Paplavsky wusste, dass er sich dazu unbedingt als erstes und sei es zeitweilig, in den drei Räumen seines verstorbenen Neffen offiziell einquartieren musste. Am Freitag fuhr Paplavsky also nach Moskau, überquerte den Asphalthof der Sadova ja Nummer 302 und eilte hinauf zur Wohnung Nummer 50. Kaum hatte der Planungsökonom geläutet, da öffnete sich die Tür und er betrat die halbdunkle Diele. Er wunderte sich ein wenig, denn es war nicht ersichtlich, wer ihn geöffnet hatte. In der Diele war niemand, außer einem riesigen schwarzen Kater, der auf einem Stuhl saß. Paplavsky räusperte sich und trat kräftig auf. Da öffnete sich die Tür zum Arbeitszimmer und in die Diele trat Kalorjev. Paplavsky verbeugte sich höflich, doch würdevoll und sagte, Mein Name ist Paplavsky. Ich bin der Onkel des verstorbenen Berlioz. Aber gewiss doch, gewiss doch. Ich hatte Sie ja kaum gesehen, da wusste ich schon, dass Sie es sind. Das ist ein Unglück, nicht? Was so alles passiert, wie? Er wurde von der Straßenbahn überfahren? Aber gründlich. Ich war Zeuge. Glauben Sie mir, ratsch, Kopf ab. Das rechte Bein Knacks in zwei Hälften. Das linke Knacks in zwei Hälften. Dahin führt das mit diesen Straßenbahnen. Außerstande, sich zu beherrschen, stieß Kalorjev mit der Nase gegen die Wand neben dem Spiegel und schluchzte krampfhaft. Der Onkel war aufrichtig beeindruckt von dem Gebaren des Unbekannten. Da sagt man nun, heutzutage gäbe es keine herzensguten Menschen mehr, dachte er, und fühlte, dass es ihm selber an den Augen juckte. Aber zugleich verschattete ein unangenehmes Wölkchen seine Seele und wie eine Schlange beschlich ihn der Gedanke, ob sich nicht dieser herzensgute Mensch schon in der Wohnung des Verstorbenen eingenistet hatte, denn sowas kommt dem Leben vor. Entschuldigung, waren Sie ein Freund meines verstorbenen Mischa? Ich kann nicht mehr. Ich muss Baldrian nehmen und dann ins Bett. Dahin führt das mit diesen Straßenplanen. Haben Sie mir das Telegramm geschickt? Nein, er. Karlovjev wies auf den Kater und verschwand. Paplavsky riss die Augen auf und glaubte sich verhört zu haben. Der Kater kam in Bewegung, er sprang vom Stuhl, stellte sich auf die Hinterpfoten und stemmte die Vorderpfoten in die Hüften. Ja, ich hab das Telegramm aufgegeben. Wow. Was weiter? Den Ausweis. Paplavsky, der keinen klaren Gedanken fassen konnte und nichts mehr sah als die glühenden Funken in den Katzenaugen, riss den Ausweis aus der Tasche wie einen Dolch. Der Kater griff von der Spiegelkonsole eine dicke schwarze Hornbrille, setzte sie auf die Schnauze, was ihm ein noch imposanteres Aussehen verlieh und nahm Paplavsky den Ausweis aus der flatternden Hand. Ich bin ja neugierig, ob ich in Ohnmacht falle oder nicht, dachte Paplavsky. In der Ferne hörte man Karowjev schluchzen und die Diele füllte sich mit einem Geruch von Äther, Baldrian und noch etwas Scheußlichem. Ah, welches Revier hat das Dokument ausgestellt? Ah, ah, Revier 412, natürlich. Dieses Revier kenn ich, die geben ja jedem hergelaufenen einen Ausweis. Einem wie Ihnen würde ich nie einen Ausweis geben. Wow, um keinen Preis. Beim ersten Blick auf Ihr Gesicht würde ich mich rundheraus weigern. Der Kater war so erbittert, dass er den Ausweis zu Boden schleuderte. Ihre Anwesenheit bei der Beerdigung erübrigt sich. Bemühen Sie sich zurück zu Ihrem Wohnsitz. Astas Yellow, wow. In der Diele erschien hinkend ein kleiner Mann in straffem schwarzem Trikot mit einem Lederriemen umgürtet, in dem ein Messer steckte. Er war rothaarig, hatte einen gelben Eckzahn und im linken Auge den Starr. Poplowski spürte, dass ihm die Luft knapp wurde. Er stand vom Stuhl auf, wich zurück und griff sich ans Herz. Bring ihn raus, Astas Yellow. Poplowski, ich hoffe, du hast es begriffen. Fahr sofort zurück nach Kiew. Verhalte dich dort mucksmäuschenstill und träume nie wieder von einer Wohnung in Moskau. Kapiert. Der kleine Mann, der mit seinem Eckzahn, dem Messer und dem schiefen Auge Poplowski Todesangst einflößte, reichte diesen nur bis zur Schulter, aber er handelte tatkräftig, zweckmäßig und wohlüberlegt. Als erstes hob er den Ausweis auf und gab ihn Poplowski. Poplowski, der ihn am Ende seiner Kräfte entgegennahm. Dann ergriff er mit einer Hand den Koffer, riss mit der anderen die Tür auf, nahm Berlioz' Onkel beim Arm und führte ihn hinaus. Poplowski raste, den Ausweis in der Hand, die Treppe runter. Erst auf dem übernächsten Treppenabsatz setzte er sich benommen auf eine Stufe. In diesem Moment kamen von unten die vorsichtigen Schritte eines treppaufsteigenden Menschen. Poplowski war noch eine Treppe tiefer gestiegen und saß nun mit angehaltenem Atem auf einem Bänkchen. Ein mickriges, betagtes Männlein mit tief traurigem Gesicht, angetan mit einem altmodischen Anzug aus Roseide und einem grünbebänderten Hut, kam die Treppe herauf und blieb vor Poplowski stehen. Gestatten Sie eine Frage, Bürger, wo ist die Wohnung Nummer 50? Weiter oben. Das Männlein ging weiter Treppauf. Poplowski erhob sich, lief nach unten und versteckte sich im Hausflur. Er wollte mit Hilfe des mickrigen Männleins die verhexte Wohnung überprüfen. Da es gefragt hatte, wo sie sei, suchte es sie. Wahrscheinlich geriet es jener Kumpanei in die Klauen, die sich in der Wohnung Nummer 50 eingenistet hatte. Ein Vorgefühl sagte Poplowski, das Männlein werde sehr bald wieder herunterkommen. Er dachte natürlich nicht mehr daran, zum Begräbnis eines Netten zu gehen und bis zur Abfahrt des Kiever Zuges war noch genügend Zeit. Lange musste er nicht warten. Sich bekreuzigend und etwas murmelnd sauste das traurige Männlein ohne Hut an ihm vorüber mit irrem Gesichtsausdruck, zerkratzter Glatze und pitschnassen Hosen. Es zerrte an der Türklinke, da es in seiner Angst nicht merkte, ob sie sich nach außen oder nach innen öffnete, kam endlich mit ihr zur Rande und flog hinaus auf den sonnigen Hof. Die Überprüfung der Wohnung war vollzogen. Poplowski gedachte nicht mehr des verunglückten Neffen noch der Wohnung und verließ das Haus. Wenige Minuten darauf trug ein Obus den Planungsökonomen in Richtung Kiewer Bahnhof davon. Während Poplowski sich im Treppenhaus versteckt hatte, war dem Männlein eine fatale Geschichte widerfahren. Das Männlein hatte die Kantine des Varietés unter sich und hieß André Vokitsch-Sokow. Während der kriminalistischen Untersuchung im Varieté hatte er sich abseits gehalten und es war nur aufgefallen, dass er noch trauriger aussah als sonst. Überdies hatte er sich bei dem Boten Karpov erkundigt, wo der zugereiste Magier abgestiegen sei. Also, nachdem sich der Kantinenwirt auf dem Treppenabsatz von Poplowski getrennt hatte, stieg er hinauf zum vierten Stock und läutete an der Tür der Wohnung Nummer 50. Ihm wurde sofort geöffnet, aber der Kantinenwirt fuhr zurück und zögerte einzutreten. Das war verständlich. Geöffnet hatte ihm eine Frau, die nichts anhatte außer einer koketten Spitzenschürze und einem weißen Häubchen. Ach ja, an den Füßen trug sie goldene Schuhchen. Ihre Figur war makellos. Nur eine rote Narbe an ihrem Hals war der einzige Defekt an ihrem Äußeren. Nun kommen Sie doch rein, wenn Sie schon geklingelt haben. Was wünschen Sie? Die Frau starrte den Kantinenwirt mit verderbten grünen Augen an. André Vokitsch ächzte, zwinkerte verlegen und trat in die Diele, wobei er den Hut abnahm. Ich muss unbedingt den Bürger Artists sprechen. Wie? Ihn persönlich? Ja. Ich würde fragen. Das Zimmermädchen setzte sich zaudernd in Bewegung und öffnete die Tür des Arbeitszimmers, in dem Karoviev, der Mann mit dem karierten Anzug und dem gesprungenen Zwicker, gelangweilt am Schreibtisch saß. Ritter, hier ist ein kleiner Mann, der will den Messerisch sprechen. Soll reingehen. Gehen Sie in den Salon? Sie öffnete die Tür zum Salon und entfernte sich. Der schwarze Magier lag auf einem ausladenden niedrigen Sofa voller Kissen. Der Kantinenwirt gewann den Eindruck, dass der Artist nur mit schwarzer Wäsche und spitzen schwarzen Schuhen bekleidet war. Nun, womit kann ich dienen? Ich bin der Leiter der Kantine im Varieté Theater. Der Artist, als wolle er den Kantinenwirt die Lippen verschließen, streckte die Hand aus, an der edle Steine funkelten, dann sagte er energisch, Nein, 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 kein Wort weiter, unter keinen Umständen und niemals werde ich in Ihrer Kantine etwas in den Mund nehmen. Gestern, mein Verehrtester, bin ich an Ihrer Theke vorbeigegangen und sehe noch jetzt den Raster und den Schafskäse vor mir. Teurer Freund, Schafskäse darf nicht grün sein, da hat man sie betrogen, weiß muss er sein, na, und der Tee, das war doch Spülwasser und der Störner, nein, nein, mein Lieber, so geht das nicht. Der Stör wurde im zweiten Frischegrad geliefert. Das ist Blödsinn, Verehrtester. Was ist Blödsinn? Zweiter Frischegrad, das ist Blödsinn. Es gibt nur einen Frischegrad, den Letzten. Wenn der Stör von zweitem Frischegrad war, heißt, dass er war verfault. Entschuldigung, aber ich bin doch nicht deshalb gekommen. Ich kann es nicht entschuldigen, was heißt nicht deshalb? Was kann sie denn sonst zu mir geführt haben, wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich lässt, habe ich nie Menschen ihres Berufes gekannt, außer einer Marketenderin. Aber das ist schon lange her. da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Also was führt Sie zu mir? Sie haben gestern geruht, Tricks vorzuführen. Ich? Ich bitte Sie, das ist gar nicht meine Art. Verzeihung, aber gestern die Vorstellung in schwarzer Magie. Ach ja, richtig, mein Bester, ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich bin gar kein Artist. Ich wollte nur einmal die Moskauer als Masse beobachten und das geht am besten im Theater. Darum hat mein Gefolge diese Vorstellung arrangiert und ich habe nur da gesessen und die Moskauer beobachtet. Aber Sie brauchen nicht blass zu werden. Sagen Sie mir, was an dieser Vorstellung hat Sie zu mir geführt? Schauen Sie, unter anderem kamen Scheine von der Decke geflogen. Da haben natürlich alle zugekramscht und dann kommt so ein junger Mann zu mir in die Kantine, gibt mir eine Zehn-Rubelschein, ich gebe ihm acht Rubel fünfzig heraus, dann kommt ein anderer. Auch ein junger Mann? Nein, ein alterer und dann ein dritter, ein vierter, allen habe ich rausgegeben. Heute prüfe ich die Kasse und statt Geld liegt zerschnittenes Papier drin. Die Kantine hat einen Schaden von hundertneun Rubeln. Sollten da etwa Betrüger am Werk gewesen sein? Es gibt doch nicht etwa Betrüger in Moskau. Der Kantinenwirt lächelte so bitter, dass sämtliche Zweifel schwanden. Ja, es gibt Betrüger in Moskau. Das ist ja niederträchtig bei einem armen Mann wie Ihnen. Sie sind doch ein armer Mann. Der Kantinenwirt zog den Kopf ein und man sah deutlich, dass er ein armer Mann war. Wie hoch sind Ihre Ersparnisse? Die Frage klang teilnahmsvoll, war aber dennoch nicht eben taktvoll. Der Kantinenwirt wandte sich. Statt seiner antwortete Karoviev aus dem Nebenzimmer und der Kantinenwirt saß wie angebacken auf seinem Hocker. 249.000 Rubel hat er auf fünf verschiedenen Sparkassen und zu Hause unter den Dielen hat er noch 200 goldene 10 Rubelstücke. Ja, das ist natürlich kein Betrag. Dabei brauchen Sie dieses Geld gar nicht. Wann werden Sie sterben? Das weiß niemand und das geht auch niemandem was an. Er stirbt in neun Monaten an Leberkrebs im Februar nächsten Jahres in der Moskauer Universitätsklinik Zimmer 4 Der Kantinenwirt wurde gelb im Gesicht In neun Monaten 249.000 das macht rund gerechnet 27.000 per Monat nicht viel aber zum bescheidenen Leben reicht's Außerdem hat er noch die Goldstücke Die kann er nicht mehr verbrauchen Gleich nach seinem Tode wird das Haus abgerissen und die Goldstücke werden bei der Staatsbank abgeliefert Also ich würde Ihnen nicht raten sich in die Klinik zu legen Was hat das für einen Sinn in einem Krankenzimmer unter dem Stöhnen und Röcheln Tod geweihter zu sterben Ist Ist es Ist es nicht besser für die letzten 27.000 ein Festmahl zu veranstalten Gift zu nehmen und unter Seitenklängen in die andere Welt einzugehen umgeben von trunkenen schönen Frauen und übermütigen Freunden Aber wir haben uns verplauscht Zeigen Sie mir Ihr zerschnittenes Papier Der Kantinenwirt saß reglos und war sehr gealtert Dunkle Ringe lagen um seine Augen Die Wangen baumelten schlapp Der Kiefer hing herunter Nach den letzten Worten des Magiers kam langsam wieder Leben in ihn Aufgeregt holte er das Päckchen aus der Tasche wickelte es auf und erstarrte Es enthielt zehn Rubelscheine Mein Guter Sie sind wirklich krank Aber wenn wenn Sie sich wieder so verwandeln Nun dann kommen Sie wieder zu uns Sie sind mir jederzeit willkommen Hat mich sehr gefreut Sie kennenzulernen Da kam Karowjev aus dem Nebenzimmer gesprungen umklammerte die Hand des Kantinenwirts schüttelte sie heftig und bat Andrei Vokitsch allen aber auch allen die herzlichsten Grüße auszurichten Der Kantinenwirt der nicht mehr wusste wie ihm geschah schob sich in die Diele Schon wieder war da die nackte Rothaarigen er quetschte sich zur Tür hinaus piepste auf Wiedersehen und ging wie betrunken eine Treppe tiefer blieb er stehen setzte sich auf die Stufen holte das Päckchen hervor und sah nach die zehn Rubelscheine waren da nachdem er sich vergewissert hatte erhob sich der Kantinenwirt schwerfällig wollte seinen Hut zurecht rücken und merkte dass er ihn vergessen hatte Zwar war ihm der Gedanke grässlich nochmals dorthin zu gehen doch um den Hut tat es ihm leid nach einigem zaudern stieg er wieder hinauf und läutete Was wollt ihr schon wieder Ich habe meinen Hut vergessen Gella drehte sich um Der Kantinenwirt spuckte in Gedanken aus und schloss die Augen Als er sie wieder öffnete reichte ihm Gella seinen Hut Rasch setzte er ihn auf und stieg die Treppe hinunter Auf dem Kopf hatte er ein unbehagliches Gefühl Es war ihm zu warm unterm Hut Er nahm ihn ab machte vor Schreck einen Luft sprung und schrie auf In der Hand hielt er ein Samt Barrett mit zerrupfter Hahnenfeder Er bekreuzigte sich In diesem Moment miaute das Barrett verwandelte sich in ein schwarzes Kätzchen und sprang zurück auf André Vokitsch Glatze wo es sich fest krallte Der Kantinenwirt stieß einen verzweifelten Schrei aus und raste die Treppe hinunter das Kätzchen fiel von seinem Kopf und flitzte nach oben Unten angelangt lief er im Trab zum Tor und verließ für immer das verhexte Haus Nummer 302 B Nachdem er durch den Torweg auf die Straße gelaufen war blickte er Straßenseite einer Apotheke Sagen Sie bitte Sie haben ja ein ganz zerkratzten Kopf Bürger Fünf Minuten später war der Kantinenwirt in Mull gewickelt und hatte erfahren dass die besten Spezialisten für Lebererkrankungen die Professoren Bernatzky und Kusmin seien Er fragte zu welchem es näher sei er glühte vor Freude als er hörte Kusmin wohne buchstäblich über den Hof und stand gleich darauf in der kleinen weißen Villa der Vorraum war altertümlich aber urgemütlich eine Frau in mittleren Jahren erschien und sagte sie könne ihn frühestens für den 19 eintragen der Kantinenwirt erkannte wo seine Rettung lag mit erlöschendem Blick sah er ins Wartezimmer wo drei Personen saßen und schwankte bitte ich bin todkrank die Frau blickte unsicher auf den verbundenen Kopf des Kantinenwirts sagte zögernd eintreten im selben Moment öffnete sich die gegenüberliegende Tür ein goldgefasster zwicker blinkte und ehe sich der Kantinenwirt versah stand er bereits im Sprechzimmer von Professor Kusmin in dem langgestreckten Raum war nichts was furchteinflößte feierlich wirkte oder an die Medizin erinnerte was haben sie für Beschwerden ich habe soeben aus zuverlässiger Quelle erfahren dass ich im Februar nächsten jahres an leberkrebs sterben werde ich flehe sie an tun sie was dagegen entschuldigen sie aber ich verstehe das nicht waren sie bei einem arzt warum ist ihr kopf verbunden der und arzt sie hätten ihn mal sehen sollen diesen arzt achten sie nicht auf den kopf der ist schlurz hat damit nichts zu tun ich habe leberkrebs bitte helfen sie mir aber gestatten sie wer hat ihnen das gesagt glauben sie ihm er weiß es ich verstehe das nicht wie kann er wissen wann sie sterben zumal er kein arzt ist im nächsten februar im zimmer vier der universitätsklinik an krebs leberkrebs der professor betrachtete seinen patienten den verbundenen kopf die nassen hosen und dachte das hat mir gerade noch gefehlt ein verrückter trinken sie ich habe niemals schnapps angerührt gleich darauf lag er nackt auf einem kalten wachstuch sofa und der professor knetete in den bauch danach wurde der kantinenwirt sehr vergnügt denn der professor versicherte entschieden zumindest gegenwärtig gäbe es nicht die leisesten anzeichen für krebs beim kantinenwirt aber da dieser befürchtungen hege und irgendein charlatan ihm einen schreck eingejagt habe müsse man genaue analysen anfertigen der professor kritzelte etwas aufs papier und erklärte dem kantinenwirt wo er hingehen und was er mitnehmen müsse außerdem gab er ihm einen brief an den neuropathologen professor bure mit und sagte ihm seine nerven seien völlig zerrüttet wie viel habe ich zu zahlen professor nach belieben der kantinenwirt nahm dreißig rubel heraus und legte sie auf den tisch dann stellte er plötzlich mit weicher bewegung als wäre seine hand ein katzenpfötchen ein in zeitungspapier gewickeltes klirrendes säulchen auf die zehnerscheine was ist denn das nehmen sie es nur bürger professor ich flehe sie an befreien sie mich vom krebs stecken sie sofort ihr gold ein sie sollten lieber auf ihre achten bringen sie gleich morgen urin zur analyse trinken sie nicht zu viel tee und essen sie nur noch salzlos nicht mal die suppe darf ich salzen gar nichts dürfen sie salzen so was der kantinenwirt warf dem professor einen gerührten blick zu steckte die geldrolle eil und schob sich rückwärts zur tür der professor hatte an diesem abend nur wenige patienten mit anbruch der patientenwirt die 13 rubelscheine hingelegt hatte sie waren verschwunden und statt ihrer lagen da drei etiketten von abrau durso flaschen verdammt ist das denn die möglichkeit murmelte kusmin dessen halb ausgezogener kittel zu boden hing und befühlte die aufkleber der ist ja nicht nur schizophren sondern auch ein gauner ich verstehe bloß nicht was wollte der eigentlich von mir doch nicht den überweisungsschein für die harren analyse bestimmt hat er einen mantel gestohlen der professor stürzte in die diele wobei er den kittel am ärmel mitschleifte xenia nikitschna schrie er durchdringend an der wartezimmertür sehen sie mal nach ob die mäntel noch da sind die mäntel waren noch da aber als der professor zu seinem schreibtisch zurückkehrte und endlich den kittel ausgezogen hatte blieb er plötzlich wie angewurzelt auf dem parkett stehen und glotzte zum schreibtisch da wo die etiketten gelegen hatten saß ein verwaistes schwarzes kätzchen mit unglücklichem gesichtchen und miaute über einer schale milch kuzmin lief kalt über den nacken das ist doch die höhe was soll denn das auf des professors leisen und kläglichen schrei eilte xenia nikitschner herbei und beruhigte ihn völlig indem sie ihm sagte das kätzchen habe sicherlich einer der patienten ausgesetzt was bei professoren häufig vorkomme jedenfalls schaffen sie die katze weg der professor begleitete xenia nikitschner zur tür als er zurückkehrte hörte er auf dem hof gelächter er spähte hinaus und traute seinen augen nicht über den hof zum quergebäude lief eine dame die nichts als ein hemd anhatte der professor wusste sogar wie sie hieß malia alexandrovna das gelächter kam von einem bengel in diesem moment hörte er nebenan im zimmer seiner tochter das spielen und gleich darauf ertönte hinter ihm ein schilpen er drehte sich um und er blickte auf seinem schreibtisch einen hüpfenden sperrling von beträchtlicher größe ganz ruhig dachte der professor der ist reingeflogen als ich vom fenster zurück trat alles in ordnung redete er sich selber zu und spürte dabei dass keineswegs alles in ordnung war hauptsächlich wegen dieses vogels als er genauer hinsah merkte er dass das durchaus kein gewöhnlicher sperrling war es war ein garstiger spatz der theater spielte auf dem linken fuß lahmte ihn nachschlappte und das in synkopen kurzum er tanzte zu den klängen des grammophons einen foxtrott wie ein betrunkener an der theke benahm sich so flegelhaft wie möglich und eugte den professor unverfroren an kusmin griff nach dem telefon fragen was derlei spätzchen im alter von 60 jahren zu bedeuten hätten wenn sie mit schwindelgefühl im kopf einher ging währenddessen setzte sich das spätzchen auf das tintenfass ein geschenk entleerte sich darein und erhob sich in die luft wo es ein weilchen schwebte dann flog es mit schwung gegen das glas der gruppen aufnahme die sämtliche universitäts absolventen des jahrganges 1894 zeigte zerschlug es und flatterte dann zum fenster hinaus der professor wählte eine andere nummer rief statt seines freundes bure die blutegel stelle an sagte hier spreche professor kosmin und bitte ihn sofort blutegel ins haus zu schicken dann legte er den hörer auf wandte sich wieder dem schreibtisch zu und stieß ein geheul aus am schreibtisch saß eine frau mit schwesternhäubchen vor sich eine tasche mit der aufschrift blutegel der professor heulte noch lauter als er den mund der schwester sah es war ein schiefer männermund breit bis zu den ohren und aus ihm ragte ein eckzahn die augen der schwester blickten totenstarr den zaster nehmen mit knarrte die schwester im männerbass der brauchte ja nie rumliegen mit vogelklauen scharte sie die etiketten zusammen und löste sich in luft auf zwei stunden vergingen professor kusmin saß in seinem bett und an seinen schläfen hinter den ohren und am hals baumelten blutegel zu seinen füßen auf der steppdecke saß professor bure mit seinem grauen schnauz blickte kusmin mitfühlend an und versicherte ihm tröstend dass das alles quatsch sei draußen war schon nacht neunzehntes kapitel margarita der meister irrte als er in jener stunde da die nacht ihren höhepunkt überschritt in der klinik dem lieben iwan so bitter sagte sie habe ihn vergessen das konnte nicht sein sie hatte ihn selbstverständlich nicht vergessen lüften wir nun vor allem das geheimnis das der meister dem iwan nicht hatte enthüllen wollen seine geliebte hieß margarita nikolajewna die kinderlose dreißigjährige margarita war die gattin eines sehr großen spezialisten der überdies eine wichtige entdeckung von staatsbedeutung gemacht hatte er war jung schön gütig anständig und vergötterte seine frau das ehepaar bewohnte das obergeschoss einer noblen villa mit garten in einer seitengasse des arbat ein entzückendes plätzchen davon kann sich jedermann überzeugen indem er den garten aufsucht margarita nikolajewna hatte keine geld sorgen unter den bekannten ihres mannes waren interessante leute margarita nikolajewna hatte noch nie einen primus kocher angerührt sie wusste auch nichts von den schrecken einer gemeinschaftswohnung kurzum war sie glücklich keine minute lang seit ich als 19 jährige geheiratet und die villa bezogen habe kenne ich kein glück selbst mir dem getreuen doch unbeteiligten chronisten verkrampft sich das herz bei den gedanken was margarita für qualen durchlitt als sie an jenem bewussten tag in das häuschen des meisters kam und erfuhr dass der meister verschwunden war sie tat alles um etwas über ihn zu erfahren doch vergebens da kehrte sie in ihre villa zurück und lebte wieder wie bisher insgeheim jedoch weinte sie oft lange und bitterlich und je länger sich die verzweifelten tage hinzogen desto öfter kam ihr der gedanke dass sie mit einem toten verbunden sei besonders in der dämmerung wenn sie vor dem ofen saß und ins feuer blickte dass sie angezündet hatte zur erinnerung an das feuer das brannte als er über pontius pilatus schrieb ja 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 es war ein fehler warum bin ich damals in der nacht von ihm weggegangen warum das war doch wahnsinn auch wenn ich am nächsten tag dorthin zurückgekehrt bin wie versprochen es war zu spät ja ich kam zu spät genau wie der unglückliche Levi Matthäus an dem tag an dem tag als das auftauchen des schwarzen magiers in moskau alle möglichen absurden verwicklungen verursachte als der onkel von berlios nach kiew zurückjagte der buchhalter verhaftet wurde und noch viele sonstige närrische und unbegreifliche dinge geschahen erwachte margarita gegen mittag in ihrem schlafzimmer das im turm der villa einen ärger hatte an diesem freitag fing sie nicht an zu weinen wie so oft denn sie hatte das bestimmte gefühl dass heute endlich etwas geschehen würde sie wärmte und hegte dieses vorgefühl in ihrem herzen damit es sie nicht verließ ich glaube etwas wird geschehen muss geschehen wofür sollte ich zu lebenslanger Qual verurteilt sein ja ich habe gelogen und betrogen und ein Doppelleben geführt vor allen Menschen verborgen aber das darf doch nicht so grausam bestraft werden bestimmt wird etwas geschehen denn es gibt es ja nicht dass sich etwas ewig hinzieht mein traum war prophetisch da bin ich sicher tatsächlich hatte margarita in der nacht einen ungewöhnlichen traum gehabt sie hatte von ihm geträumt im traum hatte sie eine unbekannte gegend gesehen trostlos trübselig unter einem düsteren frühlingshimmel in dem lautlos ein krähen schwarm flog ein knorriges brücklein darunter ein trüber frühlingsbach freudlose armselige halb kahle bäume eine einsame Espe weiter weg zwischen den Bäumen hinter einer Art Zaun ein kleines Blockhaus eine Sommerküche vielleicht oder ein Badehäuschen oder sonst was alles ringsum ist dermaßen tot und trostlos was man sich am liebsten an dieser Espe bei dem Brücklein aufhängen möchte kein Lüftchen weht keine Wolke rührt sich keine lebendige Seele ist zu sehen ein höllischer Platz für einen lebendigen Menschen und dann geht die Tür des Blockhäuschens auf und er erscheint ziemlich weit entfernt aber deutlich sichtbar zerlumpt man erkennt nicht womit er bekleidet ist die Haare verfilzt unrasiert die Augen krank gehetzt er winkt ihr ruft fast erstickend in der toten Luft läuft Margarita auf ihn zu und erwacht dieser Traum kann zweierlei bedeuten wenn er tot ist bedeutet sein Winken dass er mich holen will und ich bald sterben werde das wäre sehr gut denn dann hätten meine Qualen ein Ende oder er lebt und dann kann der Traum nur bedeuten dass er mich an sich erinnern will er will sagen wir werden uns wiedersehen ja sehr bald werden wir uns wiedersehen Margaritas Mann war auf einer dreitägigen Dienstreise drei Tage und Nächte lang war sie sich selbst überlassen und niemand hinderte sie zu denken woran sie wollte und zu träumen wovon sie mochte nachdem sie Tee getrunken hatte ging sie in die dunkle fensterlose Kammer wo in zwei großen Schränken Koffer und allerlei Kram aufbewahrt wurden öffnete die untere Schublade des einen Schrankes und holte unter einem Haufen Seidenreste die einzigen Kostbarkeiten hervor die sie besaß ein in braunes Leder gebundenes altes Album mit einer Fotografie des Meisters ein Sparkassenbuch mit 10.000 Rubeln auf seinen Namen ein paar zwischen dünnem Papier gepresste Rosenblätter und den Teil eines Heftes einen Bogen stark mit Maschine vollgeschrieben die Ränder unten angekohlt und ausgefranst mit diesem Reichtum kehrte Margarita Nikolaevna ins Schlafzimmer zurück stellte die Fotografie vor dem dreiteiligen Spiegel auf und saß etwa eine Stunde lang da das vom Feuer verdorbene Heft auf den Knien sie blätterte es durch und las ein weiteres Mal den Text dessen Anfang und Ende damals verbannt waren die Finsternis die Finsternis die vom Mittelmeer herüberkam deckte die dem Prokurator verhasste Stadt zu verschwunden waren die Hängebrücken die den Tempel mit der schrecklichen Burg Antonia verbanden vom Himmel senkte sich ein Abgrund hernieder und verhüllte die geflügelten Götter über der Rennbahn den Palast der Hasmoneer mit seinen Schießscharten die Basare die Karawansereien die Gassen die Teiche verschwunden Barrierschaleim die große Stadt als hätte sie nie existiert Margarita Nikolajewna wischte die Tränen weg ließ das Heft sinken stützte die Ellbogen auf die Spiegelkonsole saß sich spiegelnd lange da und betrachtete unverwandt die Fotografie dann waren die Tränen getrocknet sorgfältig packte sie ihren Schatz zusammen vergrub ihn wieder unter den Seidenresten und verschloss in der dunklen Kammer klirrend die Schublade in der Diele zog sie den Mantel an denn sie wollte ausgehen die hübsche Natascha ihr Hausmädchen erkundigte sich was sie als Hauptgericht zubereiten solle und nachdem sie zur Antwort erhalten hatte das sei gleichgültig verwickelte sie ihre prinzipalen spaßeshalber in ein Gespräch und erzählte die unmöglichsten Sachen gestern habe im Varieté-Theater ein Zauberer Kunststücke gezeigt das alle staunten er habe jedem zwei Flakons ausländisches Parfüm und Strümpfe geschenkt und dann als die Vorstellung zu Ende war und das Publikum das Theater verließ hätten alle schwupp nackend dagestanden Margarita Nikolajewna sank auf den Stuhl beim Vorzimmerspiegel und lachte schallend Natascha schämen Sie sich gar nicht Sie sind doch ein gescheites Mädchen und trotzdem erzählen Sie den Unsinn weiter der beim Anstehen geredet hat kein bisschen ehrlich heute im Feinkostladen am Arbat habe ich ja selbst eine Frau gesehen die in Schuhen hereinkam und beim Anstehen an der Kasse waren die Schuhe plötzlich weg die Frau hat in Strüpfen tagestanden mit Löchern drin und so ist sie losgezogen so ist sie losgezogen und zum Köstern nach der Vorstellung sind die Frauen nur im Höschen über die Tverskaja gelaufen die Miliz hat an die 100 Menschen festgenommen die amüsante Unterhaltung endete damit dass Margarita Nikolajewna ins Schlafzimmer ging ein paar Strümpfe und ein Flakon oder Cologne gebrachte und beides Natascha schenkte nachdem sich Prinzipalin und Hausmädchen abgeküsst hatten trennten sie sich in den weichen Obussitz zurückgelehnt fuhr Margarita Nikolajewna den Arbat entlang bald danach saß sie unterhalb der Kremlmauer auf einer Bank sie hatte sich so hingesetzt dass sie den Manegeplatz übersehen konnte gegen die grelle Sonne blinzelnd erinnerte sie sich ihres heutigen Traums erinnerte sich wie sie vor genau einem Jahr am selben Tag und zur selben Stunde mit ihm hier auf derselben Bank gesessen hatte wie damals lag es schwarzes Handtäschchen neben ihr auf der Bank nur er war nicht da wenn du verbannt bist warum lässt du dann nichts von dir hören andere schicken doch auch Lebenszeichen liebst du mich nicht mehr nein das glaube ich nicht also warst du verbannt und bist tot wenn es so ist dann gib mich bitte los schenk mir endlich die Freiheit zu leben und Luft zu atmen Leute schlenderten an Margarita Nikolajewna vorbei ein Mann warf der gut gekleideten Frau angezogen von ihrer Schönheit und Einsamkeit einen Seitenblick zu räusperte sich und setzte sich ans Ende derselben Bank effektiv schönes Wetter heute aber Margarita sah ihn so finster an dass er aufstand und ging da haben wir so ein Beispiel sagte Margarita in Gedanken zu dem der ihr ganzes Wesen beherrschte da haben wir so ein Beispiel warum habe ich den Mann eigentlich verjagt ich langweile mich und dieser Schürzenjäger ist gar nicht so übel allenfalls das dumme Wort effektiv warum hocke ich wie eine Eule allein an der Mauer warum bin ich vom Leben ausgeschlossen sie fiel vollends in Trauer und Melancholie aber plötzlich versetzte ihr dieselbe Welle von Erwartung und Erregung wie heute Morgen einen Stoß vor die Brust ja es wird geschehen noch einmal stieß die Welle sie an und jetzt begriff sie dass es eine Geräuschwelle war durch den Stadtlärm hörte sie immer deutlicher näher kommende Trommelschläge und etwas falsche Trompetentöne als erster Ritt gemessen ein Militionär am Gitter des Gartens entlang gefolgt von drei anderen zu Fuß dann kam langsam ein Lastauto mit Musikern ihm folgte ein nagelneuer offener Leichenwagen mit dem unter Kränzen begrabenen Sarg in den Ecken der Ladefläche standen vier Personen drei Männer und eine Frau selbst auf die beträchtliche Entfernung sah Margareta dass die Leute auf dem Leichenwagen die dem Toten das letzte Geleit gaben merkwürdig verstörte Gesichter hatten das war besonders auffällig bei der Frau die links hinten stand ihre dicken Wangen schienen von einem pikanten Geheimnis noch mehr gebläht und in ihren fettgepolsterten Äuglein spielten zwielichtige Fünkchen es war als würde sich die Frau im nächsten Moment nicht mehr beherrschen können dem Toten zuzwinkern und sagen haben sie sowas schon mal gesehen die reinste Mystik ebenso verstört waren die Gesichter der etwa 300 Fußgänger die langsam dem Leichenwagen folgten Margarita blickte dem Zug nach und horchte auf die in der Ferne verstummende trübsinnige türkische Trommel die ununterbrochen dasselbe bumm 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 von sich gab was für ein seltsames begräbnis und wie traurig dieses bumm klingt ich würde wahrhaftig dem Satan meine Seele verpfänden bloß um zu erfahren ob er noch lebt der Meister wen sie wohl dort zu Grabe tragen mit solch merkwürdigen Gesichtern Mikhail Aleksandrovich Belios den Vorsitzenden der Masolid Margarita Nikolajewna drehte verwundert den Kopf und erblickte auf ihrer Bank einen Mann der sich lautlos dorthin gesetzt haben musste während sie die Prozession beobachtete wahrscheinlich hatte sie in ihrer Zerstreutheit die Frage laut gestellt unterdessen machte die Prozession Halt offenbar vor einer Verkehrsampel ja die sind wirklich in merkwürdiger Stimmung sie tragen einen Toten zu Grabe und denken nur darüber nach wo sein Kopf geblieben sein kann wieso sein Kopf? Margarita musterte ihren unerwarteten Nachbarn er war klein von Wuchs hatte flammend rotes Haar und einen langen Eckzahn und trug ein gestärktes Hemd einen gestreiften Anzug von guter Qualität Lackschuhe und eine Melone sein Schlips war grellbunt erstaunlicherweise ragte aus seiner Brusttasche wo die Männer sonst ein Tüchlein oder einen Füllhalter zu tragen pflegen ein abgenagter Hühnerknochen wenn sie erlauben heute morgen wurde im Saal des Skribujedorf dem Toten der Kopf aus dem Sarg geklaut wie ist denn das möglich? nun der Teufel wird's wissen im Übrigen finde ich es wäre nicht schlecht Behemoth danach zu fragen unglaublich geschickt wurde der Kopf gemaust ein Riesenskandal unbegreiflich ist vor allem wer ihn braucht den Kopf und wozu? Moment mal welcher Berlioz der von dem die Zeitungen heute gewiss gewiss dann sind das also alles Schriftsteller die hinter dem Sarg gehen? selbstredend und sie kennen die alle von Angesicht? alle? sagen sie ist der Kritiker Latunski dabei? ja was ist sonst? da geht er außen in der vierten Reihe der Blonde? Aschblond ist er sehr sehr jetzt hebt er die Augen zum Himmel der so aussieht wie ein Pater genau ich sehe sie hassen diesen Latunski ich hasse noch ein paar andere Leute aber es ist uninteressant davon zu reden ja natürlich was soll das schon interessant sein Makaritsa Nikolajevna sie kennen mich? aber ich kenne sie nicht woher sollten sie mich kennen? übrigens führt mich ein Auftrag zu ihm das hätten sie gleich sagen können statt allen möglichen Unsinn von dem abgeschnittenen Kopf zu reden sie wollen mich verhaften? nichts dergleichen was soll das? wenn ich sie anspreche muss ich sie da gleich verhaften wollen nein ich habe ein Anliegen an sie man hat mich hergeschickt um sie für heute Abend einzuladen was faseln sie da zu wem denn? zu einem sehr respektablen Ausländer Margarita war erbost eine neue Sorte Menschen Straßenkuppler sagte sie stand auf und entfernte sich der Rothaarige offenbar beleidigt rief ihr ein gemäßigtes Schimpfwort hinterher das Margarita sich im Gehen kurz umdrehend mit Schurke beantwortete die Dunkelheit die vom Mittelmeer herüberkam deckte die dem Prokurator verhasste Stadt zu verschwunden waren die Hängebrücken die den Tempel mit der schrecklichen Burg Antonia verbanden verschwunden war Jershalim die große Stadt als hätte sie nie existiert lassen sie sich doch begraben mit ihrem angekohlten Heft und der vertrockneten Rose bleiben sie sitzen auf der Bank allein und flehen sie ihn weiter an ihnen die Freiheit zu geben sie atmen zu lassen aus ihrem Gedächtnis zu gehen mit bleichem Gesicht kehrte Margarita zur Bank zurück sie verstand überhaupt nichts mehr das mit dem Heft konnte der Kerl irgendwie ausspioniert haben vielleicht war auch Natascha bestochen aber woher kannte er ihre Gedanken wer war dieser Mann von welcher Dienststelle kam er der Rothaarige forderte sie knurrend auf sich endlich wieder zu setzen sie tat es dabei sah sie ihn unverwandt an wer sind sie na schön ich heiße Assasiello aber das sagt ihnen ja doch nichts und sie wollen mir nicht sagen woher sie von dem Manuskript und von meinen Gedanken wissen nein aber sie wissen etwas von ihm nehmen wir mal an er ich flehe sie an sagen sie mir nur das eine lebt er quälen sie mich nicht na schön also er lebt oh Gott bitte keine Aufregung kein Geschrei entschuldigen sie entschuldigen sie ich ich war ihnen natürlich böse sie werden zugeben wenn man eine Frau auf der Straße so geradezu irgendwo hin einlädt ich ich habe keine Vorurteile das versichere ich ihnen aber ich kenne keine Ausländer habe auch keine Lust mit ihnen Umgang zu pflegen außerdem mein Mann meine Tragik ist dass ich mit einem Mann lebe den ich nicht liebe aber ich halte es für unwürdig ihm das Leben zu verderben ich habe von ihm niemals anderes erfahren als Gutes jetzt seien sie mal einen Moment still ich lade sie zu einem ganz harmlosen Ausländer ein außerdem wird keine Menschenseele von diesem Besuch erfahren also dafür bürge ich ihn nun wirklich was ist denn das für ein Ausländer und was sollte ich für ein Interesse haben zu ihm zu gehen nun sie können die Gelegenheit benutzen etwas über ihren verschwundenen Geliebten zu erfahren was ich komme ich komme ich komme mit wohin sie wollen Assacielo blies erleichtert Luft aus und während Margarita es für nötig hielt noch einmal zu erklären weshalb sie sich auf so ein gewagtes Abenteuer einlassen wolle holte Assacielo ein rundes Golddöschen aus der Tasche und reichte es Margarita Sie kommen also ich komme stecken Sie die Dose ein die Passanten gucken schon Sie werden es brauchen können Margarita Nikolajew na Sie sind im letzten halben Jahr vor Kummer ziemlich gealtert heute Abend genau um halb zehn werden Sie sich nackt ausziehen und sich das Gesicht und den ganzen Körper mit dieser Creme einreiben dann können Sie machen was Sie wollen aber gehen Sie nicht vom Telefon weg um zehn rufe ich Sie an und sag Ihnen alles Nötige weiter brauchen Sie sich um nichts zu kümmern man wird Sie an Ort und Stelle bringen und Ihnen wird nichts passieren verstanden? verstanden die Dose ist aus Gold man merkt es am Gewicht na schön ich begreife man will mich kaufen und in irgendeine dunkle Geschichte hineinziehen für die ich teuer bezahlen muss was soll denn das heißen? fangen Sie schon wieder an geben Sie die Creme wieder her oh nein oh nein ich bin mit allem einverstanden ich bin bereit die Komödie mit der Einreibung mitzuspielen und ich komme mit selbst wenn es zum Teufel auf die Hörner ginge ich gebe die Creme nicht wieder her na nun schauen Sie mal da Assacielo starrte mit weit aufgerissenen Augen zum Parkgitter und zeigte mit dem Finger Margarita drehte sich um und blickte in die Richtung die Assacielo ihr wies konnte aber nichts besonderes entdecken dann wandte sie sich ihm wieder zu um sich dieses blöde Nanu erklären zu lassen aber es war niemand mehr da ihr geheimnisvoller Gesprächspartner war verschwunden 20. Kapitel Die Creme des Assacielo Am klaren Himmel des Abends an dem Margarita sich mit dem geheimnisvollen Ausländer treffen sollte hing der Vollmond durchs Gezweig des Ahorns deutlich sichtbar das dreiteilige Erkerfenster stand offen war aber mit der Gardine verhängt und leuchtete im grellen Lampenlicht in Margarita Nikolajewnas Schlafzimmer brannten sämtliche Lampen und beleuchteten eine totale Unordnung auf der Bettdecke lagen Hemdchen, Strümpfe und Unterwäsche zerknüllte Wäschestücke lagen auch auf dem Fußboden auf dem Nachttisch stand neben einer halbgeleerten Kaffeetasse ein Aschenbecher in dem ein Zigarettenrest qualmte auf der Stuhllehne hing ein schwarzes Abendkleid das Zimmer roch nach Parfüm Margarita Nikolajewna saß vor dem Spiegel sie trug nur einen Bademantel auf dem nackten Körper und schwarze Wildlederschuhe die goldene Armbanduhr lag vor ihr neben dem Golddöschen von Assasiello und Margarita ließ kein Auge vom Zifferblatt zeitweilig hatte sie das Gefühl dass die Uhr kaputt sei und die Zeiger still stünden aber sie bewegten sich wenn auch sehr langsam und scheinbar klebend und endlich erreichte der große Zeiger die neunundzwanzigste Minute der zehnten Stunde Margaritas Herz tat einen harten Schlag so dass sie nicht sofort nach dem Döschen greifen konnte sie bezwang sich jedoch öffnete es und erblickte eine fettige gelbliche Creme das riecht ja nach Sumpfschlamm mit der Fingerspitze strich sie sich etwas davon auf die Hand wodurch der Geruch nach Wald und Sumpfpflanzen noch stärker wurde dann verrieb sie sie auf Stirn und Wangen die Creme trug sich leicht auf und schien sofort einzuziehen nach einigen Reibungen blickte Margarita in den Spiegel und ließ die Dose auf das Urglas fallen das sich mit Rissen überzog die mit der Pinzette schmal gezupften Augenbrauen hatten sich verdichtet und lagen als gleichmäßige Bögen über den grün gewordenen Augen grüne Augen die dünne senkrechte Kerbe über der Nasenwurzel entstanden im Oktober als der Meister verscholl war spurlos verschwunden ebenso die gelblichen Schatten an den Schläfen weg verschwunden waren auch die beiden kaum sichtbaren Faltennetze an den äußeren Augenwinkeln die Wangenhaut war von gleichmäßigem Rosa die Stirn weiß und klar und die Friseurlocken hatten sich geglättet der 30-jährigen Margarita blickte aus dem Spiegel eine Frau von etwa 20 mit naturgewähltem schwarzem Haar entgegen nachdem Margarita sich satt gelacht hatte schlüpfte sie mit einem Ruck aus dem Bademantel schöpfte reichlich von der leichten Fettcreme und verrieb sie mit kräftigen Bewegungen auf dem Körper sogleich wurde die Haut rosig und leuchtend die Arm- und Beinmuskeln kräftigten sich dann wurde ihr Körper gewichtslos sie sprang in die Höhe und schwebte über dem Teppich dann sank sie langsam wieder herab eine tolle Creme Margarita fühlte sich frei frei von allem außerdem begriff sie mit aller Klarheit dass genau das eingetreten war was das Vorgefühl ihr geweiss sagt hatte und dass sie die Villa und ihr bisheriges Leben für immer aufgeben würde aber sie hatte noch eine letzte Pflicht zu erfüllen vor dem Beginn des neuen ungewöhnlichen das sie in die Luft emporzog nackt wie sie war lief sie aus dem Schlafzimmer hinüber ins Arbeitszimmer ihres Mannes wobei sie immer wieder empor schwebte sie machte Licht und stürzte zum Schreibtisch hier riss sie ein Blatt vom Notizblock und schrieb mit Bleistift rasch mit großen Buchstaben eine Mitteilung verzeih mir und vergiss mich so schnell wie möglich ich verlasse dich für immer suche nicht nach mir das wäre nutzlos ich bin eine Hexe geworden vor Kummer und Nöten die über mich hereingebrochen sind ich muss weg leb wohl Margarita mit erleichtertem Herzen flog Margarita zurück ins Schlafzimmer und gleich nach ihr kam mit Sachen beladen Natascha hereingelaufen sofort ließ sie die Sachen ein Kleid am Holzbügel Spitzentücher blaue Seidenschuhe auf Spannern und einem Gürtel zu Boden fallen und flog die Hände überm Kopf zusammen wie ist denn das möglich wie machen sie das Margarita Nikolajewner das ist die Creme die Creme die Creme so eine Haut sowas von Haut Margarita Nikolajewner ihre Haut die leuchtet ja richtig wie Atlas die leuchtet ja wie Atlas und die braun erst die braun ja nimm meine Kleider die Schuhe das ganze Zeug nimm auch das Parfum und steck's in deine Truhe aber die Wertsachen lass liegen sonst wirft man dir noch Diebstahl vor Natascha grabschte zusammen was ihr unter die Hände kam Kleider Schuhe Strümpfe und Wäschestücke und rannte aus dem Schlafzimmer in diesem Moment klang vom anderen Ende der Gasse aus einem offenen Fenster ein virtuos gespielter rauschender Walzer herüber und man hörte das Rattern eines Wagens vor der Einfahrt aufbrummend entfernte sich der Wagen vom Tor die Pforte klappte und auf den Steinplatten des Weges ertönten Schritte das ist Nikolai Ivanovic ich erkenne's an den Schritten ich muss zum Abschied noch einen Ulk veranstalten sie riss den Vorhang zur Seite setzte sich immer noch nackt seitlich aufs Fensterbrett und schlang die Hände ums Knie das Mondlicht beleckte ihre rechte Seite Margarita hob den Kopf zum Mond und machte ein nachdenkliches und poetisches Gesicht noch zwei Schritte drunten dann wurde es plötzlich still Margarita betrachtete noch einen Moment den Mond und seufzte anstandshalber dann wandte sie den Kopf dem Garten zu und erblickte tatsächlich Nikolai Ivanovic den Bewohner des Erdgeschosses hell vom Mondlicht beschienen hockte er auf der Bank auf die er ganz plötzlich niedergesunken sein musste sein Zwicker saß schief in den Händen presste er die Aktentasche ah guten Abend Nikolai Ivanovic guten Abend hatten Sie Sitzung ich sitze ganz allein hier wie Sie sehen ja Nikolai Ivanovic bei dem im Mondschein jeder Knopf von der grauen Weste jedes einzelne Haar im blonden Spitzbart zu erkennen war zeigte plötzlich ein blödes Grinsen erhob sich von der Bank schwenkte außer sich vor Verlegenheit statt den Hut abzunehmen die Aktentasche zur Seite und knickte die Beine ein als wolle er einen Hopack tanzen warum schweigen Sie das ist unhöflich Nikolai Ivanovic schließlich bin ich eine Dame oh ja in diesem Moment schrillte hinter Margarita im Schlafzimmer das Telefon Sofort vergaß sie Nikolai Ivanovic schnellte sich vom Fensterbrett und nahm den Hörer ab es war Assasiello fliegen Sie los wenn Sie übers Tor fliegen rufen Sie laut unsichtbar fliegen Sie dann erst ein Weichen über die Stadt um sich ein bisschen zu gewöhnen dann nach Süden weg von der Stadt direkt zum Fluss Sie werden erwartet Margarita fragte nicht von wem sie erwartet wurde Sie ahnte nein sie wusste es Sie hängte den Hörer auf und schon hörte sie aus dem Nebenzimmer ein hölzernes Hinken und ein Klopfen an der Tür Sie öffnete und der Stubenbesen kam die Borsten vorneweg tänzelnd ins Zimmer geflogen der Stiel trommelte einen Wirbel auf den Fußboden dann legte sich der Besen hin und schlug zum Fenster hin aus Margarita sprang rittlings auf den Stiel erst jetzt durchblitzte sie der Gedanke dass sie in all dem Durcheinander vergessen hatte sich anzuziehen Sie galoppierte zum Bett ergriff das erste was ihr in die Hand fiel ein blaues Hemdchen schwenkte es wie eine Standarte flog zum Fenster hinaus glitt abwärts und erblickte Nikolai Ivanovich auf der Bank Adieu Nikolai Ivanovich Aber Margarita Adieu für immer ich fliege Margarita auf ihrem Besen tänzelte vor ihm auf und ab dann kam ihr zum Bewusstsein dass sie das Hemd gar nicht mehr brauchte mit bösem Lachen warf sie es Nikolai Ivanovich über den Kopf geblendet stürzte er von der Bank und krachte auf den ziegelsteingepflasterten Gartenweg Margarita drehte sich um sie wollte einen letzten Blick auf die Villa werfen in der sie so lange gelitten hatte im heller leuchteten Fenster erblickte sie das vor Verblüffung verzerrte Gesicht Nataschas leb wohl Natascha sie riss den Besen hoch schrie unsichtbar unsichtbar und flog zwischen den Zweigen des Ahorns die ihr ins Gesicht feitschten über das Tor in die Gasse 21. Kapitel der Flug nachdem Margarita ihre Gasse durchflogen hatte geriet sie in eine zweite die die erste im rechten Winkel schnitt diese geflickte gestopfte krumme und lange Gasse mit der schiefen Tür des Ladens in dem becherweise Petroleum sowie Flaschen mit Insektenmitteln verkauft wurden durchsauste sie in einem einzigen Augenblick unsichtbar und frei unsichtbar und frei die dritte Gasse führte direkt zum Arbat hier lernte Margarita den Besen lenken und begriff dass dieser dem leisesten Druck ihrer Hände und Füße gehorchte sie flog lautlos sehr langsam und nicht hoch etwa in Höhe des ersten Stocks ein prächtiges achtgeschossiges Hochhaus offenbar gerade erst fertig gebaut erregte ihre Aufmerksamkeit sie landete auf der Erde und sah dass die Fassade mit schwarzem Marmor verkleidet war durch die breite Glastür erblickte sie die goldbetresste Schirmmütze eines Portiers und die Knöpfe auf seiner Livree über der Tür prangte in Goldbuchstaben die Inschrift Haus der Dramlit Margarita musterte die Inschrift mit verkniffenen Augen und überlegte was Dramlit bedeuten mochte dann nahm sie den Besen unter den Arm und trat ein mit der Tür den verwunderten Portier anstoßend neben dem Fahrstuhl sah sie an der Wand eine riesige schwarze Tafel auf der mit weißen Buchstaben die Wohnungsnummern und die Namen der Mieter verzeichnet waren und darüber die Inschrift Haus der Dramatiker und Literaten aufwärts schwebend las sie gierig die Namen der Wohnungsinhaber Kustov Dvubratzky Quandt Beskudnikov Latunsky Latunsky Nummer 84 das ist er der hat den Meister auf dem Gewissen dem Portier an der Tür quollen die Augen aus dem Kopf er machte kleine Luftsprünge vor Erstaunen und glotzte die schwarze Tafel an um das Wunder zu begreifen wieso das Mieterverzeichnis plötzlich dermaßen kreischte Margarita flog währenddessen schon die Treppe hinauf Latunsky 84 Latunsky 84 da links die Wohnung 82 rechts die 83 noch höher hinauf links die 84 da ist es das Namensschild Latunsky oh Latunsky Margarita sprang vom Besen und ihre heißen Fußsohlen empfanden wohltuend die Kühle des steinerne Treppenabsatzes sie läutete einmal noch einmal aber niemand öffnete noch heftiger drückte sie auf den Knopf und hörte das Schrillen in Latunskis Wohnung mach auf Latunsky aber er war unter einem glücklichen Stern geboren der Kritiker Latunsky und dieser Stern bewahrte ihn vor der Begegnung mit Margarita die an diesem Freitag zur Hexe geworden war Latunsky nahm an der Trauerfeier für den unter die Straßenbahn geratenen Berlioz Teil die ausgerechnet an diesem Abend stattfand als niemand öffnete sauste Margarita die Stockwerke zählend wieder hinunter stürmte hinaus auf die Straße schaute am Hause hinauf zählte die Stockwerke von außen ab und überlegte welche Fenster zu Latunskis Wohnung gehörten die fünf dunklen an der Ecke im siebenten Stock die müssen es sein sie flog sie hinauf und stieg durchs offene Fenster in ein dunkles Zimmer in dem nur ein schmaler Streifen Mondlicht silbrig glänzte über diesen Streifen lief Margarita und tastete nach dem Schalter bald darauf war die ganze Wohnung hell erleuchtet der Besen stand in der Ecke nachdem sich Margarita vergewissert hatte dass wirklich niemand zu Hause war öffnete sie die Tür zum Treppenhaus und überprüfte das Namensschild Latunsky sie war in der richtigen Wohnung niemand weiß welch finsteres und übles verbrechen den Abend gekrönt hätte denn als Margarita aus der Küche kam hatte sie einen schweren Hammer in der Hand sorgfältig zielend führte sie einen Schlag gegen die Tasten des Flügels und durch die ganze Wohnung gelte ein erstes klägliches Geheul wie rasend schrie das unschuldige Bäckersche Saloninstrument die Tasten zerspellten die Elfenbeinplättchen spritzten nach allen Seiten der Flügel heulte klirrte drönte wimmerte unter einem Hammerschlag zersprang wie ein Revolverschuss knallend die polierte Resonanzdecke keuchend bearbeitete Margarita mit dem Hammer die Seiten endlich hielt sie ermüdet inne und ließ sich in einen Sessel plumpsen um zu verschnaufen im Badezimmer rauschte schrecklich das Wasser in der Küche ebenfalls schon flutete ein Strom aus der Küche in den Korridor aber zum Ausruhen besteht noch kein Anlass mit bloßen Füßen durchs Wasser patschend schleppte Margarita ganze Eimer voll aus der Küche ins Arbeitszimmer des Kritikers und goss sie in die Schreibtischschubladen nachdem sie mit dem Hammer die Türen des Bücherschranks zertrümmert hatte stürzte sie ins Schlafzimmer zerschlug den Spiegelschrank zog den Anzug des Kritikers heraus und er säufte ihn in der Badewanne das volle Tintenfass aus dem Arbeitszimmer entleerte sie über dem dick aufgeschüttelten Doppelbett die Verwüstung die sie anrichtete bereitete ihr großen Genuss sie zertrümmerte die Gummibaumtöpfe in dem Zimmer in dem der Flügel stand zerschlitzte mit einem Küchenmesser die Laken zerschlug die verglasten Fotografien sie spürte keine Müdigkeit nur der Schweiß ran in Bächen an ihr herunter währenddessen saß darunter in der Wohnung Nummer 82 das Hausmädchen des Dramatikers Quandt in der Küche trank Tee horchte verständnislos auf die Schritte das Klirren und Poltern von oben sie hob den Kopf zur Decke und sah plötzlich die weiße Farbe sich vor ihren Augen in ein leichenhaftes hellblau verwandeln der Fleck wurde zusehends größer und plötzlich schwollen Topfen hervor da schrie das Hausmädchen auf lief zur Wohnung hinaus hastete die Treppe hinauf und alsbald begann es in Latunskis Wohnung zu klingeln aufmachen aufmachen dusch ja mach auf ich brauch ein Hahn offen bei uns läuft's durch ich glaube ich muss allmählich weg ein paar Augenblicke noch lauschte Margherita der verzweifelten Frauenstimme die durchs Schlüsselloch schrie dann setzte sie sich auf den Besen flog einen Meter aufwärts und ämmerte auf den Kronleuchter ein zwei Birnen platzten Anhängsel spritzten nach allen Seiten das Rufen am Schlüsselloch verstummte auf der Treppe erscholl Getrappel Margherita schwebte zum Fenster hinaus und stieß mit dem Hammer von außen die Scheiben ein sie zerklirrten und längst der marmorverkleideten Hauswand prasselte eine Scherbenkaskade nieder Margherita flog zum nächsten Fenster tief unter ihr eilten Leute über den Gehsteig einer der beiden Wagen vor der Haustür hupte und fuhr davon nachdem Margherita mit Latunskis Fenstern fertig war schwebte sie zur Nachbarwohnung dichter fielen die Schläge klirren und krachen füllte die Gasse aus dem ersten Aufgang kam der Portier gelaufen schaute herauf zögerte einen Moment denn er wusste offenbar nicht was zu tun sei setzte die Pfeife an den Mund und pfiff wie rasend deshalb zertrümmerte Margherita das letzte Fenster im siebten Stock besonders schwungvoll glitt dann nieder zum sechsten Stock und begann auch hier die Scheiben einzustoßen der Portier zermartert von der langen Untätigkeit hinter der Glastür legte seine ganze Seele in das Pfeifen wobei er Margherita genau beobachtete und ihr gleichsam die Begleitmusik spielte in den Pausen wenn sie von einem Fenster zum nächsten flog holte er Luft und bei jedem ihrer Schläge stieß er mit aufgeblasenen Wangen seine Pfiffer aus die die nächtliche Luft bis hinauf zum Himmel durchbohrten im Hause brach eine Panik aus die noch unversehrten Fenster wurden aufgerissen Köpfe erschienen und verschwanden gleich wieder und umgekehrt wurden die offenen Fenster geschlossen in den Fenstern der Häuser gegenüber erschienen vor dem erleuchteten Hintergrund die dunklen Silhouetten von Menschen die zu ergründen suchten warum im neuen Gebäude der Dramolitte Fensterscheiben zu Bruch ging in der Gasse strömte das Volk zusammen und im Hause auf den Treppen erscholl das Getrappel von Leuten die ohne jeden Sinn und Verstand hinauf und hinunter liefen Quants Hausmädchen schrie den Hastenden zu bei ihnen sei alles überschwemmt und bald schloss sich ihr das Hausmädchen der Chustoffs an die in Nummer 80 unter den Quants wohnten bei den Chustoffs regnete es in der Küche und in der Toilette von der Decke zu guter Letzt löste sich bei den Quants in der Küche eine riesige Stuckplatte von der Decke zertrümmerte das gesamte schmutzige Geschirr und bewirkte einen regelrechten Platzregen der sich aus den Lücken des herabhängenden Rohrgewebes ergoss wie aus einem Eimer so unerwartet herrollte ein roter Feuerwehrwagen schmutzige Lichtern auch dieser schmutzige Lichter auch dieser verschwand im Nu und Margarita sah sich allein mit dem links über ihr fliegenden Mond längst wehten die Haare waagrecht hinter ihr her und das Mondlicht und spülte pfeifend ihren Körper nach wenigen Sekunden flammte tief unten im irdischen Schwarz ein neuer See aus elektrischem Licht auf drehte sich unter ihr hinweg und verschwand alsbald in der Erde abermals ein paar Sekunden und die Erscheinung wiederholte sich Städte lauter Städte danach erblickte sie unter sich zwei oder dreimal matt blinkende Säbel in offenen schwarzen Futteralen das sind die Flüsse den Kopf nach links oben wendend hatte Margarita ihre Freude daran dass der Mond über ihr wie wahnsinnig zurück nach Moskau jagte und merkwürdigerweise dennoch stillstand so dass auf ihm deutlich eine rätselhafte dunkle Gestalt zu erkennen war ein Drachen vielleicht oder das Wunderpferdchen Gorbunok dessen spitze Schnauze auf die zurückbleibende Stadt gerichtet war 22. Kapitel im Kerzenlicht den Kopf nach links oben wendend hatte Margarita auf ihrem Besen Freude daran dass der Mond über ihr wie wahnsinnig zurück nach Moskau jagte und merkwürdigerweise dennoch stillstand aber dann kam ihr der Gedanke dass es ja eigentlich ganz überflüssig war den Besen dermaßen zu jagen und dass sie sich so der Möglichkeit beraubte richtig zu schauen und den Flug zu genießen etwas sagte ihr dass man dort wohin sie flog auf sie warten würde und dass es sinnlos war so langweilig schnell und so hoch zu fliegen Margarita drückte den Besen vorn herunter so dass der Stiel aufwärts wies verlangsamte das Tempo und glitt der Erde zu wie auf einem Luftschlitten dieses Abwärtsgleiten bereitet die ihr größten Genuss die Erde hob sich ihr entgegen und in ihrem bislang formlosen schwarzen Dickicht zeichneten sich ihre Reize und die Geheimnisse einer Mondnacht ab schon umwehte sie der Duft grünender Wälder sie flog über die Nebelschleier einer betauten Wiese und über einen Teilchen weg unter ihr quakte ein Chor von Fröschen und irgendwo in der Ferne hörte sie das erregende Rattern eines Eisenbahnzuges bald sah sie ihn langsam wie eine Raupe eine Funkensprühende Margarita überholte den Zug und flog abermals über einen Wasserspiegel hinweg in dem unter ihren Füßen ein zweiter Mond schwamm dann ging sie noch tiefer sodass ihre Füße beinahe die Wipfel der mächtigen Kiefern streiften ein schweres Rauschen durchtrennter Luft verfolgte Margarita und kam allmählich näher dazu gesellte sich ein werstweit hörbares Frauenlachen Margarita drehte sich um und erblickte undeutlich einen seltsam geformten dunklen Gegenstand der ihr folgte sieht aus wie eine Granate als der Gegenstand näher kam wurden seine Umrisse klarer und sie sah dass dort jemand rittlings flog schließlich war alles deutlich zu erkennen den Flug verlangsamend schwebte Natascha heran splitternackt mit flatternden Haaren ritt sie auf einem dicken Eber dessen Vorderhufe einer Aktentasche umklammerten während die Hinterhufe erbittert in der Luft ruderten ein ab und zu im Mondlicht aufblitzender Kneifer von der Nase gefallen flog an der Schnur neben ihm her und der Hut rutschte ihm immer wieder auf die Augen als Margarita genauer hinsah erkannte sie in dem Eber Nikola Ivanovic und da brauste ihr Gelächter über den Wald und mischte sich mit dem Lachen von Natascha Natascha Mädchen hast du dich mit der Creme eingereben mein Herz plant Margarita Nikolaevna ja ich gebe es zu ich habe von der Creme genommen auch unser eins will schließlich leben und fliegen verzeihen sie mir Gebieterin aber ich komme nicht zurück um keinen Preis schön ist das Margarita Nikolaevna der Eber hat mir einen Antrag gemacht einen Antrag wie hast du mich genannt Göttin ich kann nicht so schnell fliegen so verliere ich noch wichtige Papiere Natalia Prokofjevna ich protestiere ach dich und deine Papiere soll der Teufel holen neben Margarita fliegend erzählte Natascha lachend was in der Villa geschehen war nachdem ihre Herren über das Tor hinweg davon geflogen war Natascha gestand sie habe die geschenkten Sachen gar nicht mehr angerührt sondern die Kleidung abgeworfen und sich eilends eingecremt darauf sei ihres selbe widerfahren wie ihre Herren während sie sich vor Freude lachend nackt vom Spiegel an ihrer erzauberten Schönheit berauschte ging die Tür auf und vor ihr stand Nikolai Ivanovich er war erregt und in den Händen hielt er Margaritas Hemdchen sowie seinen Hut und die Aktentasche ich war überhaupt nicht erregt ich war besorgt und wie erregt du warst krebsrot im Gesicht also das ist eine Verleumdung ich habe es für meine Pflicht gehalten das Hemdchen von Margarita Nikolai aufzuheben und das Persönlichste übergeben Natascha war erzählte sie weiter im Schlafzimmer übermütig geworden sie hatte Nikolai Ivanovich mit der Creme betupft und dann vor Verwunderung starr gestanden das Gesicht des ehrwürdigen unteren Mieters mündete plötzlich in einen Schweinerüssel Arme und Beine liefen in zierliche Hufe aus als Nikolai Ivanovich sich im Spiegel betrachtete ließ er ein wildes Verzweiflungsgeheul hören aber es war schon zu spät gleich darauf flog er gesattelt aus Moskau fort zu allen Teufeln und schluchzte vor Kummer ich verlange die Wiederherstellung meines normalen Aussehens ich habe nicht die Absicht zu einer illegalen Versammlung zu fliegen Margarita Nikolaevna sie sind verpflichtet ihr Hausmädchen zu zügeln ach auf einmal bin ich das Hausmädchen aber vorher war ich eine Göttin wie hast du mich genannt Venus genau Venus Venus oh Margarita Königin legen sie ein gutes Wort für mich ein das man mir erlaubt Hexe zu bleiben für sie wird man alles tun ihnen ist die Macht gegeben gut das verspreche ich dir danke danke mit den Fersen presste sie die vom wahnsinnigen Galopp abgemagerten Flanken des Ebers Nikolai Ivanovich und der raste dermaßen los dass es in der Luft pfiff und einen Augenblick später waren er und Natascha weit vorne nur noch als schwarzer Punkt zu sehen und verschwanden dann gänzlich Margarita flog weiterhin langsam über eine unbekannte öde Gegend hinweg unter sich sah sie Hügel auf denen zwischen vereinzelten Riesenkiefern Felsblöcke lagen bestimmt bin ich schon weit weg von Moskau Margarita spürte die Nähe von Wasser und erriet dass ihr Ziel nicht mehr fern war die Kiefern traten auseinander und langsam flog sie auf einen Kreiderabhang zu dahinter lag drunten im Schatten ein Fluss Nebel verfing sich im Gesträuch auf dem senkrechten Abhang das andere Ufer war flach und niedrig ein Lagerfeuer Margarita sah Gestalten die sich bewegten ihr war als Klänge von dort prickelnd lustige Musik herüber sie flog den Abhang hinunter warf den Besen weg nahm einen Anlauf und stürzte sich kopfüber in den Fluss wie ein Pfeil schoss ihr leichter Körper hinein und schleuderte eine Wassersäule fast bis zum Mond das Wasser war warm wie in der Badewanne und Margarita die aus der Tiefe wieder herauftauchte schwamm in völliger nächtlicher Einsamkeit nach Herzenslust umher nach dem Bad spürte sie keinerlei Müdigkeit und vollführte im nassen Gras einen freudigen Tanz dann bestieg sie den Besen und flog hinüber zum anderen Ufer der Schatten des Kreiderabhangs reichte nicht bis hierher das ganze Ufer war von Mondlicht übergossen kaum hatte Margarita das feuchte Gras berührt da schallte die Musik unter den Weiden lauter und lustiger sprühten die Feuerfunken unter den Weidenzweigen mit den im Mondlicht sichtbaren puschligen Kätzchen saßen in zwei Reihen dickmäulige Frösche und spielten sich wie Gummibälle aufblasend auf Holzflöten einen bravourösen Marsch vor den Musikanten hingen an Weidenruten faulige Holzstücke und beleuchteten die Noten und auf den Froschmäulern blinkte der Widerschein des Feuers der Marsch wurde zu Ehren Margaritas gespielt man bereitete ihr einen überaus feierlichen Empfang die durchsichtigen Wassernymphen unterbrachen ihren Reigen überm Fluss und winkten ihr mit Wasserpflanzen zu und weit übers öde grünliche Ufer klang ihr stöhnender Begrüßungssang hinter den Weiden sprangen nackte Hexen hervor stellten sich in einer Reihe auf und sankenden tiefen Hofknixen zusammen ein ziegenbeiniger Kerl flog dabei berührte niederkniend Margaritas Hand wobei er sein Seidengewand im Gras ausbreitete meine Königin ich hoffe das Bad hat sie erfrischt oh ja das hat es aber wo ist Natascha hat bereits gebadet meine Königin und ist auf ihrem Eber nach Moskau vorausgeeilt um ihre baldige Ankunft zu melden und um bei der Fertigstellung ihres Festgewandes zu helfen der Ziegenbeinige empfahl ihr sich niederzulegen und zu entspannen Margarita befolgte den Rat er brachte ihr ein Glas Champagner sie leerte es und gleich wurde ihr warm ums Herz als dann sammelte sich alles die Wassernymphen beendeten ihren Reigen und lösten sich im Mondlicht auf der Ziegenbeinige fragte Margarita achtungsvoll wie sie zum Fluss gekommen sei auf einem Besen wie sonst warum denn das ist doch unbequem Flux fertigte er aus zwei Ästen ein Hexentelefon und forderte irgendwo einen Wagen an der auch prompt kam ein falbes Cabriolet senkte sich auf die Insel nieder nur saß am Lenkrad kein gewöhnlicher Fahrer sondern eine schwarze Krähe mit langem Schnabel Wachstuch Mütze und Stulpenhandschuhen die Insel verödete die Hexen die schon abgeflogen waren lösten sich im lodernden Mondlicht auf das Feuer brannte nieder die Glut überzog sich mit grauer Asche der Backenbärtige und der Ziegenbeinige halfen Margarita auf den breiten Rücksitz des Wagens der Wagen heulte auf tat einen Sprung und stieg fast bis zum Mond empor die Insel verschwand der Fluss verschwand Margarita raste gen Moskau das gleichmäßige Brummen des Wagens hoch über der Erde schläferte Margarita ein und das Mondlicht wärmte angenehm sie schloss die Augen bot ihr Gesicht dem Wind und dachte wehmütig an das unbekannte Flussufer das sie wohl niemals wiedersehen würde nach all den Wundern und Zaubereien des heutigen Abends ahnte sie bereits zu wem man sie brachte doch es schreckte sie nicht egal was kommt es wird mein Glück sein ich weiß es im Übrigen konnte sie im Wagen nicht lange von ihrem Glück träumen ob die Krähe ihr Handwerk gut beherrschte oder ob der Wagen gut war jedenfalls sah Margarita als sie bald nach dem Abflug die Augen öffnete schon nicht mehr die Waldesfinsternis unter sich sondern das flimmernde Lichtermeer von Moskau der schwarze Chauffeurvogel schraubte im Flug das rechte Vorderrad ab dann landete der Wagen auf einem menschenleeren Friedhof im Stadtbezirk Dorogomilovo die Krähe ließ Margarita die keinerlei Fragen stellte mitsamt ihrem Besen neben einem Grab aussteigen dann startete sie abermals den Wagen und lenkte ihn geradewegs in eine Schlucht hinterm Friedhof polternd stürzte das Fahrzeug hinab und zerschellte die Krähe legte respektvoll die Hand an den Mützenschirm setzte sich aufs abgeschraubte Rad und flog davon als bald erschien hinter einem Grabdenkmal ein schwarzer Umhang ein Eckzahn glänzte im Mondlicht mit einer Handbewegung bedeutete er ihr den Besen zu besteigen er selbst sprang auf ein langes Rapier beide flogen los und landeten nach wenigen Sekunden unbemerkt vor dem Haus Zadobaja Nummer 302b geräuschlos gingen sie nach oben und betraten die Wohnung Nummer 50 das erste was Margarita wunderte war die Finsternis in die sie trat eine Finsternis wie tief unter der Erde so dass sie sich um nicht zu straucheln unwillkürlich an Assacielos Umhang festhielt aber schon flammte hoch oben das Licht eines Lämpchens auf und kam näher Assacielo nahm im Gehen Margarita den Besen ab der lautlos im Dunkel verschwand sie stiegen breite Stufen hinauf die kein Ende zu nehmen schienen Margarita war verblüfft dass in der Diele einer normalen Moskauer Wohnung solch eine unsichtbare aber gut fühlbare Treppe Platz hatte dann war die Treppe zu Ende und Margarita stand auf dem Podest das Licht kam dicht heran und Margarita erblickte das beleuchtete Gesicht des großen schwarzen Mannes der das Lämpchen in der Hand hielt wer in den letzten Tagen das Pech gehabt hatte ihm über den Weg zu laufen würde ihn selbst beim schwachen Licht des Lämpchens sofort erkannt haben es war Karoviev alias Vergott sein Aussehen freilich hatte sich sehr verändert das flackernde Lichtlein spiegelte sich dieses Mal nicht im gesprungenen Zwicker sondern in einem Monockel das allerdings auch einen Sprung hatte das Schnurrbärtchen im frechen Gesicht war hochgewichst und schwarz sah er aus weil er einen Frag trug weiß war nur seine Brust der Magier Kantor Zauberer Dolmetscher oder weiß der Teufel was er eigentlich war kurzum Karoviev verbeugte sich wobei er das Lämpchen durch die Luft schwenkte äh bitte folgen Sie mir Assacielo verschwand Karovievs Lämpchen gab nur wenig Licht aber Margarita erkannte trotzdem dass sie sich in einem unermesslich großen Saal befand noch dazu mit einer dunklen Kolonnade die kein Ende zu nehmen schien bei einem kleinen Sofa blieb Karoviev stehen setzte sein Lämpchen auf ein hölzernes Postament lud Margarita mit einer Geste einen Platz zu nehmen und stellte sich in malerischer Pose neben sie den Ellenbogen auf das Postament gestützt gestattet mir mich euch vorzustellen Karoviev ihr wundert euch dass kein Licht brennt ihr denkt natürlich aus Sparsamkeit Ivo der erste beste Scharfrichter und sei es einer von denen die nachher die Ehre haben werden euch das Knie zu küssen sollen mir auf diesen Postament hier den Kopf abhacken wenn es aus Sparsamkeit geschieht nein der Messere mag kein elektrisches Licht und wir schalten es erst im allerletzten Moment ein und dann glaubt mir wird daran kein Mangel mehr sein dann wird man vielleicht sogar wünschen es wäre etwas weniger am meisten wundert mich wie das alles hier Platz hat dieser riesige Saal wie passt das alles in eine Moskauer Wohnung das ist das einfachste von allem wer mit der fünften Dimension vertraut ist dem macht es nichts aus einen Raum bis zur gewünschten Größe zu erweitern mehr noch verehrte Dame überhaupt bis zu jeder Größe ach unmöglich ich habe Leute gekannt die von der fünften Dimension und auch sonst keine Ahnung hatten nichtsdestoweniger im Sinne der Erweiterung ihrer Räumlichkeit perfekte Wunder vollbrachten so hörte ich zum Beispiel erzählen daß ein Einwohner der Stadt eine Dreizimmerwohnung auf dem Semjanoy-Wall bekam ohne jede fünfte Dimension und all den anderen Kram von dem ein bloß dumm im Kopf wird verwandelte er sie in eine Vierzimmerwohnung indem er das eine Zimmer durch eine Wand teilte diese Wohnung tauschte er gegen zwei andere in verschiedenen Moskauer Stadtbezirken eine Drei- und eine Zweizimmerwohnung ihr werdet mir beipflichten daß er jetzt schon fünf Zimmer besaß die Dreizimmerwohnung tauschte er gegen zwei Zweizimmerwohnungen und war nun wie ihr seht Besitzer von sechs Zimmern die freilich über ganz Moskau verstreut lagen schon holte er zum letzten und glänzendsten Schlag aus in dem er ein Zeitungsinserat veröffentlichte daß er sechs Zimmer in verschiedenen Bezirken von Moskau gegen eine Fünfzimmerwohnung auf dem Semjanoy-Wall tausche als seine Tätigkeit aus Gründen auf die er keinen Einfluss hatte unterbunden wurde wahrscheinlich hat er jetzt nur noch ein Zimmer und das liegt ich wage es zu versichern nicht in Moskau so viel zur fünften Dimension aber zur Sache zur Sache Margareta Nikolajewin ihr seid eine sehr kluge Frau und habt natürlich längst erraten wer unser Herr ist er na also wir hassen alles unausgesprochene und jegliche Geheimniskrämerei der Messere gibt alljährlich einen Ball genannt Frühlingsvollmondball oder Ball der hundert Könige Himmel und Menschen im Übrigen hoffe ich ihr werdet euch davon überzeugen also der Messere ist natürlich ihr könnt es euch denken unverheiratet aber er braucht eine Ballkönigin sagt selber ohne Ballkönigin natürlich nun hat sich die Tradition herausgebildet dass die Ballkönigin erstens Margareta heißen und zweitens aus dem Ort stammen muss seht wir sind ständig auf Reisen und befinden uns gegenwärtig in Moskau 121 Margareta's haben wir hier ermittelt und glaubt mir nicht eine ist geeignet endlich führte uns ein glückliches Schicksal also kurz gesagt wollt ihr diese Pflicht übernehmen ich will schön abgemacht ich bitte mir zu folgen sie gingen zwischen Säulen hindurch und gelangten in einen anderen Saal wo es stark nach Zitronenroch man hörte ein Rascheln etwas streifte Margaritas Kopf sie zuckte zusammen erschreckt nicht das sind die Ballattraktionen von Behemoth nichts weiter überhaupt möchte ich mir die Kühnhärte herausnehmen und euch raten niemals und vor nichts Angst zu haben Margareta Nikolaevna das wäre unvernünftig es wird ein prunkvoller Ball werden das will ich euch nicht verhehlen wir werden Personen sehen die seine Zeit eine außergewöhnliche Machtfülle besaßen wenn man freilich daran denkt wie mikroskopisch klein ihre Möglichkeiten waren im Vergleich zu den Möglichkeiten dessjenigen dessen Sweet anzugehören ich die Ehre habe dann wird einem komisch und ich will mal sagen traurig zumute dabei seid ihr selbst von königlichem Blut warum warum von königlichem Blut ach Königin die Fragen des Blutes sind die kompliziertesten Fragen der Welt ich will mal andeuten eine französische Königin die im sechzehnten Jahrhundert lebte wäre wohl sehr verblüfft gewesen wenn ihr jemand gesagt hätte dass nach vielen Jahren ich ihre zauberhafte Ur 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 Enkelin am Arm durch Moskauer Ballseele führen würde aber wir hatten es geschafft Kalowiev blies das Lämpchen aus es verschwand aus seinen Händen und Margarita erblickte vor sich auf dem Fußboden einen Lichtstreifen unter einer dunklen Tür an diese Tür pochte Kalowiev Margarita war so aufgeregt dass ihr die Zähne klapperten und ein Fröstel über den Rücken kroch die Tür ging auf sie führte in ein kleines Zimmer Margarita erblickte ein breites Eichenbett mit zerknautschten schmuddeligen Laken und Kissen vor dem Bett stand ein Eichentisch mit geschnitzten Beinen auf dem in einem Kandelaber mit sieben Kerzenhaltern in Form von goldene Vogelkrallen dicke Wachskerzen brannten auf dem Tisch lag ein großes Schachbrett mit sehr kunstvoll gearbeiteten Figuren im Zimmer roch es nach Schwefel und Pech unter den Anwesenden erkannte Margarita Assasiello der nunmehr befragt am Kopfende des Bettes stand er machte ihr eine äußerst gelannte Verbeugung eine nackte Hexe jene Geller die den ehrenwerten Kantinenwirt derart in Verlegenheit gebracht hatte und dieselbe die zum Glück in der Nacht nach der berühmten Vorstellung vom Hahn verjagt worden war saß auf einem kleinen Teppich vor dem Bett und rührte in einer Kasserolle von der Schwefeldampf aufstieg außerdem hielt sich im Zimmer ein riesiges schwarzes Katervieh auf es saß auf einem hohen Hocker vor dem Schachttisch und hielt einen Springer in der rechten Pfote Geller stand auf und verneigte sich vor Margarita das gleiche tat der Kater der vom Hocker sprang er vollführte mit der rechten Hinterpfote einen Kratzfuß verlor dabei den Springer und kroch unter das Bett um ihn zu suchen all das nahm die vor Angst vergehende Margarita im trügerischen Kerzenlicht nur undeutlich wahr ihr Blick wurde vom Bett angezogen auf dem der Arme Ivan an den Patriarchenteichen zu überzeugen versucht hatte dass der Satan nicht existiere dieser nicht existierende also saß auf dem Bett 23. Kapitel der große Ball beim Satan Voland starrte Margarita ins Gesicht er saß breit aufs Bett gefläzt begleitet mit nichts als einem schmutzigen langen Nachthemd an der linken Schulter geflickt das eine nackte Bein hatte er unter sich gezogen das andere lag ausgestreckt auf einem Bänkchen es sah dunkel aus Geller war beschäftigt es mit dampfender Salbe einzuschmieren des weiteren erblickte Margarita neben Vorland auf einem schweren Postament einen merkwürdigen gleichsam lebendigen nur auf einer Seite von der Sonne beschienenen Globus das Schweigen währte einiger Augenblicke er studiert mich dachte Margarita bemüht das Zittern er den Beinen niederzuzwingen Vorland nahm einen langen Degen vom Bett und stocherte gebückt darunter komm vor Behemoth die Partie wird unterbrochen der Gast ist eingetroffen das ist keinesfalls notwendig das ist keinesfalls notwendig Messere das ist keinesfalls notwendig Messere ich flehe sie an die Partie nicht abzubrechen ich glaube die Schachzeitschriften würden viel Geld dafür bezahlen wenn sie die Möglichkeit hätten sie zu drucken ausgezeichnet weiter so je nun wenn ihr so bezaubernd liebenswürdig seid und ich habe auch nichts anderes erwartet dann werden wir keine großen Umstände machen Behemoth wie lange willst du noch unter dem Bett Unfug treiben komm vor verfluchter Hans ich kann den krieg stattdessen immer nur einen Frosch zu fassen wenn du nicht sofort zum Vorschein kommst gilt die Partie für dich als verloren verfluchter Deserteur um keinen Preis Messere der Kater kroch eilig unterm Bett hervor den Springer in der Pfote staubverschmiert und aufrecht stehend machte er Margarita eine Verbeugung um den Hals trug er eine weiße Frack Schleife und auf seiner Brust baumelte an einem Riemen ein Perlmutt verkleidetes Opernglas für Damen außerdem war sein Schnurrbart vergoldet darf ich vorstellen nein ich kann diesen Hans Wurst nicht ansehen schaut nur wie er sich unter dem Bett heraus geputzt hat was soll denn das wozu hast du dir den Schnurrbart vergoldet was zum Teufel soll die Schleife wenn du nicht mal Hosen anhast Hosen gezieben sich nicht für einen Kater Messere oder soll ich vielleicht auch noch Stiefel anziehen einen gestiefelten Kater gibt's nur im Märchen Messere aber habt ihr schon mal auf dem Ball jemanden ohne Schleife gesehen ich hab nicht die Absicht mich lächerlich zu machen und zu riskieren dass man mich rausschmeißt wow jeder schmückt sich wie er kann das gilt auch für das Opernglas Messere aber der Schnurrbart ich Schnurrbart gepudert weiter nichts was anderes wäre es wenn ich mich rasiert hätte ein rasierter Kater ist in der Tat eine Schweinerei das will ich tausendmal zugeben wow aber ich sehe dass man an mir herum krittelt nun entsteht für mich ein ernstes Problem wow soll ich überhaupt am Ball teilnehmen was sagt ihr dazu Messer ach die Sagauner die Sagauner jedes mal wenn seine Partie hoffnungslos steht schwatzt er einen besoffen wie der letzte Mark schreier setz dich sofort hin und hör auf mit deinem gequassel ich setze mich aber was das letzte betrifft so muss ich widersprechen meine reden sind keineswegs gequassel wie ihr euch in Gegenwart einer Dame auszudrücken beliebt sondern eine Reihe gut verpackter Syllogismen die Kenner nach ihrem wertschätzen würden wow solche wie Sextus Empiricus Marcianus Capella und am Ende gar Aristoteles schach dem König bitte bitte ich grüße euch also Königin und empfehle euch mein Gefolge der hier den Nahren spielt ist der Kater Behemoth Assasiello und Koroviev kennt ihr bereits und nun stelle ich euch meine Dienerin Gella vor sie ist aufgeweckt und anstellig und es gibt keinen Dienst den sie nicht zu leisten vermöchte die schöne Gella richtete ihre grünlichen Augen auf Margarita und lächelte doch sie hörte dabei nicht auf mit der hohlen Hand Salbe zu schöpfen und Vorland aufs Knie zu packen der hatte sich vom Schachbrett abgewandt und beschäftigte sich mit seinem Globus der so kunstvoll gearbeitet war dass die blauen Ozeane wogten und die Polkappen so echt aussahen als wären sie wirklich aus Schnee und Eis auf dem Brett war unter des Verwirrung entstanden unmutig trippelte der König im weißen Umhang auf seinem Feld und hob verzweifelt die Arme drei weiße Bauern Landsknechte mit helle Barden blickten bestürzt auf den Offizier der den Degen schwenkte und nach vorn wies wo auf zwei Nachbarfeldern einem weißen und einem schwarzen Fohlands schwarze Ritter auf feurigen Rappen saßen die mit den Huf mir feld stampften Margarita sah mit großem Erstaunen und Interesse dass die Schachfiguren bebändig waren der Kater nahm das Glas von den Augen und knuffte seinen König in den Rücken der bark verzweifelt das Gesicht in den Händen schlimm steht teurer behemmert die Lage ist ernst aber keineswegs hoffnungslos mehr noch ich bin vom Endsieg fest überzeugt ich muss nur mal gründlich die Stellung analysieren das nützt nichts die Papageien sind weggeflogen ich hab's euch ja gesagt tatsächlich hörte man in der Ferne das rauschen zahlloser Flügel Karoviev und Assacielo stürzten aus dem Zimmer kaum waren Karoviev und Assacielo verschwunden da begann Behemoth während Vorland gedankenvoll den Globus drehte dem König auf dem Schachbrett zu zu zwinkern und Grimassen zu schneiden der weiße König begriff endlich was von ihm erwartet wurde er riss den Umhang von den schultern warf ihn auf das Feld und flüchtete vom Brett der Offizier legte den weggeworfenen Königsmantel an und nahm den Platz des Königs ein Karoviev und Assacielo kehrten zurück das mit den Papageien überschwindel wie immer mir war aber so als ob ich was gehört hätte was ist soll das noch lange so gehen Schach dem König Messere wenn ihr geruhen wolltet auf das Schachbrett zu blicken statt auf den Globus da steht kein König ach du Halunke Messere ich wende mich an die Logik wenn ein Spieler dem König Schach bietet und der König überhaupt nicht mehr auf dem Brett ist gilt das Schach als unwirksam gibst du auf oder nicht gestattet mir zu überlegen ich gebe auf man sollte die sture Bestien totschlagen ja ich gebe auf aber nur deshalb weil ich in einer Atmosphäre des Kesseltreibens seitens meiner Neider nicht spielen kann Behemoth erhob sich die Schachfiguren schlüpften ins Kästchen auf ein Zeichen von Fohland verschwand Gäller aus dem Zimmer Margarita nahm ohne dazu aufgefordert zu sein ihren Platz ein und begann Fohlands Bein zu massieren und zu salben der Schlamm war heiß wie Lava und verbrühte die Hand aber Margarita zuckte nicht mit der Wimper bemüht ihm keinen Schmerz zuzufügen rieb sie ihm das Knie ein Fohland blickte sie durchdringend an habt habt ihr irgendein leiden oder vielleicht einen kummer der euch die seele vergiftet nein missere nichts dergleichen jetzt bei ihnen bin ich wunschlos glücklich ausgezeichnet ich sehe ihr interessiert euch für meinen globus ein gutes stück ehrlich gesagt ich liebe die radionachrichten nicht sie werden stets von jungen dingern gesprochen die die ortsnamen nuscheln außerdem hat jede dritte einen sprachfehler als würden sie eigens danach ausgewählt mein globus ist da viel bequemer zumal ich die ereignisse genau kennen muß seht ihr hier dieses stück erde seitlich vom ozean umspült schaut es färbt sich feurig dort geht ein krieg los wenn ihr näher hin seht werdet ihr auch die einzelheiten erkennen margarita beugte sich über den globus und sah wie das kleine quadrat der erde größer wurde sich mit vielen farben bedeckte und sich gleichsam in eine relief karte verwandelte dann erblickte sie das schmale band eines flusses und eine siedlung am ufer ein erbsengroßes häuschen wuchs bis zur größe einer streichholz schachtel plötzlich flog lautlos das dach des häuschens in die luft eine schwarze rauchwolke wallte hoch und die wände stürzten ein sodass von der zweigeschossigen streichholz schachtel nichts blieb als ein häufchen asche von dem schwarzer qualm aufstieg als margarita noch näher hin sah erkannte sie eine kleine frauengestalt die auf der erde lag und daneben in einer blutlache ein kleines kind mit ausgebreiteten armen aus es hat noch keine sünden begehen können messere gestattet wir haben zwei unbefugte bei uns die schöne die schnieft und bettelt man möge sie bei ihrer herren lassen und außerdem den der mit ihr gekommen ist pardon ihren eber das ist natascha nun mag sie bei ihrer herren bleiben den eber schickt in die küche geschlachtet soll er werden erbarmen sie sich messere das ist doch nikolai ivanovich vom parterre da liegt ein missverständnis vor sie hat die doch mit der creme eingeschmiert erlaubt wer zum teufel will ihn denn schlachten und wozu er soll so lange in der küche bei den köchen sitzen das ist alles ihr werdet zugeben dass ich ihn schließlich nicht in den ball lassen kann es ist zeit messere mitternacht drückt näher ah schön also ich bitte euch königin im voraus meinen dank lasst euch nicht verblüffen und habt keine angst trinkt nichts als wasser sonst werdet ihr schwach und habt es schwer auf dem grunde eines beckens aus halb edelsteinen stehend wurde margarita von geller und der ihr assistierenden natasha mit einer heißen dicken roten flüssigkeit begossen sie begriff dass man sie mit blut wusch nach dem blutigen mantel legte man ihr einen anderen um dick flüssig durchsichtig und hell rosa und ihr schwindelte der kopf vom duft des rosen öls dann wurde sie auf ein kristall lager gebettet und mit großen grünen blättern blankgerieben margarita wußte nicht wer ihr die schuhe aus weißen rosenblättern genäht hatte und wie es kam dass sich die goldspangen von selbst schlossen irgendeine kraft zog sie hoch und stellte sie vor den spiegel in ihrem haar funkelte eine diamantene königskrone kaloviev kam und hängte ihr das oval gerahmte schwere bild eines schwarzen pudels an schwerer kette vor die brust dieser schmuck belastete die königin sehr die kette scheuerte ihr sogleich den hals wund und das bild zog sie krumm hilft nichts es muss sein erlaubt mir königin euch einen letzten rat zu geben die gäste werden sehr verschieden sein sehr verschieden aber zugeben man würde es sofort bemerken und noch eines überseht niemanden sei es ein lächeln wenn keine zeit ist für ein paar worte sei es eine winzige neigung des kopfes gleichgültig was jedoch auf keinen fall unaufmerksamkeit von kaloviev und behemoth begleitet schritt margarita aus dem raum mit dem wasserbecken in völlige dunkelheit plötzlich kreischte der kater durchdringend auf ball schrie er und in form von licht brach der ball über sie herein eine niedrige wand aus weißen tulpen wuchs vor margarita empor dahinter erblickte sie zahllose leuchtglocken trompetengeschmetter stürzte sich auf sie dazwischen peitschte geigen gejauchze und ihm floss ihren körper wie blut das orchester etwa 150 mann stark spielte eine polonaise vor dem orchester stand ein mann im frack als er margaritas ansichtig wurde erbleichte er lächelte und schwang beider arme das ganze orchester erhob sich margarita winkte ihm lächelnd zu wer ist der dirigent johann strauss man soll mich im urwald an einer liane aufhängen wenn schon jemals auf einem ball ein solches orchester gespielt hat ich habe es eingeladen und wohl gemerkt nicht einer ist erkrankt oder hat abgesagt im nächsten saal gab es keine säulen dafür bestanden die wände auf der einen seite aus roten rosa und milchweißen rosen und auf der anderen aus japanischen gefüllten kamelien dazwischen sprudelten zischen fontänen in drei bassins schäumte champagner 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 wow in der rosa wand gab es eine öffnung mit einer bühne davor auf der ein mann in rotem schwalbenschwanz fack umher quirlte vor ihm lärmte unerträglich laut eine jazz band endlich erreichten sie den treppen absatz wo margarita das erkannte sie jetzt im dunkel von kaloviev mit dem lämpchen empfangen worden war jetzt war das podest von blendender helle überflutet die kristallenen lichtertrauben entströmte margarita margarita wurde auf einen bestimmten platz gestellt zu ihrer linken befand sich ein niedriges amethyst säulchen darauf könnt ihr die hand stützen wenn ihr ermüdet ein schwarzer schob ihr ein kissen mit goldgesticktem pudel unter die füße und sie stellte fremden händen gehorchend das im knie gebeugte rechte bein darauf vorsichtig sah sie sich um neben ihr standen caroviev und asasiello erblickte sie drei junge männer an ihrem linken fuß spürte sie etwas warmes zottiges das war behemoth zu diensten königin ja wo sind denn die gäste die kommen königin die kommen gleich kommen sie alles muss rechtzeitig fertig sein königin nichts ist widerwärtiger als wenn der erste gast sich herumdrückt nicht weiß was er tun soll und die ihm angetraute Megere ihm flüsternd Hölle heiß macht dass sie zu früh gekommen sind solche bölle sind einen dreck wert königin ja einen dreck nur noch zehn sekunden bis mitternacht es geht gleich los wow diese zehn sekunden kamen margarita wie eine ewigkeit vor sie waren wohl auch bereits verstrichen doch nichts geschah aber plötzlich polterte es drunten im kamin und ein galgen purzelte heraus an dem ein halbverwester leichnam baumelte stürzte zu boden und sprang als schwarzhaariger schöner Mann in frack und lack schuhen in die höhe dann sauste ein halbvermoderter kleiner sarg aus dem kamin der deckel sprang ab und ein zweiter leichnam fiel heraus margarita bleich geworden riss den mund auf die ersten sind da ms jacques nebst gattin ich stelle euch königin einen der charmantesten männer vor ein überzeugter falsch münzer und hoch verräter aber ein recht brauchbarer alchemist er wurde berühmt weil er die geliebte des königs vergiftete und so eine gelegenheit hat nicht jeder seht nur wie schön er ist der zweite leichnam verwandelte sich in ein zappeliges nacktes frauenzimmer mit schwarzen schuhen und schwarzen federn auf dem kopf dann eilten beide Mann und Frau die Treppe unterdessen war aus dem kamin ein kopfloses skelett mit abgerissener hand zu boden geschlagen und hatte sich in einen befragten Mann verwandelt die gattin des monsieur jacques kniete bereits vor margarita nieder und küsste ihr leicht vor erregung das knie königin die königin ist entzückt königin wir sind entzückt monsieur madame die jungen leute um Assacielo lächelten leblos aber freundlich und schoben monsieur jacques nebst gattin hinüber zu den negern die gläser mit champagner bereithielten ein Mann im frack eilte die treppe herauf graf robert er ist doch immer interessant beachtet den drolligen umstand königin dass hier genau der umgekehrte fall vorliegt er war der geliebte einer königin und vergiftete seine frau wir freuen uns graf 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 die treppe von weitem völlig gleich aussehend befragte männer in begleitung nackter frauen die sich nur durch die farbe der kopffedern und der schuhe unterschieden eine dame mit nonnenfromm gesenkten augen erregte margaritas aufmerksamkeit sie war mager und bescheiden trug einen seltsamen hölzernen stiefel am linken fuß und einen breiten grünen wickel um den hals wer ist die grüne dort eine bezaubernde tofana sie erfreute sich außerordentlicher beliebtheit bei den jungen reizvollen frauen von neapel und palermo namentlich bei denen die ihrer ehemänner überdrüssig waren es kommt schließlich vor königin dass eine frau ihres gatten überdrüssig wird allerdings ja also signora tofana versetzte sich in die lage dieser armen frauen und verkaufte ihnen eine flüssigkeit im fläschchen die jeweilige ehefrau goss die flüssigkeit ihrem gatten in die suppe der verspeiste sie bedankte sich und fühlte sich großartig ein paar stunden später freitag bekam er gewaltigen durst dann legte er sich zu bett und schon am nächsten tag war die schöne neapolitanerin die ihrem gatten die suppe vorgesetzt hatte so frei wie der frühlings wind was hat sie denn da am fuß und warum hat sie den grünen verband am hals ist ihre haut welt sie hatte einen schönen hals aber im kerker ist ihr etwas unangenehmes widerfahren was sie am fuß trägt königin ist ein spanischer stiefel und mit dem wickel hat es folgende bewandtnis als die kerkerknechte erfuhren dass an die 500 lästig gewordene ehemänner neapol und palermo für immer verlassen hatten erwürgten sie im jetzorn die tofana in ihrer zelle langsamer als die anderen gäste erklomm signora tofana die treppe und versuchte vor margarita niederzuknien doch der spanische stiefel behinderte sie karoviev und behemoth halfen ihr auf ich bin so glücklich o schwarze königin dass mir die hohe ehre zuteil wird ich freue mich ein ununterbrochener gästestrom floss die treppe herauf margarita sah nicht mehr was um sie herum geschah mechanisch hob und senkte sie die hand und lächelte den gästen mit stets demselben lächeln zu über dem treppenpodest schwirrte bereits stimmenlärm und aus den ballseelen flutete ein mehr von musik unter den heraufsteigenden gästen fiel margarita eine junge frau von vielleicht zwanzig jahren auf sie hatte eine ungewöhnlich schöne figur doch ihre augen blickten unruhig und stechend das ist eine langweilige frau sie geht abgöttisch gern auf bälle beklagt sich dauernd über ihr tuch und warum ihr seine kammer zoo vorbeigegeben die legte schon seit 30 jahren nacht für nacht ein taschentuch auf den tisch sobald sie aufwacht sieht sie das tuch vor sich liegen sie hat es im ofen verbrannt und in den fluss ausgeworfen aber nichts hilft was denn für ein tuch es ist ein taschentuch mit blauem saum die sache ist die dass sie in einem kaffee haus bedienstet war und der prinzipal sie eines tages in den vorrats raum lief neun monate später gebar sie einen knaben trug ihn in den wald stopfte ihm ein tuch in den mund und vergrub ihn vor Gericht sagte sie sie habe nicht gewusst wie sie das kind ernähren solle und wo ist der besitzer des kaffeehauses was hat der besitzer damit zu tun miau schließlich hat nicht er den säugling im walter stickt margarita hörte nicht auf nach allen seiten zu lächeln und jedem gast mit der rechten hand freundlich zuzuwinken die spitzen nägel ihrer linken aber bohrten sich in behemoths ohr der ließ ein röchelndes piepsen hören das gar nicht zum ball passte margarita ließ das ohr los die junge frau mit den finsteren suchenden augen stand jetzt dicht vor ihr ich bin glücklich o königin dass ich die einladung erhielt für den großen vollmond ball und ich freue mich sie zu sehen ich freue mich sehr trinken sie gern champagner sehr gern ich heiße frida o königin betrinken sie sich heute frida und denken sie an nichts jetzt kamen die gäste schon in dichter wand die treppe herauf als wollten sie das podest stürmen auf dem margarita stand die nackten frauen körper gingen zwischen befragten männern ihre brünetten und weißen kaffee braunen und schwarzen körper schwebten margarita zu in roten schwarzen kastanienbraunen und flachsblonden haaren spielten gleißend und fungensprühend edelsteine von den frackbrüsten der anstürmenden männer spritzte licht aus brillantknöpfen jetzt spürte margarita schon alle sekunden die berührung von lippen an ihrem knie alle sekunden streckte sie die hand zum kuss vor und ihr gesicht war zu einer reglosen freundlichen entzückt ich bin entzückt ich bin entzückt von all den küssen bohrte sich ein scharfer schmerz wie von einer nadel in ihre rechte hand sie biss die zähne zusammen und legte den ellbogen auf die säule margarita knickten die beine ein und sie befürchtete jeden moment loszuheulen die größte pein bereitete ihr das rechte knie das ständig geküsst wurde es war geschwollen die haut blau angelaufen obzwar ein paar mal nataschas hand erschien und mit einem schwamm etwas duftendes auftrug am ende der dritten stunde schaute margarita gänzlich hoffnungslos hinunter zuckte freudig zusammen der strom der gäste versiegte die ballgesetze sind immer die gleichen königin gleich sinkt die welle zusammen ich schwöre euch wir erdulden jetzt die letzten minuten da ist schon die gruppe der blocksberg bummler die kommen immer als letzte ja sie sind die treppe war leer vorsorglich wartete man noch etwas doch aus dem kamin kam niemand mehr gleich darauf fand sich margarita in dem raum mit dem wasserbecken wieder ohne zu wissen wie sie hergekommen war sie sank zu boden und weinte vor schmerzen in der hand und im knie aber geller und natascha trösteten sie zogen sie unter die blutdusche und massierten ihren körper da lebte sie wieder auf es geht noch weiter königin marco wow so ist es ihr müsst euch in den sälen zeigen damit sich die geehrten gäste nicht vernachlässigt fühlen wieder verließ margarita fliegend das zimmer mit dem wasserbecken auf der bühne hinter den tulpen wo das orchester des walzerkönigs gespielt hatte wütete jetzt eine aus affen bestehende jazz band auf dem spielenden boden tanzten eine dichte masse unzählige paare beeindruckten durch ihre geschickten und sauberen bewegungen und diese masse drehte sich wie eine wand in einer richtung und drohte alles mit sich fortzuweisen zwischen den tanzenden bewegte sich ziellos die junge frau mit den stechenden unruhigen augen trank champagner und ließ sich ihr glas immer wieder neu füllen ich heiße frida ich heiße frida ich heiße frida dann stand margarita vor einem bassin von gewaltiger größe das von säulenreihen umgeben war ein gigantischer schwarzer neptun ließ einen breiten rosa strahl aus seinem rachensprudel betäubender champagnerduft entstieg dem bassin hier herrschte ungezwungene heiterkeit die damen warfen ihre schuhe ab gaben ihre handtäschchen lachend ihren kavalieren oder den negern die mit badelaken in den händen herumliefern und stürzten sich kreischend kopfüber ins bassin schaumsäulen spritzen hoch doch in all dem gewimmel prägte sich margarita antlitz ein mit wahnsinnigen doch im wahnsinn flehenden augen ich heiße frida dann war margarita als flöge sie über riesige steinerne teiche mit bergen von austern hinweg dann flog sie über einen gläsernen boden darunter brannten höllische feuer zwischen denen diabolische weiße köche hasteten dann sah sie obwohl sie schon keine gedanken mehr fassen konnte irgendwo dunkle keller in denen leuchter brannten und junge mädchen auf kohlenglut gebratenes zischendes fleisch reichten und man ihr aus großen hunken zutrank dann sah sie auf einer bühne eisbären harmonika spielen und einen kamerinsky tanzen dann einen salamander und trickkünstler der im kamin nicht verbrannte zum zweiten mal verließen sie die kräfte ein letzter auftritt dann sind wir frei wow wieder befand sie sich im ballsaal doch jetzt wurde hier nicht mehr getanzt die unübersehbare menge der gäste drängte sich zwischen den säulen und ließ die mitte des saales frei margarita wusste nicht mehr wer ihr hinauf geholfen hatte auf das podest das sich auf einmal mitten in dem freien raum erhob oben angelangt hörte sie es zu ihrer verwunderung irgendwo mitternacht schlagen die nach ihrer rechnung längst verstrichen war mit dem letzten schlag der uhr senkte sich schweigen auf die menge der gäste da sah margarita vohland wieder er kam umgeben von assasiello und den schwarzen jungen männern für ihn stand gegenüber ein zweites podest bereit aber er machte keinen gebrauch davon margarita wunderte sich dass er bei seinem letzten großen auftritt auf dem ball das gleiche trug wie im schlafzimmer dasselbe schmutzige gepflickte nachthemd das ihm von den schultern hing und an den füßen abgetretene hausschuhe er hatte einen entblößten degen bei sich den er jedoch sich auf ihn stützend als spazierstock benutzte hinkend ging vohland zu seinem podest und blieb davor stehen assasiello trat vor ihn eine schüssel in der hand in der margarita einen abgetrennten menschenkopf mit ausgeschlagenen vorderzähnen erblickte michail alexandrowitsch berlios alles ist eingetroffen stimmt's der kopf wurde ihnen von einer frau abgetrennt die sitzung fand nicht statt und ich hause in ihrer wohnung das ist ein faktum und ein faktum ist das hartnäckigste was man sich denken kann es ist mir eine freude aus dem kelch in den sie sich jetzt verwandeln werden auf das sein zu trinken vohland hob den den sogleich wurden die deckschichten des kopfes dunkel und schrumpften dann fielen sie stückweise ab die augen verschwanden und margarita erblickte alsbald in der schüssel einen gelblichen toten kopf auf goldenem fuß mit smaragdaugen und perlenzähnen das schädeldach ließ sich an einem scharnier aufklappen vohland warf kalow einen fragenden blick zu sogleich messere wird er vor euch erscheinen ich höre in dieser grabesstille seine lackschuhe knarren und sein glas klingen das er auf den tisch setzt nachdem er zum letzten mal im leben champagner getrunken hat seht da ist er schon ein neuer gast war eingetreten und schritt auf vohland zu äußerlich unterschied er sich nicht von den übrigen männlichen gästen außer daß er vor erregung förmlich taumelte was schon von weitem zu sehen war auf seinen wangen brannten rote flecke seine augen irrlichterten er war fassungslos und das war ganz natürlich denn alles hier verblüffte ihn vor allem vohlands aufmachung ah mein lieber baron meigel ich bin so glücklich euch meine lieben gäste den ehrenwerten baron meigel vorzustellen der bei der schauspielkommission damit befasst ist ausländer mit den sehenswürdigkeiten der hauptstadt vertraut zu machen da erkannte margarita diesen meigel und erstarrte er war ihr ein paar mal in den theatern und restaurants von moskau begegnet nanu dachte sie ist der etwa auch schon tot aber alles klärte sich alsbald auf margarita sah assasiello die schüssel mit dem schädel an karow übergeben der liebe baron war so liebenswürdig dass er mich kaum hatte er von meiner ankunft in moskau gehört sogleich anrief und mir seine anbot das heißt er wollte mich mit den sehenswürdigkeiten vertraut machen apropos baron man hört gerüchte über ihre außergewöhnliche wissbegier böse zungen gebrauchen bereits das wort spitzel und spion außerdem gibt es die vermutung das werde für sie in spätestens einem monat zu einem traurigen ende führen nun wohl um sie vom quälenden warten zu erlösen haben wir beschlossen ihnen zu hilfe zu kommen und dabei den umstand zu nutzen dass sie sich bei mir eingeladen haben mit dem erklärten ziel so viel wie möglich zu erspähen und zu erhorchen der baron der baron rachen jetzt we 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 margarita wurde schwindelig und sie taumelte aber der kelch war schon dicht vor ihren lippen sie nahm ohne die augen zu öffnen einen schluck ein süßer strom floss durch ihre adern und in ihren ohren tönte glockengeläut ihr war als krähten ohrenbetäubend hähne als würde irgendwo ein marsch gespielt die scharen der gäste verloren ihre gestalt frackträger und frauen zerfielen zu staub vor margaritas augen erfasste feulnis den saal und grabes hoch wehte darüber hin die säulen zerbröckelten die lichte erloschen alles schrumpfte die fontänen kamelien und tulpen verschwanden nur das blieb was wirklich existierte der bescheidene juwelierswitwensalon 24. kapitel der meister wird geholt in volands schlafzimmer war alles wie vor dem ball voland saß im nachthemd auf dem bett nur rieb ihm gellar nicht mehr das bein ein sondern servierte auf dem tisch an dem man vorher schach gespielt hatte ein abend essen karowiev und assasiello hatten den frack ausgezogen und saßen am tisch neben ihnen natürlich der kater der sich von seiner frack schleife nicht trennen mochte obwohl sie sich in einen dreckigen fetzen verwandelt hatte margarita wankte zum tisch und stützte die hände darauf da winkte voland sie zu sich wie vor dem ball und bedeutete ihr neben ihm platz zu nehmen der kater füllte eine wasserklare flüssigkeit in ein rotweinglas das er margarita brachte nun seid ihr sehr erschöpft oh nein missere noblesse oblige trinkt das es wird euch erfrischen ist das vodka erbarmt euch königin würde ich es mir jemals erlauben einer dame vodka einzugießen wow nein das ist reiner sprit trinkt getrost die vollmondnacht ist eine festliche nacht und ich pflege im engen kreis meiner diener und vertrauten zu abend zu speisen voland hob das glas und stieß mit margarita an sie trank gehorsam und glaubte infolge des spritz ihr letztes stündlein gekommen aber nichts übles geschah lebendige wärme durchströmte ihren bauch im nacken spürte sie ein weiches prochen und ihre kräfte kehrten zurück als habe sie einen langen erfrischenden schlaf getan außerdem hatte sie einen wolfshunger der wuchs noch als sie daran dachte dass sie seit gestern früh nichts gegessen hatte die gierig schlag und sah zu wie behemoth einer aus der in den most rich stippte geller stupste den kater an die seite vielleicht legst du noch weinbeeren oben auf Ich bitte, mich nicht zu belehren. Ich habe schon öfter getafelt. Keine Sorge. Behemoth schnitt sich ein Stück Ananas ab, streute Salz und Pfeffer darauf, verspeiste es und kippte das zweite Glassprit so keck, dass alle applaudierten. Nachdem auch Margarita ein zweites Glas geleert hatte, brannten die Kerzen in den Kandelabern heller und die Scheite im Kamin loderten stärker. Margarita spürte keinen Rausch. Sie grob die weißen Zähne in Fleisch, genoss den herausströmenden Saft. Wie angenehm ist es doch, so vor einem Kaminfeuer zu Abend zu speisen, im engsten Freundeskreis. Nein, Frau Gott, auch der Ball hat seinen Reiz und seinen Schwung. Gar keinen Reiz hat er noch keinen Schwung. Und dann die blöden Bären und auch die Tiger in der Bar. Von dem Gebrüll habe ich beinahe eine Migräne bekommen. Zu Befehl, Messer. Wenn ihr findet, dass der Ball keinen Schwung hat, schließe ich mich sofort eurer Meinung an. Passt mir auf! Ich habe nur gescherzt. Und was die Tiger betrifft, so werde ich sie braten lassen. Tiger kann man nicht essen. Meint ihr? Ich selbst bin einmal 19 Tage lang durch die Wüste gewandert und habe mich nur vom Fleisch eines von mir getöteten Tigers ernährt. Schwindel! Sagen Sie, Assasiello, haben Sie ihn wirklich erschossen, den ehemaligen Baron? Natürlich. Wieso sollte ich ihn nicht erschießen? Ich musste es tun. Ich war so aufgeregt, das kam dermaßen überraschend. Gar nicht überraschend. Wie soll man sich da nicht aufregen? Wir haben ja selber die Knie gezittert. Hums, zack, schon lag er flach. Ich wäre beinahe hysterisch geworden. Eins begreife ich nicht. Die Musik und der Lärm vom Ball müssen doch draußen zu hören gewesen sein. Selbstverständlich war nichts zu hören, Königin. Man muss es so machen, dass nichts zu hören ist. Schön ordentlich muss man es machen. Naja, naja. Aber wenn diese Wohnung nun überwacht wird. Gewiss wird sie überwacht. Und die Haustür. Und der Torweg. Und wenn man sie nun verhaften kommt? Bestimmt kommt man, bezaubernde Königin, bestimmt. Mein Herz spürt, dass man uns verhaften kommt. Nicht jetzt natürlich. Doch zu gegebener Zeit kommt man ganz bestimmt. Aber ich glaube, das wird nicht besonders interessant. Ach, war ich aufgeregt, als der Baron hinfiel. Sie schießen gewiss gut, Assasiello? Leidlich. Auf wie viel Schritt? Kommt davon worauf. Es ist eine Sache, mit dem Hammer die Fenster des Kritikers Latunski zu treffen und eine andere, ihn ins Herz zu schießen. Ins Herz. Ins Herz. Was ist das für ein Latunski? Das, äh, das ist so ein Kritiker. Ich, äh, ich habe heute Abend seine Wohnung demoliert. Na nun, warum denn das? Er hat einen Meister auf dem gewissen Messere. Warum musstet ihr euch selber bemühen? Erlaub mir Messere. Bleib sitzen, ich fahre sofort hin. Nein, ich flehe sie an Messere. Das, äh, das ist nicht nötig. Wie ihr wünscht, wie ihr wünscht. Wo waren wir stehen geblieben, meine herrliche Königin Margot? Ach ja, äh, das Herz. Assasiello trifft ins Herz. Und zwar nach Wahl in jede Vorkammer oder Herzkammer. Aber die sind doch gar nicht zu sehen. Meine Teure, das ist doch gerade der Witz. Darin liegt doch die ganze Würze. Einen sichtbaren Gegenstand kann schließlich jeder treffen. Kaloviev entnahm dem Tischkasten eine Pik-Sieben, gab sie Margarita und bat sie, mit dem Fingernagel eines der Augen zu ritzen. Margarita zeichnete das Auge in der rechten oberen Ecke. Geller schob die Karte unter ein Kissen. Assasiello, der dem Kissen den Rücken zukehrte, zog aus der Tasche seiner Frackhose eine schwarze automatische Pistole, legte im Sitzen die Mündung auf die Schulter und schoss, ohne sich dem Bett zuzuwenden, was Margarita einen lustigen Schreck einjagte. Die Pik-Sieben wurde unter den durchschossenen Kissen hervorgeholt. Das von Margarita gezeichnete Auge war getroffen. Das fröhliche Abendessen dauerte fort. Die Kerzen in den Kandelabern tropften. Die trockene, duftende Kaminwärme breitete sich wellenweise im Zimmer aus. Margarita war gesättigt und sah wohlig am Matte zu, wie die blauen Ringe von Assasiello's Zigarre in den Kamin schwebten, wo der Kater sie mit dem Degen aufspießte. Sie hatte keine Lust wegzugehen, obwohl die Zeit nach ihren Berechnungen schon weit vorgerückt war. Nach allem zu urteilen, ging es bereits auf sechs Uhr früh. Ich glaube, ich muss gehen. Es ist schon spät. Wo walt ihr denn so eilig hin? Ja, ich muss gehen. Ich danke Ihnen, Messere. Fohland antwortete mit einem höflichen und gleichmütigen Lächeln. Margarita sah sich um, als suche sie einen Umhang oder einen Mantel. Ihre Nacktheit genierte sie plötzlich. Sie erhob sich vom Tisch. Fohland nahm schweigend seinen durchgescheuerten, speckigen Hausrock vom Bett und Karoljev warf ihn ihr über die Schultern. Düsteres Schwermut legte sich Margarita aufs Herz. Sie fühlte sich betogen. Offenbar hatte niemand die Absicht, sie für ihre Dienste auf dem Ball zu belohnen, noch sie zurückzuhalten. Dabei war ihr völlig klar, dass sie nirgends mehr eine Bleibe hatte. Der flüchtige Gedanke, in die Villa zurückzukehren, rief einen inneren Verzweiflungsausbruch hervor. Sollte sie bitten, wie es ja Sassiello im Alexandergarten Locken geraten hatte? Nein, um keinen Preis. Nur weg von mir. Dann gehe ich zum Fluss und ertränke mich. Alles Gute, Messere. Setzt euch. Möchtet ihr vielleicht noch etwas zum Abschied sagen? Nein, nichts, Messere. Nur eines. Wenn Sie mich wieder einmal brauchen, bin ich gern bereit, alles zu tun, was Sie wünschen. Ich bin kein bisschen müde und habe mich auf dem Ball köstlich amüsiert. Wenn er noch länger gedauert hätte, ich hätte gerne weiterhin Tausenden von Mördern und Galgenschwängeln mein Knie zum Kuss hingehalten. Richtig, da habt ihr völlig recht. So gehört es sich auch. 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 Wir haben euch geprüft. Bittet niemals um etwas. Niemals und niemanden. Vor allem keinen, der stärker ist als ihr. Man wird euch alles von selbst offerieren und geben. Setzt euch hierher, stolze Frau. Also, Margot, was wollt ihr dafür, dass ihr heute Abend meine Ballkönigin wart? Was wünscht ihr euch dafür, dass ihr nackt am Ball teilgenommen habt? Wie hoch schätzt ihr euer Knie? Was für Schäden haben euch meine Gäste zugefügt, die ihr soeben Galgenschwängel nanntet? Sprecht. Und jetzt sprecht ohne Scheu. Denn ich habe es euch angeboten. Das ist eure Stunde, Königin, sprecht. Frau Gatz, nicht zu schüchtern. Weckt eure Fantasie, gebt ihr die Sporen. Allein schon eure Anwesenheit bei der Ermordung des Barons, dieses unverbesserlichen Schurken, ist eine Belohnung wert, zumal ihr eine Frau seid. Nun. So darf ich denn vielleicht um eine Sache bitten. Fordern, fordern, meine Donner, fordern sollt ihr eine Sache. Ich möchte, dass man Frieda nicht mehr das Tuch hinlegt, mit dem sie ihr Kind erstickte. Angesichts dessen, dass eine Bestechung durch die dumme Frieda völlig ausgeschlossen ist, da sie mit eurer Königswürde unvereinbar wäre, weiß ich nicht recht, was ich tun soll. Es bleibt mir wohl nur eines, mich mit Lappen einzudecken und alle Ritzen meines Schlafzimmers damit zu verstopfen. Wovon sprechen Sie, Messere? Ich bin vollkommen eurer Meinung, Messere. Ja, mit Lappen. Ja, so ist das mit den Menschen, Messere. Ich spreche von der Barmherzigkeit. Manchmal schleicht sie tückisch und ganz unerwartet durch die schmalsten Ritzen herein. Darum spreche ich von Lappen. Ich auch. Pack dich. Genau. Malt den Mund. Malt den Mund. Meine Königin, ihr seid nach allem zu urteilen wohl ein außergewöhnlich guter Mensch. Ein Mensch mit hoher Moral. Nein. Ich weiß, dass ich mit Ihnen nur offen reden kann. Und darum sage ich Ihnen, offen, ich bin leichtsinnig. Ich bitte deshalb für Frieda, weil ich so unvorsichtig war, ihr feste Hoffnungen zu machen. Sie wartet, Messere. Und sie glaubt an meine Macht. Wenn sie betrogen wird, komme ich in eine schlimme Lage. Dann finde ich keine Ruhe mehr. Im Leben. Da kann man nichts machen. Das hat sich so ergeben. Ah, das verstehe ich. So werden Sie meine Bitte erfüllen? Auf keinen Fall, teure Königin. Hier liegt nämlich ein kleines Missverständnis vor. Jede Behörde muss sich mit ihren eigenen Angelegenheiten befassen. Ich bestreite es nicht. Unsere Möglichkeiten sind ziemlich groß. Viel größer als manche kurzsichtigen Glauben. Erheblich größer. Schweig zum Teufel noch mal. Aber welchen Sinn hat es, Margot, etwas zu tun, was, wie gesagt, eine andere Behörde tun müsste. Nicht ich werde es also tun, sondern ihr selbst. Kann ich das denn? So handelt doch endlich. Das ist ja qualvoll. So ruf doch, Frieda. Frieda? Die Tür sprang auf. Die Frau kam nackt und zerzaust, aber nicht mehr betrunken, mit verzückten Augen hereingelaufen und streckte die Arme nach Margarita aus. Königin, dir ist verziehen. Man wird dir das Tuch nicht mehr hinlegen. Frieda stieß ein Geheul aus, stürzte zu Boden und lag wie gekreuzigt vor Margarita. Fohland winkte und Frieda verschwand. Ich danke Ihnen, Messere. Leben Sie wohl. Na, Behemoth. Wir werden aus der Tat eines unpraktischen Menschen in einer festlichen Nacht keine Nutzen ziehen. Also, Königin, das zählt nicht. Ich habe ja noch nichts getan. Was wollt ihr für euch selber? Meine Diamantin Adonna, ich rate euch diesmal, ein bisschen vernünftiger zu sein, sonst könnte euch Fortuna entwischen. Ich wünsche mir jetzt sofort meinen Geliebten zurück, den Meister. Da brach ein Windstoß ins Zimmer, dass die Kerzenflammen der Kandelaber sich flachlegten. Der schwere Fenstervorhang schob sich zurück, das Fenster sprang auf und gab den Blick frei auf den fernen Vollmond. Es war jedoch kein morgendlicher, sondern ein mitternächtlicher Vollmond. Ein grünliches Tuch nächtlichen Lichts breitete sich vom Fensterbrett her auf den Fußboden und darauf erschien Ivans nächtlicher Besucher, der sich Meister nannte. Er trug seine Krankenhauskleidung, Kittel und Hausschuhe sowie das schwarze Mützchen, von dem er sich nie trennte. Sein unrasiertes Gesicht verzog sich zur Grimasse. Mit irrer Angst warf er Seitenblicke auf die Kerzenflammen. Der Mondlichtstrom umbrodelte ihn. Margarita erkannte ihn sofort. Sie stöhnte, schlug die Hände zusammen und eilte auf ihn zu. Sie küßte ihn auf die Stirn und auf die Lippen, schmiegte sich an seine stachlige Wange und die lange zurückgehaltenen Tränen liefen in Bächen über ihr Gesicht. Du, du! Weine nicht, Margot und quäle mich nicht. Ich bin schwer krank. Ich habe Angst, Margot. Schon wieder fangen die Halluzinationen an. Nein, nein, nein. Fürchte nichts. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Geschickt und unauffällig schob Karoviev dem Meister einen Stuhl hin. Der ließ sich darauf nieder. Margarita fiel auf die Knie, schmiegte sich an den Kranken und verstummte. In ihrer Erregung bemerkte sie gar nicht, dass plötzlich ein schwarzseidener Umhang ihre Nacktheit verhüllte. Der Kranke ließ den Kopf hängen und starrte mit kranken Augen düster zu Boden. Karoviev reichte ihm ein gefülltes Glas. Ja? Den haben sie sauber fertig gemacht. Trink. Ja, Trink. Trink. Hast du Angst? Nein, glaub mir, sie wollen dir helfen. Seht nur, er kommt schon zu sich. Das bist ja du, Margot. Zweifle nicht daran. Ich bin es. Wissen Sie, mit wem Sie jetzt sprechen? Bei wem ihr euch befindet? Ich weiß. Mein Nachbar im Irrenhaus, der junge Ivan Bistomny, hat mir von Ihnen erzählt. Ach ja. Ich hatte das Vergnügen, den jungen Mann an den Patriarchenteichen kennenzulernen. Er hat mich fast verrückt gemacht. Denn er wollte mir dauernd beweisen, dass ich nicht existiere. Glauben Sie, dass ich es wirklich bin? Ich muss es wohl glauben. Aber es wäre natürlich wesentlich beruhigender, Sie für eine Halluzination zu halten. Entschuldigen Sie schon. Nun, wenn es Sie beruhigt, nehmen Sie es doch einfach an. Nein, nein, besimm dich. Er sitzt leibhaftig vor dir. Ich dagegen sehe schon eher wie eine Halluzination aus. Beachten Sie mein Profil im Mondlicht. Gut, gut, gut. Ich schweige ja schon. Dann bin ich eben eine schweigsame Halluzination. Wow. Sagen Sie mir, warum Margarita Sie Meister nennt. Eine verzeihliche Schwäche. Sie hat eine zu hohe Meinung von dem Roman, den ich geschrieben habe. Wovon handelt der Roman? Von Pontius Pilatus. Von wem? Von wem? Heutzutage, das ist gut. Konnten Sie kein anderes Thema finden? Lassen Sie es sehen. Das ist leider unmöglich. Ich habe das Manuskript im Ofen verbrannt. Verzeihen Sie, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, denn Manuskripte brennen nicht. Kommt, Behemoth. Gib mal den Roman her. Sofort sprang der Kater von seinem Sitz und alle sahen, dass er auf einem dicken Stoß Manuskripte gerockt hatte. Das oberste Exemplar überreichte er mit einer Verbeugung Vorland. Der nahm es zur Hand, drehte es um, legte es beiseite und starrte den Meister ernst und schweigend an. Da ist es ja. Das Manuskript. Da ist es. Sie sind allmächtig, Messere. Sie sind allmächtig. Nun, jetzt ist alles klar. Völlig klar. Ich habe die Hauptlinie dieses Opus genau begriffen. Was meinst du, Assasiello? Ich meine, es wäre gut, dich zu ersäufen. Erbarm dich, Assasiello. Bring meinen Gebieter bloß nicht auf diesen Gedanken. Glaub mir, ich würde dir allnächtig in genauso einem Mondgewand erscheinen, wie es der arme Meister trägt. Wow, ich würde dir zunicken und dir winken, mir zu folgen. Wie würde dir das gefallen, Assasiello? Sei ruhig, du alter Kater. So, Margarita, nun sagt mir, was ihr auf dem Herzen habt. Verlass mich, Margarita, denn mit mir gehst du zugrunde. Nein, ich verlasse dich nicht. Oh, bitte, Messere. Lassen Sie uns in den Keller in der Arbat-Seitengasse zurückkehren. Und die Lampe soll brennen. Und alles soll so sein wie früher. Hören Sie nicht auf die arme Frau, Messere. In diesem Keller wohnt seit langem ein anderer. Und das gibt es auch gar nicht, dass alles so wie früher wird. Das gibt es nicht, sagen Sie? Stimmt. Aber wir versuchen es. Assasiello. Wie ihr befehlt, Messere. Im selben Moment kam ein völlig verstörter und dem wahnsinn nahe Mann von der Zimmerdecke gestürzt. Er war in Unterwäsche, hatte aber einen Koffer in der Hand und eine Schiebermütze auf dem Kopf. Schlotternd vor Angst kauerte er sich nieder. Morgueritsch? Aloysi Morgueritsch. Sie haben damals den Artikel von Latunski über den Roman dieses Mannes hier gelesen und daraufhin eine Anzeige geschrieben, dass er illegale Literatur bei sich aufbewahrt. Sie wollten in seine Wohnung ziehen? Ich habe ein Bad eingebaut. Allein schon das Tünnchen, die Farbe. Sehr schön, dass Sie ein Bad eingebaut haben. Der Meister muss Bäder nehmen. Raus. Da kehrte es Morgueritsch mit den Beinen zuoberst und wehte ihn durchs offene Fenster aus Vorlands Schlafzimmer hinaus. Der Meister riss die Augen auf und blickte sich erschüttert um. Karoviev hielt plötzlich allerlei Bücher und Papiere in der Hand. Entschuldigen Sie, man wird mich im Krankenhaus vermissen. Ach, was? Keine Sorge. Ist das Ihre Krankengeschichte? Ja. Ins Feuer damit. Kein Dokument, kein Mensch. Und dies ist das Hausbuch Ihres Vermieters? Ja. Wer ist da eingetragen? Aloysi Morgaritsch? Weg! Und wollen Sie bitte bemerken, er hat niemals drin gestanden. Wenn sich der Hauswirt wundert, dann sagen Sie ihm, dass er den Aloysi nur geträumt hat. Morgaritsch? Was für ein Morgaritsch? Einen Morgaritsch hat es ihr nie gegeben. Im Übrigen liegt das Hausbuch schon wieder beim Hauswirt im Tischkasten. Er übergab dem Meister einen gültigen Ausweis und Margarita erhielt das Heft mit den angekohlten Rändern, die getrocknete Rose, die Fotografie und das Sparkassenbuch über 10.000 Rubel. Währenddessen vollführte Behemoth einen Tanz auf dem Koffer, um alle Exemplare des unglückseligen Romans hineinzuquetschen. Voland nickte Assasiello zu, der blickte zur Tür. Da kam Natascha, nackt hereingestürzt, gefolgt von dem zum Eber gewordenen Nikolai Ivanovic. Och, herzallerliebste Margarita Nikolajewna, bitte helfen Sie mir. Ich will Hexe bleiben. Ich will nicht mehr in die Villa. Ich will keinen Ingenieur oder Techniker heiraten. Margarita Nikolajewna, Sie müssen mir bitte bescheinigen, dass ich mit ihr nichts hatte. Für meine Frau. Ich war doch nur ihr Reittier. Margarita warf Voland einen fragenden Blick zu. Er nickte. Da fiel Natascha Margarita um den Hals, küßte sie schallend, ließ einen Siegesschrei hören und flog zum Fenster hinaus. Als Natascha verschwunden war, gebot Voland seinem Gefolge, ihn mit dem Meister und Margarita allein zu lassen. Der Befehl wurde prompt ausgeführt. Gela, Karowjev, Behemoth und Assasiello verließen das Zimmer. Nach einigem Schweigen wandte sich Voland an den Meister. Sie möchten also wieder in den Keller am Arbat. Und wer wird schreiben? Und die Träume? Die Inspiration? Ich habe keine Träume und keine Inspiration mehr. Man hat mich zerbrochen. Ich langweile mich und möchte in den Keller. Und Ihr Roman? Pilatus? Er ist mir verhasst, der Roman. Ich habe seinetwegen zu viel ausgestanden. Ich flehe dich an, sprich nicht so. Warum quälst du mich? Du weißt doch, dass mein ganzes Leben in deiner Arbeit steckt. Der Mann, der die Geschichte des Pontius Pilatus geschrieben hat, will sich also im Keller verkriechen, unter der Lampe hocken und Not leiden. Nun, Margareta Nikolaevna, dann ist alles getan. Habt Ihr noch Ansprüche an mich? Ich bitte Sie, Messere. Wie könnte ich? So nehmt dies kleine goldene Hufeisen von mir zum Andenken. Nein, weshalb denn? Ihr wollt doch nicht mit mir streiten. Ich wünsche Euch Glück. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Da ihr Umhang keine Tasche hatte, knotete Margareta das mit Brillanten besetzte Hufeisen in eine Serviette. Dann traten sie und der Meister hinaus in die Diele der Jubelierswitfenwohnung, in der eine Kerze brannte. Geller trug den Koffer mit dem Roman und Margaretas geringer Habe und der Kater half ihr dabei. Sie ginge die Treppe hinunter auf den Hof. Dort stand ein großer schwarzer Wagen mit gelöschten Lichtern. Hinter der Windschutzscheibe zeichnete sich deutlich die Silhouette der Krähe ab. Der Meister und Margareta stiegen ein. Assacielo verabschiedete sich von ihr und fragte, ob sie bequem sitze. Geller gab ihr einen saftigen Abschiedskuss. Der Kater küsste ihr die Hand. Sie alle winkten dem leblos und unbeweglich in der hinteren Ecke sitzenden Meister und der Krähe zu und lösten sich in Luft auf. Die Krähe schaltete die Scheinwerfer ein und fuhr den Wagen durch den Torweg. Eine Stunde später saß Margareta in der Arbat-Seitengasse im ersten Zimmer jener Kellerwohnung, wo alles so war wie vor jener furchtbaren Herbstnacht des vergangenen Jahres. Leise weinte sie vor Glück. Das vom Feuer verstümmelte Heft lag vor ihr und daneben ragte der Stapel unversehrter Hefte. Das Häuschen war still. Im Nebenzimmer auf dem Sofa lag, mit dem Krankenhauskittel zugedeckt, in tiefem Schlaf der Meister. Er atmete gleichmäßig und lautlos. Margareta war noch nicht müde und nachdem sie sich ausgeweint hatte, nahm sie die Hefte zur Hand, blätterte in ihnen und las die Worte. Gegen Ende dieses Tages, des 14. im Frühlingsmonat Nissan, trug es eine seltsame Wolke vom Meer heran. Die Finsternis, die mit dieser Wolke vom Mittelmeer herüberkam, deckte die dem Prokurator verhasstig dazu. 25. Kapitel Wie der Prokurator Judas aus Kiriat zu retten versuchte. Gegen Ende dieses Tages, des 14. im Frühlingsmonat Nissan, trug es eine seltsame Wolke vom Meer heran. Die Finsternis, die mit dieser Wolke vom Mittelmeer herüberkam, deckte die dem Prokurator verhasstig dazu. Verschwunden waren die Hängebrücken, die den Tempel mit der schrecklichen Burg Antonia verbanden. Vom Himmel senkte sich ein Abgrund hernieder und verhüllte die geflügelten Götter über der Rennbahn, den Palast der Hasmoneer mit seinen Schießscharten, die Basare, die Karawansereien, die Gassen, die Teiche. Verschwunden war Yashalayim, die große Stadt, als hätte sie nie existiert. Alles hatte die Finsternis verschlungen, und sie schreckte alles Lebendige in Yashalayim und seiner Umgebung. Schon hatte die Wolke ihren Bauch über den Schädelberg gewälzt, wo die Henker rasch die Verurteilten erstachen. Schon wälzte sie sich über den Tempel von Yashalayim, kroch in rauchigen, strömenden Bergen ab und überflutete die Unterstadt. Sie floss zu den kleinen Fenstern hinein und jagte die Menschen aus den krummen Straßen in die Häuser. Sie hatte es nicht eilig, ihre Nässe abzugeben und gab vorderhand nur Licht ab. Jedes Mal, wenn Feuer das schwarze Gebräu zerriss, stieß aus der brodelnden Finsternis der mächtige Block des Tempels mit dem gleißenden, geschubbten Dach zum Himmel empor. Aber er erlosch sofort wieder und der Tempel sank zurück in die dunkle Bodenlosigkeit. Ein paar Mal wuchs er aus ihr hervor und verschwand wieder und sein Verschwinden war jedes Mal von Katastrophendonner begleitet. Andere flackrige Lichtentladungen entrissen der Bodenlosigkeit den Palast Herodes des Großen, der dem Tempel gegenüber auf dem Westhügel stand und die schrecklichen, blicklosen Goldstatuen flogen hinauf zum schwarzen Himmel, ihm die Arme entgegenstreckend. Doch wieder verbarg sich das Himmelsfeuer und die schweren Donnerschläge jagten die goldenen Götter zurück in die Finsternis. Der Platzregen brach ganz plötzlich ernieder und im selben Moment schwoll das Gewitter zum Orkan. Da, wo mittags nahe der Marmonen Gartenbank der Prokurator mit dem Hohenpriester gesprochen hatte, knickte ein kanonenschussartiger Knall eine Zypresse wie einen Schilfheim. Zusammen mit Wasserstaub und Hagel trieb der Sturm abgerissene Rosen, Magnolienblätter, Zweige und Sand auf dem Balkon unter der Kolonnade. Der Orkan verwüstete den Garten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich unter der Kolonnade nur ein Mensch. Und dieser Mensch war der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Jetzt saß er nicht im Sessel, sondern lag neben dem mit Speisen und Weingrügen besetzten niedrigen Tischchen auf einem Ruhebett. Das zweite Ruhebett auf der anderen Tischseite war leer. Zu Füßen des Prokurators breitete sich eine blutrote Lache, in der die Schaben eines Kruges schwammen. Den Diener, der vor dem Gewitter den Tisch deckte, hatte der Blick des Prokurators verwirrt und es hatte ihn bestürzt, dass er jene nicht zufriedenstellte. Ärgerlich hatte der Prokurator den Krug aufs Mosaikpflaster geschmettert. Warum siehst du mir nicht ins Gesicht, wenn du zureichst? Hast du etwas gestohlen? Das schwarze Gesicht des Afrikaners war grau geworden. In seinen Augen blinkte Todesangst. Er zitterte und hätte beinahe einen zweiten Krug zerschlagen, doch der Zorn des Prokurators verflog ebenso rasch, wie er gekommen war. Der Afrikaner wollte hastig die Splitter auflesen und die Lache wegwischen, aber der Prokurator winkte ihn weg und da lief der Sklave davon. Die Pfütze jedoch war geblieben. Während des Orkans verbarg sich der Afrikaner neben einer Nische, in der die Statue einer weißen, nackten Frau mit geneigtem Kopf stand. Er hatte Angst, dem Prokurator zur Unzeit vor die Augen zu kommen und fürchtete zugleich, den Moment zu verpassen, da dieser ihn vielleicht rief. Der im Gewitter dämmer ruhende Prokurator goss Wein in die Schale, trank in langen Zügen, griff von Zeit zu Zeit nach dem Brot, brach es, schluckte es in kleinen Stücken, schlürfte ab und zu eine Auster, kaute Zitrone und trank wieder. Während das Brüllen des Wassers, die Donnerschläge, die das Dach des Palastes platt zu drücken drohten, und das Brasseln des Hagels auf die Balkonstufen nicht gewesen, hätte man den Prokurator im Selbstgespräch murmeln hören können. Und hätte sich das trügerische Flackern des Himmelsfeuers in stetes Licht verwandelt, so hätte ein Beobachter sehen können, dass auf dem Gesicht des Prokurators mit den von schlaflosen Nächten und von Wein entzündeten Augen Ungeduld lag und er nicht nur die beiden weißen Rosen ansah, die in der roten Lache ertrunken waren, sondern fortwährend das Gesicht im Garten zuwandte, dem Wasserstaub und dem Sand und dass er jemanden erwartete, ungeduldig erwartete. Einige Zeit verging und der Wasserschleuer vor den Augen des Prokurators wurde dünner. So wütend der Orkan auch getobt hatte, jetzt wurde er schwächer. Keine Äste brachen mehr knackend ab und stürzten nieder. Die Donnerschläge und die Blitze wurden seltener. Über Jaschaleim schwebte nicht mehr die weißgesäumte violette Decke, sondern eine gewöhnliche graue Nachhutwolke. Das Gewitter war zum toten Meer abgezogen. Endlich hörte der Prokurator die lang erwarteten klatschenden Schritte auf der Treppe, die zur oberen Gartenterrasse vor dem Balkon führte. Er reckte den Hals und seine Augen glänzten vor Freude. Zwischen den beiden Marmollöwen zeigte sich zuerst der Kopf in der Kapuze, dann der völlig durchnässte Mann mit am Körper klebendem Umhang. Es war der Mann, der vor der Urteilsverkündung im verdunkelten Palastgemach mit dem Prokurator geflüstert und während der Hinrichtung auf dem dreibeinigen Hocker gesessen und mit dem Stöckchen gespielt hatte. Ohne der Pfützen zu achten, überquerte der Mann mit der Kapuze die Gartenterrasse, betrat den Mosaikfußboden des Balkons und hob die Hand zum Gruß. Dem Prokurator Gesundheit und Freude. Ihr Götter, Sie haben ja keinen trockenen Faden im Leib. Das war ein Orkan, was? Seien Sie so gut, kleiden Sie sich rasch um und kommen dann ungesäumt zu mir. Pilatus klatschte in die Hände. Dann rief er die Diener herbei, die sich vor ihm versteckt hatten. Er befahl ihnen, für den Ankömmling zu sorgen und dann unverzüglich ein warmes Essen aufzutragen. Um sich die Haare zu trocknen, sich umzukleiden und andere Schuhe anzulegen, brauchte der Ankömmling sehr wenig Zeit. Bald erschien er in trockenen Sandalen, trockenem purpurrotem Militärumhang und mit geglättetem Haar wieder auf dem Balkon. In der Zwischenzeit war die Sonne nach Yershalayim zurückgekehrt, schickte nun, ehe sie im Mittelmeer versank, der dem Prokurator verhassten, statt letzte Abschiedsstrahlen zu und vergoldete die Balkonstufen. Die Fontäne des Springbrunnens sang wieder mit voller Kraft. Tauben trippelten umher, gurten, hüpften über abgebrochene Zweige und pickten im nassen Sand. Die rote Lache wurde aufgewischt, die Schaben weggeräumt, auf dem Tisch dampfte Fleisch. Ich erwarte die Befehle des Prokurators. Aber Sie werden nichts hören, bevor Sie sich gesetzt und Wein getrunken haben. Pilatus wies liebenswürdig auf das zweite Ruhebett. Der Ankömmling legte sich nieder und während er aß, beobachtete Pilatus seinen Gast. Der war in mittleren Jahren, hatte ein sympathisches, rundes und sauberes Gesicht und eine fleischige Nase. Seine Haare waren von unbestimmter Farbe, doch sahen sie jetzt nach dem Trocknen heller aus. Die Nationalität war schwer zu bestimmen. Was sein Gesicht vor allem prägte, war wohl der Ausdruck von Gutmütigkeit, den übrigens die Augen störten, oder genauer gesagt nicht die Augen, sondern die Art, einen Gesprächspartner anzusehen. Die kleinen Augen hielt der Ankömmling für gewöhnlich unter den sonderbar aussehenden, gleichsam geschwollenen Liedern verborgen. Dann funkelte in ihnen nur arglose Verschmitztheit. Man musste annehmen, dass er Humor hatte. Manchmal aber riss er die Lieder weit auf, sodass der funkelte Humor aus den Liedspalten verschwand und blickte seinen Gesprächspartner plötzlich starr an, als wolle er ein kaum erkennbares Fleckchen auf dessen Nase erspähen. Das dauerte nur einen Moment. Dann senkten sich erneut die Lieder, die Spalte verengten sich und abermals leuchtete in ihnen ein gutmütiger und verschmitzter Verstand. Die Diener schenkten beiden dunkelroten Wein in die Schalen. Auf unser Wohl! Auf Eures! Und auf den Kaiser, Vater der Römer, den besten und wertvollsten aller Menschen. Beide trinken. Ausgezeichnetes Gewächs, Prokurator. Ein Verlerner. Kekuba. Dreißig Jahre alt. Der Ankömmling aß, bis er satt war. Dann räumten die Afrikaner die Speisen vom Tisch, nur das Obst und die Weinkrüge blieben stehen. Mit einer Geste entließ der Prokurator die Diener und blieb mit seinem Gast allein unter der Kolonnade. Also, was können Sie mir über die Stimmung in dieser Stadt sagen? Ich halte die Stimmung in Yershalaim jetzt für zufriedenstellen, Prokurator. Ah, man kann also garantieren, dass keine Unruhen mehr drohen? Garantieren kann man nur für eines in der Welt, für die Macht des großen Kaisers. Mögen ihm die Götter ein langes Leben schenken und allgemeinen Frieden. Sie meinen also, man kann die Truppen jetzt abziehen? Ich meine, die Kohorte der Blitzlegion kann abrücken. Es wäre gut, sie zum Abschied durch die Stadt defilieren zu lassen. Ein sehr guter Gedanke. Übermorgen werde ich sie entlassen und selber abreisen. Und ich schwöre Ihnen, bei den Laren und beim Gastmahl der Zwölfgötter, ich würde viel darum geben, könnte ich es schon heute tun. Der Prokurator liebt Yershalaim nicht. Erbarmen Sie sich. Es gibt keinen trostloseren Platz auf Erden. Ich spreche schon gar nicht von der Natur. Ich bin jedes Mal krank, wenn ich hierher kommen muss. Das wäre halt so schlimm. Aber diese feste Magier, Gaukler, Zauberkünstler, Scharen von Pilgern, Fanatiker, Fanatiker, allein schon der Messias, den Sie auf einmal in diesem Jahr erwarten. Jeden Moment ist man gewärtig, Zeuge eines höchst unangenehmen Blutbades zu werden. Dauernd muss man die Truppen umgruppieren, Verleumdungen und Denunziationen lesen, von denen die Hälfte einen selber betrifft. Sie werden zugeben, dass das langweilig ist. Wenn der kaiserliche Dienst nicht wäre. Ja, die Festtage hier sind schwierig. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Sie recht bald zu Ende gehen. Dann kann ich endlich nach Caesarea zurückgehen. Glauben Sie mir, der Palast hier, dieser unsinnige Herodesbau, bringt mich noch um den Verstand. Ich kann darin nicht schlafen. Eine seltsamere Architektur hat die Welt noch nicht gesehen. Aber zur Sache. Sagen Sie mir vor allem, macht Ihnen dieser verfluchte Warawan keine Sorgen? Der Gast sandte seinen sonderbaren Blick gegen die Wange des Prokurators. Aber der blickte sehnsüchtig in die Ferne und verzog angewiedert das Gesicht, als er den Teil der Stadt betrachtete, der zu seinen Füßen lag und dem Abenddämmer erlosch. Der erlosch auch der seltsame Blick des Gastes. Und seine Lieder senkten sich. Man sollte denken, dass Warawan nun so ungefährlich ist wie ein Lamm. Es wäre unpassend, wenn er jetzt noch meuterte. Zu berühmt? Der Prokurator hat die Frage wie immer genau erfasst. Trotzdem, es wird notwendig sein... Oh, der Prokurator sei versichert, dass, solange ich in Judäa bin, Warawan keinen unbeobachteten Schritt mehr tun wird. Jetzt bin ich beruhigt. Wie übrigens immer, wenn Sie hier sind... Der Prokurator ist zu gütig. Aber jetzt erzählen Sie mir bitte von der Hinrichtung. Was ist es, das den Prokurator interessiert? Gab es nicht von Seiten der Menge Versuche, Empörung auszudrücken? Das ist die Hauptsache. In keiner Weise. Sehr gut. Haben Sie sich selbst überzeugt, dass der Tod eingetreten ist? Der Prokurator kann dessen gewiss sein. Hat man den Verurteilten vor der Hinrichtung den Trank gereicht? Ja. Er aber hat sich geweigert, ihn zu trinken. Wer denn? Verzeihen Sie, Hegemon, habe ich das nicht gesagt. Herr Nosri. Dieser Wahnsinnige. An Sonnenglut zu sterben? Warum verschmäht er, was ihm laut Gesetz geboten wird? Wie drückte er seine Weigerung aus? Er sagte, er bedanke sich und hege keinen Grimm, dass man ihm das Leben nimmt. Gegen wen? Das Hegemon hatte nicht gesagt. Hat er nicht versucht, ihn gegen was der Soldaten zu prägen? Nein, Hegemon, er war diesmal nicht sehr gesprächig. Das Einzige, was er sagte, war, dass er für das Größte aller menschlichen Laster die Feigheit hält. Über wen sagte er das? Das war nicht ersichtlich. Er benahm sich überhaupt seltsam, wie übrigens immer. Wieso seltsam? Er versuchte ständig, bald dem einen, bald dem anderen aus seiner Umgebung in die Augen zu sehen und zeigte dauernd ein verwirrtes Lächeln. Weiter war nichts. Nichts. Jetzt ist die Sache, die, wiewohl wir, zumindest jetzt, keine Anhänger oder Nachfolger von ihm ermitteln können, dürfen wir keineswegs sicher sein, dass es keine gibt. Um also jedwede Überraschung zu vermeiden, bitte ich Sie, unverzüglich und ohne jedes Aufsehen, die Körper der drei Gerichteten vom Antlitz der Erde verschwinden zu lassen und sie geheim und in völliger Stille zu beerdigen, sodass Sie von der Erde verschwunden sind. Ich gehorche, Hegemon. Angesichts der komplizierten und verantwortungsvollen Aufgabe gestatten Sie mir, mich sofort auf den Weg zu machen. Bleiben Sie, bitte. Ich möchte noch etwas mit Ihnen besprechen. Zuerst, Ihre großen Verdienste bei der schwierigen Arbeit als Chef des Geheimdienstes beim Prokurator von Judäa geben mir die angenehme Möglichkeit, darüber nach Rom zu berichten. Ich erfülle nur meine Pflicht im kaiserlichen Dienst. Aber, ich möchte Sie bitten, wenn man Ihnen eine Versetzung nebst Beförderung in Aussicht stellt, verzichten Sie darauf und bleiben Sie hier. Ich möchte mich um keinen Preis von Ihnen trennen. Mag man Sie auf andere Weise ehren? Ich bin glücklich, unter Ihnen zu dienen, Hegemon. Das freut mich sehr. Also, das Zweite, es betrifft diesen, wie heißt er gleich, Judas aus Kiryat. Man sagt, er habe Geld dafür bekommen, dass er diesen wahnsinnigen Philosophen so gastfreundlich bei sich aufnahm. Er wird es bekommen. Ist es eine große Summe? Und das kann niemand wissen, Hegemon. Selbst Sie nicht? Leider, selbst ich nicht. Aber, dass er dieses Geld heute Abend bekommen wird, weiß ich gewiss. Man wird ihn in den Palast des Kaifers rufen. Ha, ha, dieser hartgierige Greis aus Kiryat. Er ist doch ein Greis. Der Prokurator Nein, Afranius, schmälern Sie Ihre Verdienste nicht. Eine Leidenschaft hat der Prokurator, die Leidenschaft fürs Geld. Was treibt er? Er arbeitet in der Wechslerbude bei einem Verwandten. So, so. Folgendes, ich habe heute eine Information bekommen, dass man ihn in dieser Nacht erstechen will. Sie haben sich zu schmeichelhaft über mich geäußert, Prokurator. Ich glaube, ich verdiene nicht, dass Sie lobend über mich berichten. Ich habe diese Information nicht. Sie sind höchstenlohneswürdig, aber die Information habe ich dennoch. Ich erlaube mir zu fragen, von wem? Das möchte ich noch nicht sagen, zumal Sie zufällig aus dunkler Quelle und unglaubwürdig ist. Aber ich bin verpflichtet, alles vorauszusehen. Das verlangt mein Amt von mir und mehr als allem muss ich meinem Vorgefühl glauben, das mich noch niemals getrogen hat. Die Information besagt, dass einer der heimlichen Freunde von Herrn Nozry, empört über den ungeheuerlichen Verrat des Geldwechslers, mit seinen Spießgesellen Abrede getroffen hat, ihn heute Nacht zu töten und das Geld, das er für den Verrat erhalten, dem Hohepriester zuzustellen, zusamt einem Zettel, ich gebe das verfluchte Geld zurück. Was meinen Sie, wird es dem Hohepriester angenehm sein, in der Festnacht ein solches Geschenk zu bekommen? Es wird ihm nicht nur unangenehm sein, ich glaube sogar, Prokurator, das würde einen großen Skandal auslösen. Ich bin derselben Meinung. Darum bitte ich Sie, dieser Sache nachzugehen. Das heißt, alle Maßnahmen zu treffen, um Judas aus Kirja zu schützen. Der Befehl des Hegemons wird ausgeführt. Doch muss ich den Hegemon beruhigen. Der Plan der Übeltäter ist außerordentlich schwer auszuführen. Wenn man bedenkt, den Mann ausfindig machen, ihn erstechen, außerdem erfahren, wie viel er bekommen hat, dann das Geld dem Kaifers zustellen und das alles in einer Nacht heute. Nichtsdestoweniger wird man ihn heute Nacht erstechen. Mein Vorgefühl sagt es mir, ich versichere es Ihnen. Es hat mich noch nie getrogen. Jawohl. Man wird ihn also erstechen, Hegemon? Ja. Und meine ganze Hoffnung gründet sich nur auf Ihre Verlässlichkeit, die alle Welt in Erstaunen setzt. Ich habe die Ehre und wünsche Ihnen Freude und Gesundheit. Ach, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Ich stehe ja in Ihrer Schuld. Nein, Prokurator, Sie schulden mir nicht. Doch. Erinnern Sie sich, als ich in Jaschaleim einzog, die Menge der Bettler? Ich wollte Ihnen Geld zuwerfen und hatte keines bei mir. Da haben Sie mir ausgeholfen. Oh, Prokurator, das war doch eine Bagatelle. Auch eine Bagatelle soll man nicht vergessen. Pilatus wandte sich um, griff nach dem Sessel hinter sich, holte unter dem Umhang einen Lederbeutel hervor und reichte ihn seinem Gast. Der nahm ihn mit einer Verbeugung entgegen und barg ihn unter seinem Umhang. Ich erwarte Ihren Bericht von der Beerdigung, aber auch vom Ausgang der Sache mit Judas aus Kiliad noch heute Nacht, Afranius. Hören Sie? Noch heute Nacht. Die Wache bekommt Befehl, mich zu wecken, sobald Sie erscheinen. Ich erwarte Sie. Prokurator. Der Chef des Geheimdienstes wandte sich ab und verließ den Balkon. Man hörte den nassen Sand unter seinen Füßen knirschen. Dann klapperten seine Sandalen über den Marmor zwischen den beiden Löwen. Dann schnitt es seine Beine ab, dann den Rumpf und endlich verschwand auch die Kapuze. Der Prokurator sah, dass die Sonne versunken und die Dämmerung angebrochen war. 26. Kapitel Die Beerdigung Vielleicht war die Dämmerung auch der Grund, dass sich der Prokurator äußerlich je veränderte. Er schien zusehends zu altern, wurde krumm und machte überdies einen beunruhigten Eindruck. Einmal blickte er sich um und zuckte zusammen, als er auf der Lehne des leeren Sessels den Umhang liegen sah. Die Festnacht rückte näher, die abendlichen Schatten trieben ihr Spiel und wahrscheinlich war es dem ermüdeten Prokurator so vorgekommen, als sitze jemand im leeren Sessel. Er leistete sich eine Anwandlung von Kleinmut und griff nach dem Umhang, ließ ihn aber liegen und lief auf dem Balkon hin und her, bald die Hände reibend, bald an den Tisch tretend und nach der Schale greifend, bald innehaltend und sinnlos das Mosaikpflaster anstarrend, als wolle er irgendwelche Schriftzeichen herauslesen. Schon zum zweiten Mal am heutigen Tag befiel ihn Schwermut. Er rieb sich die Schläfe, in der von der morgendlichen Höllenqual nur eine dumpf schmerzende Erinnerung geblieben war und suchte mühevoll zu ergründen, was die Ursache seiner Seelenpein sei. Er begriff es auch bald, versuchte aber, sich selbst zu betrügen. Ihm war klar, dass er heute Vormittag etwas Unwiederbringliches versäumt hatte und dies jetzt mit kleinen und nichtigen, vor allem aber verspäteten Taten korrigieren wollte. Sein Selbstbetrug bestand darin, dass er sich einreden wollte, seine jetzigen Taten seien nicht minder wichtig, als das am Morgen gesprochene Urteil. Aber das gelang dem Prokurator schlecht. Bei einer Wendung blieb er plötzlich stehen und stieß einen Pfiff aus. Als Antwort erscholl in der Dämmerung tiefes Gebell und aus dem Garten kam ein mächtiger Hund mit spitzen Ohren, grauem Fell und einem Halsband mit Goldbeschlägen auf den Balkon gesprungen. Banga, Banga! Der Hund stellte sich auf die Hinterpfoten. legte die Vorderen seinem Herrn auf die Schultern, dass er ihn fast zu Boden warf und leckte ihm die Wange. Der Prokurator setzte sich in den Sessel. Banga legte sich mit hängender Zunge hechelnd seinem Herrn zu Füßen. Die Freude in seinen Augen kam daher, dass das Gewitter vorbei war, das Einzige auf der Welt, wovor der furchtlose Hund Angst hatte. Und auch daher, dass er wieder bei dem Mann war, den er liebte, achtete und für den Mächtigsten der Welt ansah, für den Beherrscher aller Menschen, wodurch er auch sich für ein privilegiertes, höheres und besonderes Wesen hielt. Dennoch spürte der Hund, der in den abendlichen Garten blickte, dass seinen Herrn ein Unglück gealterte. Darum stand er wieder auf, trat seitlich zu ihm und legte ihm die Vorderpfoten und den Kopf auf die Knie, wobei er den Umhang mit nassem Sand befleckte. Er wollte ihn wohl trösten und gemeinsam mit ihm dem Unheil begegnen. So begrüßten sie beide, Hund und Mensch, die einander liebten, auf dem Balkon die festliche Nacht. Währenddessen hatte der Gast des Prokurators einen Haufen Besorgungen zu erledigen. Nachdem er die obere Gartenterrasse vor dem Balkon verlassen hatte, stieg er die Treppe hinab bis zur nächsten Terrasse, wandte sich nach rechts und ging zu den Kasernen innerhalb des Palastgeländes. Nach einiger Zeit konnte man ihn auf die Burg Antonia zureiten sehen, die nördlich in unmittelbarer Nähe des großen Tempels lag. Dann tauchte er in das Gewirr der krummen Straßen in der Unterstadt ein. Der Reiter kannte die Stadt gut und fand leicht die Straße, die sein Ziel war. Sie hieß Griechische Straße, denn hier gab es ein paar griechische Läden, darunter einen, in dem Teppiche feilgeboten wurden. Vor diesem Laden hielt der Gast sein Maultier an, stieg ab und band es am Torring fest. Der Laden war bereits geschlossen. Der Gast durchschritt die Pforte neben dem Ladeneingang und kam auf einen kleinen quadratischen Hof, die in dem Gefiert Schuppen umstanden. Er bog um die Ecke und befand sich vor der efeu umrangten Steinterrasse des Wohnhauses. Hier sah er sich um. Das Häuschen und die Schuppen waren dunkel, man hatte noch kein Licht angezündet. Nisa! Auf den Ruf hin knarrte die Tür und im abendlichen Halbdunkel erschien auf der Terrasse eine unverschleierte junge Frau. Sie beugte sich übers Geländer und schaute unruhig aus, wer gekommen sei. Als sie den Ankömmling erkannte, lächelte sie ihm freundlich zu. Afranius! Bist du allein? Ja. Mein Mann ist am Morgen nach Cousaria geritten. Aber die Dienerin ist da. Sie winkte dem Gast, er möge eintreten. Afranius blickte sich um und stieg die Steinstufen hinauf. Er und die Frau verschwanden im Innern des Häuschens. Bei ihr hielt sich Afranius nur ganz kurz auf, höchstens fünf Minuten. Danach verließ er das Haus und die Terrasse, zog die Kapuze noch tiefer über die Augen und trat auf die Straße. In den Häusern wurden bereits die Leuchter angezündet, das vorfestliche Gedränge war noch sehr groß und Afranius auf seinem Maultier verlor sich im Strom der Reiter und Fußgänger. Die Frau, die Afranius mit Nisa angeredet hatte, kleidete sich allein geblieben in höchster Eile um. Erst als sie fertig war und den Kopf mit einem dunklen Schleier verhüllt hatte, erklang im Häuschen ihre Stimme. Wenn jemand nach mir fragt, sag ihm, ich sei Enanta besuchen gegangen. Zu Enanta? Immer diese Enanta, dein Mann hat jedoch verboten, sie zu besuchen. Eine Kupplerin ist sie, diese Enanta. Deinem Mann, sag ich, so ein schweig schon. Nisa glitt schattengleich aus dem Häuschen. Ihre Sandalen klapperten auf den Steinplatten des Hofes. Brummend schloss die Dienerin die Tür zur Terrasse. Zur selben Zeit trat in einer anderen Gasse der Unterstadt, einer geknickten Gasse, die sich in Stufen zu einem der Stadtteiche hinabsenkte, aus der Pforte eines unansehnlichen Hauses, dessen kahle Wand an die Gasse grenzte, während die Fenster auf den Hof gingen, ein junger Mann mit sorgfältig gestutztem Bärtchen. Er trug eine weiße Keffiye, die ihm auf die Schulter fiel, einen neuen blauen Festtagstalit mit Trotteln am unteren Saum und nagelneue knarrende Sandalen. Der adlernasige Schönling, für das große Fest herausgeputzt, schritt munter aus, überholte die Passanten, die zum gemeinsamen Festschmaus heim eilten, und sah ein Fenster nach dem anderen aufleuchten. Durch die Straße längs des Basars schritt er zum Palast des Hohepriesters Kaifers, am Fuß des Tempelberges. Nach dem Besuch im Palast, in dem bereits Leuchter und Fackeln brannten und festliche Hast herrschte, schritt der junge Mann noch munterer, noch freudiger aus und eilte zurück in die Unterstadt. An der Ecke, wo die Straße auf den Basarplatz mündete, überholte ihn im Gedränge und Geschiebe, tänzelnden Ganges eine grazile Frau, der ein schwarzer Schleier über die Augen fiel. Als sie an dem schönen jungen Mann vorbeikam, hob sie für einen Moment den Schleier und warf ihm einen Blick zu, verlangsamte jedoch nicht den Schritt, sondern beschleunigte ihn gar, als wollte sie sich vor ihm verbergen. Der junge Mann bemerkte die Frau nicht nur, nein, er erkannte sie, und als er sie erkannte, zuckte er zusammen, blieb stehen, starrte ihr ungläubig auf den Rücken und stürzte ihr dann hinterher. Indem er fast einen Passanten umrannte, der einen Krug in den Händen hielt, holte er sie ein. Nisa? Ach, du bist es, Judas, ich habe dich nicht gleich erkannt. Das ist übrigens nicht schlecht, bei uns gilt das als Omen, der nicht erkannte wird reich. Wohin gehst du, Nisa? Warum willst du das wissen? Wie denn? Wir waren doch verabredet. Ich wollte zu dir kommen. Du hast gesagt, du würdest den ganzen Abend zu Hause sein. Ach, was? Ich habe mich gelangweilt. Ihr feiert euer Fest und was mache ich inzwischen? Da sitzen und zuhören, wie du auf der Terrasse seufzt? Und obendrein Angst haben, dass die Dienerin es meinem Mann erzählt? Nein, nein, ich habe mich entschlossen, aus der Stadt zu gehen, um den Nachtigallen zu lauschen. Aus der Stadt? Allein? Natürlich, allein. Erlaube mir, dich zu begleiten. Er vergaß alles auf der Welt und blickte flehend in Nisas blaue Augen, die jetzt schwarz erschienen. Nisa gab keine Antwort und beschleunigte den Schritt. Judas fühlte sich ganz klein und hilflos, aber er passte sich ihrem Schritt an. Seine Gedanken verwirrten sich in der Nähe dieser Frau, der schönsten, die er jemals gesehen hatte, vollends. Warum sagst du nichts, Nisa? Werde ich mich mit dir nicht langweilen. Nun gut, gehen wir. Aber wohin, wohin? Geh zum Olivenhain, nach Gethsemane, jenseits des Kedrontals. Verstanden? Ja, ja, ja. Ja. gehe voraus, aber laufe mir nicht zu dicht nach, halte Abstand. Wenn du über den Fluss kommst, du weißt, wo die Grotte ist? Ich weiß, ich weiß. Du gehst an der Ölpresse vorbei bergan und biegst zur Grotte ab. Dort werde ich sein, aber wage nicht mehr sofort zu folgen. Hab Geduld und warte hier. Nisa zog sich den Schleier über die Augen und verließ die Einfahrt, in der die beiden liebenden Schutz gesucht hatten, als habe sie gar nicht mit Judas gesprochen. Der stand noch ein Weilchen allein und versuchte, seine zerfahrenen Gedanken zu ordnen, darunter denen, wie er den Angehörigen sein Fehlen beim Festmahl erklären solle. Er stand und suchte nach einer Ausrede, doch in seiner Erregung fiel ihm nichts Rechtes ein, und seine Füße trugen ihn ohne seinen Willen weg von dem Hof. Er eilte dem Gethsemanetor zu, um so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen. Zu Zeiten kam es ihm vor, als blinke inmitten der Rücken und Gesichter das tänzelnde Figürchen und zöge ihn hinter sich her. Doch das war eine Täuschung. Judas wusste, dass Nisa weit voraus war. Schon war der ungeduldige Judas außerhalb der Stadtmauer. Unweit erkannte er bereits das halb zerfallene Tor des Olivenhains. Nach der stickigen Stadt genoss Judas den berauschenden Duft der Frühlingsnacht. Aus dem Garten, von den Gethsemane-Wiesen her, flutete eine Welle von Myrten- und Akazchenduft über die Einfriedung. Das Tor war unbewacht, niemand war zu sehen. Und bald darauf lief Judas bereits im geheimnisvollen Schatten der mächtigen ausladenden Ölbäume. Der Weg führte bergan. Judas folgte ihm schwer atmend und geriet von Zeit zu Zeit aus dem Dunkel auf die gemusterten Mondlichtteppiche, die ihn an die Teppiche im Laden von Nisas eifersüchtigem Mann erinnerten. Bald darauf erblickte Judas linker Hand auf einer Lichtung die Ölpresse mit ihrem schweren Steinrad und einem Haufen Fässer. Im Garten war niemand, die Arbeit war bei Sonnenuntergang eingestellt worden und Judas vernahm über sich einen laut schmetternden Nachtigallen Chor. Sein Ziel war nicht mehr weit. Er wusste, dass er gleich rechts im Dunkel das leise Murmeln des Wassers in der Grotte hören würde. So kam es auch. Es wurde immer kühler. Da verhielt er den Schritt. Er war angekommen. Nisa? Nisa, ich bin's. Judas! Aber statt Nisa löste sich von einem dicken Ölbaumstamm eine vierschrötige Männergestalt und sprang auf ihn zu. Etwas Blitzendes in der Hand, das sofort wieder erlosch. Judas stieß einen leisen Schrei aus und wollte zurücklaufen. Doch ein zweiter Mann versperrte ihm den Weg. Wie viel Geld hast du vorhin bekommen? Sag's, wenn dir dein Leben lieb ist. 30 Tetradrachmen. 30 Tetradrachmen. Ich hab sie bei mir. Da ist das Geld. Nehmt es doch. Lasst mir das Leben. Der Mann vor ihm entriss ihm augenblicklich den Beutel. Im selben Moment zuckte hinter Judas ein Messer auf und traf den Verliebten unterm Schulterblatt. Es schleuderte ihn nach vorn. Er warf die Hände mit verkrümmten Fingern in die Luft. Der Mann vor ihm fing ihn mit seinem Messer auf und stieß es ihm bis an das Heft ins Herz. Nisa. Nisa. Weiter gab er keinen Laut von sich. Sein Körper schlug so heftig zu Boden, dass es einen dumpfen Aufprall gab. Da erschien auf der Straße eine dritte Gestalt. Dieser dritte trug einen Umhang mit Kapuze. Rasch wickelten die Mörder den Geldbeutel samt einem Zettel, den der dritte ihnen gegeben, in Leder und verschnürten ihn über Kreuz. Der zweite schob das Päckchen ins Hemd, dann liefen die beiden nach verschiedenen Seiten davon und die Finsternis zwischen den Ölbäumen verschluckte sie. Der dritte jedoch, der Mann mit der Kapuze, kauerte sich neben dem Ermordeten nieder und schaute ihm ins Gesicht. Es erschien im Schatten Kreideweiß und von durchgeistigter Schönheit. Bald darauf war nichts Lebendiges mehr auf dem Weg. Der entseelte Körper lag mit ausgebreiteten Armen. Der linke Fuß befand sich in einem Fleck Mondlicht, sodass jedes Riemchen der Sandale deutlich zu sehen war. Der ganze Gethsemane Garten heilte wieder vom Nachtigallenschlag. Wohin sich die beiden Mörder des Judas wendeten, weiß niemand, aber der Weg des Dritten mit der Kapuze ist bekannt. Nachdem er den Pfad verlassen, drang er ins Dickicht der Ölbäume ein und ging gen Süden. Weit vom Haupttor an der südlichen Ecke des Gartens überkletterte er die Einfriedung an einer Stelle, wo die oberen Steine des Mauerwerks herausgebrochen waren. Bald danach war er am Ufer des Kidron. Er ging ins Wasser und wartete eine Zeit lang den Fluss entlang, bis er von Weitem die Silhouetten zweier Pferde und eines Mannes sah. Die Pferde standen ebenfalls im Wasser, dessen leichte Strömung ihre Hufe umspülte. Der Pferdewerter bestieg das eine Pferd, der Mann mit der Kapuze schwang sich auf das andere, dann ritten beide langsam den Fluss entlang und die Steine knirschten unter den Pferde Hufen. So dann verließen die Reiter das Wasser, ritten das Jaschelaimer Ufer hinauf und dann im Schritt längs der Stadtmauer. Hier trennte sich der Pferdewerter von dem anderen, sprengte voraus und entspannt seinen Blicken. Der Mann mit der Kapuze aber ritt in die Stadt. Die Stadt war von festlichen Lichtern überflutet. In allen Fenstern spielten die Flammen der Leuchte und von allerwärts tönten zu einem wirren Chor verfließend die Festgebete. Wenn der Reiter in die Fenster schaute, die zur Straße führten, sah er die Menschen am festlichen Tisch sitzen, auf dem das Fleisch des Lams aufgetragen war und Weinschalen zwischen Schüsseln mit Bitterkraut standen. Leise ein Liedchen pfeifend ritt der Mann in gemächlichem Trab durch die leeren Straßen der Unterstadt zur Burg Antonia und blickte ab und zu auf die beiden in der Welt einmaligen Fünf Lichter, die überm Tempel loderten oder auf den Mond, der noch höher hing. Der Palast Herodes des Großen hatte keinen Anteil an der festlichen Pessach Nacht. In den hinteren Räumen, die nach Süden gingen und die Offiziere der römischen Kohorte sowie den Legaten der Legion beherbergten, brannten Lichter. Dort war Leben und Trubel. Der vordere Teil des Palastes, der nur einen einzigen und überdies unfreiwilligen Bewohner hatte, den Prokurator, sah mit all seinen Säulen und Goldstatuen aus, als wäre er vom grellen Mondlicht erblindet. In diesem Teil herrschte Stille und Finsternis. Der Prokurator mochte nicht in den Palast gehen. Er befahl, sein Bett auf dem Balkon zu richten, da, wo er gespeist und am Morgen Jeshua verhört hatte. Er legte sich auf das zurechtgemachte Ruhebett, aber der Schlaf mied ihn. Der nackte Mond hing hoch am Himmel und der Prokurator ließ mehrere Stunden kein Auge von ihm. Gegen Mitternacht erbarmte sich der Schlaf endlich des Hegemons. Er gähnte krampfhaft, hackte den Umhang auf und warf ihn ab, dann löste er den Gürtel mit dem breiten Stahlmesser in der Scheide vom Hemd, legte ihn in den Sessel neben dem Ruhebett, entledigte sich der Sandalen und streckte sich aus. Banga sprang sogleich zu ihm aufs Bett und legte sich neben ihn, Kopf an Kopf. Der Prokurator streichelte ihm den Hals und schloss endlich die Augen. Erst dann schlief auch der Hund ein. Das Ruhebett stand im Halbdunkel. Eine Säule verdeckte den Mond. Doch von den Stufen zog sich ein Mondlicht Band bis zum Bett. Kaum hatte der Prokurator die Verbindung zu seiner wirklichen Umgebung verloren, bewegte er sich die leuchtende Bahn entlang und ging aufwärts, geradewegs zum Mond. Im Schlaf lachte er vor Glück. So herrlich war es auf dieser durchsichtigen blauen Straße. Denn Banga begleitete ihn und neben ihm ging der Wanderphilosoph. Sie disputierten über etwas sehr Kompliziertes und Wichtiges und keiner vermochte den anderen zu überzeugen. Ihre Ansichten deckten sich nirgends und daher war ihr Disput besonders interessant und fand kein Ende. Die heutige Hinrichtung war doch nur ein reines Missverständnis. Denn der Philosoph, der auf die unwahrscheinlich absurde Idee gekommen war, dass alle Menschen gut wären, ging ja hier neben ihm. Folglich lebte er. Und es war natürlich entsetzlich auch nur zu denken, ein solcher Mensch könnte hingerichtet werden. Sein Traum erschien dem Prokurator ganz real. Hier ging er neben dem Wanderprediger auf der Mondtreppe. Freie Zeit hatten sie, so viel sie wollten. Und ein Gewitter stand erst gegen Abend zu erwarten. Und die Feigheit war ohne Zweifel eine der schrecklichsten Sünden. Nein, Philosoph, ich widerspreche dir. Es ist die schrecklichste Sünde. Einmal war er nicht feige gewesen. Der jetzige Prokurator von Judäa und ehemalige Tribun einer Legion. Damals im Tal der Jungfrauen als die grimmen Germanen den Riesen Rattenschlechter fast zerfleischt hätten. Aber ich bitte Sie, Philosoph, Sie können doch bei Ihrem Verstand nicht annehmen, der Prokurator von Judäa werde wegen eines Menschen, der ein Verbrechen wieder den Kaiser begangen hat, seine Karriere gefährden? Selbstverständlich würde er sie gefährden. Am Morgen hätte er es noch nicht getan, aber jetzt in der Nacht, nachdem er alles erwogen hatte, war er bereit, sie zu gefährden. Alles würde er in Kauf nehmen, um den völlig unschuldigen, wahnsinnigen Träumer und Arzt vor der Hinrichtung zu bewahren. Zu spät, nur noch im Traum redete der zerlumpte Wanderphilosoph mit ihm, dem Ritter der Goldenen Lanze, dem Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Wir werden jetzt immer beisammen sein. Wo der eine ist, sei auch der andere. Gedenkt man meiner, so wird man sogleich auch deiner gedenken. Meiner des Aussatzlings, Sohnes unbekannter Eltern und deiner, Sohnes eines Königs und Sternendeuters und der Schönmüllers Tochter Pilar. Ja, vergiss es nicht, gedenke meiner des Sterndeuter Sohnes. Als Pilatus den neben ihm gehenden Bettler aus Enserit nicken sah, weinte und lachte er vor Freude. Er, der grausame Prokurator von Judäa. Schön war das alles, doch umso schrecklicher war das Erwachen. Banga knurrte den Mond an und die blaue Straße, die so glatt war wie mit Öl begossen, brach vor dem Prokurator ab. Er schlug die Augen auf und das Erste, was ihm einfiel, war, dass die Hinrichtung stattgefunden hatte. Mit gewohnter Bewegung griff er nach Bangas Halsband, dann suchte er mit kranken Augen den Mond und sah, dass der etwas weiter gerückt war und silbrig glänzte. Sein Licht war stärker als das unangenehme Flacker Licht, das auf dem Balkon dicht vor seinen Augen spielte. In der Hand des Centurio Markus Rattenschlechter loderte eine blagende Fackel. Mit Angst und Wut schielte er auf das gefährliche Tier, das zum Sprung ansetzte. Ruhig, Banga, ruhig. Auch nachts und beim Mondschein finde ich keine Ruhe. Oh, ihr Götter. Aber Sie, Sie haben auch einen üblen Beruf, Markus. Sie verkrüppeln die Soldaten. Verblüfft blickte Markus den Prokurator an. Dieser besann sich und bemühte sich, den Eindruck seiner überflüssigen schlaftrunkenen Worte zu verwischen. Nehmen Sie es nicht über Centurio, meine Situation ist noch schlimmer. Was wollen Sie? Der Kommandant des Geheimdienstes möchte zu Ihnen. Rufen Sie ihn her. Rufen Sie ihn her. Der Prokurator hustete sich die Kehle sauber und scharrte mit bloßen Füßen nach den Sandalen. Die Flamme spielte auf den Säulen. Die Kaligas des Centurios knallten übers Mosaik. Markus Rattenschlechter ging hinaus in den Garten. Es war weit nach Mitternacht, als der Mann mit der Kapuze in den Herodes Palast zurückkehrte, um dem Prokurator Bericht zu erstatten. Bevor Afranius zu sprechen begann, sah sich der Chef des Geheimdienstes gewohnheitsmäßig um, trat in den Schatten und vergewisserte sich, dass außer Banga sonst niemand auf dem Balkon war. Es schien ihm plötzlich, dass ihn vier Augen anblickten, zwei Hunderaugen und zwei Wolfsaugen. Unter der Chlamüs holte er einen blutverklebten Geldbeutel mit zwei Siegeln hervor. Ich bitte mich vor Gericht zu stellen, Prokurator. Sie hatten Recht. Ich habe es nicht verstanden, Judas aus Kiriat zu schützen. Man hat ihn erstochen. Ich bitte mich vor Gericht zu stellen und mich zu entlassen. Diesen Geldbeutel haben die Mörder dem hohe Priester ans Haus geworfen. Das Blut daran ist das Blut des Judas aus Kiriat. Wie viel ist denn drin? 30 Tetradrachmen. Wenig. Wo ist der Ermordete? Das weiß ich nicht. Ab morgen werden wir mit der Untersuchung beginnen. Aber dass er tot ist, wissen Sie genau. Ich tue diese Arbeit in Judäa können, dass jemand tot ist, muss ich nicht unbedingt die Leiche gesehen haben. Ich melde Ihnen also, dass der Mann, den mein Judas aus Kiriat nennt, vor wenigen Stunden erstochen wurde. Verzeihen Sie mir, Afranios, ich bin noch nicht richtig wach, sonst hätte ich das nicht gesagt. Ich schlafe schlecht und sehe fortwährend einen Mondstrahl vor mir. Es ist zum Lachen, stellen Sie sich entlang. Also, ich möchte Ihre Mutmaßungen zu diesem Fall wissen. Wo werden Sie ihn suchen? Ich denke, ich werde ihn in der Nähe der Ölpresse im Garten Getsemane suchen. So, so. Warum gerade dort? Hegemon, ich mutmaße, Judas wurde nicht in Yershalem selbst und auch nicht fern von der Stadt ermordet, sondern in ihrer Nähe. Ich halte Sie für einen der hervorragendsten Kenner Ihres Fachs. Wie es in Rom steht, weiß ich nicht, aber in den Kolonien, da finden Sie nicht Ihres gleichen. Wollen Sie mir erklären, warum Sie gerade dort suchen? Ich glaube auf keinen Fall daran, dass Judas in der Nähe der Stadt irgendwelchen verdächtigen Leuten in die Hände fiel. Auf der Straße ist es unmöglich, jemanden heimlich zu erstechen. Man hätte ihn in einen Keller locken müssen. Der Geheimdienst hat ihn schon in der Unterstadt gesucht und würde ihn zweifellos gefunden haben. Aber er ist nicht in der Stadt. Dafür bürge ich Ihnen. Hätte man ihn wiederum weit von der Stadt entfernt getötet, so wäre das Geldpäckchen nicht so schnell ins Fenster des Kaifers geworfen worden. Er wurde in der Nähe der Stadt getötet. Man hat ihn hinaus zu locken gewusst. mir unbegreiflich, wie man das tun konnte. Ja, Prokurator, das ist die schwierigste Frage in dem ganzen Fall. Und ich weiß nicht einmal, ob es mir gelingen wird, sie zu klären. In der Tat rätselhaft. Ein gläubiger Jude geht am Vorabend des Pessachfestes aus unbekannten Gründen zur Stadt hinaus und stirbt dort. Wer konnte ihn hinaus locken? Und wie? Eine Frau? Auf keinen Fall, Prokurator. Diese Möglichkeit scheitert völlig aus. Man muss logisch vorgehen. Wer war an Judas Tod interessiert? Irgendwelche vagabundierenden Phantasten, ein Kreis von Menschen, zu dem vor allem keine Frauen gehörten. Um zu heiraten, Prokurator, braucht es Geld, um Kinder in die Welt zu setzen ebenfalls. Um aber einen Menschen mit Hilfe einer Frau zu ermorden, braucht es sehr viel Geld und das hat kein Werkerbund. Eine Frau war nicht dabei, Prokurator. Mehr noch, ich sage Ihnen, eine solche Vermutung kann nur von der Spur ablenken, die Untersuchung behindern und mich verwirren. Ich sehe, Sie haben völlig recht, Herr Franjus. Ich habe mir auch nur erlaubt, eine Mutmaßung zu äußern. Sie ist leider erig, Prokurator. Aber was ist es dann? Ich nehme an, nun, ich denke an Geld. Oh ja, Geld, großartiger Gedanke. Aber wer konnte ihm nachts außerhalb der Stadt Geld anbieten? Und wofür? Nein, Prokurator, so war es nicht. Ich habe nur eine einzige Vermutung und wenn sie nicht zutrifft, werde ich kaum andere Erklärungen finden. Ich denke, vielleicht wollte Judas sein Geld an einer einsamen Stelle verstecken, die nur er kannte. Eine sehr scharfsinnige Erklärung, so wird es gewesen sein. Nicht Menschen haben ihn hinausgelockt, sondern seine eigenen Ziele. Ja, ja, so ist es gewesen. Ja, ja, Judas war misstrauisch. Er hat sein Geld vor den Leuten versteckt. Ja, in Gethsemane. Nur warum sie ihn gerade dort suchen wollen, das begreife ich nicht. Oh, Prokurator, das ist das Einfachste. Niemand würde Geld an einer Straße, an einem offenen und leeren Platz verstecken. Judas war weder auf der Straße nach Hebron, noch auf der Straße nach Bethanien. Er musste eine geschützte, verborgene Stelle mit Bäumen aufsuchen, das ist doch so einfach. Und andere Stellen mit Bäumen, außer Gethsemane, gibt es bei Jascha allein nicht. Er konnte nicht weit gehen. Sie haben mich völlig überzeugt. Also, was ist jetzt zu tun? Ich beginne sofort mit der Suche nach den Mördern, die Judas außerhalb der Stadt aufgespürt haben, und ich selber werde inzwischen, wie ich schon sagte, ein Verfahren gegen mich beantragen. Aber wieso denn? Meine Leute haben ihn abends auf dem Bazar aus den Augen verloren, nachdem er den Kaiferspalast verlassen hatte. Wie das geschehen konnte, ist mir unbegreiflich. Sowas ist mir noch nie passiert. Er stand gleich nach unserem Gespräch unter Beobachtung. Aber im Bezirk des Bazars hat er einen Haken geschlagen und ist in so merkwürdigen Kurven gelaufen, dass er spurlos verschwand. So? Haken? Ja. Also, ich halte es nicht für notwendig, Sie vor Gericht zu stellen. Sie haben getan, was Sie konnten, und niemand auf der Welt hätte mehr tun können als Sie. Die Spitzel, die Judas verloren haben, sollten disziplinarisch bestraft werden, aber ich wünsche keine besondere Strenge. Letzten Endes haben wir alles getan, um uns dieses Übeltäters anzunehmen. Ja, ich vergaß zu fragen, wie hat man es fertiggebracht, Kaifers das Geld ins Haus zu werfen? Das, Prokurator, ist nicht sonderlich schwer. Die Rächer haben sich hinter den Palast geschlichen, wo die Gasse den hinteren Hof beherrscht, und das Päckchen über die Umzäunung geworfen. Mit Zettel? Ja, genau wie Sie vermutet haben, Prokurator. Ja, übrigens... Afranius riss das Siegel von dem Päckchen und zeigte Pilatus den Inhalt. Dann verschloss er es wieder. Ich bitte Sie, was tun Sie, Afranius? Das war doch gewiss das Tempelsiegel. Der Prokurator braucht sich wegen dieser Frage keine Sorgen zu machen. Haben Sie etwa alle Siegel? Auch das Tempelsiegel? Anders kann es nicht sein, Prokurator. Ich kann mir denken, was bei Kaifers los war. Ja, Prokurator, es entstand große Erregung. Ich wurde alsbald hinzugezogen. Interessant ist das, interessant. Ich erlaube mir zu widersprechen, Prokurator, es war nicht interessant. Es war höchst langweilig und ermüdend. Auf meine Frage, ob meinem Kaiferspalast jemandem Geld gezahlt habe, wurde mir strikt versichert, das sei nicht der Fall. Ach so? Na, dann eben nicht. Umso schwerer wird es sein, die Mörder zu finden. Vollkommen richtig, Prokurator. Aber er hat doch nicht etwa am Ende Selbstmord begangen? Nein, Prokurator, verzeihen Sie, aber das ist ganz unwahrscheinlich. Och, in dieser Stadt ist alles möglich. Ich möchte wetten, dass schon sehr bald ein solches Gerücht durch die ganze Stadt kriecht. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wenn ich es recht bedenke, das kann sein, Prokurator. Ich hätte sehen mögen, wie er getötet wurde. Er wurde sehr kunstvoll getötet. Woher wollen Sie das wissen? Wenden Sie doch Ihrer Aufmerksamkeit dem Beutel zu. Ich garantiere Ihnen, dass das Blut von Judas nur so spritzte. Ich habe schon einige Ermordete in meinem Leben gesehen. Er wird also nicht wieder auferstehen? Doch, er wird. Aber erst, wenn über ihm die Posaune des Messias ertönt, auf den Sie hier warten. Vorher nicht. Genug, Herr Franius, diese Frage ist klar. Kommen wir nun zum Begräbnis. Die Hingerichteten sind begraben. Oh, Afranius, Sie vor Gericht zu stellen, wäre ein Verbrechen. Sie sind höchsten Lohnes wert. Wie war es? Afranius erzählte. Während er mit dem Fall Judas befasst gewesen sei, habe eine Gruppe des Geheimdienstes unter Führung seines Stellvertreters bei Anbruch des Abends den Schädelberg erreicht. Den einen Leichnam hatte man auf dem Gipfel nicht mehr vorgefunden. Ach, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Die Leichen von Dismas und Gestas, deren Augen von Raubvögeln herausgehackt waren, wurden aufgenommen, dann machte sich alles auf die Suche nach dem dritten Leichnam. Er wurde sehr bald gefunden. Ein gewisser... Levi Matthäus? Ja. Levi Matthäus hatte sich in einer Höhle am Nordhang der Richtstätte verborgen und wartete auf die Dunkelheit. Der nackte Körper von Jeschua Hanosri befand sich bei ihm. Als die Wache mit einer Fackel in die Höhle eindrang, verfiel Levi in Wut und Verzweiflung. Er schrie, er habe keinerlei Verbrechen begangen und laut Gesetz habe jedermann das Recht, einen gerichteten Verbrecher zu beerdigen, wenn er es wünsche. Levi Matthäus sagte, er wolle sich nicht von der Leiche trennen. Er war aufgebracht, schrie, zusammenhangloses, flehte, drohte, stieß Verwünschungen aus. Man musste ihn verhaften? Nein, Prokurator, nein. Es gelang, den aufsässigen Verrückten zu beruhigen, indem man ihm versicherte, man werde den Leichnam beerdigen. Als Levi das erfasst hatte, wurde er still. Doch er erklärte, er werde nirgendwo hingehen und wünsche, am Begräbnis teilzunehmen. Er sagte, er werde nicht weggehen, selbst wenn man ihn umbringe. Und bot sogar zu diesem Zweck ein Brotmesser an, das er bei sich hatte. Hat man ihn weggejagt? Nein, Prokurator, mein Stellvertreter erlaubte ihm, der Beerdigung beizuhonen. Welcher Ihrer Stellvertreter leitete die Aktion? Tolmaius. Hat er vielleicht einen Fehler begangen? Ich finde keinen Fehler. Ich werde allmählich ein bisschen verlegen, Herr Franius, denn ich habe es offenkundig, in Ihnen mit einem Mann zu tun, der niemals Fehler begeht. Levi Matthäus wurde zusammen mit den Körpern der Gerichteten auf den Wagen geladen und zwei Stunden später erreichte man eine einsame Schlucht im Norden von Yershalaim. Dort hob die Mannschaft, die sich bei der Arbeit abwechselte, binnen einer Stunde eine tiefe Grube aus, in der die drei Toten beerdigt wurden. Nackt? Nein, Prokurator. Die Mannschaft hatte zu diesem Zweck Chitons mitgenommen. Den Toten wurden Ringe an die Finger gesteckt. Jeschuas Ring hat eine Markierung, der Ring von Dismas II und der von Gestas III. Die Grube wurde zugeschüttet und mit Steinen bedeckt. Tolmaius weist das Erkennungszeichen. Hätte ich das vorher geahnt, ich müsste diesen Levi Matthäus sprechen. Er ist hier, Prokurator. Oh. Ich danke Ihnen für alles, was Sie in dieser Sache getan haben. Bitte schicken Sie morgen Tolmaius zu mir und erklären Sie ihm zuvor, ich sei mit ihm zufrieden. Sie, Afranius, bitte ich, meinen Ring zum Andenken zu nehmen. Es ist mir eine große Ehre, Prokurator. Die Mannschaft, die die Toten beerdigte, erhält eine Belohnung. Die Spitzel, die Judas aus dem Auge verloren, kriegen einen Verweis. Levi Matthäus soll jetzt gleich zu mir kommen. Ich brauche weitere Einzelheiten zum Fall Jeschua. Zu Befehl, Prokurator. Afranius verschwand im Garten und hinter Pilatus tauchten Diener mit Lichtern in den Händen auf. Drei Leuchter wurden vor den Prokurator auf den Tisch gestellt und sofort wich die Mondnacht zurück in den Garten, als hätte Afranius sie mit sich fortgenommen. Statt seiner betrat den Balkon ein kleiner, magerer Mann in Begleitung des riesigen Centurio. Dieser entfernte sich auf einen Blick des Prokurators sofort in Richtung Garten. Der Prokurator studierte den Mann mit gierigen und etwas erschrockenen Augen. So betrachtet man einen Menschen, von dem man schon viel gehört, an den man oft gedacht hat und der nun endlich erschienen ist. Der Ankümmling, etwa 40 Jahre alt, war schwarzhaarig, zerlumpt und schmutzverkrustet. Unter gesenkten Brauen hervor warf er Wolfsblicke. Insgesamt wirkte er höchst unansehnlich und glich eher einem der Stadtbettler, die scharenweise auf den Tempelterrassen oder auf den Bazaren der lauten und schmutzigen Unterstadt lungerten. Das Schweigen währte lange. Unterbrochen wurde es von dem seltsamen Gebaren des Mannes, den man Pilatus vorgeführt hatte. Er wechselte die Farbe, wankte und wäre gefallen, hätte er sich nicht mit schmutziger Hand an der Tischkante festgehalten. Was hast du? Nicht. Was hast du? Antworte. Ich bin müde. Setz dich. Levi blickte den Prokurator ungläubig an und schob sich zum Sessel. Dann blickte er erschrocken auf die goldenen Armlehnen und setzte sich nicht in den Sessel, sondern daneben auf den Fußboden. Warum setzt du dich nicht in den Sessel? Ich bin schmutzig und würde ihn verderben. Wann wird dir so gleich zu essen geben? Oh, ich bin nicht hungrig. Warum lügst du? Du hast doch den ganzen Tag noch nichts gegessen, vielleicht sogar noch länger. Na schön. Dann isst du eben nichts. Ich habe dich rufen lassen, damit du mir das Messer zeigst, das du bei dir hattest. Die Soldaten haben es mir genommen, als sie mich herbrachten. Geben Sie es mir zurück. Ich muss es seinem Besitzer zustellen. Ich habe es gestohlen. Warum? Um die Stricke zu zerschneiden. Markus, geben Sie mir sein Messer. Der Zenturio zog aus einem der beiden Futterale an seinem Gürtel ein schmutziges Brotmesser. Reichte es dem Prokurator und entfernte sich wieder. Pilatus betrachtete die breite Klinge und prüfte mit dem Finger die Schärfe. Wo hast du das Messer gestohlen? In einem Brotladen am Hebron-Tor. Wenn man in die Stadt kommt, gleich links. Beunruhige dich nicht wegen des Messers. Man wird es dem Laden zurückgeben. Ich brauche jetzt etwas anderes. Zeige mir die Handschrift, die du bei dir führst und auf der die Worte Jeschuas niedergeschrieben sind. Sie wollen mir das Letzte nehmen, was ich besitze? Ich habe nicht gesagt, du sollst sie mir geben. Ich habe gesagt, du sollst sie mir zeigen. Levi griff in seine Kleidung und brachte eine Pergamentrolle zum Vorschein. Pilatus nahm sie entgegen, entrollte sie, breitete sie zwischen den Lichtern aus und vertiefte sich stirnrunzelnd in die schwer lesbaren, mit Tinte geschriebenen Schriftzeichen. Die kragligen Zeilen waren kaum zu entziffern. Pilatus verkniff die Augen und beugte sich tief übers Pergament. Sein Finger glitt die Zeilen entlang. Er erkannte, dass das Geschriebene eine unzusammenhängende Kette von Aussprüchen, Daten, Wirtschaftsnotizen und poetischen Bruchstöcken war. Er las, Tod gibt es nicht. Gestern haben wir süße Frühlingsfeigen gegessen. Wir werden den klaren Fluss mit dem Wasser des Lebens sehen. Die Menschheit wird durch einen hellen Kristall auf die Sonne blicken. Plötzlich zuckte Pilatus zusammen. In den letzten Zeilen des Pergaments entzifferte er die Wörter keine größere Sünde als die Feigheit. Keine größere Sünde als die Feigheit. Hier, nimm das Pergament zurück. Nimm schon! Du bist, wie ich sehe, ein Mann des Buches und nicht frommt es dir, dem einsamen, obdachlos in Bettlerkleidung zu stromern. Ich habe in Caesarea eine große Bibliothek. Ich bin sehr reich und möchte dich in meine Dienste nehmen. Du wirst die Papyri ordnen und pflegen und du wirst satt und gekleidet sein. Nein, ich will nicht. Warum nicht? Bin ich dir unangenehm? Fürchtest du mich? Nein. Denn du wirst mich fürchten. Es wird dir nicht leicht fallen, mir ins Gesicht zu sehen, nachdem du ihn getötet hast. Schweig! Nimm Geld! Nein. Ich weiß, du hältst dich für einen Schüler Jeshuas. Doch ich sage dir, du hast nichts von dem begriffen, was er dich lehrte. Hättest du es nämlich begriffen, so würdest du bestimmt etwas von mir annehmen. Wisse, er hat vor seinem Tode gesagt, er hege gegen niemanden Grimm. Er selbst hätte gewiss etwas angenommen. Du bist hartherzig, er war es nicht. Wo willst du hingehen? Hegemon, ich werde in Yershalaim einen Menschen töten. Ich möchte es dir sagen, damit du weißt, es wird noch Blut fließen. Das weiß ich auch, dass noch Blut fließen wird. Deine Worte wundern mich nicht. Du willst natürlich mich umbringen. Dich umzubringen wird mir nicht gelingen. Ich bin nicht so dumm, dass ich darauf rechne. Aber ich werde Judas aus Kiriat töten. Diese Aufgabe ist der Rest meines Lebens gewidmet. Das wird dir nicht gelingen. Und du brauchst dich darum auch nicht mehr zu sorgen. Judas ist in dieser Nacht erstochen worden. Wer hat das getan? Sei nicht eifersüchtig. Ich fürchte, er hatte noch andere Anhänger außer dir. Wer hat das getan? Ich. Es ist natürlich wenig, was ich getan habe. Dennoch, ich habe es getan. Nun, nimmst du jetzt etwas von mir an? Ja. Gib mir etwas sauberes Pergament. Eine Stunde verging. Levi war nicht mehr im Palast. Nur noch die leisen Schritte der Wachposten im Garten unterbrachen die Stille. Der Mond verfallte rasch. Am anderen Himmelsrand stand das helle Flecklein des Morgensterns. Die Leuchter waren längst erloschen. Auf dem Ruhebett lag der Prokurator. Die Hand unter der Wange schlief er und atmete lautlos. Neben ihm schlief sein Hund Banga. So begrüßte er den Morgen des 15. Nisan, der fünfte Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. 27. Kapitel. Das Ende der Wohnung Nummer 50. Als Margarita die letzten Worte im Manuskript des Meisters las, brach der Morgen an. Auf dem kleinen Hof hörte sie im Gezweig der Linde und der Silberweide die Spatzen, vergnügt und aufgeregt, morgenriche Zwiesprache halten. Zur selben Zeit war in einer Moskauer Dienststelle eine ganze Etage wach und ihre Fenster, die auf einen großen asphaltierten Platz gingen, den Spezialmaschinen langsam und brummend mit Bürsten säuberten, strahlten in vollem Licht, dass das Licht der aufgehenden Sonne zerschnitt. Die Etage war beschäftigt mit dem Fall Vorland und in dutzenden Arbeitsräumen hatten die Nacht über die Lampen gebrannt. Eigentlich war der Fall schon seit gestern klar, seit dem Freitag, an dem das Varieté wegen des Verschwindens der Administration und wegen der Schweinereien während der denkwürdigen Vorstellungen schwarzer Magie hatte geschlossen werden müssen. Aber die schlaflose Etage erhielt ununterbrochen neues Material. Jetzt musste die Behörde, die diesen seltsamen Fall untersuchte, der deutlich nach Teufelsspuk mit einer Beimischung von Hypnose-Tricks und eindeutigen Verbrechen die mannigfachen und wirren Ereignisse, die sich an verschiedenen Stellen von Moskau zugetragen hatten, vergleichen und in Zusammenhang bringen. Der erste, den die Moskauer Behörde vorlud, war Arkady Apollonowitsch Semplejarow. Versteht sich, dass die Aussagen Semplejarows, eines intelligenten und kultivierten Menschen, eines vernünftigen und qualifizierten Zeugen der skandalösen Veranstaltung, der sowohl den geheimnisvollen maskierten Magier als auch die beiden Übeltäter seiner Assistenten sehr plastisch beschrieb und sich auch genau erinnerte, dass der Name des Magiers Fohland war, das also seiner Aussagen die Untersuchung bedeutend voranbrachten. Ein Vergleich seiner Aussagen mit den Aussagen anderer, darunter einiger Damen, die durch die Vorstellung geschädigt worden waren, jene in violetter Unterwäsche, die Rimsky befremdet hatte und leider auch viele andere, sowie die Bekundungen des Boten Karpov, der in die Wohnung Nummer 50 in das Hadova ja geschickt worden war, führten zur Kenntnis des Ortes, wo man den Urheber aller dieser Ereignisse zu suchen hatte. Die Wohnung Nummer 50 wurde mehrmals aufgesucht und man durchforschte sie sehr sorgfältig, klopfte auch die Wände ab, um Geheimverstecker aufzuspüren. Alle diese Maßnahmen blieben jedoch ergebnislos und nie wurde jemand in der Wohnung vorgefunden, obwohl hier jemand wohnen musste. Andererseits versicherten alle Personen, die sich so oder so mit den in Moskau eingereisten ausländischen Artisten befassten, entschieden und kategorisch, in Moskau könne es einen schwarzen Magier namens Roland nicht geben. Nirgendwo war er bei der Einreise registriert worden. Niemandem hatte er seinen Pass oder andere Papiere, Kontrakt oder Verträge vorgelegt. Niemand hatte von ihm gehört. Es ergab sich eine geradezu unnatürliche Geschichte. Tausende von Zuschauern, das gesamte Varieté-Personal und endlich Semplejarow, ein hochgebildeter Mann, hatten diesen Magier gesehen, desgleichen seine verfluchten Assistenten, und doch gab es keine Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Man muss der Untersuchung Gerechtigkeit widerfahren lassen. Der verschwundene Rimski wurde überraschend schnell aufgefunden. Als man das Verhalten von Caro Ass am Taxistand vor dem Kino mit einigen Zeiten verglich, dem Ende der Vorstellung, dem Zeitpunkt, zu dem Rimski verschwunden sein konnte, gab man sofort ein Telegramm nach Leningrad auf. Schon nach einer Stunde, Freitagabend, kam telegrafisch die Antwort, Rimski sei im Zimmer 412 des Hotels Astoria im dritten Stock aufgespürt worden. Der Finanzdirektor war in unzurechnungsfähigem Zustand, konnte oder wollte keine vernünftigen Antworten geben und bat nur darum, ihn in einem gepanzerten Raum unterzubringen und ihm eine bewaffnete Wache zu bewilligen. Von Moskau wurde telegrafisch befohlen, Rimski unter Bewachung nach Moskau zu schaffen und so wurde er denn am Freitagabend unter Bewachung mit dem Abendzug hergebracht. Am selben Freitagabend entdeckte man auch eine Spur von Lichodeev. Man hatte in alle Städte Suchtelegramme geschickt und aus Yalta habe sich dort befunden, sei aber mit einem Aeroplan nach Moskau abgeflogen. Der einzige, von dem man keine Spur fand, war Varenucha. Der in ganz Moskau berühmte Theateradministrator war wie vom Erdboden verschwunden. Zwischendurch musste man sich auch noch mit Vorkommnissen an anderen Stellen von Moskau befassen. Zu verhören sind alle Personen, die anderen Personen oder Behörden statt Geld sonst was gegeben hatten, aber auch Personen, die durch solche Pseudo-Zahlungen geschädigt worden sind. Noch Fragen? Zwölf Mann mit der Untersuchung beauftragt sammelten wie auf einer Stricknadel die verhexten Maschen dieses komplizierten Falles, die über ganz Moskau verstreut waren. Einer der Kriminalisten suchte Professor Stravinskis Klinik auf und bat ihn vor allem um eine Liste der Personen, die während der letzten drei Tage eingeliefert worden waren. Auf diese Weise wurden Nikanor Iwanowitsch Bassoi und der unglückselige Conforcé aufgespürt, den der Kopf abgerissen worden war. Mit ihnen hatte man übrigens wenig Mühe. Sehr bald war festgestellt, dass auch sie Opfer des geheimnisvollen Magiers und seiner Bande waren. Und auf noch eine interessante Person wurden die Untersuchungsbeamten aufmerksam. Auf den Lyriker Ivan Nikolajewitsch bis Domni. Er, so erinnerte man sich, war am Abend des Todes des stadtbekannten Chefredakteurs Berlioz in Unterhosen mit einer Kerze und einer Ikone bewaffnet im Gribullero erschienen und hatte behauptet, dass an Berlioz Tod ein ominöser Konsultant schuld sei. Garantiert der Teufel persönlich. Diese Aussage, der man vor zwei Tagen keinerlei Glauben geschenkt hatte, interessierte nun jedoch die Kriminalisten außerordentlich. Und so nimmt es nicht Wunder, dass am Freitagabend bei Ivan Bisdomni die Tür aufging und ein junger Mann mit rundem Gesicht und ruhigen und weichen Umgangsformen ins Zimmer trat. Oh, wie hätte Ivan triumphiert, hätte ihn der Untersuchungsführer etwas früher aufgesucht. Sagen wir in der Nacht zum Donnerstag, als Ivan stürmisch und leidenschaftlich forderte, man solle seinen Bericht anhören. Jetzt war sein Traum, den Konsultanten fangen zu helfen, in Erfüllung gegangen, er brauchte nicht mehr anderen hinterher zu rennen, man kam von selbst zu ihm, eigens um zu hören, was am Mittwochabend geschehen war. Aber oh weh, der liebe Ivan hatte sich seit dem Tode von Berlioz völlig verändert. Er war gern bereit, höflich alle Fragen des Kriminalisten zu beantworten, aber in seinem Blick und Ton war Gleichgültigkeit. Berlioz' Schicksal berührte den Poeten nicht mehr. Bevor der Kriminalist eintrat, hatte Ivan im Liegen gedämmert und verschiedene Gesichter waren an ihm vorübergezogen. So hatte er die Stadt erblickt, seltsam, unbegreiflich, geisterhaft. Die Marmorblöcke, die kanellierten Säulen, die in der Sonne funkelnden Dächer, die düstere und erbarmungslose schwarze Burg Antonia, den Palast auf dem Westhügel, der fast bis ans Dach im tropischen Grün des Gartens versank, totglühenden Bronzestatuen überm Grün und er hatte unter den Stadtmauern in Panzer geschmiedete römische Zenturien aufmarschieren sehen. Im Halbschlaf sah er einen unbeweglich im Sessel sitzenden Mann, glattrasiert, mit verfallenem gelbem Gesicht und mit blutrot gefüttertem weißem Umhang, voller Hass auf den prächtigen fremden Garten starren. Auch den unbewalteten gelben Hügel mit den verwaisten Kreuzen sah er. Das Ereignis an den Patriarchenteichen aber hatte den Lyriker Ivan Vesdomne aufgehört zu interessieren. Der Kriminalist verließ Ivan mit äußerst wichtigem Material. Endlich hatte er den Ursprung all der unerklärlichen Geschehnisse gefunden. Er zweifelte nicht im Mindesten, dass alles mit dem Mord an den Patriarchenteichen begonnen hatte. Natürlich hatten weder Ivan noch der Karierte den unglücklichen Vorsitzenden der Massolit unter die Straßenbahn gestoßen. Physisch sozusagen hatte niemand den Sturz unter die Räder bewirkt. Aber der Kriminalist war überzeugt, dass Berlioz sich in hypnotisiertem Zustand unter die Straßenbahn gestürzt hatte. Was er auch gleich in einer eilig zusammengerufenen Lagebesprechung verkündete. So ist die Lage, Genossen. Das belastende Material ist mehr als ausreichend. Wir wissen, wen wir zu verfolgen haben. Und trotzdem ist es unmöglich, jemanden dingfest zu machen. In der dreimal verfluchten Wohnung Nummer 50, ich wiederhole es, wohnt zweifellos jemand. Am Telefon meldete sich bald eine klirrende, bald eine näselnde Stimme. Manchmal steht das Fenster offen, jemand hört sogar gelegentlich Grammophon-Klänge. Aber jedes Mal, wenn wir eindringen, ist niemand da. Wir haben es zu verschiedenen Tageszeiten versucht. Wir haben die Wohnung mit einem Netz durchkämmt und alle Ecken geprüft. Ihr wisst ja, wir haben die Wohnung schon lange im Auge. Wir bewachen nicht nur den Weg, der durch das Tor in den Hof führt, sondern auch die Hintertreppe. Obendrein steht auf dem Dach bei den Schornsteinen eine Wache. In der Wohnung Nummer 50 geht es nicht mit rechten Dingen zu, Genossen. Und dagegen sind wir machtlos. Am Samstagmorgen ergaben sich neue und sehr interessante Informationen. Auf dem Moskauer Flugplatz landete von der Krim kommend ein sechssitziges Passagierflugzeug. Mit Passagieren stieg auch ein Mann aus, merkwürdig anzusehen. Jung, stoppelbärtig, drei Tage nicht gewaschen, hatte er entzündete und ängstliche Augen, war ohne Gepäck und etwas wunderlich gekleidet. Er trug eine Papacha, über dem Nachthemd einen Filzumhang sowie nagelneue, gerade erst gekaufte, blaulederne Hausschuhe. Kaum hatte er über die Gängwehe das Flugzeug verlassen, da war man schon bei ihm. Man hatte ihn erwartet und bald darauf saß der unvergessliche Varieté-Direktor Stepan Bagdanovich Lichodejev vor den Kriminalisten. Er steuerte neues Material bei. Jetzt wurde klar, dass Voland sich durch Hypnotisierung Lichodejevs als Artist ins Varieté eingeschlichen und es dann fertig gebracht hatte, denselben Lichodejev weiß Gott, wie viele Kilometer weit von Moskau weg zu befördern. Das Material hatte sich somit vervollständigt. Doch die Situation war nicht leichter geworden, eher noch etwas komplizierter, denn nun war offenkundig, dass einer der Kunststücke beherrschte, wie das, dem Lichodejev zum Opfer gefallen war, nicht so einfach zu ergreifen sein würde. Lichodejev wurde übrigens auf seine Bitte in einem sicheren Raum eingeschlossen und vor der Untersuchungsbehörde erschien Varenucha, den man soeben in seiner Wohnung festgenommen hatte, in die er nach zweiwöchiger geheimnisvoller Abwesenheit zurückgekehrt war. Obwohl der Administrator Assasiello versprochen hatte, nicht mehr zu lügen, begann er mit einer Unwahrheit. Freilich sollte man dafür nicht allzu streng mit ihm ins Gericht gehen. Schließlich hatte Assasiello ihm nur untersagt, per Telefon zu lügen und zu pöbeln. In diesem Fall aber sprach der Administrator, ohne sich eines solchen Gerätes zu bedienen. Ich habe mich an diesem Donnerstag in Rimskis Arbeitszimmer im Varieté betrunken. Jawohl. Und bin dann weggegangen. Wohin? Weiß ich nicht mehr. Ich habe dann irgendwo noch Starka getrunken. Wo? Weiß ich auch nicht mehr. Und habe anschließend an einem Zaun gelegen. Wo? Das weiß ich ebenfalls nicht mehr. Erst als man ihm sagte, er behindere mit seinem dummen und unvernünftigen Verhalten eine wichtige Untersuchung und werde das zu verantworten haben, brach er im Schluchzen aus und flüsterte mit zitternder Stimme scheublicke um sich werfend, er lüge nur aus Angst, denn er fürchte die Rache der Vorlandbande, in deren Händen er gewesen sei, und er bitte flehe dürste danach, in einem gepanzerten Raum eingeschlossen zu werden. So was Blödes, die haben's ja mit ihrem gepanzerten Raum. Die Banditen haben sie eingeschüchtert. Man beruhigte Valenocha so gut es ging, sagte ihm, man werde ihn auch ohne gepanzerten Raum schützen und nun kam heraus, dass er keineswegs Tarka getrunken und am Zaun gelegen hatte, sondern dass ihn zwei der Banditen verprügelt hatten, ein rothaariger mit Eckzahn und ein Dick Wanst. Ach, so ähnlich wie ein Kater? Ja, ja, ja. Valenocha verging vor Angst und sah sich alle Augenblicke um. Dann packte er weitere fast zwei Tage lang in der Wohnung Nummer 50 als Zubringer Vampir vegetiert hatte und nahezu der Anlass für den Tod des Finanzdirektors Rimsky geworden wäre. Nach ihm kamen noch etliche Personen, unter ihnen Nikolai Iwanowitsch, der soeben infolge der Dummheit seiner eifersüchtigen Ehe liebsten festgenommen worden war. Sie hat ihren Mann am Morgen bei der Miliz als vermisst gemeldet. Nikolai Iwanowitsch verblüffte die Kriminalisten nicht mehr sehr, als er die Teufelsbescheinigung auf den Tisch legte, nach welcher er die fragliche Zeit auf dem Ball beim Satan verbracht habe. Bei seiner Schilderung, wie er Margarita Nikolai Evnas nacktes Hausmädchen durch die Luft zu allen möglichen Teufel getragen habe, zu einem Fluss, wo sie badete, und wie vorher Margarita Nikolai nackt am Fenster erschienen war, untunlich zu erwähnen, dass er mit dem Hemdchen in der Hand das Schlafzimmer betreten und Natascha Venus genannt hatte. Bei ihm kam es so heraus, dass Natascha aus dem Fenster geflogen sei, ihn bestiegen habe und auf ihm aus Moskau fortgeritten sei. Ich musste mich der Gewalt fügen. Nikolai Evanovich schloss seine Auslassungen mit der Bitte, seiner Gattin kein Wort von all dem mitzuteilen, was ihm auch zugesagt wurde. Nikolai Ivanovichs Aussage ermöglichte die Feststellung, dass Margarita Nikolajevna samt ihrem Hausmädchen Natascha spurlos verschwunden war. Es wurden Maßnahmen eingeleitet, sie zu suchen. Solche unablässige Untersuchungstätigkeit kennzeichnete den Samstagmorgen. Es war fast Mittag, als bei der Untersuchungsbehörde das Telefon klingelte. Aus der Sadova wurde mitgeteilt, die verhexte Wohnung gebe wieder Lebenszeichen. Die Fenster seien von innen geöffnet worden, Gesang und Klaviermusik klängen heraus. Und im Fenster habe man einen schwarzen Kater gesichtet, der auf dem Fensterbrett saß und sich in der Sonne wärmte. Gegen vier Uhr nachmittags dieses heißen Tages stiegen zahlreiche Männer in Zivil aus drei Autos, die in einiger Entfernung von dem Hause Sadova ja Nummer 302 B gehalten hatten. Sie teilten sich in zwei Gruppen, von denen die eine durch den Torweg und den Hof direkt zum sechsten Aufgang Schritt. Die andere öffnete das für gewöhnlich verschlossene Türchen zum Hinteraufgang und beide Gruppen stiegen auf verschiedenen Treppen zur Wohnung Nummer 50 hinauf. Währenddessen saßen Karoviev und Asasiello, Karoviev nicht mehr im festlichen Frack, sondern in seiner gewöhnlichen Kleidung, im Esszimmer der Wohnung und beendeten ihr Frühstück. Fohland hielt sich nach seiner Gewohnheit im Schlafzimmer auf und der Kater war nicht zu sehen. Aber nach dem Kasserollen geklirr aus der Küche zu urteilen, trieb er dort seine gewohnten Possen. Was sind denn das für Schritte auf der Treppe? Sie kommen uns verhaften. Na dann los. Die Männer auf der Vordertreppe hatten unterdessen den zweiten Treppenabsatz erreicht. Hier machten sich zwei Rohrleger an der Dampfheizung zu schaffen. Mit ihnen wechselten die Männer bedeutungsvolle Blicke. Alles zu Hause, raunte der eine Rohrleger und klopfte mit einem Hämmerchen gegen das Rohr. Da holte der vorderste der Männer eine schwarze Mauser unterm Mantel hervor und der neben ihm ging, hielt ein Bund Nachschlüssel bereit. Überhaupt waren die Männer mit allem Notwendigen versehen. Zwei von ihnen hatten dünne Seidennetze in der Tasche, die sich leicht entfalteten. Ein weiterer hatte eine Fangleine mit, noch ein anderer Mullmasken und Chloroformampullen. Im Nu war die Tür der Wohnung Nummer 50 geöffnet und die Männer standen in der Diele. In der Küche klappte eine Tür und zeigte an, dass die andere Gruppe von der Hintertreppe her ebenfalls eingetreten war. Diesmal wurde den Männern, wenn auch nicht ein voller, so doch ein Teilerfolg beschert. Sie verteilten sich blitzschnell auf alle Räume und fanden keinen Menschen, aber dafür entdeckten sie im Esszimmer auf dem Tisch die Reste eines offensichtlich eben erst beendeten Frühstücks und im Salon hockte auf dem Kaminsims neben einem Kristallkrug ein mächtiger schwarzer Kater mit einem Primuskocher in den Pfoten. Schweigend betrachteten die Männer, die den Salon betreten hatten, den Kater und ihr Schweigen währte ziemlich lange. Hm, ja, wirklich ein starkes Stück. Ich mache keine Dummheiten, ich tue keinem was, ich repariere den Primuskocher. Außerdem halte ich es für meine Pflicht darauf hinzuweisen, dass der Kater ein uraltes und unantastbares Tier ist. Wirklich saubere Arbeit. Nun, Sie unantastbarer Bauchredner, dann bemühen Sie sich mal hierher. Das Netz flog hinauf und entfaltete sich, aber der es geworfen verfehlt zum allgemeinen Erstaunen den Kater und fing nur den Krug, der am Boden zerklirrte. Wow, kontra, hurra! Schon hatte er den Primuskocher weggestellt und brachte hinterm Rücken einen Browning zum Vorschein. Flux hatte er ihn auf den nächststehenden gerichtet, aber ehe er abdrücken konnte, zuckte aus der Mauser in dessen Hand ein Feuerstrahl und der Kater plumpste kopfüber vom Kaminsims auf den Fußboden, wobei er den Browning fallen ließ und den Primuskocher mit herunter riss. Der Kater blutete schrecklich. Alles aus, tretet für einen Moment hinweg von mir und lasst mich Abschied nehmen von der Erde. Oh, mein Freund Assacielo, wo bist du? Du bist mir nicht zu Hilfe gekommen in diesem ungleichen Kampf. Du hast den armen Behemoth verlassen, verraten um ein Glas freilich ausgezeichneten Kognaks. Möge mein Tod auf deinem Gewissen lasten. Ich vermache dir meinen Browning. Das Netz, das Netz, schnell! Das Einzige, was einen tödlich verwundeten Kater retten kann, ist ein Schluck Benzin. Er benutzte die allgemeine Verwirrung, legte die Schnauze an die runde Öffnung des Primuskochers und nahm einen tüchtigen Schluck. Sogleich hörte die Schusswunde an der linken Vorderpfote zu Bluten auf. Frisch und lebendig klemmte der Kater den Primuskocher unter die Pfote, hüpfte zurück auf den Kamin, kletterte, die Tapete zerfetzend die Wand hinauf und saß nach zwei Sekunden hoch über den Männern auf der metallenen Gardinenstange. Sofort krallten sich Hände in die Gardine und rissen sie mitsamt der Stange ab und die Sonne flutete ins bislang schattige Zimmer. Aber weder der durch einen Gaunertrick kurierte Kater noch der Primuskocher stürzten herab. Der Kater brachte es fertig, eine Trittleiter! Ich fordere euch zum Duell! Der Kater flog am schwankenden Lüster über den Köpfen der Kriminalisten in und her. In seiner Pfote war wieder der Browning. Den Primuskocher hatte er zwischen den Lüsterarmen verklemmt. Während er über den Köpfen der Männer pendelte, zielte er und nahm sie unter Feuer. Donnernd halten die Schüsse in der Wohnung wieder. Kristallsplitter regneten vom Kronleuchter auf den Fußboden. Im Kaminspiegel bildeten sich krachend Löcher mit sternartigen Rissen. Kalkstaub wallte, die verbrauchten Patronenhülsen prasselten zu Boden, die Fensterscheiben zerklirrten. Aus dem durchschossenen Primuskocher spritzte Benzin. Jetzt konnte keine Rede mehr davon sein, den Kater lebendig zu fangen und die Männer eröffneten mit ihren Mausern ein rasendes und treffsicheres Feuer auf Kopf, Bauch, Brust und Rücken der Bestie. Das Feuergefecht rief auf dem asphaltierten Hof eine Panik hervor, aber es dauerte nicht lange und hörte von selbst wieder auf. Es fügte nämlich weder dem Kater noch den Männern auch nur den geringsten Schaden zu. Niemand wurde verwundet, geschweige denn getötet. Alle, auch der Kater, blieben völlig unversehrt. Einer der Männer, um sich endgültig davon zu überzeugen, schoss fünf Kugeln auf den Kopf der verwunschenen Bestie ab und als Antwort feuerte der Kater ein ganzes Magazin leer, doch es hatte keinerlei Wirkung. Der Kater schaukelte sich im Lüster, dessen Schwinge immer kleiner wurden, pustete in die Browning-Mündung und spuckte sich auf die Pfote. Auf den Gesichtern der Männer, die schweigend unten standen, lag ein Ausdruck völlige Verständnislosigkeit. Es wurde noch ein Versuch gemacht, des Katers habhaft zu werden. Man warf die Fangleine, sie verhakte sich an einer der Kerzen und der Leuchter riss ab. Sein Sturz schien das ganze Gebäude zu erschüttern, aber Nutzen brachte das mit Nichten. Die Männer wurden mit Splittern überschüttet, der Kater flog durch die Luft und ließ sich dicht unter der Decke auf dem Goldrahmen des Kaminspiegels nieder. Er zeigte keine Absicht zu entweichen, saß im Gegenteil vergleichsweise sicher dort und versuchte sogar noch eine Ansprache zu halten, wurde aber gleich zu Beginn von einer Stimme unterbrochen. Was geht in der Wohnung vor? Man stört mich beim Arbeiten. Das ist natürlich wie der Behemoth, das in der Teufel hole. Messere, es ist Sonnabend, ich kann nicht länger mit ihnen plauschen. Für uns wird es Zeit. Wow! Der Kater schleuderte seinen Browning und zerwarf mit ihm die Fensterscheiben. Dann ließ er etwas Benzin niederschwappen, das Benzin entzündete sich von selbst und eine Flammenwoge stieg bis zur Decke. Die Flammen schlugen so schnell und so mächtig empor, wie es nicht einmal bei brennendem Benzin zu sein pflegt. Sofort auf und die Rahmen des zerschlagenen Fensters begannen zu glimmen. Der Kater krümmte sich federn zusammen, miaute, setzte vom Spiegel hinüber aufs Fensterbrett und schlüpfte mitsamt seinem Primuskocher hinaus. Draußen krachten Schüsse. Der Mann, der in Höhe der Jubelierswitwin Fenster auf der eisernen Feuerleiter hockte, nahm den Kater unter Beschuss, als dieser über die Fensterbretter zur Regenrenne in der Ecke des Hauses turmte, das, wie erwähnt, als offenes Rechteck gebaut war. An der Regenrenne klomm er zum Dach hinauf. Dort beschossen ihn, leider ebenfalls ergebnislos, die Männer, die die Schlote bewachten und der Kater verschwand in der untergehenden Sonne, deren Licht die Stadt überflutete. Über die brennenden Parketttäfelchen hüpfend und sich mit den Händen auf die qualmenden Schultern und auf die Brust schlagend reiterierten die Männer aus dem Salon ins Arbeitszimmer und in die Diele. Die im Esszimmer und im Schlafzimmer gewesen waren, flüchteten durch den Korridor. Auch die Männer aus der Küche kamen in die Diele gelaufen. Der Salon war schon ein Meer aus Feuer und Rauch. Einer wählte noch schnell die Nummer der Feuerwehr und rief kurz zu den Hörer Sadovaia 302 B. Es war keine Minute mehr zu verlieren. Die Flamme schlug bereits in die Diele. Das Atmen wurde schwer. Als die ersten Rauchschwaden aus den zerschlagenen Fenstern der verhexten Wohnung strichen, ertönten im Hof verzweifelte Schreie, Feuer, Feuer, es brennt. In mehreren Wohnungen des Hauses schrien Menschen ins Telefon, Sadovaia, Sadovaia 302 B. Als dann auf der Sadovaia das furchteinflößende Gebimmel, der aus allen Teilen der Stadt herbeirasenden langen roten Fahrzeuge ertönte, sahen die auf dem Hof hin und her hastenden Menschen, die zusammen mit dem Rauch aus einem Fenster im vierten Stock vier dunkle Silhouetten davon flogen, die Schattenrisse dreier Männer und der schemenhafte Umriss einer nackten Frau. 28. Kapitel Die letzten Abenteuer von Korogiev und Behemoth. Musik Ob die Silhouetten Wirklichkeit waren oder ob die angstbetäubten Mieter des unglückseligen Hauses in der Sadovaia sich nur eingebildet hatten, sie zu sehen, lässt sich natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Wenn sie Wirklichkeit waren, weiß auch niemand, wohin sie sich wandten. Wo sie sich teilten, können wir ebenfalls nicht sagen. Aber wir wissen, dass etwa eine Viertelstunde nach Beginn des Brandes auf der Sadovaia ein langer Kerl in kariertem Anzug in Begleitung eines großen schwarzen Katers vor das Spiegelglastür des Ausländerladens am Smolensker Markt erschien. Der Mann schlängelte sich geschickt zwischen den Passanten hindurch und öffnete die Außentür des Ladens. Aber hier stellte sich ihm der kleine knochige Portier in den Weg. Kater dürfen hier nicht rein. Entschuldigung, Kater sagen Sie? Wo sehen Sie denn einen Kater? Der Portier riss die Augen auf und er hatte Grund dazu. Bei dem Langen war kein Kater mehr zu sehen. Stattdessen schaute hinter seiner Schulter ein Dickwanst mit zerrissener Schiebermütze hervor, dessen Visage tatsächlich etwas Kater ähnliches hatte und drängte zum Laden hin. In der Hand trug der Dickwanst einen Primuskocher. Das Pärchen missfiel dem Portier, der ein Misanthrop war aus irgendwelchen Gründen sehr. Gereizt blickte er unter zottigen grauen Brauen hervor, die wie Motten zerfressen aussahen. Bei uns nur für Devisen. Mein Teurer, woher wollen Sie wissen, dass ich keine Devisen habe? Urteilen Sie nach meinem Anzug? Tun Sie das niemals, verehrter Wachhabender. Sie könnten einem folgenschweren Irrtum unterliegen. Lesen Sie mal in der Geschichte des berühmten Harun Al-Raschid nach. In diesem Fall aber möchte ich die Geschichte des Kalifen zeitweilig beiseite schieben. Ich werde mich beim Leiter über Sie beschweren und ihm ein paar Sachen über Sie erzählen, so dass Sie keine Gelegenheit mehr haben werden, Ihren Posten zwischen den Spiegelglastüren im Stich zu lassen. Ich habe vielleicht den ganzen Kocher voller Devisen. Der Portier betrachtete das sonderbare Pärchen voller Hass und Zweifel. Doch gab er den Weg frei und unsere bekannten Kalowier von Behemoth betraten den Laden. Hunderte von Cartoonballen mit den prächtigsten Mustern waren in den Regalfächern zu sehen. Dahinter türnten sich Leinen, Schiffung und Fracktuch. Ganze Stapel von Schuhkartons zogen sich hin und ein paar Frauen saßen auf niedrigen Hockern, den rechten Fuß im alten Leibig stampften. Irgendwo hinter einer Ecke sangen und spielten Grammophone. Ein schöner Laden. Ein sehr schöner Laden. Karowier und Behemoth gingen an all diesen Verlockungen vorbei und begaben sich schnurstracks zu der Stelle, wo die Feinkost- und Konditoreiabteilung aneinander grenzten. Ein vierschrötiger, quadratisch gewachsener Mann, blau rasiert, mit Hornbrille, einem nagelneuen, noch nicht zerdrückten Hut ohne Schweißflecke auf dem Band, mit einem fliederblauen Mantel und rötlichen Glacé-Handschuhen stand vor dem Ladentisch und stieß befehlend unartikulierte Laute aus. Ein Verkäufer in sauberem weißem Kittel und mit blauem Käppi bediente den fliederblauen Kunden. Mit einem scharfen Messer schob er die silbrig schimmernde schlangenartige Haut von einem fett triefenden rosa Lachs. Das sei gut? Spitzenklasse. Na gut, ich liebe schlecht. Nein, auch diese Abteilung ist großartig. Und der Ausländer da, der ist mir sympathisch. Nein, Vergott, nein, du irrst dich, mein Freund. Ich finde, in dem Gesicht des fliederblauen Gentlemen fehlt etwas. Der fliederblaue Mann zuckte mit dem Rücken, aber wohl aus Zufall, denn als Ausländer konnte er ja die russischen Worte von Karoviev und seinem Begleiter nicht verstanden haben. Behemoth und Karoviev verließen den Ausländer, den Verkäufer und seinen Lachs, gingen zur Konditorei Abteilung und blieben vor der blutjungen Verkäuferin stehen. Heißholt was kosten die Mandarinen? 30 Kopiken das Kilo. Bisschen happig, bisschen sehr happig. Isst doch Behemoth. Der Dickwanz nahm den Primuskocher unter den Arm, eignete sich die oberste Mandarine der Pyramide an, fraß sie mitsamt der Schale und griff nach der Zweiten. Tödliches Entsetzen packte die Verkäuferin. Ihre roten Wangen wurden blass und sie ließ die Konfektzange fallen. Behemoth. sie verrückt geworden? Geben sie mir den Bon. Mein Herzchen, mein Liebchen, mein Schönchen, wir sind heute nicht bei Devisen, aber was soll man da machen? Ich schwöre Ihnen beim nächsten Mal, spätestens Montag, zahlen wir alles in bar. Wir wohnen hier in der Nähe, auf der Sadova, wo der Brand war. Behemoth hatte die dritte Mandarine verschlungen, jetzt griff er mit der Pfote nach einem sinnreichen Bauwerk aus Schokoladentafeln, zog eine von unten heraus, wovon natürlich alles zusammenstürzte, und verschlang sie mitsamt dem Goldpapier. Die Verkäufer am Fischstand erstarrten mit ihren Messern in der Hand. Der fliederblaue Ausländer drehte sich zu den Räubern um, und nun wurde ersichtlich, dass Behemoth sich geirrt hatte. zu viel, nämlich Hängebacken und huschende Augen. Die Verkäuferin, gelb im Gesicht, schrie kläglich durch den ganzen Laden. Pavel Josipovic! Pavel Josipovic! Das Publikum aus der Stoffabteilung strömte auf diesen Schrei herbei. Behemoth verließ die Lockungen der Konditorei, senkte die Pfote in ein Fass mit der Aufschrift Erlesener Kerzhering, zog zwei Heringe heraus, verschlangen sie und spuckte die Schwänze aus. Wieder gelbte der verzweifelte Schrei hinterm Ladentisch der Konditorei Abteilung. Pavel Josipovic! Was machst du da? Du Dreckskerl! Polizei! Portier Pfeif! Nun Pfeif doch schon! Der Portier sauste aus der Spiegelglastür an der Ecke des Smolensker Marktes und verströmte sich in einem bösartigen Pfeifen. Das Publikum umringte die Missetäter und da schritt Karoviev zur Tat. Er zeigte auf Behemoth, der den Primuskocher im Arm sogleich ein weinerliches Gesicht zog. Mitbürger, was geschieht denn hier? Gestatten Sie mir, sie danach zu fragen, dieser arme Mensch repariert schon den ganzen Tag Primuskocher. Er hat Hunger bekommen, aber wo soll er Devisen hernehmen? Lass das! Wo soll er sie hernehmen? Das frage ich jeden hier. Er ist erschöpft vor Hunger und Durst und ihm ist heiß. Nun, und da hat er sich eine armselige Mandarine genommen. Die kostet höchstens drei Kopiken. Und schon pfeifen sie, wie die Nachtigallen im Frühlingswald, behelligen die Miliz, halten sie von ihren Pflichten ab. Aber er darf, der da, dieser fliederblaue Ausländer. Wer ist das überhaupt? Na? Wo kommt er her? Wozu? Haben wir etwa Sehnsucht nach ihm gehabt? Haben wir ihn etwa eingeladen, diesen Ausländer? Seht nur, er trägt einen fliederblauen Parademantel. Und vom Lachs ist er schon ganz fit geworden. Und mit die Wiesen ist er voll gestopft. Aber unser einer, aber unser einer. Bitter ist das. Bitter. Bitter. Ich danke dir, mein treuer Freund. Du hast dich für einen Gedemütigten eingesetzt. Da geschah ein Wunder. Ein kleiner alter Mann, sehr ruhig und anständig, arm, aber sauber gekleidet, ein alter Mann, der in der Konditoreiabteilung drei Mandelkuchen gekauft hatte, wurde plötzlich ein anderer Mensch. Seine Augen funkelten kämpferisch. Er lief puterrot an, schleuderte die Kuchentüte zu Boden und schrie mit dünner Kinderstimme, recht hat er. Dann ergriff er ein Tablett, warf die Reste des von Behemoth dem Ausländer den Hut ab und hieb ihm mit der rechten Schwung voll das Tablett über die Glatze. Es entstand ein Geräusch ähnlich dem, das man hört, wenn von einem Lastwagen Stahlbleche zu Boden geworfen werden. Der Ausländer erbleichte, stolperte rückwärts und setzte sich in den Bottich mit dem Kerschhering, sodass eine Fontäne von Pökellake hochschoss. Und nun geschah das zweite Miliz! Banditen wollen mich umbringen! In der erregten Käufermenge kamen zwei Miliz-Helme näher. Behemoth schwappte aus dem Primuskocher Benzin auf den Ladentisch, das ganz von selbst aufflammte. Die Flamme schlug hoch und lief den Ladentisch entlang, wobei sie die roten Papierschleifen der Obstkörbe verzehrte. Kreischend flüchteten die Verkäuferinnen hinterm Ladentisch auf Ohr und kaum hatten sie sich in Sicherheit gebracht, da loderten die leinenden Vorhänger an den Fenstern auf und auch am Fußboden entzündete sich das Benzin. Das Publikum erhob ein verzweifeltes Geschrei, stürzte aus der Konditoreiabteilung hinaus und trampelte den überflüssig gewordenen Pavel Josifovic nieder. Die Verkäufer des Fischstandes flüchteten mit ihren scharfen Messern im Gänsemarsch zur Hintertür. Der wälzte sich über den Lachs auf dem Ladentisch hinweg und folgte ihnen. Die Spiegelscheiben der Eingangstür zerklirrten, eingedrückt von den flüchtenden Menschen und wohin die beiden Übeltäter Karoviev und der gefräßige Behemoth verschwunden waren, blieb unbegreiflich. Später erzählten Augenzeugen, die den beginnenden Brand in die Wiesenladen am Smolensker Markt miterlebt hatten. Die beiden natürlich zweifelhaft, ob es wirklich so war, aber was wir nicht wissen, das wissen wir nicht. Wir wissen jedoch, dass genau eine Minute nach dem Vorfall am Smolensker Markt Behemoth und Karoviev auf dem Boulevard vor dem Hause von Liboyedovs Tante standen. Sieh an! Das ist doch das Schriftstellerhaus! Weißt du, Behemoth, von diesem Haus habe ich schon viel Gutes und Lobendes gehört. Schaust dir an, mein Freund. Welch angenehmer Gedanke, das unter diesem Dach verborgen eine ganze Masse von Talenten heranreift. Ja, ja, wie Ananas im Gewächshaus. Genau. Erstaunliches ist noch zu erwarten aus den Treibkästen dieses Hauses, das unter seinem Dach ein paar tausend selbstlose Streiter vereint, die entschlossen sind, ihr Leben dem Dienst der Melpomene, der Polyhymnia und der Thalia zu weihen. Stell dir vor, was für ein Lärm sich erheben wird, wenn einer von Ihnen dem Leserpublikum für den Anfang einen Revisor oder zur Not einen Eugen und Jägin vorlegt. Und das ist leicht möglich. Ja, ja, aber wenn nur nicht irgendein Mikroorganismus die zarten Treibhauspflänzchen befällt, wenn nur nichts an ihren Wurzeln nagt, wenn sie nur nicht verfaulen und das kommt vor bei Ananas Pflanzen. Eui, eui, wie das vorkommt. Apropos, was machen die da auf der Veranda? Sie essen Mittag und ich möchte dem hinzufügen, mein Lieber, dass sie hier ein vorzügliches und nicht sehr teures Restaurant haben. Im Übrigen spüre ich, wie jeder Tourist vor der Weiterreise, das Verlangen etwas zu essen und ein großes Glas eisgekühltes Bier zu trinken. Ich auch. Die beiden Bösebolde marschierten über den Asphaltweg unter den Linden strax zur Veranda des nichtsahnenden Restaurants. Eine blasse und gelangweilte Frauensperson in weißen Söckchen und weißer Baskenmütze mit Zipfel saß auf einem Wienerstuhl auf der Veranda an der Ecke, wo im Grünspalier die Eingangsöffnung freigelassen war. Vor ihr lag auf einem Küchentisch ein dickes Kontorbuch, in das sie zu unergründlichen Zwecken die Restaurantgäste eintrug. Von dieser Frauensperson wurden Karoviev und Behemoth angehalten. Verwundert blickte sie auf Karovievs Zwicker mit dem gesprungenen Glas, auf Behemoths Primuskocher und seinen zerfetzten Ellenbogen. Ihre Ausweise? Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Was für Ausweise? Sind Sie Schriftsteller? Zweifellos? Ihre Ausweise. Meine Reizende. Ich bin nicht dreizehend. Oh, wie schade. Je nun, wenn Sie nicht dreizehend zu sein wünschen, was sehr angenehm wäre, so können Sie es auch lassen. Also, um überzeugt zu sein, dass Dostoyevsky Schriftsteller ist, müssen Sie ihn da unbedingt nach seinem Ausweis fragen. Nehmen Sie beliebige fünf Seiten aus einem seiner Romane und Sie werden auch ohne Ausweis gewiss sein, es mit einem Schriftsteller zu tun zu haben. Ich nehme sogar an, er hatte überhaupt keinen Ausweis. Was meinst du, Behemoth? Ich wette, er hatte keinen. Sie sind aber nicht Dostoyevsky. Na, wer weiß, wer weiß. Dostoyevsky ist tot. Ich protestiere. Dostoyevsky ist unsterblich. Übrigens, einen Schriftsteller erkennt man nicht an seinem Ausweis, mein Fräulein, sondern an dem, was er schreibt. Was wissen Sie denn, was in unseren Köpfen herumschwirrt? Geben Sie den Weg frei, Bürger! Karoviev und Behemoth wichen zur Seite und ließen einen Schriftsteller durch, der einen grauen Anzug und ein weißes Sommerhemd ohne Krawatte trug, dessen Kragen breit übers Jackett geschlagen war, und am Arm hatte er eine Zeitung. Grüßend nickte er der Frauens Person zu, setzte im Gehen einen Krakel in das ihm hingeschobene Buch und begab sich auf die Veranda. Oh weh, nicht wir, sondern er wird das eisgekühlte Bier trinken, von dem wir beiden armen Wanderer so geträumt haben. Unsere Situation ist schwierig und betrüblich und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Behemoth breitete betrübte Arme aus und stülpte die Mütze auf den runden Schädel. In diesem Moment ertönte überm Kopf der Sie durch, Sofia Pavlovna. Die Frauens Person mit dem Buch war verdutzt. Im Grünspalier erschienen die weiße Frackbrust und das Spitzbart des Flibustiers, des Chefs, des Gridojedov, Archibald Archibaldowitsch. Freundlich blickte er die beiden zweifelhaften Landstreicher an. Ja, er winkte ihnen einladend zu. Archibald Archibaldowitschs Autorität war eine Sache, die im Restaurant, dem er vorstand, etwas galt. Anstandslos ließ Sofia Pavlovna die beiden hindurch. Archibald Archibaldowitsch führte die Gäste zum besten Tisch in der hinteren Verandaecke, wo der Schatten am dichtesten war. Neben dem Tisch spielte fröhlich die Sonne in einer Lücke des Grünspaliers. Was darf ich servieren? Ich habe vorzüglich einen Störrücken vom Architektenkongress abgezweigt. Auch Haselhuhnfilets kann ich sehr empfehlen. Sie, geben Sie uns was Nettes zu essen. Ich verstehe. Der am Nebentiss speisende Belletrist Petra Kov Suchovey, dessen Gattin eben ein Schweineschnitzel verzehrte, bemerkte mit der für Schriftsteller typischen Beobachtungsgabe die Bemühungen Archibald Archibaldowitschs und wunderte sich sehr. Seine Gattin, eine rechtwürdige Dame, klopfte ungehalten mit dem Teelöffel. Archibald Archibaldowitsch sandte ihr ein betörendes Lächeln zu und schickte ihr einen Kellner. Er selbst blieb bei seinen teuren Gästen. Ach, ein kluger Mann war Archibald Archibaldowitsch. Seine Beobachtungsgabe war gewiss nicht schlechter als die eines Schriftstellers. Archibald Archibaldowitsch wußte von der Vorstellung im Varieté und von vielen anderen Vorkommnissen der letzten Tage und er hatte im Gegensatz zu anderen weder das Wort der Karierte noch das Wort Kater Besucher waren und nachdem er es erraten hatte, dachte er selbstverständlich gar nicht daran, sich mit ihnen zu überwerfen. Frau Petrakow stocherte hochmütig mit dem Teelöffel im zerlaufenden Sahneeis und sah missgünstig zu, wie sich der Tisch von den beiden sonderbar gekleideten Hanswursten wie durch Zauberei mit Speisen bedeckte. Blitzblanke waschende Salatblätter schauten aus einer Schale mit frischem Kaviar und im Nu erschien auf einem eigens ein beschlagener Silberkühler. Erst als Archibald Archibaldowitsch sich überzeugt hatte, dass alles an Ehren getan war, erst als in den Händen der Kellner eine zugedeckte Pfanne herbeischwebte, in der es schmurgelte, erlaubte er sich, die beiden rätselhaften Besucher zu verlassen. Entschuldigen Sie mich für ein Momentchen, ich muss persönlich nach den Filets sehen. Er eierte fort und verschwand im hinteren Korridor des Restaurants. Hätte ein Beobachter können, so hätten sie ihn zweifellos ein wenig rätselhaft gedüngt. Der Chef begab sich keineswegs in die Küche, um nach den Filets zu sehen, sondern in den Vorratsraum des Restaurants. Diesen öffnete er mit seinem Schlüssel, schloss sich dann ein und entnahm einer Eistruhe vorsichtig, um sich nicht die Manschetten zu beschmutzen, zwei gewichtige Störrücken. Diese wickelte er in Zeitungspapier, verschnürte sie sorgfältig und legte sie beiseite. So dann vergewisserte er sich im Nebenraum, ob sein seidengefütterter Sommermantel und sein Hut dort hingen und begab sich erst jetzt in die Küche, wo der Koch eilfertig die Filets zubereitete, die der Pirat den Gästen verheißen hatte. Ich muss sagen, an Archibald Archibaldovits Handlungen waren nichts seltsames oder unbegreifliches. Das hätte nur ein oberflächlicher Beobachter denken können. aus allem vorangegangenen. Das Wissen um die letzten Ereignisse und vor allem sein phänomenales Gespür sagten dem Chef des Griboyedov-Restaurants Archibald Archibaldovits, das Mittagsmahl seiner beiden Besucher würde, wenn auch reichlich und üppig, so doch nur von sehr kurzer Dauer sein. Dieses Gespür, das den ehemaligen Flibustier noch nie getrogen hatte, ließ ihn auch diesmal nicht im Stich. Als Karoviev und Behemoth eben mit dem zweiten Gläschen ausgezeichneten, doppelt gefilterten, eiskalten Moskowskaja-Wodkas anstießen, wohlbekommst, auch dir, lieber Behemoth, erschien auf der Veranda schwitzend und erregt der Lokalredakteur Boba Kandalupski, der in ganz Moskau für seine erstaunliche Allwissenheit berühmt war und setzte sich sofort zu den Petrakows. Er legte die geschwollene Aktentasche auf das Tischchen, schob seine Lippen Petrakow ins Ohr und tuschelte ihm sehr interessante Dinge hinein. Madame Petrakow, die vor Neugier verging, setzte ihr Urgleichfalls den dicken öligen Lippen Bobas aus. Dieser sah sich immer wieder verstohlen um und flüsterte und flüsterte. Ich schwör's bei meiner Ehre, auf der Sardovaya, auf der Sardovaya, die Kugeln tun ihnen nichts. Diese Lügner, die derart widerliche Gerüchte verbreiten, die müsste man ermitteln. Na, macht nichts. Das wird auch geschehen. Das kommt schon wieder in Ordnung. Welch schädliche Gerüchte. Wieso denn Gerüchte, Antonia Pofferjevna? Ich sage euch, die Kugeln tun ihnen nichts. Und jetzt brennt's. Sie sind durch die Luft. Durch die Luft. Boba ahnte nicht, dass die, von denen er erzählte, neben ihm saßen und sich an seinem Zischeln ergötzten. Im Übrigen fand dieses Ergötzen ein jähes Ende. Aus dem hinteren Korridor des Restaurants kamen drei Männer mit straff umgürteten Mänteln, Stiefelgamaschen und Revolvern in der Hand auf die Veranda gelaufen. Der vorderste schrie furchterregend Keiner rührt sich von der Stelle. Sofort eröffneten die drei das Feuer und zielten auf die Köpfe von Kaloviev und Behemoth. Die beiden lösten sich in Luft auf. Aus dem Primuskocher aber schoss eine Feuersäule zum Sonnendach empor. Es war, als öffne sich in der Markise ein gähnender Rachen mit schwarzen Rändern, die nach allen Seiten auseinander krochen. Durch diesen Rachen sprang die Flamme bis hinauf zum Dach des Glivohedos. Wenige Augenblicke später flohen über die Asphaltwege, die zum Eisengitter des Boulevards führten, von wo am Mittwochabend der unverstandene Unglücksboote der brave Ivan gekommen war, ein paar Schriftsteller, die nicht zu Ende gegessen hatten, die Kellner, Sofia Pavlovna, Boba und Petra Kovnebsgattin. Gerade noch rechtzeitig kam aus einem Seitenausgang, ohne zu rennen oder zu hasten, wie ein Kapitän, der die brennende Brick erst als letzter verlassen darf, Archibald Archibaldowitsch, und stand ruhig da, in seinem seidengefütterten Sommermantel, die beiden Balken der Störrücken unterm Arm. 29. Kapitel Das Schicksal des Meisters und Margaritas ist entschieden. Musik Bei Sonnenuntergang befanden sich hoch über der Stadt, auf der Steinterrasse eines des schönsten Gebäude Moskaus, das vor etwa anderthalb Jahrhunderten erbaut worden war, zwei Gestalten, Fohland und Assasiello. Von der Straße aus waren sie nicht zu sehen, denn eine Balustrade mit Gipsvasen und Gipsblumen schützte sie vor neugierigen Blicken. Sie aber konnten die Stadt bis fast an ihre Grenzen überschauen. Fohland saß auf einem Klapphocker, angetan mit seiner schwarzen Soutane. Sein langer und breiter Degen stak senkrecht zwischen zwei Platten der Terrasse und bildete eine Sonnenuhr. Langsam und unablässig wurde der Degenschatten länger und kroch auf die schwarzen Schuhe an Satans Füßen zu. Das spitze Kinn auf die Faust gestützt, auf dem Hocker zusammengeknüllt und den einen Fuß unter sich gezogen, blickte Fohland unverwandt auf die unübersehbare Menge der Paläste, Riesenhäuser und zum Abriss verurteilten Hütten. Asasiello, der sich von seinem modernen Aufputz, Jackett, Melone und Lackschuhe getrennt hatte und jetzt schwarz gekleidet war wie Fohland, stand reglos unweit von seinem Gebieter und ließ wie er kein Auge von der Stadt. Eine interessante Stadt, nicht wahr? Messere, mir gefällt Rom besser. Ja, das ist Geschmackssache. Woher kommt denn der Rauch dort auf dem Boulevard? Da brennt das Cribollier Man darf wohl annehmen, dass das unzertrennliche Pärchen Korowjev und Behemoth dort war. Daran gibt es keinen Zweifel, Messere. Schweigend beobachteten die beiden auf der Terrasse, wie in den nach Westen blickenden oberen Fenstern der riesigen Häuser blendend hell die gebrochene Sonne aufflammte. Fohlands Auge brannte genauso wie diese Fenster, obwohl er der untergehenden Sonne den Rücken zukehrte. Aber da lenkte etwas Fohlands Aufmerksamkeit auf den runden Turm, der sich hinter ihm auf dem Dach erhob. Aus dessen Wand trat ein abgerissener, lehmverschmierter, finsterer Mann mit schwarzem Bart, bekleidet mit einem Chiton und selbstgefertigten Sandalen. Es war Levi Matthäus. Er blickte Fohland unter gesenkten Brauen hervor unwirsch an. Sieh da, du bist der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Was willst du, ungebetener, doch vorhergesehener Gast? Zu dir will ich, Geist des Bösen und Herrscher der Schatten. Wenn du zu mir kommst, warum sagst du mir nicht guten Tag, ehemaliger Zöllner? Weil ich nicht will, dass du gute Tage hast. Aber du wirst es hinnehmen müssen. Du warst kaum auf dem Dach, da hast du schon eine Torheit begangen und ich werde dir sagen, worin sie besteht, in deiner Betonung. Du hast deine Worte so gesprochen, als erkenntest du weder die Schatten an noch das Böse. Willst du nicht so gut sein, einmal darüber nachzudenken, was dein Gutes täte, wenn das Böse nicht wäre und wie die Erde aussehe, wenn die Schatten von ihr verschwenden? Kommen doch die Schatten von den Dingen und den Menschen. Da ist der Schatten meines Degens. Aber es gibt auch die Schatten der Bäume und der Lebewesen. Du willst doch nicht etwa den Erdbalkal scheren, alle Bäume und alles Lebende von ihm entfernen und deine Fantasie an kahlem Licht ergötzen. Ich streite mich nicht mit dir, alter Sophist. Du kannst dich gar nicht mit mir streiten, denn du bist dumm. So, nun sage kurz, ohne mich zu langweilen, warum du gekommen bist. Er hat mich geschickt. Und was befahl er, dir mir mitzuteilen, Sklave? Ich bin sein Schüler, kein Sklave. Du und ich. Wir sprechen verschwiedene Sprachen, wie immer, aber die Dinge, von denen wir sprechen, werden dadurch nicht anders. Also. Er hat das Werk des Meisters gelesen und er bittet dich, den Meister mitzunehmen und ihm Ruhe zu schenken. Ist das etwas schwer für dich, Geist des Bösen? Nichts ist schwer für mich und das weißt du genau. Warum nehmt ihr ihn nicht mit zu euch ins Licht? Er hat nicht Licht verdient, sondern Ruhe. Es wird geschehen. Und jetzt geh. Er bittet dich auch, jene mitzunehmen, die ihn geliebt und seinetwegen gelitten hat. Darauf wären wir ohne dich gewiss nicht gekommen. Geh. Levi-Matthäus verschwand. Fohland rief Assasiello zu sich und befahl ihm, alles so zu richten, wie mit Levi-Matthäus besprochen. Assasiello verließ die Terrasse, Fohland blieb allein. Aber seine Einsamkeit war nicht von langer Dauer. Er hörte Schritte auf den Steinplatten der Terrasse und lebhafte Stimmen. Dann standen Karoviev und Behemoth vor ihm. Der Dicke hatte seinen Primuskochern nicht mehr bei sich. Er war mit anderen Gegenständen beladen. Und am Arm trug er ein kleines, goldgerahntes Landschaftsgemälde. In der einen Hand einen halbversenkten Kochkittel und in der anderen einen ganzen Lachs mit Haut und Schwanz. Brandgeruch ging von den beiden aus, Behemoths Fratze war russgeschwärzt, seine Schiebermütze angesenkt. Salut, Messere. Salut, Messere. Schön seht ihr aus. Stellt euch vor, man hat mich für einen Marodeur gehalten. Nach den Gegenständen zu urteilen, die du mitgebracht hast, bist du auch einer. Glaub mir, Messere. Nein, ich glaube dir nicht. Sag mir lieber, wodurch das Griebouillet auf den Brand geriet. Ich begreife es selber nicht. Wir haben friedlich dagesessen, ganz still, haben was gegessen. Und plötzlich, peng, peng, Schüsse. Behemoth und ich, wahnsinnig vor Angst, auf den Boulevard, die Verfolger hinter uns her, wir ab zum Timeljasef-Denkmal. Aber das Pflichtgefühl war stärker als unsere schmähliche Angst und wir gingen zurück. Ach, ihr gingen zurück? Na, da war das Gebäude natürlich schon gänzlich niedergebrannt. Gänzlich? Das heißt, buchstäblich gänzlich, wie ihr euch so treffend auszudrücken beliebtet, Messere. Nur noch verkohlte Balgen. Ich bin in den Sitzungssaal mit den Säulen gerannt. Dort wollte ich noch etwas Wertvolles herauszerren. Ach, Messere, meine Frau, wenn ich eine hätte, wäre zwanzigmal in Gefahr gewesen, Witze zu werden. Oh, aber glücklicherweise bin ich nicht verheiratet. Und ich sage euch, es ist wirklich ein Glück, dass ich es nicht bin. Ach, kann man denn die Junggesellenfreiheit gegen das drückende Ehejoch vertauschen? Schon wieder so ein Blödsinn. Au, ich gehorche und fahre fort. Dieses kleine Landschaftsbild hier, mehr konnte ich aus dem Saal nicht tragen. Die Flammen schlugen mir schon ins Gesicht. Ich lief in den Lagerraum und rettete den Lachs. Dann lief ich in die Küche und rettete den Kittel. Ich denke, Messere, ich habe alles getan, was ich konnte. Und ich verstehe nicht, wie der skeptische Ausdruck eures Gesichts zu erklären ist. Was tat denn Korowjev, während du marodiert hast? Ich habe den Feuerwehrleuchten geholfen. Ach, wenn es so ist, wird man natürlich ein neues Gebäude errichten müssen. Es wird errichtet werden, das wage ich euch zu versichern. Nun, bleibt zu wünschen, dass es schöner werde als das frühere. So wird es sein, Messere. Glaubt es mir, ich bin ein wirklicher Prophet. Wow. Auf jeden Fall sind wir da und wir erwarten eure Anordnungen. Fohland erhob sich von seinem Hocker. Er trat zur Balustrade, stand dort lange schweigend, den Rücken seinem Gefolge zugekehrt und blickte in die Ferne. Dann kam er zurück und setzte sich wieder auf den Hocker. Anordnungen habe ich keine. Ihr habt getan, was ihr konntet. Und ich bedarf eurer Dienste einstweilen nicht. Ihr könnt euch ausruhen. Gleich kommt ein Gewitter, das letzte Gewitter. Es wird alles verlenden, was verlendet werden muss. Und dann machen wir uns auf den Weg. Karovier von Behemoth verschwanden hinter dem runden Mittelturm, der auf der Terrasse ragte. Das Gewitter, von dem Fohland sprach, ballte sich schon am Horizont. Eine schwarze Wolke stieg im Westen auf und schnitt die Sonne zur Hälfte ab. Bald hatte sie sie ganz verdeckt. Auf der Terrasse wurde es erst frisch, dann finster. Die Finsternis, die von Westen herüberkam, deckte die riesige Stadt zu. Verschwunden waren die Brücken, die Paläste. Alles war verschwunden, als hätte es nie existiert. Über den ganzen Himmel zuckte ein einziger Feuerfaden. Dann erschütterte ein Donnerschlag die Stadt. Er wiederholte sich und das Gewitter begann. Fohland war im Dunkeln nicht mehr zu sehen. 30. Kapitel Höchste Zeit, höchste Zeit Nachdem der Meister und seine Gefährtin bis Samstagabend durchgeschlafen hatten, fühlten sie sich frisch. Und nur eines erinnerte sie an ihre gestrigen Abenteuer. Beiden schmerzte die linke Schläfe. Seelisch hatten sie sich sehr verändert. Davon hätte sich jeder, der ihr Gespräch in der Kellerwohnung mit angehört hätte, überzeugen können. Aber es gab keinen Zuhörer. Es war der Vorzug des kleinen Hofes, dass er stets menschenleer war. Mit jedem Tag verströmten die grünenden Linden und die Silberweide vom Fensters stärkeren Frühlingsduft, den die aufkommende Brise in den Keller wehte. Weißt du, als du gestern Nacht eingeschlafen warst, habe ich von der Finsternis gelesen, die vom Mittelmeer herüberkam. Die Götzen, die goldenen Götzen, sie lassen mir keine Ruhe. Ich glaube, auch jetzt gibt es Regen. Spürst du, wie frisch es wird? Alles gut und schön, diese Götzen, na schön. Aber mir ist völlig unbegreiflich, wie es weitergehen soll. Dieses Gespräch fand zur selben Zeit statt, als auf der Terrasse bei Vorland Levi Matthäus erschien. Das kleine Kellerfenster stand offen und hätte jemand hineingeschaut. Er wäre sehr verwundert gewesen über die seltsame Aufmachung der beiden. Margarita trug auf dem nackten Leib einen schwarzen Umhang und der Meister war nur mit seiner Krankenhauswäsche bekleidet. Margarita hatte nichts anzuziehen, denn ihre Sachen waren in der Villa geblieben und ob schon diese in der Nähe lag, konnte keine Rede davon sein, hinzugehen und die Sachen zu holen. Der Meister, der im Schrank alle seiner Anzüge vorgefunden hatte, als wäre er nie fortgewesen, hatte einfach keine Lust, sich umzuziehen. Auch das Zimmer bot einen merkwürdigen Anblick und es war sehr schwierig, in dem Chaos klarzusehen. Auf dem Teppich lagen Manuskripte, auf dem Sofa ebenfalls. Auf dem Sessel spreizte sich ein Buch mit dem Rücken nach oben. Auf dem runden Tisch war ein Mittagessen aufgetragen und zwischen den Vorspeisen standen ein paar Flaschen. Wo die Speisen und Getränke herkamen, wussten Margarita und der Meister nicht. Sie hatten sie nach dem Erwachen auf dem Tisch vorgefunden. Teufel noch eins, wenn man bedenkt, das war doch wirklich, also, du warst doch nie verrückt. Bist du ernsthaft überzeugt, dass wir gestern beim Satan waren? Ein Felsenfest! Margarita warf sich auf Sofa, lachte schallend, strampelte mit den bloßen Beinen. Dann sprang sie auf, stürzte auf den Meister zu und küßte ihn auf die Lippen, auf die Nase, auf die Wangen. Ihre zerzausten schwarzen Haare kitzelten den Meister, seine Wangen und seine Stirn brannten unter ihren Küssen. Doch plötzlich wurde Margarita ernst. Sie blickte dem Meister in die Augen und streichelte ihm den Kopf. Mein Armer, wie hast du gelitten? Nur ich weiß das. Sieh doch, du hast graue Haare bekommen und Falten an den Mundwinkeln. Mein Einziger, mein Lieber, denk an nichts mehr. Du hast zu viel denken müssen. Von jetzt an werde ich das für dich tun. Und ich versichere dir, alles wird wunderschön. Ich fürchte ja gar nichts, Margot. Ich fürchte nichts, weil ich schon alles durchlebt habe. Sie haben mich zu sehr geängstigt. Jetzt kann mich nichts mehr ängstigen. Aber du tust mir leid, Margot. Darum geht's. Deshalb sage ich immer wieder dasselbe. Besinn dich. Warum sollst du dir dein Leben an der Seite eines Kranken und Bettlers verderben? Geh zurück nach Hause. Du tust mir leid. Darum sage ich das. Ach du, 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 du Kleingläubiger, Unglücklicher. Ich habe deinetwegen die ganze letzte Nacht nackt verbracht und gezittert. Ich habe meine Natur verloren und eine andere angenommen. Ich habe monatelang in einem dunklen Kämmerchen gesessen und nur an das Gewitter über Yershalaim gedacht. Ich habe mir die Augen ausgeweint und jetzt, wo das Glück kommt, willst du mich wegjagen? Du bist grausam. Du hast mich beschämt. Ich werde nie wieder in Kleinmut verfallen und nie wieder auf diese Frage zurückkommen. Wir sind beide Opfer einer Gemütskrankheit. Vielleicht habe ich dich angesteckt. Aber wir werden sie zusammen ertragen. Ich schwöre bei deinem Leben. Ich schwöre bei Pontius Pilatus, dass alles gut wird. Na schön. Natürlich. Wenn Menschen völlig ausgeraubt sind, so wie wir beide, suchen sie Zuflucht bei übernatürlichen Kräften. Schön. Ich bin einverstanden, dort zu suchen. Na endlich. Jetzt bist du wieder der Alte. Du lachst. Aber deine gelehrten Worte soll der Teufel holen. Übernatürlich oder nicht. Ist das nicht egal? Ich habe Hunger. Sie zog ihn bei der Hand zum Tisch, zu dem von unsichtbarer Hand aufgetragenen Mittagessen, dem Wein. In diesem Moment ertönte vom Fenster eine Stimme. Friede sei mit euch. Das ist Assacielo. Ach, ist das nett. Kommen Sie doch herein und essen Sie mit uns. Auf wie ich mich freue. Entschuldigen Sie, dass ich nackt bin, Assacielo. Assacielo bat sie, sich nicht zu genieren und versicherte, er habe in seinem Leben nicht nur nackte Frauen gesehen, sondern sogar Frauen mit abgezogener Haut. Gern nahm er am Tisch Platz, nachdem er zuvor einen schwarzen Brokat gedickeltes Paket in die Ofenecke gestellt hatte. Margarita goss Assacielo einen Kognak ein und er trank ihn gern. Der Meister, der kein Auge von ihm ließ, kniff sich unterm Tisch in den linken Arm, doch das half nicht. Assacielo löste sich nicht in der Luft auf und um die Wahrheit zu sagen, das war auch gar nicht notwendig. Nichts Schreckliches war an dem untersetzten rothaarigen Mann, es sei denn der Starr im Auge, aber den gibt es schließlich auch ohne Hexerei, oder seine etwas ungewöhnliche Kleidung, eine Art Umhang oder Priestergewand, aber auch das kommt streng genommen eh und da vor. Den Kognak trank er sehr flott wie alle wackeren Menschen, glasweise und ohne nachzuessen. Dem Meister summte es vom Kognak im Schädel, dennoch beobachtete er Assacielo genau und bemerkte, dass in dessen Augen etwas Gezwungenes lag, ein Gedanke, den er noch nicht aussprach. Er ist nicht einfach zu Besuch gekommen, er hat einen Auftrag, dachte der Meister, und seine Beobachtungsgabe hatte ihn nicht getrogen. Assacielo trank den dritten Kognak und auch der hatte keinerlei Wirkung auf ihn. Ein gemütlicher Keller, hol mich der Teufel. Nur eine Frage erhebt sich, was macht man in diesem Keller? Das ist ja meine Rede. Was ist los? Warum machen Sie mich nervös, Assacielo? Ich bitte Sie. Ich denke nicht im Traum daran, Sie nervös zu machen. Natürlich, irgendwas kann man immer tun. Ach, richtig. Fast hätte ich es vergessen. Der Messere lässt Sie grüßen und ich soll ausrichten, dass er Sie zu einem kleinen Ausflug einlädt. Natürlich nur, wenn Sie möchten. Was sagen Sie dazu? Mit großem Vergnügen. Gern. Na, großartig. So, was habe ich gern? Eins, zwei, drei und fertig? Nicht so wie damals im Alexandergarten. Ach, erinnern Sie mich nicht daran, Assacielo. Damals war ich dumm. Im Übrigen darf man nicht zu streng darüber urteilen. Schließlich hat man nicht jeden Tag mit dem Bösen zu tun. Das stimmt. Das wäre ja auch zu schön. Jetzt hätte ich doch beinahe noch was vergessen. Ich bin ja völlig überlastet. Der Messere schickt Ihnen ein Geschenk. Eine Flasche Wein. Wohlgemerkt, es ist derselbe Wein, den der Prokurator von Judäa trank. Es versteht sich, dass eine solche Rarität Margarita und den Meister stark beeindruckte. Assacielo wickelte aus dem dunklen Sargbrokat einen verschimmelten Krug. Margarita schnupperte am Wein, füllte die Gläser und blickte durch sie hindurch auf das letzte Licht vor dem Gewitter. Alles nahm die Farbe des Blutes an. Auf Fohlands Gesundheit. Alle drei setzten die Gläser an und nahmen einen großen Schluck. Sofort erlosch vor des Meisters Augen das Licht. Der Atem stockte ihm und er fühlte, dass sein Ende kam. Er sah noch Margarita toten bleich werden, hilflos die Arme nach ihm strecken, mit dem Kopf auf den Tisch sinken und zu Boden gleiten. Giftmescher. Der Meister wollte das Messer vom Tisch greifen und nach Assacielo schleudern, doch seine Hand glitt kraftlos über das Tuch. Die Kellerwohnung färbte sich schwarz und verschwand dann gänzlich. Er stürzte nieder und schlug im Fallen mit der Schläfe gegen eine Ecke des Schreibschrankes. Margarita lag mit dem Gesicht auf dem Teppich. Assacielo drehte sie mit seinen eisernen Armen um wie eine Puppe und vertiefte sich in den Anblick ihres Gesichts. Vor seinen Augen veränderte es sich. Selbst in der Gewitterdämmerung war zu sehen, wie ihr zeitweiliges Hexenschielen verging und wie ihre Züge den grausamen und heftigen Ausdruck verloren. Das Antlitz der Toten hälte sich auf, wurde weich, das raubtierhafte Zähne Fletschen verschwand und was blieb, war ein leidendes Frauenantlitz. Da öffnete Assacielo ihre weißen Zähne und goss ihr ein paar Tropfen desselben Weins in den Mund, mit dem er sie vergiftet hatte. Margarita holte tief Luft und richtete sich ohne seine Hilfe auf. Warum, Assacielo? Warum? Der Meister. Er ist tot. Mörder. Aber nicht doch nicht doch. Er wird gleich aufstehen. Ach, warum seid ihr bloß so nervös? Margarita glaubte ihm sofort, so überzeugend, sprach der rothaarige Dämon. Sie sprang auf, kräftig und lebendig, und half, dem liegenden Wein einzuflößen. Er öffnete die Augen, blickte finster und voller Hass und wiederholte sein letztes Wort, Giftmischer. Oh ja, der Lohn für gute Arbeit ist zumeist eine Beleidigung. Seid ihr blind? Werdet doch mal wieder sehend. Aber was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass es für uns höchste Zeit ist. Schon dann aus. Hört ihr? Es wird dunkel. Die Pferde scharren die Erde auf, der kleine Garten erbebt. Nehmt Abschied vom Keller. Ich verstehe. Sie haben uns umgebracht, wir sind tot. Klug ist das. Und genau zur rechten Zeit. Jetzt habe ich alles verstanden. Ach, ich bitte euch. Was muss ich da von euch hören? Eure Freundin nennt euch den Meister. Ihr denkt doch. Wie könnte er also tot sein? Muss man, um sich für lebendig zu halten, unbedingt in einem Keller sitzen? Mit Hemd im Krankenhaus unter Hosen bekleidet? Das ist doch lächerlich. Sagen Sie nichts mehr. Sie haben tausendmal recht. Großer Fohland. Fohland. Er hat alles viel besser geregelt als ich. Aber der Roman. Nimm den Roman mit, wohin du auch fliegst. Nicht nötig. Ich weiß ihn auswendig. Dann also Feuer. Feuer, mit dem alles begann. Und mit dem wir alles zu beenden pflegen. Feuer. Feuer. Das kleine Fenster sprang krachend auf. Der Wind drückte den Vorhang zur Seite. Vom Himmel kam ein kurzer, lustiger Donnerschlag. Assasiello schob die Hand mit den Krallen ins Öfchen, holte ein qualmendes Scheiter raus und setzte das Tischtuch in Brand. So dann entzündete er einen Packen alter Zeitungen auf dem Sofa, das Manuskript und den Vorhang. Der Meister, berauscht von Gedanken an den bevorstehenden Ritt, nahm ein Buch aus dem Regal, schüttelte die Seiten locker und hielt es übers brennende Tischtuch und es flammte lustig auf. Verbrenne. Verbrenne früheres Leben. Verbrenne Kummer und Leid. Purpurrote Feuersäulen durchloten das Zimmer und zusammen mit dem Qualm entwichen die drei durch die Tür, stiegen die Steintreppe hinauf und traten auf den kleinen Hof. Beim Schuppen standen schnaubend drei schwarze Pferde, zuckten und wühlten die Erde auf. Margarita sprang auf das Erste, Assasiello auf das Zweite und auf das Letzte der Meister. Assasiello stieß einen Pfiff aus, die Pferde rasten, Lindenzweiger abfetzend aufwärts und stießen in die niedrige schwarze Gewitterwolke. Aus dem Kellerfenster schlug Rauch. Ich möchte Abschied nehmen von der Stadt und auch von dem Mann, der mir in der Klinik zum Freund wurde. Margarita kannte schon das Gefühl des Fluges, der Meister aber nicht und erstaunte, wie schnell sie am Ziel waren. Durch den Regenschleier erkannte er die Klinik von Professor Stravinsky, den Fluss und den Wald am anderen Ufer, den er so genau studiert hatte. Sie senkten sich hinab auf eine Waldlichtung unweit der Klinik. Ich warte hier auf euch. Verabschiedet euch. Aber schnell! Der Meister und Margarita sprangen aus dem Sattel und flogen wie wässrige Schatten über den Garten der Klinik. Gleich darauf schob der Meister mit geübtem Griff das Balkongitter des Zimmers 117 hoch. Margarita folgte ihm. Sie traten bei Ivan Vesdomny ein, unsichtbar und unbemerkt, begleitet vom Krachen und Heulen des Gewitters. Vor dem Bett blieb der Meister stehen. Ivan lag reglos wie damals, als er zum ersten Mal hier in der Klinik ein Gewitter beobachtet hatte. Aber diesmal weinte er nicht. Nachdem er die vom Balkon eingedrungene, dunkle Silhouette genauer betrachtet hatte, setzte er sich auf und streckte die Hand aus. Ah, Sie sind mein Nachbar. Ich habe die ganze Zeit auf Sie gewartet. Nun sind Sie da. Ich bin es aber. Ihr Nachbar kann ich leider nicht mehr sein. Ich fliege für immer weg. Ich habe es gewusst. Habe es geahnt. Haben Sie ihn gesehen? Ja. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden, denn Sie sind der einzige Mensch, mit dem ich in der letzten Zeit gesprochen habe. Schön. dass Sie vorbeigekommen sind. Ich werde auch Wort halten und nie wieder Gedichte schreiben. Während ich hier lag, ist mir vieles klar geworden. Das ist gut. Gut. Schreiben Sie über ihn eine Fortsetzung. Ja. Wollen Sie das etwa nicht selber tun? Ach so. Warum frage ich? Ich werde nicht mehr über ihn schreiben. Ich werde anderes zu tun haben. Leben Sie wohl. Warten Sie. Haben Sie sie gefunden? War sie Ihnen treu? Da steht sie. Der Meister wies auf die weiße Wand. Von ihr löste sich Margarita und trat ans Bett. Sie blickte den liegenden Jüngling an und in ihren Augen stand Kram. Armer Junge, flüsterte sie lautlos und beugte sich übers Bett. Wie schön sie ist. Wie gut bei Ihnen alles endet. Bei mir ist es nicht so. Oder vielleicht doch. Bestimmt. Ich werde Ihnen einen Kuss auf die Stirn geben und alles wird so sein, wie es muss. Glauben Sie mir das. Ich habe viel gesehen. Weiß alles. Der Jüngling legte ihr die Arme um den Hals und sie küßte ihn. Lebt wohl, mein Schüler. Lebt wohl. Lebt wohl. Der Meister löste sich in Luft auf. Er verschwand und mit ihm verschwand Margarita. Das Balkongitter schloss sich lautlos hinter ihnen. Die Wahn blieb allein zurück. 31. Kapitel Auf den Sperlingsbergen Das Gewitter zog spurlos ab. Ein bunter Regenbogen überspannte ganz Moskau und trank Wasser aus der Moskwa. Oben auf dem Berg, zwischen zwei Wäldchen, waren drei dunkle Silhouetten zu erkennen. Vorland, Karoviev und Behemoth saßen auf gesattelten Rappen und blickten auf die jenseits des Flusses hingebreitete Stadt, wo sich die Sonne funkelnd in tausenden nach Westen gerichteten Fenstern brach und auf die Lebkuchentürme des Jungfrauenklosters. In der Luft rauschte es und Assasiello, hinter dessen flatterndem schwarzem Umhang der Meister und Margarita flogen, senkte sich mit ihnen bei der Gruppe der Wartenden herab. Ich musste euch behelligen, Margarita Nikolajewna, und auch sie, Meister, aber seid nicht ungehalten. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Nehmt jetzt Abschied von Moskau. Es ist Zeit. Mit der Hand im schwarzen Stulpenhandschuh wies er über den Fluss, wo Nebel, Qualm und Dunst der tagsüber durch Glüten Stadt hing. Der Meister sprang aus dem Sattel, ließ die anderen stehen, lief zum Bergrand und blickte ein letztes Mal auf die Stadt. Im ersten Moment stahl sich beklemmende Traurigkeit zum Herzen. Doch sehr bald traten an ihre Stelle süße Unruhe und unstete, zigeunerhafte Erregung. Aber auch dieses Gefühl war nicht von Dauer. Es wurde abgelöst von selbstbewusstem Gleichmut und schließlich von einer Vorahnung beständiger Ruhe. Für immer. Das muss man richtig erfassen. Die anderen warteten schweigend. Sie sahen, wie die lange schwarze Gestalt am Rande des Abgrunds gestikulierte und bald den Kopf hob, als wolle sie mit dem Blick die ganze Stadt überspringen und über ihre Grenzen hinausschauen, bald ihn hängen ließ, gleichsam das zerstampfte kümmerliche Gras zu Füßen studierend. Behemoth, dem es langweilig wurde, brach das Schweigen. Erlaubt Messere, ich möchte vor dem Ritt noch einmal zum Abschied pfeifen. Das könnte die Dame erschrecken, außerdem vergiss nicht, dass deine heutigen Untaten zu Ende sind. Erlauben Sie es ihm, soll er pfeifen. Ich empfinde Wehmut vor der weiten Reise. Ist das nicht ganz natürlich, Messere? Selbst wenn man weiß, am Ende der Reise wartet das Glück, soll er uns aufheitern. Sonst fürchte ich, dass es mit Tränen endet und vor der Reise alles verdorben ist. Fohland nickte Behemoth zu. Der wurde lebhaft, sprang aus dem Sattel, schob die Finger in den Mund, blies die Backen auf und pfiff. Es gelte Margarita in den Ohren. Ihr Pferd bäumte sich, im Wäldchen rieselten trockene Zweige von den Bäumen, ein Schwarm Krähen und Sperlinge stob auf. Eine Staubsäule sauste zum Fluss und es war zu sehen, wie auf den Dampfer, der an der Anliegestelle vorbeifuhr, mehreren Fahrgästen die Mütze vom Kopf ins Wasser gewählt wurde. Der Meister zuckte bei dem Pfiff zusammen, aber er drehte sich nicht um, sondern gestikulierte noch unruhiger und hob die Hand zum Himmel, als drohe er der Stadt. Behemoth sah sich stolz nach den anderen um. Das war ein Pfiff, unbestritten. Aber um es unvoreingenommen zu sagen, ein sehr mäßiger. Ich bin ja auch kein Kantor wie du. Dann werde ich's aus alter Erinnerung mal probieren. Aber pass auf, dass mir keiner Schaden nimmt. Messere zum Spaß, nur zum Spaß. Er reckte sich plötzlich, als wäre er aus Gummi, schraubte sich hoch wie ein Korkenzieher, drehte sich wieder gerade und Pfiff. Margarita hörte den Pfiff nicht, aber sie sah ihn, als es sie mitsamt ihrem feurigen Pferd an die zwanzig Meter zur Seite schleuderte. Neben ihr riss es eine Eiche samt den Wurzeln aus der Erde und durch die Erde zogen sich Risse bis zum Fluss. Ein riesiges Stück Ufer rutschte mitsamt der Anlegestelle und dem Restaurant in den Fluss. Das Wasser ballte brodelnd hoch und der Dampfer mit den unversehrten Fahrgästen wurde am anderen Ufer, das grün und flach war, ans Land geworfen. Der Pfiff hatte den Meister aufgeschreckt, der langsam zu seinen wartenden Begleitern zurückging. Alle Rechnungen beglichen? Abschied genommen? Ja. Wodan? Es ist Zeit. Die Pferde rockten an, stiegen mit ihren Begleitern in die Luft empor und sprengten davon. 32. Kapitel Vergebung und ewiger Hort Ihr Götter, ihr Götter, wie traurig ist die abendliche Erde, wie geheimnisvoll brauen die Dünste über den Mooren. Wer durch diese Dünste irrte, wer vor dem Tode litt, wer über diese Erde hinwegflog, beladen mit überschwerer Bürde, der weiß das. Der Müde weiß es. Ohne Bedauern verlässt ihr die Nebel der Erde, ihre Sümpfe und Flüsse und gibt sich leichten Herzens dem Tode in die Hände, wissend, dass nur er ihm Ruhe schenkt. Selbst die schwarzen Zauberpferde waren müde und trugen ihre Reiter nur langsam, und die ewige Nacht holte sie ein. Sie hinter sich fühlend verstummte sogar der unverwüstliche Behemoth. An den Sattel gekrallt flog er ernst und schweigend dahin. Die Nacht, das schwarze Tuch, deckte Wäldern riesend zu. Weit drunten zündeten Menschen Lichtlein an, fremde Lichtlein, unwichtig und unnötig jetzt für Margarita und den Meister. Die Nacht verdichtete sich, flog nebenher, haschte nach den Umhängen der Reiter, riss sie ihnen von den Schultern, enthüllte jeglichen Trug. Als Margarita vom kühlen Wind umfächelt die Augen aufschlug, sah sie die Reiter, die ihrem Ziel zujagten, sich verändern. Als ihnen hinter einem Waldrand hervor der purpurrote Vollmond entgegenkam, war jeglicher Trug verschwunden. Kaum hätte man jetzt Karovie Fagott, den selbsternannten Dolmetscher des geheimnisvollen und keiner Dolmetscherei bedürftigen Konsultanten wiedererkannt, in dem Mann, der zwischen Vorland und der Gefährtin des Meisters dahin flog. Statt jenes anderen, der in plundriger Zirkuskleidung als Karovie Fagott die Sperlingsberge verlassen hatte, sprengte nun, leise mit goldener Zügelkette klirrend, ein dunkelvioletter Ritter mit finsterem Antlitz durch die Luft. Messere, warum hat er sich so verändert? Dieser Ritter hat einmal einen unpassenden Scherz gemacht, sein Wortspiel handelte von Licht und Finsternis und war nicht sehr schön. Der Ritter musste danach mehr und länger scherzen, als er angenommen hatte. Aber heute ist eine Nacht, in der Bilanz gezogen wird. Der Ritter hat seine Rechnung bezahlt und abgeschlossen. Die Nacht riss auch Behemoth den buschigen Schwanz ab, fetzte die Wolle herunter und schleuderte sie flockenweise in die Sümpfe. Der ehemalige Kater, der den Fürsten der Finsternis aufzuheitern pflegte, erwies sich als schlanker Jüngling, als Dämonenpage, als der beste Hofnarr, der je auf Erden lebte. Jetzt war auch er stumm und flog lautlos, das jugendliche Antlitz übergossen vom Licht des Mondes. Abseits von allen flog in glänzender Stahlrüstung von Assasiello. Auch sein Angesicht hatte der Mond verändert. Spurlos verschwunden war der widerwärtige Eckzahn und auch der Starr war nur Blendwerk gewesen. Beide Augen waren gleichermaßen schwarz und leer und sein Antlitz sah bleich und kalt aus. Jetzt flog Assasiello so, wie er wirklich war, als Dämon der wasserlosen Wüste, als mordender Dämon. So flog man lange schweigend, bis auch das Gelände drunten sich veränderte. Die traurigen Wälder sanken in irdische Finsternis und zogen die blinkenden Klingen der Flüsse mit sich hinab. Felsblöcke glänzten auf und zwischen ihnen waren schwarze Einschnitte, in die das Mondlicht nicht drang. Fohland zügelte sein Pferd auf einem trostlosen steinigen Gipfelplateau und da fielen auch die Reiter in Schritt. Sie hörten die Pferde mit den Hufeisen Kraut und Kiesel zerstampfen. Der Mond übergoss das Plateau mit hellem Grün und bald erblickte Margarita in der Ödnis einen Sessel, in dem eine weiß gekleidete Menschengestalt saß. Der Mann schien taub oder in Gedanken versunken, denn er merkte nicht, wie der steinige Boden unter der Last der Pferde bebte, als die Reiter nun behutsam auf ihn Der Mond half Margarita, er leuchtete heller als die beste elektrische Lampe. Sie sah, der sitzende Mann, dessen Augen blind erschienen, reibt sich kurz die Hände und richtet die blicklosen Augen auf die Mondscheibe. Neben dem schweren Steinsessel liegt ein riesiger dunkler Hund mit spitzen Ohren und starrt wie sein Herr unruhig auf den Mond. Zu Füßen des Mannes liegen in einer schwarz-roten Lache die Scherben eines Kruges. Meister, Man hat euren Roman gelesen und man bemerkt dazu nur das eine, dass er leider nicht vollendet ist. Nun denn, ich möchte euch euren Helden zeigen. Fast zweitausend Jahre schon sitzt er auf diesem Plateau und schläft. Doch wenn Vollmund ist, quält ihn, wie ihr seht, die Schlaflosigkeit und nicht nur ihn, sondern auch seinen treuen Wächter den Hund. Wenn es stimmt, dass Feigheit die schwerste Sünde ist, so ist der Hund ihrer gewiss nicht schuldig. Das Einzige, was das mutige Tier fürchtete, waren Gewitter. Nun ja, wer liebt, muss das Los dessen teilen, den er liebt. So ist es. Aber was sagt er? Immer ein und dasselbe. Dass er auch bei Mondschein keine Ruhe finde und ein böses Amt bekleidet. Das sagt er stets, wenn er nicht schläft. Schläft er aber, so sieht er immer ein und dasselbe eine Mondstraße. Und er möchte sie entlang gehen und mit dem Arrestanten Hanosri sprechen, weil er, wie er versichert, damals etwas nicht zu Ende gesagt habe, vor langer Zeit, am 14. des Frühlingsmonats nicht sahen. Leider kann er diesen Weg nicht gehen und zu ihm kommt niemand. Somit bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit sich selbst zu sprechen. Der Mensch bedarf jedoch der Abwechslung und so fügt er seinen Worten über den Mond nicht selten hinzu, mehr als alles auf der Welt hasse er seine Unsterblichkeit und seinen beispiellosen Ruhm. Er versichert, er würde gern mit dem zerlumpten Vagabunden Levi Matthäus tauschen. 12.000 Monde für den einen Mond damals, ist das nicht zu viel? Wiederholt sich die Geschichte mit Frieda? Aber hier braucht ihr euch nicht zu beunruhigen, Margarita. Alles wird richtig werden. Darauf beruht die Welt. Geben sie ihn frei. Ihr braucht nicht für ihn zu bitten, Margarita, denn für ihn hat schon jener gebeten, mit dem er so gerne sprechen möchte. Meister, euch gebührt es. Jetzt könnt ihr euren Roman mit einem einzigen Satz beenden. Du bist frei. Du bist frei. Er wartet auf dich. Die Berge verwandelten die Stimme des Meisters in einen Donner, der sie zerstörte. Die verfluchten Felswände stürzten ein, nur das Gipfelplateau mit dem steinernen Sessel blieb. Über dem schwarzen Abgrund, in dem die Wände verschwunden waren, leuchtete eine unermesslich große Stadt, beherrscht von hohen funkelnden Götzen, die denen vielen tausend Monden üppig gewachsenen Garten überragten. Direkt zum Garten führte die vom Prokurator langersehnte Mondstraße, auf die als erster der spitzohrige Hund lief. Der Mann mit dem blutrot gefütterten weißen Umhang erhob sich vom Sessel und schrie mit heiserer brüchiger Stimme. Es war nicht zu erkennen, ob er weinte oder lachte, noch was er schrie. Man sah ihn nur, seinem treuen Wächter folgend, ebenfalls auf der Mondstraße laufen. Soll ich ihm nach? Nein! Wozu hinter etwas herjagen, was schon zu Ende ist? Romantischer Meister, der, den der von euch erdachte, eben von euch befreite Held, so sehr zu sehen dürstet. Hat euren Roman gelesen? Jeschua? Derselbe. Margarita Nikolajewna, ich weiß, ihr wart bemüht, die bestmögliche Zukunft für den Meister zu erdenken, aber wahrlich, was Jeschua für euch erbat, ist noch besser. Wollt ihr etwa nicht am Tag mit eurem Gefährten unter blühenden Kirschbäumen wandeln und am Abend Musik von Schubert hören? Wird es dem Meister nicht Freude machen, bei Kerzenlicht mit einer Gänsefeder zu schreiben? Und ihr, o dreimal romantischer Meister, möchtet ihr etwa nicht wie Faust über der Retorto hocken, hoffend, dass es euch gelinge, einen neuen Homunculus zu formen? Dort müsst ihr hin. Dort erwarten euch ein Haus und ein alter Diener, die Kerzen brennen schon, und bald werden sie erlöschen, denn ihr werdet alsbald den Morgen begrüßen. Diese Straße geht, lebt wohl. Für mich ist es Zeit. Lebt wohl. Lebt wohl. Da stürzte sich der schwarze Vorland hinab in den wegelosen Abgrund und geräuschlos folgten ihm seine Begleiter. Felsen, Plateau, Mondstraße, Yershalaim waren nicht mehr da. Auch die Rappen waren verschwunden. Der Meister und Margarita erblickten den verhießenen Morgen. Er begann unmittelbar nach dem mitternächtlichen Mond. Der Meister schritt mit seiner Gefährtin im Glanz der ersten Morgenstrahlen über eine bemoeste Steinbrücke. Der Bach blieb hinter den treuen Liebenden zurück und sie folgten einem Sandweg. schau schau dort vorn ist ein ewiges Haus das du zur Belohnung erhalten hast. Ich sehe schon das venezianische Fenster und die rankenden Reben die bis zum Dach wachsen. Ich weiß abends werden die zu dir kommen die du liebst für die du dich interessierst und die dir keine Unruhe bringen. Sie werden dir vorspielen sie werden dir vorsingen und du wirst sehen was für Licht im Zimmer ist wenn die Kerzen brennen. Der Schlaf wird dich kräftigen und du wirst weise urteilen. Aber wegjagen kannst du nicht mehr. So sprach Margarita in das sie mit dem Meister auf ihr ewiges Haus zuging und es dünkte ihn als strömten ihre Worte genauso dahin wie der zurückgebliebene Bach strömte und raunte und seine Erinnerung unruhig von Nadeln durchstochen begann zu erlöschen. Jemand hatte ihn in die Freiheit entlassen so wie er selbst eben erst den von ihm geschaffenen Helden entlassen hatte. Dieser Held war gegangen ohne Wiederkehr der in der Nacht zum Sonntag freigegebene Sohn des Königs und Sterndeuters der grausame fünfte Prokurator von Judäa der Ritter Pontius Pilatus Epilot Epilot Was aber geschah in Moskau, nachdem am Samstagabend bei Sonnenuntergang Vorland die Hauptstadt verlassen hatte und samt seinem Gefolge von den Sperlingsbergen verschwunden war. Dass noch lange Zeit die unwahrscheinlichsten Gerüchte fieberhaft durch die Hauptstadt schwirrten und sich sehr schnell bis in die fernsten und ödesten Provinzen ausbreiteten, bedarf keiner Erwähnung. So wurde zum Beispiel erzählt, dass in Moskau 2000 Menschen im wahrsten Sinne des Wortes splitternackt aus dem Theater gekommen und in dieser Verfassung mit Taxis nach Hause gefahren seien. Vom Bösen flüsterte es in den Schlangen vor den Milchläden, in Straßenbahnen, Kaufläden, Wohnungen, Gemeinschaftsküchen, in Vorort und Fernzügen, auf Bahnhöfen und Zwischenstationen, in Datschen und Strandbädern. Die Gebildeten und Kultivierten beteiligten sich selbstverständlich nicht an dem Gerede über den Bösen, der die Hauptstadt besucht hätte. Sie lachten darüber und suchten die Schwätzer zur Vernunft zu bringen. Aber Tatsache, wie es heißt, bleibt Tatsache und die kann man nicht einfach wegwischen, denn irgendwer hatte die Hauptstadt heimgesucht. Und die verkohlten Reste, das Griboyedow wie auch viele andere Dinge, bestätigten das gar zu beweiskräftig. Die kultivierten Leute stellten sich auf den Standpunkt der Untersuchungsbehörde. Hier war eine Bande von Hypnotiseuren und Bauchrednern am Werk gewesen, die ihre Kunst meisterhaft beherrschten. Um ihrer Habhaft zu werden, wurden sowohl in Moskau als auch außerhalb energische Maßnahmen ergriffen, die jedoch bedauerlicherweise keinerlei Resultate zeitigten. Der sich Vorland genannt hatte, war mit seinen Spießgesellen verschwunden und tauchte weder in Moskau noch sonst wo wieder auf. Natürlich wurde gemutmaßt, er sei ins Ausland entwichen, aber auch dort trat er nicht mehr in Erscheinung. Die Untersuchung seines Falles dauerte noch geraume Zeit. Es war schließlich ein ungeheuerlicher Fall, ganz zu schweigen von den vier verbrannten Häusern und den hunderten um den Verstand gebrachten Menschen, aber es gab auch Tote. Bei Zweien ist das ganz sicher, bei Berlioz und bei dem unglückseligen Angestellten des Büros, das Ausländer mit den Sehenswürdigkeiten von Moskau vertraut machte, dem ehemaligen Baron Meigel. Sie waren getötet worden. Die verkohlten Gebeine des Letzteren wurden in der Wohnung Nummer 50 in der Sadorweyer gefunden, nachdem der Brand gelöscht war. Ja, es gab Opfer, und diese Opfer machten eine Untersuchung notwendig. Es gab aber auch noch Opfer, nachdem Vorland die Hauptstadt verlassen hatte, und diese Opfer waren, so traurig es ist, schwarze Kater. An die hundert dieser friedfertigen, nützlichen und dem Menschen teuer gebenden Tiere wurden vielerorts im Lande erschossen oder mit anderen Methoden zu Tode gebracht. Außer den Katern hatten auch einige Menschen gewisse Unannehmlichkeiten. Vorübergehend festgenommen wurden, in Leningrad die Bürger Vollmann und Volper, ferner in Saratov, Kiew und Charkow, je ein Valodin, in Kazan ein Vorloch und schließlich in Penza, aus unerfindlichen Gründen der Kandidat der chemischen Wissenschaften, Vetschinkiewicz. Freilich war dieser von mächtigem Wuchs und von sehr dunkler Gesichtsfarbe. In Jaroslawl erschien um die Mittagsstunde in einem Restaurant ein Bürger mit einem Primuskocher in der Hand, den er soeben von der Reparatur geholt hatte. Kaum wurden die beiden Portiers seiner ansichtig, da verließen sie ihre Posten in der Garderobe und ergriffen die Flucht, und ihnen nach flohen sämtliche Gäste und Angestellten aus dem Restaurant. Dabei kam der Kassiererin auf unerklärliche Weise die Tageskasse abhanden. Es gab noch vieles andere, doch an alles kann man sich nicht erinnern. Kurz, es gab eine große Wallung der Gemüter. Immer wieder muss man der Untersuchungsbehörde Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es wurde alles getan, nicht nur um die Verbrecher zu fangen, sondern auch um zu erklären, was sie angerichtet hatten. Und es wurde alles erklärt. Und man muss sagen, die Erklärungen waren vernünftig und unwiderlegbar. Die Vertreter der Untersuchung und erfahrene Psychiater stellten fest, dass die Mitglieder der Verbrecherbande, oder vielleicht nur einer von ihnen, der Hauptverdacht fiel auf Karoviev, über einmalige hypnotische Kräfte verfügten und imstande waren, sich an Orten zu zeigen, wo sie gar nicht waren, in vorgetäuschten, verschobenen Positionen. Überdies suggerierten sie anderen mühelos, dass bestimmte Dinge oder Menschen sich an Orten befänden, wo sie in Wirklichkeit gar nicht waren, und entfernten umgekehrt Dinge oder Menschen, die in Wirklichkeit zugegen waren, aus dem Gesichtsfeld der Leute. Im Licht solcher Erklärungen wird natürlich alles durchschaubar. Selbst die, die Bürger am meisten erregende, scheinbar unerklärliche Kugelfestigkeit des Katers, den man in der Wohnung Nummer 50 beim Versuch seiner Habhaft zu werden unter Feuer genommen hatte. Selbstverständlich war gar kein Kater auf dem Kronleuchter gewesen. Niemand hatte daran gedacht, zurückzuschießen. Und die Kriminalisten hatten auf eine leere Stelle gefeuert, während vielleicht Karoviev, der ihnen suggeriert hatte, auf dem Kronleuchtertreiber ein Kater seinen Unfug hinter den Schützenstand und sich grinsend seiner gewaltigen, aber verbrecherisch missbrauchten, hypnotischen Kraft erfreute. Natürlich war er es auch, der das Benzin vergossen und die Wohnung in Brand gesetzt hatte. Stjopa Lichodeev war natürlich nicht nach Yalta geflogen. Das hätte selbst Karovievs Kräfte überstiegen. Und hatte auch keine Telegramme von dort geschickt. Er war in der Jubelierswitfenwohnung vor Schreck über Karovievs Trick, der ihm einen Kater mit einem aufgespießten marinierten Pilz vorgaukelte, in Ohnmacht gefallen. Und Karoviev hatte ihm, um sich über ihn lustig zu machen, eine Papache auf den Kopf gestülpt, ihn zum Moskauer Flugplatz geschickt und den wartenden Kriminalisten suggeriert, dass Stjopa dem Flugzeug aus Sevastopol entstiege. Die Kriminalmiliz von Yalta behauptete allerdings, Stjopa barfuß bei sich aufgenommen und seinetwegen Telegramme nach Moskau geschickt zu haben, aber in den Akten wurden keine Kopien der Telegramme gefunden, woraus der zwar traurige, aber zwingende Schluss gezogen wurde, dass die Hypnotiseurbande die Kraft besaß, sogar auf gewaltige Entfernungen zu hypnotisieren. Und nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Gruppen. Unter diesen Umständen konnten die Verbrecher selbst Menschen von sehr kräftiger psychischer Struktur um den Verstand bringen. Was sollte man da noch von solchen Kleinigkeiten reden, wie dem Kartenspiel in einer fremden Tasche, dem Verschwinden von Damenkleidern, dem miauenden Barrett und ähnlichen Scherzen? Solche Tricks kann jeder berufsmäßige Hypnotiseur mittlerer Begabung auf jeder Bühne vorführen. Ebenso den läppischen Trick mit dem abgerissenen Kopf des Grandfranciers. Der sprechende Kater war ebenfalls blühender Unsinn. Um den Leuten einen solchen Kater zu präsentieren, genügt es, die Anfangsgründe des Bauchredens zu beherrschen. Und es wird ja kaum einer bezweifeln, dass Karovievs Kunst dieser Anfangsgründe bedeutend überstieg. Nein, es ging wirklich nicht um die Kartenspiele und die falschen Briefe in Nikanor Ivanovichs Aktentasche. Das waren kleine Fische. Aber Karoviev hatte Berlioz unter die Straßenbahn gejagt und dem sicheren Tod preisgegeben. Er hatte den armen Poeten Ivan Besdomny um den Verstand gebracht, hatte ihm in qualvollen Albträumen das alte Yashalayim und den von der Sonne verbrannten, wasserlosen Schädelberg mit den drei Gerichteten am Kreuz vorgegaukelt. Er und seine Bande hatten Margarita Nikolajewna und ihr Hausmädchen, die schöne Natascha, aus Moskau verschwinden lassen. Diesem Fall übrigens ging die Untersuchungsbehörde besonders sorgfältig nach. Sie musste ja feststellen, ob die beiden Frauen von der Mörder- und Brandstifterbande geraubt worden oder ob sie freiwillig mit der verbrecherischen Gesellschaft vovongelaufen waren. Aus den wirren und grotesken Aussagen Nikolai Imanovics und dem verrückten Zettel, den Margarita Nikolajewna ihrem Mann zurückgelassen hatte und in dem sie schrieb, sie gehe davon, um Hexe zu werden. Und schließlich aus dem Verschwinden von Natascha, die all ihre Kleidungsstücke zurückgelassen hatte, folgerte die Untersuchungsbehörde, sowohl die Frau als auch das Hausmädchen seien, wie so viele andere, hypnotisiert und in diesem Zustand von der Bande entführt worden. Dabei spielte auch der wahrscheinlich ganz richtige Gedanke mit, die Verbrecher könnten von der Schönheit der beiden Frauen verlockt worden sein. Eines aber blieb der Untersuchungsbehörde völlig unklar, nämlich warum die Bande aus der psychiatrischen Klinik den Geisteskranken geraubt hatten, der sich Meister nannte. Das Motiv blieb unergründlich, wie es auch nicht gelang, den Namen des entführten Patienten zu ermitteln. Er war für immer verschwunden, und zurück blieb nur die tote Signatur, Nummer 118 aus Block 1. Es war also fast alles geklärt. Und die Untersuchung ging zu Ende. Wie überhaupt alles zu Ende geht. Ein paar Jahre verstrichen, und die Bürger vergaßen allmählich, Fohland, Garoviev und die anderen. Viele Veränderungen vollzogen sich im Leben derer, die unter Fohland und seinen Spießgesellen zu leiden gehabt hatten. Und so klein und unbedeutend diese Veränderungen auch waren. Sie seien doch erwähnt. Georges Bengalski, der ehemalige Star-Conforancier zum Beispiel, verbrachte drei Monate in der Klinik. Dann wurde er als geheilt entlassen. Aber die Arbeit im Varieté musste er aufgeben. Und das in der heißesten Zeit, als das Publikum nur so herbeiströmte, um Karten zu bekommen. Die Erinnerung an die schwarze Magie und ihre Entlarvung war doch noch sehr lebendig. Bengalski gab das Varieté auf, denn er sah ein, dass es zu qualvoll war, allabendlich vor zweitausend Menschen hinzutreten, unvermeidlich erkannt zu werden und immer wieder die hämische Frage zu hören, wie es denn nun besser sei, mit oder ohne Kopf. Er zog sich zurück und traf nie wieder mit Varenucha zusammen, der sich allgemeine Popularität und Zuneigung erworben hatte, mit seiner selbst bei Theateradministratoren unwahrscheinlichen Höflichkeit und Verbindlichkeit. Die Freikartenjäger zum Beispiel nannten ihn ihren Vater und Wohltäter. Wer auch immer im Varieté anrief und gleichgültig zu welcher Zeit, stets ertönte im Hörer die weiche, aber traurige Stimme, ich höre. Auf die Bitte Varenucha ans Telefon zu rufen, antwortete dieselbe Stimme eilig, am Apparat. Aber Varenucha hatte zu leiden, ob seiner Höflichkeit. Stjopal Lichodeev, ehemals Direktor des Varietés, braucht nicht mehr in demselben anzurufen. Gleich nach seiner Entlassung aus der Klinik, in der er acht Tage verbracht hatte, wurde er nach Rostov versetzt, wo man ihn mit der Leitung eines großen Feinkostladens betraute. Die Farmer will wissen, dass er keinen Portwein mehr trinkt, sondern nur noch Johannesbeerknospen-Schnaps, was ihn sehr kräftigen soll. Es heißt, er sei schweigsam geworden und meide die Frauen. Seine Entfernung aus dem Varieté bereitete Rimsky nicht die Freude, von der er jahrelang so sehnsüchtig geträumt hatte. Nach dem Aufenthalt in der Klinik und einer Kur in Kislawock bat der steinalt gewordene Finanzdirektor mit wackelndem Kopf um seine Entlassung aus dem Varieté. Interessant ist, dass das Entlassungsgesuch von seiner Ehefrau im Varieté abgegeben wurde. Er selber fand nicht mal am Tag die Kraft, das Haus aufzusuchen, indem er das Mondlicht übergossene, gesprungene Fenster und den langen Arm gesehen hatte, der nach dem unteren Riegel grapschte. Zu den Personen, die mit dem Theater brachen, ist neben Rimsky auch Nikanor Ivanovic Bassoi zu nennen, obwohl dieser außer seiner Vorliebe für Freikarten nichts mit dem Theater zu tun hatte. Ins Theater geht Nikanor Ivanovic weder für Geld noch umsonst, mehr noch, sein Gesicht verzerrt sich bei jeder Erwähnung des Theaters. Nicht in geringerem, eher in noch stärkerem Maße als das Theater hasst er den Dichter Puschkin. Und den talentierten Schauspieler Sava Potapovic Kurulesov. Diesen hasst er in solchem Maße, dass er im vergangenen Jahr, als er in der Zeitung die schwarz umrandete Mitteilung las, Kurulesov sei in der Blüte seiner Laufbahn vom Schlag getroffen worden, so dunkelrot anlief, dass er beinahe dem Schauspieler gefolgt wäre und brüllte, geschieht ihm recht. Mehr noch, Nikanor Ivanovic, dem der Tod des beliebten Schauspielers eine Masse drückender Erinnerungen brachte, betrank sich am selben Abend ganz fürchterlich nur in Gesellschaft des Vollmondes, der die Sadova ja beschien. Mit jedem Glas verlängerte sich vor ihm die verfluchte Kette verhasste Gestalten, und in dieser Kette waren Sergei Gerardovic Dunschil und die schöne Ida Kerkulanovna und der ehrliche Nikolai Kanafkin. Nun, was war mit ihnen allen geschehen? Ich bitte Sie, nichts geschah mit ihnen, konnte auch gar nicht, denn sie hatten nie existiert. Ebenso wenig wie der sympathische Schauspieler Confrancie und das Theater und der alte Geizschnepfe Tante Parachovnikowa, die im Keller Devisen vermodern ließ. Und natürlich hatten auch die goldenen Trompeten und die frechen Köche nicht existiert. All das hatte Nikanor Ivanovic unter dem Einfluss des Schurken Karoviev nur geträumt. Der einzige aus seinem Traum, der wirklich existierte, war Kurulesow, der Schauspieler. Und der hatte sich nur deshalb in den Traum gedrängt, weil Nikanor Ivanovic ihn von seinen zahlreichen Vorträgen im Radio her kannte. Er existierte, die anderen nicht. Also hatte vielleicht auch Aloisi Mogaric nicht existiert. Oh doch, er hatte nicht nur existiert, er existiert noch und er bekleidet den Posten, auf den Rimsky verzichtet hatte, das heißt den Posten des Varieté-Finanzdirektors. Er war etwa 24 Stunden nach seinem Besuch bei Voland irgendwo in der Nähe von Vyatka im Zug wieder zu sich gekommen und hatte festgestellt, dass er in seiner Bewusstseinstrübung von Moskau weggefahren war. Er hatte vergessen, die Hosen anzuziehen, aber dafür unbegreiflicherweise das völlig nutzlose Hausbuch seines Vermieters gestohlen. Für eine enorme Summe erwarb Aloisi beim Schaffner eine speckige alte Hose und fuhr von Vyatka wieder zurück. Das Häuschen seines Vermieters fand er leider nicht mehr vor. Die alte Bude war von einem Feuer weggeleckt worden. Aber Aloisi war ein Mensch mit ungewöhnlichem Unternehmungsgeist. Zwei Wochen später bewohnte er bereits ein schönes Zimmer in der Biusowski-Gasse und nach wenigen Monaten saß er auf Rimsky's Stuhl. Hatte früher Rimsky unter Styopa zu leiden, so bereitete jetzt Aloisi dem Varenucha Qualen. Dieser träumt nur davon, dass man Aloisi aus seinen Augen entferne, denn, wie Varenucha gelegentlich in intimer Gesellschaft flüstert, ein solches Aas wie diesen Aloisi habe er noch nie erlebt und es gebe nichts, worauf man bei diesem Aloisi nicht gefasst sein müsse. Übrigens ist der Administrator möglicherweise voreingenommen. Man kann Aloisi keine dunklen Taten nachsagen. Eigentlich überhaupt keine Taten, wenn man nicht rechnet, dass er anstelle von Andrei Vokitsch-Sorkov einen anderen zum Kantinenwirt ernannte. Andrei Vokitsch war neun Monate nach Vorlandsbesuch in Moskau in der Universitätsklinik an Leberkrebs Ja, ein paar Jahre verstrichen und die in dieser Geschichte wahrheitsgemäß geschilderten Ereignisse lagen lange zurück und waren aus der Erinnerung getilgt. Aber nicht bei allen. Nicht bei allen. Jedes Jahr, wenn der festliche Frühlingsvollmond anbricht, erscheint am Abend unter den Linden des Patriarchenteich-Boulevards ein Mann von etwas über dreißig Jahren. Er hat rotes Haar, grüne Augen und trägt bescheidene Kleidung. Es ist der Mitarbeiter des Instituts für Geschichte und Philosophie Professor Ivan Nikolaevich Ponirev, den niemand mehr als den Lyriker Bisdomny kennt, da er, wie er es dem Meister versprochen hatte, nie wieder eine Zeile geschrieben hat. Unter den Linden setzt er sich stets auf dieselbe Bank, auf der er an jenem Abend gesessen hatte, an dem der von allen längst vergessene Berlioz zum letzten Mal in seinem Leben den in Scherben zerfallenden Mond sah. Jetzt ist der Mond unversehrt, zu Beginn des Abends weiß, später golden, mit einem dunklen Drachenpferdchen und gleitet über den ehemaligen Lyriker hinweg, während er doch hoch droben still steht. Ivan Nikolaevich weiß und begreift alles. Er weiß, dass er in seiner Jugend das Opfer verbrecherischer Hypnotiseure wurde, danach in Behandlung war und auskuriert wurde. Er weiß aber auch, dass es etwas gibt, womit er nicht fertig wird. Das ist der Frühlingsvollmond. Kaum rückt er näher, kaum wächst sie und füllt sich mit Gold die Leuchte, die damals hoch über den beiden fünf Lichtern an Yashalayim hing, in jener Nacht, in der Judas ermordet wurde. Da wird Ivan Nikolaevich unruhig und nervös, verliert den Appetit, kann nicht mehr schlafen und erwartet des Mondes Reife. Und wenn der Vollmond anbricht, kann nichts ihn zu Hause halten. Gegen Abend verlässt er das Haus und geht zu den Patriarchenteichen. Auf der Bank führt Ivan Nikolaevich laute Selbstgespräche, raucht, blickt mit verkniffenen Augen bald auf den Mond, bald auf das denkwürdige Drehkreuz. So verbringt Ivan Nikolaevich eine Stunde oder zwei, dann erhebt er sich und geht mit blicklosen Augen immer dieselbe Strecke durch die Spirudunovka in die Seitengässchen des Arbat. Er kommt am Ölladen vorbei, biegt bei der alten schiefen Gaslaterne um die Ecke und schleicht zum Gitter, hinter dem ein üppiger, noch nicht belaubter Garten zu sehen ist. Darin steht eine gotische Villa, deren eine Seite mit dem dreigeteilten Erkerfenster der Mond bescheint, die andere Seite ist dunkel. Der Professor weiß nicht, was ihn zu dem Gitter zieht und wer in der Villa wohnt, aber er weiß, dass es keinen Zweck hat, bei Vollmond gegen sich selbst anzukämpfen. Überdies weiß er, dass er im Garten hinterm Gitter jedes Mal unweigerlich dasselbe Bild sehen wird. Er sieht einen betagten, gut gekleideten Mann mit Bärtchen, Kneifer und etwas ferkelartigen Gesichtszügen auf einer Bank sitzen. Dieser Bewohner der Villa sitzt jedes Mal in derselben verträumten Haltung da und blickt zum Mond. Ivan Nikolaevich weiß, der Mann wird, nachdem er den Anblick des Mondes genossen hat, den Blick zum Erkerfenster richten und dorthin starren, als erwarte er, dass es sich öffne und etwas Ungewöhnliches auf dem Fensterbrett erscheine. Auch alles weitere weiß Ivan Nikolaevich auswendig. Er muss sich jetzt hinterm Gitter verstecken, denn gleich wird der Mann dort unruhig den Kopf drehen, mit flirrenden Augen nach etwas in der Luft haschen, selig lächeln und dann plötzlich in süßer Sehnsucht die Hände zusammenschlagen. Und dann wird er ziemlich laut murmeln. Venus. Ich trottel. Warum? Warum bloß bin ich nicht mit dir davongeflogen? Wovor hatte ich Angst, ich alter Eser? Eine Bescheinigung musste ich verlangen. Was habe ich jetzt davon? Ich Idiot. So geht es weiter, bis auf der dunklen Seite der Villa ein Fenster klappt, etwas Helles dort erscheint und eine misstönende Frauenstimme ruft. Nikolaevich, wo bist du? Was soll der Unsinn? Wirst du dir die Malaria holen? Komm, Tee trinken. Ein bisschen Luft wollte ich schnappen, mein Schnuckelchen. Die Luft ist so schön. Er lügt. Er lügt. Oh, ihr Götter, wie er lügt. Er will ja gar nicht Luft schnappen, wenn Frühlingsvollmond ist. Er sieht etwas im Garten und droben im Mond. Ach, was wird ich alles dafür geben, in sein Geheimnis einzudringen und zu wissen, was für eine Venus er verloren hat und nach wem er jetzt fruchtlos in die Luft hascht. Wenn der Professor nach Hause zurückkehrt, ist er schon ganz krank. Seine Frau tut, als bemerke sie seinen Zustand nicht und drängt ihn, sich hinzulegen. Sie selbst geht nicht zu Bett, sondern sitzt mit einem Buch unter der Lampe und wirft wehe Blicke auf den Schlafenden. Sie weiß, beim Morgengrauen wird er mit qualvollem Schrei erwachen, wird weinen, sich hin- und herwerfen. Darum liegen vor ihr auf dem Tischtuch unter der Lampe eine Spritze in Alkohol und eine Ampulle mit einer Flüssigkeit von der Farbe starken Tees bereit. Die arme Frau, an einen Schwerkranken gebunden, ist nach der Injektion frei und kann ohne Bedenken zu Bett gehen. Ivan Nikolajewitsch wird mit glücklichem Gesicht bis zum Morgen schlafen und von etwas Schönem höherem träumen, wovon sie nichts weiß. Was aber den Gelehrten in der Vollmondnacht weckt und ihn den kläglichen Schrei abpresst, ist immer dasselbe. Er sieht den nasenlosen Henker mit dumpfem Keuchlaut hochspringen und dem an den fahlgeschnürten und übergeschnappten Gestas die Lanze ins Herz stoßen. Aber der Henker ist nicht so schrecklich wie das unnatürliche Licht, das von einer Wolke ausgeht, die sich brodelnd über die Erde wälzt, wie es nur bei Weltkatastrophen zu sein pflegt. Nach der Injektion wechseln die Bilder vor dem Schläfer. Vom Bett zum Fenster erstreckt sich eine breite Mondstraße und auf diese Straße tritt ein Mann mit blutrot gefüttertem weißem Umhang und steigt empor zum Mond. Neben ihm geht ein junger Mann in zerrissenem Chiton und mit entstelltem Gesicht. Die beiden führen ein hitziges Gespräch, streiten sich, wollen zu einer Übereinkunft gelangen. »Oh, ihr Götter, ihr Götter«, sagt der Mann im Umhang, das hochmütige Gesicht, seine Begleiter zugewandt. »Oh, ihr Götter, diese blöde Hinrichtung. Sag mir doch bitte, sie hat gar nicht stattgefunden. Ich beschwöre dich, sag mir, sie war doch gar nicht. Natürlich war sie gar nicht. Es ist ihr nur so vorgekommen. Kannst du das beschwören? Ich beschwöre es. Weiter brauche ich nichts.« Und der ehemalige Lyriker und jetzige Gelehrte sieht in seinem Traum den Mann im Umhang immer höher steigen, auf einer Straße aus Mondlicht, seinen Begleiter mit sich ziehend. Hinter ihnen geht ruhig und majestätisch ein riesiger, spitzohriger Hund. Dann wallt der Mondstrahl auf. Aus ihm hervor schießt ein Mondstrom und er gießt sich nach allen Seiten. Und aus dem Strom formt sich eine Frau von überirdischer Schönheit. Sie führt am Arm einen stoppelbärtigen Mann, der sich furchtsam umsieht, auf Ivan zu. Ivan erkennt ihn sofort. Das ist die Nummer 118, sein nächtlicher Besucher. Ivan streckt im Traum die Arme nach ihm aus. Damit also endete es? Damit endete es, mein Schüler. Natürlich endete es damit. Alles endet. Ich küsse sie auf die Stirn. Dann wird bei ihnen alles so sein, wie es sein muss. Sie beugt sich über Ivan und küsst ihn auf die Stirn. Und Ivan strebt ihr entgegen und blickt ihr in die Augen. Aber sie tritt zurück, immer weiter zurück und entfernt sich mit ihrem Begleiter zum Mond. Dann beginnt der Mond zu toben, schleudert Lichtströme auf Ivan, versprüht Licht nach allen Seiten. Im Zimmer beginnt eine Mondlichtüberschwemmung. Das Licht wogt, steigt höher, überflutet das Bett. Dann schläft Ivan Nikolajewitsch mit glücklichem Gesicht ein. Am Morgen erwachte Professor Schweigsam, aber ruhig und gesund. Sein wundes Gedächtnis verstummt und bis zum nächsten Vollmond beunruhigt ihn nichts mehr, weder der nasenlose Mörder des Geesters noch der grausame fünfte Prokurator von Judäa, der Ritter Pontius Pilatus. Sie hörten Der Meister und Margarita Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Michael Bulgakov aus dem russischen von Thomas Reschke. Es sprachen Erzähler Jürgen Hentsch Bestomni Daniel Minetti Berlioz Wolfgang Jakob Meister Thomas Thieme Margarita Berbel Röhl Vorland Jürgen Holz Kurovjev Fagott Peter Fricke Assasiello Hilmar Eichhorn Kater Behemond Hermann Bayer Pontius Pilatus Jürgen Thormann Jeschua Winfried Glatzeder Levi Matthäus Martin Reinke Markus Rattenschlechter Stefan Lisewski Archibald Archibaldowitsch Hans-Jürgen Hörig 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 1998